Lübe Audio präsentiert Neger, Neger, Schornsteinfeger Die Biografie von Hans-Jürgen Masserkoll Gelesen von Christoph Lindert Eine kurze Begegnung Als ich an einem schönen Sommermorgen des Jahres 1934 in meiner Schule in Barmbeck ankam, teilte uns Herr Grimmelshauser, unser Lehrer in der dritten Klasse mit, dass sich die gesamte Schülerschaft und der Lehrkörper auf Anordnung von Schulleiter Wriede auf dem Schulhof versammelt sollten. Dort verkündete Herr Wriede, wie schon so oft bei besonderen Gelegenheiten in seiner braunen Nazi-Uniform, dass der größte Moment in eurem jungen Leben bevorsteht. Wir seien nämlich vom Schicksal dazu auserkoren worden, unseren geliebten Führer Adolf Hitler mit eigenen Augen sehen zu dürfen. Um diese Ehre würden uns unsere zukünftigen Kinder und Kindeskinder dereinst beneiden. Ich war damals acht Jahre alt, und ich hatte noch nicht begriffen, dass ich unter den fast 600 Schülern auf dem Schulhof der Einzige war, den Herr Wriede nicht meinte. Wir nahmen Wriede beim Wort, und schon bald herrscht in der Schule helle Aufregung und Vorfreude auf dieses seltene, völlig unerwartete Glück eines praktisch schulfreien Tages. Wir waren alle gründlich indoktriniert, wussten vom heldenhaften Aufstieg des Führers zur Macht, von seinen übermenschlichen Anstrengungen, Deutschland von der Versklavung zu befreien, unter der es seit dem verlorenen Ersten Weltkrieg litt, von Hitlers Entschlossenheit, die Nation wieder zu Ruhm und Stärke zu führen. Die Allgegenwart des Führers war bereits zu spüren. Seine Porträts hingen wirklich überall. In der ganzen Schule, in öffentlichen und privaten Räumen, sie waren auf Plakaten und Briefmarken in Zeitungen und Zeitschriften zu sehen. Noch eindringlicher waren seine mittlerweile vertraute Stimme im Radio und seine regelmäßigen Auftritte in den Wochenschauen. Jetzt hatten wir die Chance, diesen sagenhaften Retter und Wohltäter des Vaterlandes mit eigenen Augen zu sehen. Für die meisten von uns, auch für mich, bedeutete das Ereignis eine Sternstunde. Getragen von unserer Begeisterung und von unseren Lehrern flankiert, marschierten wir fast eine Stunde lang bis zu einer Stelle an der Alsterkrogchaussee, einer großen Durchgangsstraße, die auch zum Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel führt. Die gesamte Strecke vom Flughafen bis zum ehrwürdigen Hamburger Rathaus im Stadtzentrum, die die Wagenkolonne des Führers nehmen sollte, wurde von tausenden fast hysterischer Menschen gesäumt. Gestrenge Braunhemden hielten sich an den Händen und bildeten eine undurchdringliche und endlose Menschenkette, die die Massen davon abhielt, auf die Straße zu dringen. Wir Kinder saßen am Bordstein hinter den SS- und SA-Leuten und mussten eine stundenlange quälende Wartezeit über uns ergehen lassen. Aber gerade als unsere überstrapazierte Geduld zu Reisen drohte, schwoll das Tosen der Menge aus Richtung Flughafen zu einem ohrenbetäubenden Crescendo an. In diesem Moment schmetterte eine Marschkapille der SS ganz in der Nähe die Auftakt von Fahren des Badenweiler Marsches, des Lieblingsmarsches des Führers. Der Augenblick, auf den alle gewartet hatten, war da. Der Führer stand aufrecht neben dem Fahrer seines Mercedes-Crabriolettes, der rechten Arm zum Hitlergruß erhoben, ausdruckslos, gerade ausstarrend, und der Wagen rollte in flottem Schritttempo vorbei. Der größte Moment unseres Lebens, auf den Schulleiter Wriede uns vorbereitet hatte, währte nur wenige Sekunden, aber mir kamen sie wie eine Ewigkeit vor. Da stand ich, ein achtjähriger, kraushaariger, dunkelhäutiger Junge in einem Meer von blonden und blauäugigen Kindern, erfüllt von kindlichem Patriotismus und noch geschützt durch selige Unwissenheit. Wie alle um mich herum jubelte ich dem Mann zu, der sein Leben der Vernichtung aller minderwertigen, nicht-arischen Menschen, wie ich einer war, gewidmet hatte. Dem Mann, der die Welt nur wenige Jahre später an den Rand des Untergangs bringen und sein eigenes Volk in die größte Katastrophe seiner langen Geschichte führen würde. Momolu Masakoi Die Geschichte, durch die ich Teil jener fanatisch jubelnden Masse wurde, begann nicht am 19. Januar 1926, dem Tag meiner Geburt. Sie begann auch nicht in Hamburg, meiner Geburtsstadt. Nein, sie begann fünf Jahre früher und über 5000 Kilometer weit entfernt in Westafrika, in der liberianischen Hauptstadt Monrovia. Sie begann mit der cleveren Entscheidung des Präsidenten, sich eines möglichen politischen Rivalen zu entledigen. Der Mann hieß Momolu Masakoi und war mein zukünftiger Großvater väterlicherseits. Charles Dunbar King, der 14. Präsident Liberias, hatte schon seit einiger Zeit die wachsende Popularität Masakois als Gefahr erkannt. Masakoi war in den USA zur Schule gegangen und hatte nach dem Tod seiner Eltern als Momolu der Vierte zehn Jahre lang über das Volk der Fay geherrscht, das im Grenzgebiet zwischen Liberia und der britischen Kolonie Sierra Leone lebte. Nachdem er aufgrund einer Stammesfehde gezwungen worden war, auf die Krone zu verzichten, war er in die liberianische Politik gewechselt. Es war seiner Sache ungemein dienlich, dass er sich von seinen fünf Fay-Frauen trennte und die junge, schöne Rachel Johnson heiratete, die aus politisch einflussreichen und wohlhabenden Verhältnissen stammte. Sie war die Enkelin von Hillary W. R. Johnson, dem ersten aus dem Lande selbst stammenden Präsidenten Liberias. Bithilfe seines politischen Geschicks, seines Charmes und seines guten Aussehens machte Masakoi eine steile Karriere. Da er sowohl bei den Amerikoliberianern als auch bei seinem Stammesvolk Unterstützung fand, war der aristokratische Masakoi bald eine nicht zu unterschätzende politische Macht. Schon bald wurde er in hohen politischen Kreisen als der nächste Präsident gehandelt, bis Präsident King beschloss, solchen Spekulationen ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Aber wie? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Sie kam in Gestalt eines Abgesandten der ersten Regierung der Weimarer Republik, Dr. Busing. Er traf sich mit Präsident King, um die Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen Liberia und Deutschland zu erörtern. Bei diesem Treffen war auch der Innenminister anwesend, Momolu Masakoi. Der Deutsche kam schnell zur Sache. Nach Auffassung seiner Regierung, so erklärte er, sei es an der Zeit, dass die beiden Länder durch die Einrichtungen von Generalkonsulaten diplomatische Beziehungen zueinander aufnehmen. Ein solcher Schritt wäre für beide Länder von Vorteil. Liberia würde sich einen dringend benötigten Absatzmarkt für Rohstoffe und Produkte wie Kautschuk, Kakao und Palmöl eröffnen und Deutschland hätte auf diese Waren wieder ungehinderten Zugriff, einen Zugriff, den es zusammen mit seinen afrikanischen Kolonien nach dem verlorenen Krieg eingebüßt hatte. Sehr zur Freude des Deutschen drängte der Präsident darauf, den Plan sobald wie möglich in die Tat umzusetzen. Allerdings, so gab der Gesandte zu bedenken, sei es ueberaus wichtig, den richtigen Mann fuer diese Aufgabe zu finden. Ich glaube, ich habe da genau den richtigen fuer Sie, erwiderte der Präsident mit einem vielsagenden Blick auf seinen Innenminister. Das heisst, ich weiß es. Sechs Monate nach dem Besuch des deutschen Gesandten traf Momolu Masakoi, der frischgebackene liberianische Generalkonsul in Deutschland, am 12. Juni 1922 in Hamburg ein. Er wurde begleitet von seiner Frau Rachel, seinen Söhnen, dem 17-jährigen Nathaniel und dem 1-jährigen Arthur und seiner 10 Jahre alten Tochter Fatima. Fünf seiner sechs erwachsenen Söhne aus seinen früheren Ehen waren in Afrika geblieben. Sein ältester und Lieblingssohn, Al Hai, war bereits in Europa und studierte in Dublin. Hermann Betz Es war ein kalter Sonntagmorgen im Februar 1905. Wie so oft schon ging der Steinbruchmeister Hermann Betz durch die verschneite Waldlandschaft im Harz in der Nähe des Ortes Uftrungen. Er war auf dem Weg zur Pulverhütte, wo große Mengen Dynamit lagerten, um ein paar Stangen fuer eine Sprengung zu holen, die fuer den nächsten Morgen angesetzt war. An diesem Morgen war ihm unbehaglich zumute, und das aus gutem Grund. Im letzten Monat war er zwei Mal nur knapp dem Tode entronnen. Das erste Mal war eines der Halteseile gerissen, als er im Steinbruch eine Strickleiter hochstieg, um Springlocher in eine Steilwand zu bohren. Zum Glück hatte er sich so lange an einer Sprosse festklammern koennen, bis ihn einige seiner Leute aus seiner misslichen Lage retten konnten. Als er wenige Tage spaeter fast von einem Felsbrocken erschlagen worden waere, der nur wenige Zentimeter neben ihm auf dem Boden aufschlug, wurde ihm klar, dass das kein Zufall war. Eine Untersuchung bestaetigte seinen Verdacht. Jemand hatte sich in der Strickleiter zur Schaffen gemacht, und auch der Felsbrocken war nicht von alleine heruntergestuerzt. Seine Frau Martha bat ihn, vorsichtig zu sein. Seitdem er mehrere italienische Arbeiter entlassen und sie durch arbeitslose Deutsche ersetzt hatte, fürchtete sie um seine Sicherheit. Er hatte nichts gegen Ausländer. Er war nur ein deutscher Patriot mit einfachen Prinzipien und der festen Überzeugung, dass Nächstenliebe zu Hause beginnen muss. In den Jahren, als es noch genug Arbeit gab, waren immer wieder Italiener im Steinbruch beschäftigt gewesen. Aber ein ungeschriebenes Gesetz besagte, dass sie als letzte eingestellt und bei einer Verschlechterung der Wirtschaftslage als erste entlassen wurden. Die Italiener hatten das Gefühl, bestenfalls als notwendiges Übel geduldet zu werden. Sie wohnten am Ortsrand und beschränkten ihre Kontakte zu den Einheimischen auf ein Minimum, was diesen nur recht war. Als Meister Bates die Pulverhütte betrat, erschütterte eine ohrenbetäubende Explosion den stillen Wald und ließ die Erde erbeben. Martha hörte die Explosion und wusste sofort, dass ihrem Mann etwas Schreckliches zugestoßen war. Obwohl fast im achten Monat schwanger, rief sie rasch die drei Jüngsten ihrer acht Kinder, Bertha, Frieda und Karl, und rannte mit ihnen in den Ort, um Hilfe zu holen. Einige Steinbrucharbeiter, aufgeschreckt durch die für einen Sonntag ungewöhnliche Detonation, waren bereits auf dem Weg zur Pulverhütte. Martha wollte ihnen nacheilen, wurde jedoch von einigen Arbeiterfrauen zurückgehalten. Gemeinsam mit ihnen und den Kindern wartete sie ängstlich auf die Rückkehr der Männer. Die Nachricht, die ihr schließlich überbracht wurde, war noch schlimmer, als Martha befürchtet hatte. Da, wo früher die Pulverhütte gewesen war, hatten sie nur noch einen riesigen Krater gefunden und einige Reste der Hüttenbalken. Von Meister Bates war nur ein Perlmuttknopf seiner Weste und der schauerliche Überrest eines abgetrennten großen Zehs übrig geblieben. Die Explosion war in dem Augenblick ausgelöst worden, als der Steinbruchmeister die Pulverhütte betrat. Wer den Anschlag verübt hatte, konnte nie geklärt werden. Nachdem sich das Entsetzen über die Tat gelegt hatte, kehrte in Uftrungen wieder der Alltag ein. Für Martha und ihre Kinder bedeutete die Explosion an jenem Sonntagmorgen im Februar 1905, dass sie einen Tag nach der Trauerfeier das firmeneigene Häuschen räumen mussten, um Platz für den neuen Steinbruchmeister mit seiner Familie zu machen. Als auch noch Tochter Clara auf die Welt kam, erhöhte sich Marthas ohnehin stattliche Kinderschar auf neun. Trotz scheinbar unüberwindlicher Schwierigkeiten ließ sich die damals knapp 40-jährige Martha nicht unterkriegen. Sie zog von Ort zu Ort und blieb dort, wo sie Arbeit und eine bezahlbare Wohnung fand. Sie ging Putzen, Wuschwäsche und half bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen aus. Schließlich ließ sie sich mit ihren Kindern in Nordhausen nieder. Einem malerischen, mittelalterlichen Städtchen. Dort besann sie sich auf ihren erlernten Beruf als Hebamme und konnte sich mit der Zeit ein recht gutes Auskommen sichern. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Juli 1914 hatte Martha, die auf die 50 zuging, ihr selbstgestecktes Lebensziel nahezu erreicht, nämlich alle ihre Kinder zu anständigen Menschen zu erziehen, die für sich selbst sorgen konnten. Anna, die Älteste, war gut verheiratet und hatte schon eigene Kinder. Hermann war Aufseher auf einem Gut, Martha arbeitete als Näherin, Hedwig als Köchin im Haushalt einer reichen Familie und Paul hatte gerade seine Lehre als Konditor abgeschlossen und Karl würde bald seine Prüfung zum Schneider ablegen. Die einzigen, die noch bei ihr zu Hause wohnten, waren die drei jüngsten Töchter, die 14-jährige Frieda, die elfjährige Bertha, meine zukünftige Mutter und die neunjährige Klara. Die Bätsjungen wurden nacheinander in die kaiserliche Armee eingezogen und dienten im Krieg. Als sie 1918 nach der deutschen Kapitulation wieder ins Zivilleben zurückkehrten, herrschte in Deutschland große Arbeitslosigkeit und die Zukunftsaussichten waren schlecht. Hermann, der Abenteuerlustigste, beschloss, sein Glück in den Vereinigten Staaten zu suchen. Sobald er in der neuen Welt Fuß gefasst hatte, wollte er den Rest der Familie nachkommen lassen. Anfang der 20er Jahre reiste Hermann also mit dem Schiff nach New York und dann weiter nach Chicago, wo er als Mädchen für alles in einem deutschen Restaurant arbeitete. Drei Jahre lang sparte er jeden Dollar und schließlich hatte er genug Geld beisammen, um Paul, Martha, Hedwig und Klara nachkommen zu lassen. Karl und Frieda sollten die Nächsten sein, doch inzwischen hatten sie beide geheiratet und beschlossen, bei ihrer Mutter zu bleiben, die so schwer an Zucker erkrankt war, dass eine Immigration in die USA nicht mehr in Frage kam. Bertha hatte derweil ihre Ausbildung als Hilfskrankenschwester beendet und wollte eigentlich zu ihren Geschwistern nach Amerika, doch plötzlich änderte sie ihre Meinung. Als sie von einer freien Stelle in einem kleinen Privatkrankenhaus in Hamburg hörte, sagte sie ihrer Mutter und dem Kleinstadtleben Lebewohl und bestieg den nächsten Zug nach Hamburg. Die Weimarer Republik, in der der neu ernannte Generalkonsul Massakoy im Frühjahr 1922 sein diplomatisches Debüt gab, war gleichsam ein brodelnder Vulkan kurz vor der Eruption. Aufgrund der Unzufriedenheit über die große Arbeitslosigkeit und eine galoppierende Inflation waren Straßenunruhen an der Tagesordnung. Immer wieder kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der politischen Linken und Rechten. Nationalisten machten ihrem Zorn über den Versailler Vertrag Luft und beschuldigten die Juden als Verräter und Verschwörer. Kurz nach Massakoy's Amtsantritt in Hamburg wurde der jüdische Außenminister Walter Rathenau, der sich für die Erfüllung der Reparationsforderungen der Siegermächte eingesetzt hatte, auf der Fahrt ins Auswärtige Amt von antisemitischen Rechtsradikalen erschossen. Der Münchner Putsch im November des Jahres 1923, mit dem ein unbekannter Österreicher namens Adolf Hitler versuchte, die bayerische und die Berliner Regierung zu stürzen, war nur einer von vielen Versuchen, das Ende der bereits schwankenden Weimarer Republik herbeizuführen. Trotz dieser nicht eben verheißungsvollen Bedingungen machte sich der liberianische Diplomat mit Elan an seine neue Aufgabe in der hanseatischen Metropole. Als erster offizieller Repräsentant eines unabhängigen afrikanischen Staates wurde Momolu Massakoy innerhalb weniger Jahre zu einem der bekanntesten und beliebtesten Mitglieder des konsularischen Kurs. Außerdem galt er unter prominenten und renommierten Bürgern und Besuchern Hamburgs als vorzüglicher Gastgeber. Für afrikanische Nationalisten wie Jomo Kenyatta aus Kenia, die aus ihrem europäischen Exil heraus gegen den Kolonialismus kämpften, bot die freundliche Atmosphäre in Massakoy's Villa nahe der Alster an der Jonsallee im gediegenen Stadtteil Roter Baum die ideale Umgebung für ihre geheimen Strategiebesprechungen. Auch Bürgerrechtler, Künstler, Intellektuelle und Sportler aus den Vereinigten Staaten genossen gelegentlich die Gastfreundschaft des Hauses. Zu den bekanntesten unter ihnen zählten der Lyriker Langston Hughes, Jazz-Star Louis Armstrong, der ehemalige Schwergewichtsmeister Jack Johnson, der Sänger Roland Hayes und der Philosoph Alan Locke. Neben seinen zahlreichen konsularischen Aufgaben fand Momolu noch Zeit, um zu schreiben, an der Hamburger Universität Vorträge über afrikanische Sprachen zu halten, die Bibel ins Pfei zu übersetzen und ein wunderbar illustriertes Buch über Liberia zu verfassen. Unterdessen wurden für meine zukünftige Ankunft auf Erden die ersten notwendigen Schritte eingeleitet. Das Schicksal brauchte ein paar kleinere Anstöße, um die Merkwürdigkeit meiner deutschen Geburt zu Wege zu bringen. Ein solcher Anstoß kam in Form einer Mandelentzündung, an der mein Großvater ins B erkrankte. Er ließ sich die Mandeln entfernen und während des Krankenhausaufenthalts wurde der vornehme und charmante Wipp-Patient von Ärzten und Schwestern über Gebühr verwöhnt. Nach seiner Entlassung gab der Ex-König, um sich für die angemessen königliche Behandlung erkenntlich zu zeigen, in seiner Villa ein kleines Fest für die Ärzte und Krankenschwestern, die ihn umsorgt hatten. Auf diesem Fest war auch Momollos ältester Sohn anwesend. Der 26-jährige Al Hai, der im Trinity College in Dublin studierte, hatte nämlich gerade Semesterferien. Seit seiner Geburt war Al Hai der Liebling seiner Eltern gewesen. Und so nahm es nicht Wunder, dass er sich zu einem egoistischen jungen Bo entwickelt hatte, der es gewohnt war, seinen Willen zu bekommen. Er konnte sich jedoch glücklich schätzen, dass er nicht nur einen beträchtlichen Teil der intellektuellen Fähigkeiten seines Vaters, sondern auch dessen Charme geerbt hatte, der ihm besonders im Umgang mit Vertreterinnen des anderen Geschlechts zugute kam. Während er auf der Party zwischen den Gästen seines Vaters umherschlenderte, fiel ihm eine hübsche, brünette junge Frau auf, kaum älter als zwanzig, die allein in einer Ecke stand. »Ich bin Al Hai Masakoy«, stellte er sich auf Englisch vor, und bemerkte amüsiert, dass die junge Frau verunsichert war, weil ein Fremder sie ansprach. »Do you speak English?« Die junge Frau schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, ich verstehe nicht.« »Dann muss ich mich wohl mit meinen wenigen Brocken Deutsch behelfen«, erwiderte er in flüssigem Deutsch mit einem starken Akzent. »Wie heißen Sie?« »Berta«, antwortete sie, und musterte dabei verstohlen den eleganten Afrikaner, seinen maßgeschneiderten Anzug, sein markantes, dunkles Gesicht, das kurzgeschnittene, schwarze afrikanische Haar und den gepflegten Schnurrbart. Besonders angenehm fielen ihr seine schlanken und doch kräftig aussehenden Hände und die makellosen, unglaublich weißen Zähne auf. Sie musste daran denken, wie sehr er sich doch von den unbeholfenen, derben jungen Männern in ihrer Heimatstadt Nordhausen abhob, mit denen sie ab und zu mal tanzen gegangen war. »Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben«, sagte Allai, »ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was man Ihnen über uns Afrikaner erzählt hat, aber ich kann Sie beruhigen, ich bin kein Kannibale.« Dass er ihre Zurückhaltung für Angst hielt, war ihr peinlich, und sie versicherte ihm hastig, dass sie nichts dergleichen gedacht hatte. Deshalb sagte sie auch sofort »Ja«, als er sie für den nächsten Tag zu einer Spritztour mit seinem neuen Auto einlud, einem Geschenk seines Vaters. Die Autofahrt, auf die noch viele folgen sollten, war der Beginn einer Werbephase, in der Allai das Herz der unerfahrenen Bertha im Sturm eroberte, sodass sie sich schließlich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen konnte. So oft wie ihm möglich kam Allai von Dublin nach Hamburg, ging mit ihren Varietés, zum Tanzen auf die Reeperbahn, zu Pferderennen, ins Theater, in die Oper und sogar zu Boxkämpfen. Doch bei den vielen Aktivitäten zögerte Allai irgendwie immer wieder den langversprochenen Gang zum Altar hinaus. Wenn Bertha das Thema ansprach, erklärte er stets, seine Prüfungen ließen ihm nicht genug Zeit, eine so große Hochzeit auszurichten, wie sie für den Sohn eines liberianischen Generalkonsuls angemessen sei. Aber das Schicksal hatte bereits den letzten Anstoß gegeben. Ungestüm und nicht gewillt, meine Ankunft noch länger hinauszuschieben, erblickte ich zwei Monate früher als erwartet, am Dienstag, dem 19. Januar 1926, im Eppendorfer Krankenhaus Das Licht der Welt. Meine Mutter nannte mich Hans-Jürgen. Nur sechs Monate später gebar Momollos Ehefrau Rachel ihm einen weiteren Sohn und mir einen kleinen Onkel, den sie Fritz nannten. Das schöne Leben an der Alster Momollou, der meine Mutter ins Herz geschlossen hatte, bestand darauf, dass sie und ich zu den Massakäus auf die Jonsallee zogen, während mein Vater die meiste Zeit in Irland war, um sein Jurastudium abzuschließen. Schon bald schallte das Gekreische zweier Kleinkinder durch die stattliche Villa und meine Mutter, die ihre Arbeit im Krankenhaus aufgegeben hatte, versuchte, die ständigen Zankereien zwischen Onkel, Fritz und mir zu schlichten. Die Tatsache, dass ich als Kind in dem Glauben lebte, der Mittelpunkt des Universums und etwas ganz Besonderes zu sein, hat mit meinen ersten Kontakten zur Außenwelt zu tun. Es verging kein Tag, an dem die Leute sich nicht nach mir umsahen und hingerissen riefen, wie niedlich, oder ist der nicht süß? Manchmal nahm diese Begeisterung handfeste Formen an, wenn Passanten mir Süßigkeiten, Obst oder sogar Geld schenken wollten. Zu meinem größten Bedauern durfte ich nichts davon annehmen. Mir fiel bald auf, dass anderen Kindern nicht so viel Aufmerksamkeit zuteil wurde wie mir, und als ich meine Mutter fragte, wieso, erklärte sie mir, das läge daran, dass alle meine schöne braune Haut und das schwarze Kraushaar bewunderten. Bis dahin war mir nie aufgefallen, dass ich mich körperlich von anderen Menschen und auch von meiner Mutter unterschied. Doch von da an nahm ich die Unterschiede zwischen den rassischen Merkmalen von Europäern und Afrikanern deutlich wahr. Da mein Großvater, ein sehr dunkler Mann, die alles beherrschende Figur in meinem Universum war und die meisten Weißen untergeordnete Rollen spielten, betrachtete ich dunkle Haut und krauses Haar als Kennzeichen von Überlegenheit. Großvater Momolu war ihm kindernah, der so viel Zeit mit uns Kindern verbrachte, wie er nur konnte. Tatsächlich sah ich ihn häufiger als meinen Vater, der kurz vor dem Abschluss seines Studiums stand und bereits in verschiedenen Hamburger Unternehmen arbeitete, um praktische Erfahrungen im Im- und Export zu sammeln. Da Momolu, Fritz und ich, im Gegensatz zu den anderen Familienmitgliedern, Frühaufsteher waren, frühstückten wir drei morgens allein im Wintergarten mit Blick auf den baumbestandenen Park. Während wir aßen, es gab zwei Melonen und eine Schale Haferbrei, ergötzte sich der alte Gentleman an den deutschen Kinderfersen, die ich ihm beispielsweise aus dem Struvelbeter vortrug. Meine Mutter las mir oft daraus vor, und ich kannte ihn auswendig. Die größte Begeisterung erntete ich mit der Geschichte von den drei Tintenbuben, die vom Nikolaus zur Strafe, weil sie sich über einen kohlpechrabenschwarzen Moor lustig gemacht hatten, in ein Fass mit schwarzer Tinte getunkt werden. Jedes Mal, wenn ich diesen überheblichen, versteckt rassistischen Kinderbuchklassiker zitierte, schüttelte sich mein Großvater vor Lachen. Zur Belohnung erzählte er mir Geschichten von uralten afrikanischen Königreichen und von ihren mächtigen Herrschern. Er erzählte mir auch, dass er früher selbst König gewesen war, was ich ihm nicht glauben wollte, bis er mir ein Foto von sich zeigte, auf dem er mit einer Königsrobe und Krone zu sehen war. Jeden Sonntagnachmittag ging Momolu mit Arthur, Fritz und mir an der Alster spazieren. Wir boten ein eindrucksvolles Bild. Mein Großvater mit Homburg auf dem Kopf, pelzbesetztem Ulstermantel und modischen Gamaschen, wir Jungens in Matrosenanzügen und Mützen, die damals groß in Mode waren. Diese Spaziergänge fanden ihren krönenden Abschluss stets in einem vornehmen Café, wo es köstlich nach Kakao, frischem Kaffee und Gebäck duftete. Unter den diskret neugierigen Blicken der anderen Gäste wurde seine Exzellenz mit der kindlichen Entourage beflissen an einen der besten Tische geführt, wo mein Großvater mir zu meiner großen Freude die Aufgabe übertrug, die verschiedenen Köstlichkeiten, Kuchen und Torten mit gewaltigen Bergenschlagsahne zu bestellen. Die Ehre wurde mir deshalb zuteil, weil weder Arthur noch Fritz, die zu Hause überwiegend Englisch sprachen, sich mit meinem Deutsch messen konnten, und nichts schien meinem Großvater mehr zu erfreuen, als die verblüfften Minen der anderen Gäste, wenn ich meine Aufgabe bravourös meisterte. Manchmal ließ Momolu mich sogar spätabends aus dem Bett holen, damit ich seinen afrikanischen und deutschen Dinnergästen meine sprachlichen Fähigkeiten vorführen konnte. Bei diesen Gelegenheiten bat er mich, deutsche Kinderlieder wie beispielsweise »Hänschen klein« zu singen, ein Wunsch, den ich ihm nur allzu gern erfüllte. Der Lohn war die verwunderte Begeisterung der Erwachsenen, die über mein akzentfreies Deutsch mit dem unverkennbaren Hamburger Einschlag ganz aus dem Häuschen gerieten. Außerdem steckten sie mir immer Silbermünzen zu, die postwendend in mein Sparspein wanderten. Für mich war Momolu einfach der Opa, ein sanfter und nachsichtiger Mann, dessen Hauptlebenszweck in meinen Augen darin bestand, dafür zu sorgen, dass mir jeder Wunsch erfüllt wurde. Erst sehr viel später konnte ich gebührend würdigen, was für ein bedeutender und angesehener Staatsmann er war und welch bahnbrechende Rolle er als Vertreter Afrikas im Allgemeinen und Liberias im Besonderen spielte. Währenddessen nahm ein internationaler Skandal seinen Lauf, in die Liberia verwickelt war und der weitreichende Konsequenzen für meinen Großvater und letztlich für alle Massakois, als er auch für mich haben sollte. Seit den ausgehenden 20er Jahren hatte es Gerüchte gegeben, dass die liberianische Regierung unter Präsident King aktiv an der Verschleppung von Liberianern zur Zwangsarbeit auf der spanischen Inselkolonie Fernando Pouro, heute Bioco, beteiligt war. Anders ausgedrückt, Liberia, das Land, das von befreiten amerikanischen Sklaven mit dem erklärten Ziel gegründet worden war, Freiheit und Schutz vor Unterdrückung zu garantieren und dessen Motto lautete »Die Liebe zur Freiheit hat uns hierher gebracht« stand unter dem Verdacht, Sklaverei zu betreiben. Obwohl ein von Präsident King geforderter Untersuchungsausschuss des Völkerbundes zu dem Schluss kam, dass der Vorwurf der Sklaverei ungerechtfertigt sei, wurde Liberia für die im Land verbreitete Praxis getadelt, vor allem Kinder von Eingeborenen an reiche Amerikoliberianer, Nachkomme der Staatsgründer und die herrschende Kaste auszuleihen. Sie arbeiteten bei schlechter Unterkunft und Verpflegung im Haushalt, was als Ausbildung getarnt wurde. Diese Praxis war zwar in ganz Westafrika verbreitet, also auch in den riesigen britischen, französischen, belgischen und portugiesischen Kolonien, doch nur die winzige, von Schwarzen regierte Republik Liberia wurde international verurteilt. Als Folge erhoben sich vor allem in Amerika und England immer mehr Stimmen, die den Rücktritt von Präsident King forderten. Natürlich brach schon im Vorfeld ein Kampf um die mögliche Nachfolge aus und dieser Machtpoker fand nicht nur in Monrovia statt, sondern auch im liberianischen Generalkonsulat in Hamburg. Eine nicht abreißende Flut von liberianischen Besuchern versuchte, meinen Großvater davon zu überzeugen, dass er der Einzige sei, der Liberia in dieser schweren Stunde führen könnte. Er zögerte zunächst, die Präsidentschaft anzustreben, auch weil er gegen seinen langjährigen Freund Edwin Barclay würde antreten müssen. Doch als Präsident King ihn bat, nach Liberia zurückzukommen, um dort Postminister zu werden, betrachtete er das Angebot als ein gutes Omen. Am 8. Dezember 1929 fuhr Momolu Masakoy an Bord der SS Livadia nach Monrovia ab. Vor ihm lag eine ungewisse politische Zukunft, doch er war entschlossen, sich jeder Herausforderung zu stellen. Von meinem Vater wurde erwartet, dass er seinen Vater aktiv in dessen heimlichem Kampf um die Präsidentschaft unterstützte und gleichfalls heimkehrte, was er als weiteren Grund anführte, die Hochzeit erneut aufzuschieben. Mein Großvater hatte meine Mutter gebeten, mit der übrigen Familie nach Liberia zu kommen, doch sie lehnte ab. Sie hatte zwar davon geträumt, eines Tages in Afrika zu leben, aber unser Hausarzt riet ihr Eingedenk meiner angegriffenen Gesundheit von einem Klimawechsel ab. Ich hatte in rascher Folge Diphtherie, Keuchhusten, Scharlach und eine Lungenentzündung gehabt und wäre fast daran gestorben. Der Arzt überzeugte meine Mutter, dass es unverantwortlich wäre, mit mir in ein Land zu reisen, in dem Malaria und jede Menge anderer Tropenkrankheiten herrschten und die medizinische Versorgung unzureichend war. Mir musste meine Mutter gar nicht hören. Ohne noch eine zweite Meinung einzuholen, teilte sie meinem Großvater mit, dass sie mit mir vorläufig in Deutschland bleiben würde. Um meine Gesundheit nicht zu gefährden, nahm sie, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne Rücksicht auf die Folgen für unsere finanzielle Situation, von dem lang gehegten Traum einer Zukunft in Liberia Abschied. Der Neue Nachdem mein Großvater, mein Vater und die meisten anderen Massakois abgereist waren, fand unser luxuriöser Lebensstil im vornehmen Hamburg-Roter Baum ein jähes Ende. Die einzige Massakoi, die Europa nicht verließ, war meine Tante Fatima, die auf ein Internat in Bern ging. Praktisch völlig auf sich allein gestellt, musste meine Mutter sich irgendwie durchschlagen. Sie brauchte eine Arbeit und eine erschwingliche Wohnung. Glücklicherweise suchte das St. Georg Krankenhaus, seine große Klinik in der Innenstadt, gerade eine Hilfskrankenschwester für die Hals-Nasen-Ohren-Station. Über eine Kollegin fand meine Mutter im zweiten Stock eines Mietshauses eine winzige Mansardenwohnung, die nur aus einem einzigen Zimmer mit kaltem Wasser und schrägen Wänden bestand und durch den Hintereingang über zwei unglaublich steile, knarrende Treppen zu erreichen war. Unsere neue Adresse lautete Stückenstraße 3 in Bambek, einem Arbeiterviertel im Norden der Stadt. Für die Wohnung sprach einerseits die niedrige Miete, aber noch wichtiger für meine Mutter war, dass eine Etage unter uns eine ältere Witwe wohnte, Frau Elisabeth Möller, die gegen ein bescheidenes, wöchentliches Entgelt und unter der Bedingung, dass ich sie Tante Möller nannte, bereit war, tagsüber auf mich aufzupassen, während meine Mutter arbeiten ging. Es ist nirgendwo leicht, der Neue zu sein. Aber in meiner neuen Nachbarschaft war ich nicht nur neu, sondern ich fiel auch noch auffällig aus dem Rahmen. Statt der freundlichen Blicke und schmeichelhaften Komplimente, die ich gewohnt war, erntete ich nun neugierige, mitunter sogar feindselige Blicke und Beleidigungen. Die Kinder auf der Straße waren meine schlimmsten Widersacher. Kaum hatten sie mich erblickt, sangen sie auch schon »Nieger, Nieger, Schornsteinfeger« und das mit sadistischer Ausdauer so lange, bis ich außer Sichtweite war. Zum Glück wurden die Blicke und Spöttereien weniger, je mehr sich die Menschen an meine exotische Erscheinung gewöhnten. Außerdem wurden ein paar der Rädelsführer meine besten Freunde. Zu meiner großen Erleichterung schienen sie den optischen Unterschied, der uns voneinander trennte, völlig vergessen zu haben. Das für mich Seltsamste in unserem neuen Viertel war, dass sich die meisten Menschen und besonders die Kinder häufig in einer Sprache unterhielten, die mir völlig fremd war. Sie ähnelte dem Englischen, dass ich nicht sprechen konnte, obwohl ich es im Hause meines Großvaters sehr häufig gehört hatte, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es kein Englisch war. Ich fragte meine Mutter und sie erklärte mir, dass es Plattdeutsch sei. Ich hätte wer weiß was dafür gegeben, platt sprechen zu können, doch da meine Mutter nicht aus Hamburg stammte und auch nicht im Arbeitermilieu beschäftigt war, sprach sie nur Hochdeutsch und musste passen, als ich sie bat, es mir beizubringen. Ich dachte, dass vielleicht Tante Möller mir gute Dienste leisten könnte. Sie war ein Hamburger Original und sprach die meiste Zeit platt, außer wenn sie mit irgendwelchen feinen Pinkeln aus den besseren Gegenden zu tun hatte. Doch als ich sie bat, mir platt beizubringen, weigerte sie sich strikt. Platt lehrt und lernt man nicht, erklärte sie mir. Platt hört und spricht man. Es dauerte mehrere Monate, bis ich begriff, was sie meinte. Wir unterhielten uns gerade, als sie mich plötzlich ansprach. Du sprichst ja platt, sagte sie. Den ganzen Morgen haben wir nur platt geredet. Ich überlegte einen Moment. Sie hatte recht. Ohne eine einzige Unterrichtsstunde und ohne es überhaupt zu merken, war ich zweisprachig geworden, nur dadurch, dass ich ihr und anderen zugehört hatte. Statt fließenden, warmen und kalten Wassers hatten meine Mutter und ich jetzt nur noch Kaltes. Folglich konnte ich nicht mehr wie früher täglich duschen oder baden, sondern musste bis Samstagabend warten. Dann machte meine Mutter auf dem Kohleherd in der Küche wasserheiß und goss es in einen Zinkwaschtrog, der zugleich auch als Badewanne für mich diente. Meine Mutter ließ mich zunächst eine Weile einweichen und schrubbte mich anschließend gründlich mit einem eingeseiften Schwamm ab. Das Schönste war immer das Abspülen, wenn meine Mutter mir mehrere Eimer warmes Wasser über den Kopf schüttete. Andere Annehmlichkeiten, die in unserer Wohnung durch Abwesenheit glänzten, waren Strom, Telefon und Kühlschrank. Die Mehrheit der deutschen Haushalte vor dem Krieg besaß keinen Kühlschrank. So musste man jeden Tag einkaufen gehen. Genauso selten waren Telefone in Privathaushalten, ein Privileg der begüterten Schichten. Unsere Wohnung besaß auch keinen Stromanschluss. Es machte mir Spaß, meiner Mutter zuzusehen, wenn sie in jedem Abend ein brennendes Streichholz an die Deckenlampe hielt, das Gas aufdrehte und wartete, bis das helle Licht mit einer dumpfen Mini-Explosion erstrahlte. Ich fand meine neue Welt viel interessanter als die stattliche, ruhige Villa und die gepflegte, parkähnliche Atmosphäre meines früheren Zuhauses. Unsere neue Nachbarschaft bestand überwiegend aus alten, schmuddelig aussehenden, zwei- bis dreistöckigen Mietshäusern, manche davon mit Balkonen und Gärtchen, sowie aus zweistöckigen Reinhäusern. In den Hamburger arbeitervierteln waren die Häuser vor dem Krieg mit einer dicken Patina aus Hus überzogen, die alles mit dunklem Grau bedeckte. Doch so schmutzig die Häuser in Barmbeck auch aussahen, die Wohnungen waren blitzblank, denn die Hausfrauen verbrachten praktisch den ganzen Tag mit Schrubben, Fegen, Wischen, Putzen, Teppichklopfen und Waschen. Anders als die ruhigen Chausseen in Roter Baum wimmelte es hier auf den Straßen von Menschen, die aus der Sicht eines neugierigen fünfjährigen Jungen ungeheuer aufregende Dinge taten. Ich erkundete meine neue Umgebung vor allem, wenn ich Tante Möller auf ihrer täglichen Einkaufsrunde begleitete. Milchmann, Lebensmittelhändler, Schlachter, Gemüsehändler und einmal pro Woche der Fischhändler. In jedem dieser Tante-Emma-Läden unterhielt Tante Möller sich mit den Besitzerinnen oder Besitzern ausgiebig über alle möglichen Themen, das Wetter, ihr Rheuma, die allgemeine Verteuerung sowie die gute alte Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und für mich bedeutete jeder Laden für sich eine besondere Attraktion, denn die freundlichen Verkäuferinnen ließen mich stets eine Scheibe Wurst oder Käse probieren oder schenkten mir Süßigkeiten oder Obst. Diese Spenden wurden sogar noch großzügiger, nachdem die Frauen von Tante Möller erfahren hatten, dass ich ein echter gebürtiger Hamburger war. Beim Einkaufen mit Tante Möller bekam ich faszinierende Dinge zu sehen. Einen Schneider, der im Schneidersitz auf einem Tisch am Fenster seiner Werkstatt saß und einen Anzug nähte. Einen Schmied, der in seiner rauchgefüllten Schmiede ein riesiges Brauereipferd beschlug. Einen Eismann, der vor einer Kneipe gewaltige Eisquader von seinem Laster lud und einen rußgeschwärzten Schornsteinfeger mit Zylinder, der hoch oben auf einem Dach balancierte. Gelegentlich sah ich eine ganze Kolonne von Feuerwehrwagen mit behelmten Feuerwehrleuten hupend und klingelnd vorbeibrausen. Spannend wurde es in unserem Viertel, wenn gelegentlich mit heulender Sirene ein Polizeiwagen auftauchte, der wegen seiner dunkelgrünen Farbe grüner August genannt wurde und, wie Tante Möller mir mit ihrem Hang zu Übertreibungen erklärte, Verbrecher ins Gefängnis schaffte. In Wirklichkeit handelte es sich bei den Verbrechern meist jedoch nur um arbeitsame und gesetzestreue Männer aus der Nachbarschaft, die zu tief ins Bierglas geschaut hatten. Direkt gegenüber von unserem Haus war der Hinterausgang des Europa-Palastes, wo ich mir schon bald, Sonntagnachmittags, keinen Film entgehen ließ. Ein Stück weiter die Straße rauf lag ein alter, hässlicher, roter Ziegelbau, die Waffelfabrik, die bei den Kindern in der Nachbarschaft sehr beliebt war. Auch ich kam bald dahinter, daß man nur eine Treppe hinaufgehen und auf eine Klingel drücken mußte, damit sich ein kleines Fenster öffnete und eine alte Dame gegen fünf Pfennig eine zum Bersten gefüllte Papiertüte mit köstlichem Waffelbruch hinausreichte. In Tante Möllers Küche wurde ich regelrecht süchtig nach solchen Hamburger Delikatessen wie Räucheraal, Milchreis mit Zucker und Zimt, Birnensuppe, Snuten und Poten, Scholle in Speck gebraten, Brathering, Mattjes und Rollmops, Bückling und Rote Grütze. Dank Tante Möller dachte und fühlte ich schließlich wie ein Hamburger und wenn ich eines von ihr lernte, dann, daß Menschen, die in Hamburg geboren sind und dort leben, die schönste, aufregendste und reizvollste Heimatstatt auf Gottes Erden rund ihr eigen nennen. Als Tante Möller mich irgendwann allein zum Spielen auf die Straße ließ, mußte ich ihr Versprechen, in Hörweite zu bleiben, damit sie mich jederzeit rufen konnte. Das bedeutete, daß ich mich etwa in einem zwei Blocks großen Areal aufhalten mußte, das von der Stückenstraße, am Markt, Haferkamp und Langen Rehm begrenzt wurde. Wenn ich binnen weniger Minuten zu Hause war, nachdem sie mich von einem Fenster ihrer Wohnung aus gerufen hatte, war alles in Ordnung. Wenn ich aber außer Hörweite gerät oder so ins Spiel vertieft war, daß ich ihr »Hans Jürgen« nicht mitbekam, galt ich sozusagen als flüchtig und wurde von der alten Dame höchstpersönlich wieder eingefangen. Die unvermeidliche Strafe war dann, daß ich am nächsten Tag nicht nach draußen durfte. Eines lernte ich jedenfalls im Nu, Tante Möllers glasklaren Vorstellungen von Disziplin Folge zu leisten. Ihr Mann war vor Verdun gefallen und sie hatte ganz allein drei Söhne und eine Tochter großgezogen. Sie war folglich Expertin darin, Kindern gehorsam beizubringen. Zu meinem eigenen Nutzen trieb sie mir den letzten Rest des Glaubens aus, ich sei der Mittelpunkt des Universums. Dennoch war sie trotz ihrer etwas schroffen Art eine gütige und warmherzige Frau, die mir niemals Schläge gab oder mich sonst irgendwie körperlich bestrafte, wenn ich mal über die Stränge schlug. Freizeit So sehr ich Tante Möller mochte und so gern ich die Woche über bei ihr war, ich freute mich jeden Tag auf den Abend, wenn meine Mutter von der Arbeit nach Hause kam. Der Sonntag war für mich der Höhepunkt der Woche, weil meine Mutter frei hatte und den ganzen Tag mit mir verbringen konnte. Sie steckte mich in meinen Sonntagsanzug und dann ging es hinaus ins Grüne, häufig in den Stadtpark, wo sich im Sommer an den Wochenenden tausende von Hamburgern tummelten, die einen Nachholbedarf von frischer Luft hatten. Sie ruderten oder paddelten auf dem See, spielten Fußball oder Tennis, ließen Drachen steigen, machten ein Picknick, ritten mit Pferden aus, fuhren Fahrrad oder gingen schwimmen. Doch die meisten taten genau das, was meine Mutter und ich auch taten. Sie schlenderten umher und schauten zu, was die anderen so trieben. Wenn wir Hunger bekamen und müde wurden, setzten wir uns auf eine der vielen Holzbänke, und ließen uns die leckeren Butterbrote schmecken, die meine Mutter mitgebracht hatte. Zum Nachtisch durfte ich mir bei einem der allgegenwärtigen Eisverkäufer mit ihren dreiräderigen Fahrrädern für einen Groschen ein großes Eis mit zwei Kugeln Vanille und Erdbeer kaufen. Ein anderes beliebtes Ziel im Sommer war Blankenese mit seinem kilometerlangen Sandstrand entlang der Elbe und den vielen Cafés. Es war mit der Bahn in weniger als eine Stunde zu erreichen. Dort reiten wir uns ein in das Heer von Sonnenanbietern, zogen unsere Badesachen an und bauten Sandburgen, sahen den majestätischen Ozeandampfern auf der Elbe nach, bis sie am Horizont verschwanden, oder lagen einfach nur auf dem Rücken, blickten in den Himmel und schauten den vorbeiziehenden Wolken zu. Bevor wir uns auf die Rückfahrt machten, gingen wir jedes Mal die zahllosen Stufen hoch, die im Zickzack zum oberen Teil von Blankenese führten und bestaunten unterwegs die malerischen Häuser am Hang. Hin und wieder besuchten wir auch besondere Veranstaltungen, zum Beispiel die beliebte Flugschau in der Nähe des Hamburger Flughafens in Futsbüttel. Dort bestaunten wir dann mit tausenden von Zuschauern, wie Ernst Udet, das legendäre Fliegerass aus dem Ersten Weltkrieg, bei atemberaubenden Flugkunststücken und Fallschirmsprüngen sein Leben riskierte. Die Blicke, die uns ständig verfolgten, wenn wir unterwegs waren, störten mich nicht im Geringsten. Schließlich war ich überzeugt, dass meine Mutter die hübscheste Frau überhaupt war und dass auch ich in meinem gebügelten Anzug und den polierten Schuhen einfach totschick aussah. Wenn ich spürte, dass jemand auf mich zeigte oder lachte oder das verhasste Wort Neger benutzte, war ich gekränkt und wütend. In solchen Fällen streckte ich der betreffenden Person die Zunge raus oder zeigte ihr den Vogel. Meine Mutter, die genau wußte, wie mir zumute war, schallte mich nie dafür, dass ich meiner Wut auf diese Weise Luft machte, obwohl sie mir häufig sagte, ich sollte solche Ignoranten einfach rübergehen, was mir allerdings ungemein schwer fiel. Kulturschau in Hagenbecks Tierpark Eine der beliebtesten Attraktionen für Hamburger, ob jung oder alt, war Hagenbecks Tierpark, der weltberühmte Zoo im Vorort Stellingen, wo man wilde Tiere in Freigehegen zu sehen bekam, die ihrem natürlichen Lebensraum nachgestaltet waren. Als überzeugter Hagenbeck-Fan stimmte ich begeistert zu, als meine Mutter eines Tages meinte, dass es mal wieder Zeit für einen Zoobesuch sei. Diesmal hatte sie mit einer Kollegin aus dem Krankenhaus vereinbart, deren Tochter Ingeborg mitzunehmen, ein etwas freches, aber ansonsten ganz nettes Mädchen in meinem Alter. Kaum waren wir nach der langen Fahrt mit der Straßenbahn im Zoo angekommen, da wollte Ingeborg auch schon die Indianer sehen. Meine Mutter und ich hatten noch nie gehört, dass im Tierpark Menschen gezeigt wurden, aber Ingeborg blieb dabei, dass sie bei ihrem letzten Zoobesuch richtige lebende Indianer gesehen hatten. Meine Mutter fragte einen Zoowärter und bekam die Antwort, »Indianer gäbe es gerade keine, aber man könne sich Afrikaner ansehen, was genauso interessant sei. Die primitiven Völker, so erklärte der Mann vom Zoo, seien Teil der berühmten hagenbäckschen Kulturschauen.« Was wir dann schließlich zu sehen bekamen, verschlug mir die Sprache. »Wir gingen an herrlichen Gehegen mit Affen, Giraffen, Löwen, Elefanten und anderen afrikanischen Tieren vorbei und kamen am afrikanischen Dorf an, das aus rund einem halben Dutzend strohgedeckter Lehmhütten bestand und in dem, wie wir erfuhren, echte Afrikaner wohnten. Wie die Tiergehege war das Dorf von einem brusthohen Holzzaun umgeben, der dafür sorgen sollte, dass die Zuschauer draußen und die zur Schau gestellten Menschen drinnen blieben. Der einzige Unterschied zwischen Menschengehege und Tiergehegen war der, dass es keinen Wassergraben gab. Abgesehen von der Hautfarbe und den Haaren hatten die Afrikaner keinerlei Ähnlichkeit mit meinen Verwandten oder mit irgendwelchen anderen Afrikanern, die ich im Hause meines Großvaters kennengelernt hatte. Alle Dorfbewohner waren barfuß und trugen Lumpen. Zwei in schäbige Tücher gehüllte Frauen rammten im gleichmäßigen Rhythmus einen schweren Holzpflock in einen Mörser. Ein Zuwärter erklärte, sie würden Maismehl für das Abendessen machen. Die Männer saßen in Grüppchen herum und betrachteten aufmerksam die Zuschauer, plauderten in einer unverständlichen Sprache und pafften an kurzen primitiv aussehenden Pfeifen. Es war schwer zu sagen, wer sich mehr für wen interessierte, die Afrikaner für die Europäer oder umgekehrt. Beide Seiten musterten einander mit unverhohlener Neugier über den Zaun hinweg. Plötzlich geschah genau das, was ich vom ersten Moment an befürchtet hatte. Obwohl ich mich bewusst im Hintergrund gehalten hatte, um sehen zu können, ohne gesehen zu werden, entdeckte mich einer der Afrikaner in der Menge. Mit einem Mal wurde das ganze Dorf auf mich aufmerksam. Die beiden Frauen hörten auf, Maismehl zu stampfen und die Männer hörten auf zu rauchen. Als hätten sie einen Verwandten gesichtet, den sie lange nicht mehr gesehen hatten, zeigten sie alle in meine Richtung und strahlten. Verzweifelt versuchte ich, mich hinter einem der anderen Zuschauer zu verstecken, aber vergebens. Einer der Zoobesucher folgte der Richtung, in die die Afrikaner zeigten, und als er den Grund für die Aufregung begriff, richtete auch er seinen dicken Zeigefinger auf mich. Guck mal, sagte er zu seiner Begleiterin, da ist ein Kind von denen. Das löste unter den übrigen Zuschauern eine Kettenreaktion aus, bis schließlich alle Afrikaner und Deutsche mich anstorten. Am liebsten wäre ich vor Verlegenheit im Erdboden versunken, weil man mich mit einem von denen verwechselte. Schließlich führte meine Mutter mich und Ingeborg trotz Ingeborgs Protests von dort weg. Am selben Abend, als wir wieder allein zu Hause waren, sagte meine Mutter zu mir, dass ich keinen Grund hätte, mich zu schämen. Die Afrikaner, die wir gesehen hatten, seien einfache, aber gute Menschen, die unser Mitleid und nicht unseren Spott verdienten. Sie vermutete, dass jemand sie mit falschen Versprechungen aus ihrer Heimat gelockt hatte, damit sie in der Schau auftraten, und sie machte mir klar, dass es ein entsetzliches Unrecht war, Menschen in einem Zoo hinter Zäunen Seite an Seite mit Tieren zur Schau zu stellen. So gern wir beide auch in den Zoo gingen, wir schworen uns an dem Abend nie wieder Der erste Schultag Auf meine häufige Frage, wann kommt Fatih wieder, reagierte meine Mutter stets mit einem hilflosen Schulterzucken und der Standardantwort, ich weiß es nicht. Sie sagte die Wahrheit. Allerdings verschwieg sie mir, dass sie von Tate Fatima, die immer noch in Bern lebte, schlichte Nachrichten aus Liberia erhalten hatte. Erst Jahre später ließ sie mich den Brief lesen. Er berichtete, dass es meinem Großvater nicht gelungen war, nach dem Rücktritt Präsident Kings Selbstpräsident zu werden, dass ihm zu Unrecht vorgeworfen wurde, als Postminister Postgelder veruntreut zu haben, dass er in Haft war, mein Vater und einige seiner Brüder sich bei ihren Feistammes Genossen im Hinterland von Liberia versteckt hielten und mein Onkel Ned im Gefängnis saß, weil er angeblich einen Anschlag auf den neuen noch andere schlechte Nachrichten. Da mein Großvater sein Amt als Postminister verloren und Schulden auf seinen ganzen Besitz aufgenommen hatte, um die Gelder für die Verfolgung seiner ehrgeizigen politischen Ziele aufzutreiben, war er finanziell ruiniert. Ohne Amt und in Ungnade gefallen, war er außerstande, die fälligen Rückzahlungen zu leisten. Fatima sah sich plötzlich finanziell auf die Großzügigkeit der vielen Freunde meines Großvaters in Europa angewiesen und meine Mutter musste all ihre Hoffnungen begraben, dass mein Vater und mein Großvater eines Tages zumindest einen kleinen Beitrag für meinen Unterhalt leisten würden. Der erste Wochentag nach Ostern 1932 war mein erster Schultag und wie die meisten in meinem Alter hatte ich ihn genauso herbeigesehnt wie gefrüchtet. Nach dem, was die älteren Jungs auf unserer Straße zu, denn wenn man mit dem Lehrer Ärger kriegte, konnte man weder von seinen Eltern noch von Gott Hilfe erwarten. Die unzähligen detaillierten und lebensechten Geschichten über die von Lehrern begangenen Gräuel hatten mich zu der Überzeugung gebracht, dass Lehrer eine unmenschliche sadistische Spezies waren, deren größtes Vergnügen darin bestand, Kinder grün und blau zu schlagen. Mit Entsetzen erinnerte ich mich an die breiten feuerroten Striemen auf dem Hintern von Eugen Braun, dem achtjährigen Sohn des Schmiedes. Eugen hatte sie uns gezeigt, um zu beweisen, dass er alles einstecken konnte, was sein Lehrer austeilte. Doch Angst vor Lehrern hatten schließlich die meisten Schulanfänger. Meine größere Sorge, die ich wohlweislich für mich behielt, war, dass ich Hunderten von fremden Kindern begegnen und mit Sicherheit spürte, beruhigte meine Mutter mich, ich hätte nichts zu befürchten und die Schule würde mir bestimmt gefallen, wenn ich mich es daran gewöhnt hätte. Doch ihre Worte klangen nicht überzeugend und ich spürte, dass auch sie nervös wurde, je näher der Tag kam. Weil meine Mutter sich nicht freinehmen konnte, fiel Tante Möller die Aufgabe zu, mich zur Schule zu bringen. Geschniegelt und gestriegelt das kurze Stück zur Schule. Damit andere Kinder mich nicht für ein Muttersöhnchen hielten, ließ ich mich nicht von der alten Dame an der Hand halten, außer wenn sie darauf bestand, weil wir eine Straße überqueren mussten. Je näher wir der Schule kamen, desto unglücklicher wurde ich. Nicht mal der Anblick einiger Leidensgenossen konnte mich trösten. Wie alle Erstklässler trug ich eine bunte Schultüte Wie alle öffentlichen Schulen damals war sie nach der Straße benannt, an der sie lag. Sie bestand aus zwei identischen Flügeln, einer für Jungen und der andere für Mädchen. Plötzlich schrie einer meiner neuen Schulkameraden aus vollem Halse, dass er auf keinen Fall in diese Schule gehe, egal was seine Mutter oder sonst wer sagen würde. Obwohl ich genau wusste, wie ihm zumute war, war ich fest entschlossen, nicht so eine Szene zu machen und unnötige Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Da er mit seinem Geschrei alle Blicke auf sich lenkte, ergriff ich die Gelegenheit beim Schopfe, reichte Tante Möller meine Schultüte, stieg rasch die breite Schultreppe hoch und betrat, ohne mich noch einmal umzublicken, das höhlenartige Gebäude. Sobald ich drin war, wurde ich zusammen mit den anderen Erstklässlern über einen scheinbar endlosen Korridor in einen Klassenraum im Erdgeschoss geführt. Dort begrüßte uns nicht etwa, wie ich erwartet hatte, ein grimmiger, ruten schwingender Lehrer, sondern eine nett aussehende, etwas mollige Frau mit kurz geschnittenem grauem Haar. Wie die anderen Lehrer, die ich auf dem Flur gesehen hatte, trug sie einen weißen Kettel. Guten Morgen, Kinder, ich bin Fräulein Beile, eure Klassenlehrerin, stellte sie sich mit einem freundlichen Lächeln vor, sucht euch mal als erstes alle einen Platz. Ich wählte mir einen Platz in der hintersten Reihe aus und warf den anderen Jungen verstohlene Blicke zu, um zu sehen, ob vielleicht irgendjemand übermäßiges Interesse an mir zeigte. Zu meiner großen Erleichterung erkannte ich ein paar von meinen Freunden aus der Stöckenstraße, Karl Morell, der direkt bei mir um die Ecke wohnte, und Karl-Heinz Rathje, der ein Stück weiter die Straße hinunter wohnte. Merkt euch, ihr seid die Klasse 8a, fuhr Fräulein Beile fort. Von nun an dürft ihr nur, wenn ich es erlaube, reden, aufstehen, euren Platz oder den Klassenraum verlassen. Wenn ihr eine Frage habt oder zur Toilette müsst, die übrigens den Flur entlang und dann rechts ist, hebt ihr die Hand, bis ich euch aufrufe, habt ihr das alle verstanden? Zur Zufriedenheit von Fräulein Beile fiel die Antwort einstimmig aus. So, nun wollen wir mal sehen, ob auch alle da sind, sagte sie weiter. Ich rufe jetzt eure Namen auf, und jeder, der seinen Namen hört, hebt die rechte Hand, steht auf, damit ihn alle sehen können, und sagt hier. Dann fing sie an, die Namenliste vorzulesen. Als ich an der Reihe war und aufstand, blickten einige Jungen mich an und kicherten. Die, die da eben gelacht haben, sind dumm und haben eigentlich in meiner Klasse nichts zu suchen, schimpfte Fräulein Beile. Wer noch einmal über Hans Jürgen oder sonst jemanden lacht, verlässt den Klassenraum und wartet draußen auf dem Flur, bis die Stunde vorbei ist. Dann sagte sie an mich gewandt, ich hoffe, du lässt dich von solchen dummen Jungen nicht ärgern. Du bist ein netter Junge, lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Ich hätte meiner Lehrerin um den Hals fallen können, aber natürlich tat ich nichts dergleichen, sondern antwortete nur kaum hörbar, ja. Als es zum Ende des Unterrichts läutete, forderte Fräulein Beile uns auf, die Klasse leise zu verlassen und den Zweierreihen den Flur entlang auf den Schulhof in die Pause zu gehen. Froh, dass meine erste Stunde trotz des kleinen Zwischenfalls so gut gelaufen war, spürte ich, dass meine Schulangst sich allmählich legte. Wenn das alles war, dann würden die Schule und ich prima miteinander klarkommen. Doch kaum hatte ich den Schulhof betreten, als ein Junge mit rotblondem Haar und einem groben, hässlichen Gesicht, der fast einen Kopf größer war als ich, nur einen Blick auf mich warf und sofort brüllte »Nieger, Nieger, Schornstein, Fieger!« Gleich darauf stimmten andere Kinder ein. Und Sekunden später war die Aufmerksamkeit der gesamten Schule auf mich gerichtet. Mit einem Mal wurde dieser abscheuliche Sprechchor zum Schlachtruf von Hunderten von Jungen. Der ganze Schulhof um mich herum hallte Ohrenbetäubend davon wieder. Verzweifelt suchte ich in der dichten Menge von johlenden Jungen, die mich umstanden nach einem Fluchtweg, aber ohne Erfolg. Als ich die Ausweglosigkeit meiner Lage erkannte, wäre ich fast den Trennen ausgebrochen. Doch meine Verzweiflung und Scham schlugen in blinde Wut um, als der große hässliche Junge, der den Aufruhr initiiert hatte, vortrat und mir spöttisch übers Haar strich. »Wieso wächst Negern eigentlich Schaf voller auf dem Kopf?« fragte er mich zum Vergnügen aller Umstehenden. Ehe ich mir über meine Reaktion überhaupt im Klaren war, hatte ich mit dem rechten Bein weit ausgeholt und meinem Peiniger mit voller Wucht gegen das nackte Schienbein getreten. Der Aufprall meines harten Lederschuhs auf das Bein meines Gegners war deutlich zu hören. Wie vom Blitz getroffen brach er suchte ich die Menge nach weiteren möglichen Angreifern ab, um es jedem, der sich traute, mich anzufassen, mit gleicher Münze heimzuzahlen. Doch zu meiner Überraschung, wenn nicht gar Enttäuschung, fand sich niemand. Im Gegenteil, dieselben Jungen, die mich noch eben verspottet hatten, richteten ihr höhnisches Gejohle nun auf meinen besiegten Herausforderer, der sich noch immer vor Schmerzen auf der Erde band. Plötzlich verstummte das Gelächter, denn Fräulein Beile tauchte auf. Sie taxierte die Lage und fragte meinen Angreifer, der sich das blau angelaufene und geschwollene Schienbein hielt, was ist passiert? Der hat mich getreten, stieß er hervor, wobei er anklagend auf mich zeigte. Wieso hat er das getan? fragte Fräulein Beile weiter. Keine Ahnung. Wie heißt du? Gerhard Rademeier. Und wer ist deine Klassenlehrerin? Fräulein Rodewald. Dann wandte sich Fräulein Beile mir zu. Hans-Jürgen, stimmt es, dass du ihn getreten hast? Ja. Und warum? Er hat mich an den Haaren angefasst und sich über mich lustig gemacht. Gerhard, hast du ihn an den Haaren angefasst und dich über ihn lustig gemacht? setzte Fräulein Beile ihr Verhör fort. Ja, aber ich habe ihn nicht geschlagen oder so, gestand mein Widersacher der unter zunehmenden Druck gerät. Dann hast du es auch nicht anders verdient, entschied Fräulein Beile streng. Du hast kein Recht, dich über andere und ihr aussehen lustig zu machen. Wenn du Hans-Jürgen noch einmal belästigst, werde ich es Fräulein Rodewald melden, damit sie dich bestraft und außerdem mit deinen Eltern redet. Geh jetzt und lass dich nie wieder der sich durch seine Größe und hellblonden Haare aus seiner Gruppe Gleichhaltriger hervorhob. Wolfgang, komm mal her, rief sie. Als der Junge vor ihr stand, machte sie uns miteinander bekannt. Das ist Hans-Jürgen, er ist heute eingeschult worden, und das ist Wolfgang Neumann, der vor genau sieben Jahren angefangen hat, auch in meiner Klasse. Ich habe dich gerufen, Wolfgang, fuhr sie fort, weil Hans-Jürgen jemanden gebrauchen kann, der auf ihn aufpasst. Hättest du nicht Lust, sein Beschützer zu sein? Wolfgang erwiderte, dass er große Lust dazu hätte. Schön, dann machen wir es folgendermaßen, erklärte Fräulein Beile. In den Pausen achtest du auf Hans-Jürgen und passt auf, dass ihn keiner belästigt. Wenn du mal nicht klarkommst, sagst du der Pausen Aufsicht Bescheid oder kommst zu mir. Keine Angst, Fräulein Beile, ihm tut keiner was, dafür sorge ich schon. Schon nach wenigen Tagen hatten offenbar alle den hässlichen Vorfall an meinem ersten Schultag vergessen, d. alle, außer meinem Herausforderer und mehr. Wenn ich ihn auf dem Schulhof oder auf dem Flur traf, schielte er verlegen zu mir rüber oder mit den Blickkontakt ganz. Nachdem ich ihm diese schmerzliche Lehre erteilt hatte, achtete er stets darauf, meinen Füßen nicht zu nahe zu kommen. Wolfgang hielt sein Wort und passte gut auf mich auf, bis er im Jahr darauf seinen Abschluss machte. Von da an war ich mehr oder weniger auf mich allein gestellt, doch inzwischen war ich selbst so zäh, dass ich keinen Beschützer mehr brauchte. Im Gegensatz verstand mich gut mit meinen Mitschülern, von denen einige meine besten Freunde wurden. Von ein Weile gab in meinem ersten Zeugnis folgende Beurteilung. Hans-Jürgen ist ein fleißiger Schüler, der gut in der Schule zurechtkommt. Er ist ungewöhnlich begabt im Lesen, Schreiben, Zeichnen, in Musik und Sport. Im Rechnen sind seine Leistungen durchschnittlich, doch er kann die richtigen Lösungen durch Abzählen mit den Fingern ermitteln. Er ist die geborene Anführer und stets bereit, Schwächeren Mitschülern zu helfen. Da er zu Anfang häufiger gehänselt wurde und sich verteidigen musste, ist er etwas angriffslustiger, als er sein sollte. Seine Leistungen in der achten Klasse sind vielversprechend. Hans-Jürgen wird in die Klasse 7a versetzt und ich freue mich darauf, ihn auch im nächsten Jahr zu unterrichten. Meine Mutter las all ihren Freunden und Bekannten mein Zeugnis vor, so dass ich Fräulein Beides Lobes Hymne bald auswendig konnte. Der Sammler In unserer Gegend trafen sich die Arbeitslosen auf einem Spielplatz, nur wenige Querstraßen von unserem Haus entfernt. Die Männer schlenderten in kleinen Grüppchen umher oder saßen auf den Bänken um einen großen Sandkasten herum, beklagten die schlechte Wirtschaftslage, spielten Skat oder tauschten sogenannte Zigaretten Bilder. Diese Bilder waren jeder Zigarettenpackung beigelegt als zusätzlicher Anreiz, um den Verkauf anzukurbeln. Es gab unterschiedliche Kategorien, von Filmstars über Militäruniformen bis zu Nationalflaggen. Wer einen ganzen Satz zusammen hatte, bekam im Tabakgeschäft kostenlos ein schönes Album, in das die Bilder dann eingeklebt wurden. Kaum hatte ich von einigen rauchenden Onkeln ein paar Bilder geschnorrt, da packte mich auch schon die Sammlerleidenschaft. Innerhalb weniger Tage wurde ich hoffnungslos süchtig und hatte nichts anderes mehr im Kopf als Bilder. Sobald die Schulglocke läutete, raste ich mit einigen Klassenkameraden zum Spielplatz, wo die Arbeitslosen die Zeit tot schlugen und tauschte Sammelkarten. Jeder Satz bestand aus mehreren hundert Bildern und ich entwickelte ein unglaubliches Geschick, blitzschnell festzustellen, welche Bilder mir noch fehlten. So ganz nebenbei lernte ich dabei die Namen von zahllosen Filmstars, lange bevor ich sie je auf der Leinwand sehen sollte. Außerdem wurde ich ein richtiger Experte für ziemlich exotische Dinge. So erkannte ich zum Beispiel auf Anhieb die japanische Kriegsflagge oder die Uniform eines Husarenoffiziers unter Friedrich dem Großen. Dank meiner verbissenen Jagd nach Zigarettenbildern hatte ich schon bald eine stattliche Anzahl beisammen. Ich war auf dem besten Wege, ein ernstzunehmender Sammler zu werden. Doch dann gab Fräulein Beile mir einen Brief an meine Mutter mit, den sie unterschreiben sollte. Darin stand, kurz gesagt, dass sich meine schulischen Leistungen eklatant verschlechtert hatten, besonders der häusliche Fleiß, und dass meine Hausaufgaben häufig schlampig oder unvollständig gemacht waren. Der Brief schloss mit der Drohung, dass mein Zwischenzeugnis miserabel ausfallen würde, falls ich mich nicht rasch wieder auf den Hosenboden setzte. Die Reaktion meiner Mutter verblüffte mich. Anstatt mir eine Standpock zu halten, erklärte sie nur seelenruhig, dass mein Zwischenzeugnis bestimmt gut ausfallen würde, weil sie nämlich wisse, wie das Problem in den Griff zu kriegen sei. Ab morgen, sagte sie, ohne dabei die Stimme zu heben, gehst du nach der Schule nicht mehr zum Spielplatz und tauschst Bilder. Du kommst nach Hause und machst deine Hausaufgaben, alle, und du machst sie ordentlich. Als ich am nächsten Tag von der Schule nach Hause kam und wie üblich nach meiner kostbaren Bildersammlung sah, war die Zigarrenkiste verschwunden. Panik durchfuhr mich bei dem Gedanken, dass meine Mutter meine heiß geliebten Bilder, die ich in monatelanger Tauscharbeit mühsam gesammelt hatte, weggeworfen haben könnte, und meine Befürchtung war durchaus begründet. Denn als meine Mutter von der Arbeit kam und ich sie fragte, wo die Bilder seien, erklärte sie ruhig, dass sie sie verschenkt habe. Noch nie hatte meine Mutter etwas getan, das mich so verletzte. Zuerst tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass sie vielleicht eine Blöffte und die Zigarrenkiste bald wieder auftauchen würde. Eifrig stürzte ich mich in meine Hausaufgaben, um meine Mutter schneller zum Einlenken zu bewegen. Doch nach einigen Tagen und Wochen dämmerte mir die grausame Wahrheit, dass das Ganze doch kein Bluff war. Ich nahm mir vor, meine Mutter fortan aus tiefster Seele zu hassen, und versuchte sogar eine Weile nicht mehr mit ihr zu reden, aber das funktionierte nicht. Mein Hass kam einfach nicht gegen ihre unerschütterliche Liebe an, und so sehr ich mich auch sträubte, mein Zorn löste sich irgendwann in Luft auf. Mutters Radikal-Entzugstherapie funktionierte jedenfalls wie geschmiert, und als Fräulein Beile die Zwischenzeugnisse verteilte, war ich Klassenbester. Dieses Hörbuch wird auf der nächsten CD fortgesetzt. Unsere neuen Nachbarn Am 30. Januar 1933, drei Monate bevor ich in die zweite Klasse kam, wurde Adolf Hitler deutscher Reichskanzler. Im linksgerichteten Barmbeek löste das Ereignis keine nennenswerten Reaktionen aus, obwohl es letztlich für die ganze Welt fatale Folgen haben sollte. Ich hatte die Worte Hitler und Nazis und die Abkürzung NSDAP zwar schon oft gehört, doch zunächst blieben sie für mich relativ bedeutungslos. Das sollte sich jedoch bald ändern. Wir Kinder hatten zwar keine Ahnung, wofür die politischen Parteien eigentlich standen, aber aufgrund dessen, was wir zu Hause, auf der Straße oder in der Schule mitbekamen, hatten wir schon bald unsere Lieblingsparteien, so wie man für eine bestimmte Fußballmannschaft schwärmt. Und mir nichts, dir nichts, war dieser bedeutungslos aussehende Mann mit dem Chaplin-Bärtchen plötzlich nicht mehr Gegenstand unseres Spots. Mit meinen knapp sieben Jahren wurde ausgerechnet ich zum eifrigen Anhänger der Nazis. Und das nur, weil sie ungeheuer was hermachten, wenn sie mit ihren tollen Uniformen und Marschkapellen zackig im Gleichschritt aufmarschierten. All das sprach meine erwachende Männlichkeit an. Im Vergleich zu ihnen sahen die Kommunisten und Sozialdemokraten, die kein preußisch-militaristisches, sondern bewusst ein übertrieben proletarisches Image verfolgten, auf ihren Demonstrationen oft abgerissen und undiszipliniert aus. Folglich ließ ich mir von Tante Möller, die es nicht besser wusste, ein Hakenkreuz auf einen meiner Pullover nähen. Und als meine Mutter es schließlich wieder entfernte, protestierte ich aus Leibeskräften. In der Schule wurde uns Reichspräsident Paul von Hindenburg, der Sieger von Tannenberg, als nationale Vaterfigur und Symbol der Autorität dargestellt. Als er 1934 starb, waren die ersten Anzeichen des Wandels die, dass Heil Hitler zum offiziellen Gruß der Deutschen erklärt wurde und dass die Hindenburg-Porträts in der ganzen Schule durch Hitler-Porträts ersetzt wurden. Von den Wänden der Klassenzimmer, Gänge und Büros folgten uns von nun an Hitlers durchdringende Augen, als wollten sie uns hypnotisieren. Sobald der Führer eine Rede an sein Volk hielt, und es kam immer häufiger vor, wurde der Unterricht unterbrochen. Wie in allen anderen Schulen in Deutschland versammelten sich dann auch bei uns, die Lehrer und Schüler in der Aula, wo wir der Rundfunkübertragung der Rede in voller Länge lauschten, was bis zu zwei Stunden dauern konnte. Doch trotz der Länge der Reden und obwohl wir vieles nicht verstanden, waren wir nie gelangweilt, sondern stets vom Klang seiner Stimme fasziniert und aufgewühlt. Wir Kinder verstanden zwar den Sinn dieser Worte nicht, aber wir spürten die Kraft, die von dem Sprecher ausging, und wir waren stolz auf eine neue, allmächtige, mutige Vaterfigur, die sich nicht von Deutschlands Gegnern einschüchtern ließ. Wir gewöhnten uns auch einen Ritual, das jeden Montagmorgen in der Schule stattfand und das uns anfänglich ziemlich seltsam erschienen war. Wir mussten, den Arm zum Hitlergruß ausgestreckt, stramm stehen, während ein Hitlerjunge unsere beiden neuen Nationalfahnen hisste, die traditionelle schwarz-weiß-rote Flagge aus der Zeit vor der Weimarer Republik und die Hakenkreuzfahne. Anschließend intonierten wir die beiden Nationalhymnen, das Deutschlandlied und das Horst Wessellied. Sobald Hitler ganz Deutschland fest in der Hand hatte, gab es praktisch jede Woche irgendwelche politischen Veranstaltungen, die unsere Kinderherzen höher schlagen ließen. Endlose Paraden von SS, SA und Hitlerjugend, die durch die Stadt marschierten, aufsehenerregende Fackelzüge, Feuerwerke über der Alster und Massenkundgebungen im Stadtpark und auf der Moorweide. Bei keinem dieser Ereignisse hatte ich das Gefühl, irgendwie persönlich bedroht zu sein, bis zu jenem grotesken Drama, in das ich eines Tages unversehens geriet. Es geschah zu Beginn des Jahres 1934. Einer der vielen paradoxen Zufälle in meinem Leben wollte es, dass die Ortsgruppe der NSDAP ausgerechnet in der Kneipe Zanoletti, gleich neben unserem Mietshaus, einmal wöchentlich ihre Versammlung abhielt. An einem schönen Sonntag im Frühjahr fand in unserer Gegend mal wieder eine riesige paramilitärische Parade statt. Über zwei Stunden lang marschierten SA und SS durch unsere Straßen. Eine große Menschenmenge war zusammengelaufen und jubelte, wie ich und die anderen Kinder aus der Nachbarschaft, den Marschierenden zu. Ich war ganz aus dem Häuschen, als ich meinen früheren Beschützer Wolfgang an der Spitze eines Trupps der Hitlerjugend sah. Fast wäre ich vor Stolz geplatzt, weil er mir zulächelte und winkte. Ich sah so lange zu, bis auch die letzte Einheit der Sturmabteilungen vorbeimarschiert war und die Menge sich allmählich wieder zerstreute. Auf dem Weg nach Hause hörte ich lautes Singen und Rufen, das es dem Haus gleich neben unserem drang. Ich schaute neugierig durch die geöffnete Tür in den Versammlungssaal der Kneipe. Sie war bis zum Bersten gefüllt mit biertrinkenden, rauchenden, brüllenden, lachenden und singenden Braunhemden. Keiner schien mich zu bemerken. Aber dann packten mich plötzlich zwei kräftige Hände von hinten und hoben mich hoch in die Luft. Instinktiv wandte ich mich hin und her wie ein Fisch am Haken. Und ehe ich mich's versah, war ich den beiden Fäusten entglitten und nahm, so schnell ich konnte, Reißhaus. Als ich einen Blick über die Schulter warf, sah ich meinen Angreifer, einen großen SA-Mann mit kurzgeschorenem, weißblondem Haar und kleinen, tiefliegenden Augen in einem von Bier geröteten Gesicht. Ich wäre ihm vielleicht entwischt, hätten mir nicht zwei andere braunen Hemden, die durch seine Rufe alarmiert worden waren, den Weg versperrt. Wie ein Falke, der auf sein Opfer niederstößt, packte der SA-Mann seine glücklose Beute. Und diesmal konnte ich mich drehen und wenden und um mich treten, wie ich wollte. Aus seinem Klammergriff gab es keinen drinnen. Triumphierend schleppte er mich zwischen seinen betrunkenen Kameraden, indem durch zur Redner-Tribüne am Ende des Saales. Mir war schlecht vor Angst und von den grölenden Männerstimmen, dem Biergestank und dem Tabakqualm. Mit aller Kraft unterdrückte ich den Impuls, lautlos zu schreien, denn irgendwie spürte ich, dass ich von den Kumpanen meines Angreifers keine Hilfe erwarten konnte, höchstens noch mehr Schikanen. Der SA-Mann wollte mich gerade auf die Bühne heben, vermutlich um der trunkenen Menge von Braunhemden ein Paradebeispiel deutscher Rassenschande vorzuführen, als ich ihm eine zornige Frau entgegenstellte, die ihn hasserfüllt ansah. Meine Mutter hatte sich einen gemütlichen Sonntagmorgen gemacht. Anders als ich war sie nicht zur Parade gegangen, sondern hatte nur gelegentlich aus dem Fenster gesehen und vergeblich nach mir Ausschau gehalten. Die Massen von Braunhemden auf der Straße hatten sie jedoch zutiefst beunruhigt, bis sie es schließlich vor Sorge um mich nicht länger in der Wohnung aushielt und beschloss sich, auf die Suche nach mir zu machen. Als sie die Treppe hinunterging, kam ihr Tante Malle entgegen, die er atemlos berichtete, sie habe gerade gesehen, wie ich von einem SA-Mann in die Kneipe nebenan geschleppt worden sei. Wie eine Tigerin, die ihr Junges verteidigt, stürzte meine Mutter auf die Straße und in die Kneipe. Dort bahnte sie sich unaufhaltsam einen Weg durch die betrunkenen Männer zur Redner-Tribüne und zu dem Mann, der mich entführt hatte. Der massige SA-Mann, der mich noch immer festhielt, war derart verblüfft über die zitternde, aber anscheinend furchtlose Frau, die da herangestürmt kam, dass er seinen Griff lockerte. Ehe er oder ich wußten, was geschah, wurde ich erneut gepackt und durch die Menschenmenge geschleppt, diesmal aber von meiner Mutter, die mich in die relative Sicherheit unserer Wohnung verfrachtete. Von jenem Sonntag an verwandelte sich meine vorbehaltlose Bewunderung für die Nazis in eine seltsame Mischung aus Faszination und Furcht. Plötzlich schwarnte mir irgendwie, dass die Braunhemden, die Hakenkreuze, die Marschmusik drohende Gefahr bedeuteten. Doch es bedurfte noch einiger Jahre und zahlreicher weiterer Demütigungen, bevor die Nazis ihre Anziehungskraft auf mich gänzlich verloren. Das verlorene Paradies Ich brauchte eine Weile, um zu begreifen, dass die Episode in der Kneipe kein Einzelfall gewesen war, ausgelöst durch ein paar betrunkene Rüppel in Nazi-Uniform, sondern dass ich zu einer angefeindeten Bevölkerungsgruppe gehörte. Diese niederschmetternde Entdeckung machte ich wenige Wochen später an einem Ort, wo man es am wenigsten erwartet hätte, nämlich auf dem Spielplatz am Pfennigsbusch, nicht weit von uns entfernt. Wie schon so oft war ich nach der Schule auf den Spielplatz gegangen. Es gab dort mehrere Schaukeln, einen Kletterbaum, eine große Wippe und etliche Sandkästen für die Kleinen. Am liebsten ging ich, wie viele andere Kinder auch, auf die Wippe, vor der immer eine Warteschlange stand. Nachdem wir geduldig gewartet hatten, bis wir in die Reihe kamen, wollten ein anderer Junge und ich gerade auf die Sitze klettern, als sich mir eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn im Schlepptau in den Weg stellte. »Was willst du denn hier?«, fragte sie ärgerlich. Ich hatte keine Ahnung, was sie meinte und deutete hilflos auf die Wippe, wo ihr Sohn schon meinen Platz eingenommen hatte. »Ich bin dran«, protestierte ich kläglich. »Was soll das heißen, ich bin dran«, zählte sie. »Ihr seid schon lange genug dran gewesen. Jetzt sind wir dran. Du hast auf diesem Spielplatz überhaupt nichts zu suchen. Kannst du nicht lesen?« Und dabei zeigte sie auf ein Schild am Eingang, das mir noch nie aufgefallen war. Einige andere Mütter bekamen den Ausbruch der Frau mit, doch obwohl ich ihnen offensichtlich leid tat, ergriff keine von ihnen für mich Partei. Völlig durcheinander ging ich mit hängendem Kopf weg. Mit tränennassen Augen las ich das Schild. »Nicht Arian ist das Betreten dieses Spielplatzes strengstens verboten.« Obwohl ich den Ausdruck »Nicht Aria« schon gehört hatte, war mir nie in den Sinn gekommen, daß er irgendetwas mit mir zu tun haben könnte. Aber wenn die Frau recht hatte, dann war ich ein Nicht-Aria. Den Grund für ihre Aufregung verstand ich zwar noch immer nicht. Ich wußte nur, daß ich aus irgendeinem Grund von einem Platz verbannt worden war, auf dem ich viele unbeschwerte Stunden verbracht und auf dem ich mich so selbstverständlich aufgehalten hatte, wie alle anderen Kinder auch. Als meine Mutter am Abend nach Hause kam, fragte ich sie, »Bin ich ein Nicht-Aria?« Überrascht wollte sie wissen, wieso ich das fragte. Als ich ihr erzählte, was auf dem Spielplatz geschehen war, gab sie zu, daß Afrikaner im Gegensatz zu Europäern zu den rassischen Gruppen zählten, die von den Nazis offiziell als Nicht-Aria eingestuft wurden. »Und weil dein Vater Afrikaner ist,« erklärte sie, »giltst du auch als Nicht-Aria?« »Bist du auch Nicht-Arierin?«, fragte ich nach. »Nein.« »Warum nicht?« »Weil ich keine Afrikanerin bin. Ich bin Europäerin.« »Wieso bin ich dann Nicht-Aria, weil mein Vater Afrikaner ist, und kein Aria, weil meine Mutter Arierin ist,« wollte ich wissen. »Und warum dürfen Nicht-Arier nicht auf den Spielplatz?« »Ich gebe dir ja recht, daß das Blödsinn ist,« antwortete sie. »Morgen spreche ich mit dem Parkwächter. Bestimmt macht er bei dir eine Ausnahme.« »Ich will aber nicht, daß du mit dem Parkwächter sprichst,« sagte ich. »Ich gehe da nie wieder spielen.« Trotz meines Protestes sprach meine Mutter mit dem Parkwächter, und er sagte ihr, »ich sollte das Schild einfach übersehen.« Aber nichts konnte mich dazu bewegen, je wieder einen Fuß auf diesen Spielplatz zu setzen. Juden Schon bald nach Hitlers Machtergreifung hörte man immer häufiger die Worte »die Juden«. Meines Wissens hatte ich noch nie einen Juden gesehen, aber gelegentlich hatte ich gehört, daß meine Mutter halblaut über Juden sprach. Einmal bekam ich mit, wie sie sich mit einer Freundin darüber unterhielt, daß man im Krankenhaus einen Arzt entlassen hatte, weil er Jude war. So eine Schande, sagte meine Mutter. Er war ein so lieber Mensch und ein so guter Arzt. Ich schloß daraus, daß die Juden nette Menschen waren, die aus unerfindlichen Gründen verfolgt wurden und daher mein Mitleid verdienten. Diese Haltung änderte sich ziemlich rasch, als mein noch leicht beeinflussbarer Geist allmählich die Ideologie aufnahm, die von Goebbels Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda verbreitet und von unseren Lehrern an uns weitergegeben wurde. Um sicherzustellen, daß wir Kinder auch die richtigen Inhalte vermittelt bekamen, wurden sämtliche Lehrer entlassen, die als politisch unzuverlässig eingestuft wurden. Darunter fielen alle Lehrer jüdischer Abstammung, Lehrer, die in der kommunistischen oder sozialdemokratischen Partei waren und Lehrer, die sich weigerten, dem NS-Lehrerbond beizutreten. Vermutlich eines der ersten Opfer dieser Säuberung war unsere gütige Klassenlehrerin Fräulein Beile. Am Ende des zweiten Schuljahres teilte man uns lediglich mit, daß sie an eine andere Schule versetzt worden sei. Und ein anderer Lehrer, Herr Grimmelshauser, ihren Platz einnehmen würde. Ich habe nie wieder von ihr gehört und weiß nicht, ob man ihr erlaubte, ihre Lehrerkarriere fortzusetzen. Obwohl uns Kindern keiner sagte, was vor sich ging, spürten wir doch, daß etwas in der Luft lag, denn es verschwanden noch etliche andere Lehrer. Diejenigen, die blieben, wollten ihren Arbeitsplatz behalten und überboten sich folglich gegenseitig in dem Eifrigen Bemühen, ihre Hitlerbegeisterung zu demonstrieren. Es verging kein Tag, an dem nicht irgendwelche abfälligen Kommentare über die Juden gemacht wurden. Wenn die Juden nicht gewesen wären, beteuerte Herr Grimmelshauser, hätte Deutschland den Krieg gewonnen. Herr Grimmelshauser, ein großer, schlachsiger Mann mit dunklem, welligem Haar und schwarzer Hornbrille, erklärte uns den Begriff Deutschstoß. Demzufolge die Juden mit ihren Lügengeschichten über deutsche Niederlagen die Zivilbevölkerung schließlich zu der Überzeugung gebracht hätten, daß jede weitere Kriegsanstrengung vergeblich wäre. Herr Grimmelshauser las uns mit Begeisterung Artikel aus dem Stürmer, dem völkischen Beobachter und dem Angriff vor. Drei Nazi-Blättern, die von judenfeindlicher Hetze nur so trieften. Doch damit nicht genug. Eines Tages verkündete er, daß wir uns einen Film ansehen würden, der uns einen sehr viel genaueren Eindruck davon vermitteln könnte, wie die Juden tatsächlich sein. Das filmische Machwerk stellte Juden als verschlagene, wild gestikulierende, moralisch und körperlich unsaubere Wesen dar. Noch Wochen später schauderte uns Kinder bei dem Gedanken, körperlichen Kontakt mit Juden zu haben. Das erklärte Ziel der Juden, so machte man uns glauben, war die totale Vernichtung des edlen deutschen Volkes und seiner edlen Kultur. Warum verhaftet die Polizei sie nicht einfach und steckt sie ins Gefängnis? fragte ein Klassenkamerad, nachdem Herr Grimmelshauser mal wieder eine anti-jüdische Rede vom Stapel gelassen hatte. Nur Geduld, mein Junge, meinte unser Lehrer zu dem empörten Kind. Ich bin sicher, daß der Führer zur passenden Zeit schon eine Lösung finden wird. Weder ich noch Herr Grimmelshauser, glaube ich, ahnten damals, wie nah er damit der schrecklichen Wahrheit kam. Auf Hitlers Befehl entlassen Normalerweise kam meine Mutter immer gut gelaunt von der Arbeit nach Hause und freute sich auf den Abend mit mir. Doch eines Tages begrüßte sie mich nicht wie sonst mit einem Lächeln, sondern schien den Tränen nahe. Als ich sie fragte, was los sei, platzte sie damit heraus, daß man sie entlassen habe. Um mich zu schonen, verschwieg sie mir, daß ihre Entlassung mit mir zu tun hatte. Stattdessen erklärte sie vage, daß im Krankenhaus umfassende Personalkürzungen vorgenommen worden seien. In Wahrheit verlor sie ihre Stellung, weil Juden und anderen politisch unzuverlässigen Personen die Beschäftigung in staatlichen Institutionen untersagt war. Erst viele Jahre später gestand sie mir den wahren Grund für ihre Entlassung, die Tatsache nämlich, daß sie ein Kind von einem Afrikaner bekommen hatte. Vergeblich versuchte meine Mutter bei verschiedenen Stellen der Krankenhausverwaltung die Rücknahme ihrer Entlassung zu erreichen. Schließlich bekam sie einen Termin bei einem der ganz hohen Tiere. Als sie zur vereinbarten Zeit von der Sekretärin in das großzügige Büro geführt wurde, erlebte meine Mutter eine Überraschung. Hinter dem wuchtigen Schreibtisch saß ein untersetzter Mann in brauner NS-Uniform, der bis vor kurzem noch in der Wäscherei des Hospitals gearbeitet und ihr schon mehrfach aufdringliche Avancen gemacht hatte. »Wie geht es dir, Bertha? Was kann ich für dich tun?« begrüßte er meine Mutter überschwänglich, als wären sie die engsten Freunde. Nachdem sie ihre erste Überraschung überwunden hatte, erzählte meine Mutter ihm, daß sie aus politischen Gründen entlassen worden sei, obwohl sie sich doch nie politisch aktiv betätigt habe. »Ich bin sicher, daß ich etwas für dich tun kann,« antwortete er mit einem aufmunternden Lächeln. »Allerdings erwarte ich dafür auch ein bisschen Entgegenkommen von deiner Seite. Eine Hand wäscht die andere.« Als meine argwöhnisch gewordene Mutter fragte, was er unter Entgegenkommen verstehe, ließ er unversehens seine freundliche Maske fallen. »Spiel hier nicht die Naive!« zischte er. »Du weißt genau, was ich meine!« Meine Mutter wollte entrüstet das Büro verlassen, doch er stellte sich ihr in den Weg und schlug ihr mehrmals ins Gesicht. »Eine Frau wie du sollte froh sein, wenn ein deutscher Mann noch etwas von dir will,« schrie er, »und jetzt raus! Lass dich hier nie wieder blicken!« Meine Mutter erwog, den Mann zu verklagen, doch ihre Freunde reden ihr davon ab. »Du hast keine Chance,« sagten sie, »und es ist besser für dich und deinen Jungen, wenn du das Ganze einfach vergisst.« Für meine Mutter, die mit ihren acht Geschwistern von ihrer Mutter allein großgezogen worden war, war es unvorstellbar, sich an die staatliche Fürsorge zu wenden. Um uns über Wasser zu halten, bis sie wieder eine richtige Arbeit gefunden hatte, nahm sie bereitwillig Putzstellen bei einigen ehemaligen Kollegen an, die von ihrer Notlage erfahren hatten und helfen wollten. Einer davon war ein jüdischer Arzt, der selbst seine Stellung im Krankenhaus verloren hatte, aber seine Praxis weiterführen durfte, wenn auch nur für nicht-arische Patienten. Er, seine Frau und ihr siebenjähriger Sohn Klaus wohnten in einer großen, luxuriösen Wohnung an der Grindelallee, die durch ein großbürgerliches Viertel führte, in dem viele Juden lebten. Obwohl meine Mutter nun einmal pro Woche bei ihnen putzen kam, betrachteten ihre neuen Arbeitgeber sie vor allem als Freundin und luden sie ein, nach der Arbeit oder am Wochenende mit mir zu Besuch zu kommen. So wurden Klaus und ich allmählich gute Freunde. Eines Tages, als wir mal wieder auf dem Weg zu ihrer Putzstelle waren, sahen wir auf den Straßen in der Innenstadt SA und SS-Leute, die Schilder mit der Aufschrift trugen »Deutsche kauft nicht bei Juden«. Von den Schildern inspiriert gestand ich meiner Mutter, daß ich die Juden hasste, weil sie böse Menschen seien. Sie sah mich lange mit seltsam traurigen Augen an und fragte schließlich, ob ich Klaus leiden mochte. Verwundert antwortete ich, daß ich Klaus natürlich sehr gern mochte. Mit forschendem, noch immer traurigem Blick sagte sie, Klaus ist Jude und seine Eltern auch. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Wie konnten mein guter Freund Klaus und seine lieben Eltern zu diesen widerwärtigen Menschen gehören, die ich im Film gesehen hatte? Ich verstand plötzlich gar nichts mehr. Als meine Mutter meine Verwirrung sah, wollte sie mich beruhigen. Das Einzige, was die Juden von anderen Deutschen unterscheidet, ist, daß sie zu einer anderen Kirche gehen, die man Synagoge nennt, erklärte sie. Aber das macht sie nicht zu schlechten Menschen. Die Nazis mögen auch keine Afrikaner, und bei den Juden irren sie sich genauso wie bei den Afrikanern. Sie halten sich für besser als alle anderen und meinen, daß andere Völker, Juden, Afrikaner, Chinesen, wertlos sind. Leider sind sie zur Zeit an der Macht, und wir können nichts dagegen tun. »Glaubt der Führer das auch?« wollte ich wissen. »Ganz bestimmt«, erwiderte meine Mutter, der die Richtung, die das Gespräch nahm, offensichtlich nicht behagte. Meine Mutter bemerkte meine Aufgewühltheit und ermahnte mich, niemals mit irgendwem über das zu sprechen, was sie mir eben erzählt hatte, sonst würden wir beide in große Schwierigkeiten geraten. Ich gab ihm mein Ehrenwort und besiegelte es mit einem feierlichen Händedruck. Als wir unser Ziel erreichten, öffnete Klaus' Vater die Wohnungstür. »Haben Sie diese Dreckschweine da draußen gesehen, Bertha?« fragte er meine Mutter. Während sich die Erwachsenen leise im Wohnzimmer unterhielten, gingen Klaus und ich in sein Zimmer, wo wir mit seinen Spielzeugsoldaten Marschformationen aufbauten. Abends verabschiedete ich mich wie üblich von Klaus und versprach, in der nächsten Woche wiederzukommen. Doch eine Woche später teilte meine Mutter mir mit, dass Klaus' Vater eine neue Anstellung gefunden und mit seiner Familie nach Berlin gezogen sei. Um mich nicht zu ängstigen, verschwieg sie mir, dass Klaus' Eltern ihr geraten hatten, den Kontakt zu ihnen abzubrechen. Wie alle deutschen Juden wurden sie von der gefürchteten Gestapo überwacht, und durch den Umgang mit ihnen lief meine Mutter Gefahr, unsere ohnehin schon schwierige Situation noch zu verschlimmern. Sie hatten ja auch erzählt, dass sie daran gedacht hatten, Deutschland zu verlassen, nun aber meinten, dass es zu spät dafür sei. Erst einige Jahre später, nach der berüchtigten Kristallnacht vom 9. auf den 10. November 1938, hörte ich erneut etwas über Klaus und seine Eltern. In jener Pogromnacht, die erste landesweite Terrorwelle gegen deutsche Juden, wurden fast alle Synagogen zerstört, mehr als 7.000 Geschäfte geplündert, 91 Juden getötet und rund 30.000 Juden verhaftet. Mit mehreren Klassenkameraden ging ich am nächsten Tag über die Hamburger Straße, Baumbegs wichtigste Einkaufszeile, um den Schaden anzusehen. Die Berichte waren nicht übertrieben gewesen. Auf beiden Seiten waren die Bürgersteige mit zersplittertem Glas bedeckt, sämtliche fensterlosen Geschäfte, so erzählte man uns, gehörten Juden. Wenn ihr letzte Nacht dabei gewesen wärt, brüstete sich ein Junge, hättet ihr umsonst einkaufen können. Mir war klar, was er meinte, denn die normalerweise mit Waren gefüllten Schaufenster waren vollkommen leer, ebenso die Regale in den Geschäften. Einige meiner Klassenkameraden äußerten ihre Befriedigung darüber, dass die Juden endlich die wohlverdiente Strafe für all ihre Missetaten erhielten. Ich wollte einwenden, dass nicht alle Juden böse seien, doch dann fiel mir ein, dass ich meiner Mutter versprochen hatte, niemals darüber zu reden. Als ich nach Hause kam, saß meine Mutter da und weinte. Ich fragte sie, was denn los sei, und sie gestand mir, dass sie mir damals die Unwahrheit erzählt hätte. Klaus und seine Eltern hatten Hamburg nie verlassen, und soeben hatte sie erfahren, dass man alle drei tot in ihrer Wohnung aufgefunden hatte. Sie waren offenbar an einer Überdosis gestorben, die der Vater ihnen verabreicht hatte. Meine Mutter brauchte Monate, um über ihren Schmerz hinwegzukommen. Für mich jedoch war der Tod noch zu abstrakt, um wirklich von Bedeutung zu sein. Bis zum heutigen Tag sehe ich vor meinem geistigen Auge, wie Klaus an der Tür steht, und ich ihm sage, dass ich nächste Woche wiederkomme. Tante Fatima Die regelmäßigen Besuche meiner Tante Fatima, die aus der Schweiz zurückgekommen war, um in Hamburg Medizin zu studieren, waren für mich jedes Mal Anlass zu gemischten Gefühlen, und zwar nicht etwa, weil ich sie nicht mochte, sondern weil wir völlig entgegengesetzte Ziele verfolgten. Mir war wichtig, möglichst unauffällig zu bleiben, um unnötige Aufmerksamkeit oder gar Spott zu vermeiden. Tante Fatima dagegen genoss es, geradezu im Mittelpunkt zu stehen, und sie kleidete und verhielt sich ganz bewusst so, dass man sie unmöglich übersehen konnte. Sie trug eine gewaltige Afro-Frisur, und obendrein ging sie nie ohne ihren abgetragenen Leopardenfellmantel aus dem Haus, ein überaus schrilles Kleidungsstück in meiner kleinen bürgerlichen Umgebung. Bei jedem Besuch lud Tante Fatima mich in eine Konditorei ein, wo wir natürlich zwangsläufig Aufsehen erregten und uns beleidigende Bemerkungen anhören mussten. Einmal empfahl uns seine diensteifrige Kellnerin, wir sollten doch die köstlichen Nigerküsse oder Mohrenköpfe probieren, was wir gar nicht komisch fanden. Besonders verärgert war ich, wenn meine Freunde Fatima für meine Mutter hielten und behaupteten, die weiße Frau, die ich als meine Mutter bezeichnete, hätte mich nur adoptiert. Schließlich hatte ich, als ich noch kleiner war, selbst diesen Verdacht gehegt, bis meine Mutter mich überzeugen konnte, dass Mütter mit weißer Haut Babys mit brauner Haut bekommen konnten, wenn der Vater dunkelhäutig war. Manchmal nahm Tante Fatima mich mit nach Blankenese, wo sie angeblich Pastor Haidorn, den früheren Pastor der St. Katharinenkirche besuchen wollte. Er war ein langjähriger Freund meines Großvaters Momolo und ein bekannter deutscher Liberaler, der die Menschheitspartei gegründet hatte, eine frühe Oppositionspartei in Nazideutschland. In Wahrheit besuchte Fatima jedoch dessen gut aussehenden ältesten Sohn Richard. Ich marschierte dann gelangweilt hinter den beiden her, wenn sie händchenhaltend durch den Park des großen Haidornischen Anwesens spazierten. Meistens konnte ich ihren Gesprächen nicht folgen, aber ich bekam mit, dass Richard vorhatte, Missionar in Liberia zu werden. Fatima erzählte meiner Mutter, dass sie und Richard sich häufig Beleidigungen von aufgebrachten Nazis gefallen lassen mussten, wenn sie sich mal in der Öffentlichkeit zeigten. Damals schrieb ich diese Beleidigungen Fatimas exotischem Aussehen zu und erst einige Jahre später erkannte ich den uferlosen Hass der Nazis auf gemischtrassige Paare. Es war kurz vor Weihnachten. Fatima fragte mich, was ich mir wünschte. Damals erfreuten sich kleine Spielzeug-SA und SS-Männer in ihren braunen und schwarzen Uniformen ungemeine Beliebtheit. Ich besaß zwar schon eine stattliche Anzahl dieser Figuren, mit denen ich Mini-Paraden inszenierte, doch zu meinem vollkommenen Glück fehlten mir noch passende Miniaturausgaben der NS-Größen Hitler, Göring und Goebbels, die es überall zu kaufen gab. Sie waren ihren lebenden Vorbildern nicht nur erstaunlich ähnlich, sondern man konnte auch noch ihren rechten Arm zum waschechten Hitlergruß heben. Am Weihnachtsabend standen die drei Figürchen auch prompt unter dem Tannenbaum. Wochen später erzählte Tante Fatima uns dann, was sie beim Kauf erlebt hatte. Sie wollte den Spielzeugladen mit ihrem Päckchen unterm Arm gerade verlassen, als der Verkäufer ihr so laut nachrief, dass alle Welt es hören konnte, komm bloß nicht auf die Idee, mit Nadeln da rein zu pieken, wie er das bei euch zu Hause macht. Wenn nämlich dem Führer oder Göring oder Goebbels was passiert, finden wir dich und dann bist du dran. Eines Tages kam Fatima mit einem langen Brief von Momolo zu uns, in dem er berichtete, dass er von der Anklage der Veruntreuung freigesprochen und aus dem Gefängnis entlassen worden sei und dass Präsident Barclays Kampagne gegen die Massakois zwar noch immer eine Belastung für die Familie sei, aber an Intensität nachgelassen habe. Mein Vater war nach Monrovia zurückgekehrt. Momolo schrieb weiter, dass er wegen der politischen Entwicklung in Deutschland äußerst besorgt sei und Vorbereitungen treffe, damit Fatima sobald wie möglich in die USA reisen könne, wo sie ihr Studium abschließen sollte. Mit politischer Entwicklung meinte er zweifellos Hitlers unaufhörliches Säbelrasseln und die wachsende Kriegsgefahr. Falls er Hitlers Mein Kampf gelesen hatte, was mehr als wahrscheinlich ist, dann war Momolo vielleicht auch klar geworden, wie gefährdet Fatimas Studentenstatus an der Hamburger Uni geworden war. In seinem entlaufenden Entwurf für das Dritte Reich, den Hitler während seiner Festungshaft in Landsberg verfasste, wo er wegen des gescheiterten Münchner Puttversuches einsaß, stellte er klar, was er von akademisch ausgebildeten Schwarzen hielt. Von Zeit zu Zeit wird in illustrierten Blättern dem deutschen Spießer vor Augen geführt, dass da oder dort zum ersten Mal ein Neger, Advokat, Lehrer, gar Pastor, ja, Heldentenor oder dergleichen geworden ist. Während das blödselige Bürgertum eine solche Wundertressur staunend zur Kenntnis nimmt, voll von Respekt für dieses fabelhafte Resultat heutiger Erziehungskunst, versteht der Jude sehr schlau, daraus einen neuen Beweis für die Richtigkeit seiner den Völkern einzutrichternden Theorie von der Gleichheit der Menschen zu konstruieren. Es dämmert dieser verkommenen bürgerlichen Welt nicht auf, dass es sich hier wahrhaftig um eine Sünde an jeder Vernunft handelt, dass es ein verbrecherischer Wahnwitz ist, einen geborenen Halbaffen so lange zu dressieren, bis man glaubt, aus ihm einen Advokaten gemacht zu haben, während Millionen Angehörige der höchsten Kulturrasse in vollkommen unwürdigen Stellungen verbleiben müssen, dass es eine Versündigung am Willen des ewigen Schöpfers ist, wenn man Hunderttausende und Hunderttausende seiner begabtesten Wesen im heurigen proletarischen Sumpf verkommen lässt, während man Hottentotten und Zulu-Kaffern zu geistigen Berufen hinaufdressiert. Denn um eine Dressur handelt es sich dabei, genauso wie bei der des Pudels, und nicht um eine wissenschaftliche Ausbildung. Die gleiche Mühe und Sorgfalt auf Intelligenzrassen angewendet, würde jeden einzelnen tausendmal eher zu gleichen Leistungen befähigen. Erst 1937 gelang es Momolu, sein Versprechen wahrzumachen und Fatima einen Platz an der Fisk University in Nashville, Tennessee zu beschaffen. Als sie kam, um uns liebewohl zu sagen, spürte ich, dass wir uns lange Zeit nicht sehen würden. Plötzlich wurde mir klar, dass ich sie sehr vermissen würde, da sie die einzige lebendige Verbindung zu Momolu und meinem Vater darstellte, der meiner Mutter und mir nie auch nur einen Brief geschrieben hatte. Mit meinen elf Jahren schämte ich mich ihrer exotischen Erscheinung nicht mehr, sondern begleitete sie stolz zum Bahnhof, von wo aus sie ihre lange Reise über die Schweiz in die USA antrat. Wriedes Ankunft Es gab eine ganze Reihe von Leuten, die mir das Leben damals schwer machten. Aber am erbarmungslosesten und grausamsten von allen war eindeutig Herr Hinrich Wriede, unser neuer Schulleiter. Er war ein strammer, rötlich-blonder großer Mann von Mitte 40 und außerdem war er ein fanatischer Anhänger Hitlers, was er dadurch unterschrich, dass auch er ein rötlich-blondes Hitlerbärtchen trug. Herr Wriede trat gegen Ende des zweiten Schuljahres in mein Leben, an dem Tag, als er unser neuer Schulleiter wurde. Um sich uns vorzustellen, ließ er alle Schüler und Lehrer auf dem Schulhof antreten, wo er in seiner braunen NS-Uniform in Schaftstiefeln und Bridges umherschritt wie ein General bei der Truppeninspektion. Erklärtes Ziel seines Auftritts war es, Lehrern und Schülern gleichermaßen klarzumachen, dass an der Kettner-Kampschule ein neuer Wind wehte und dass fortan alles nach Wriedes Art und Weise zu laufen hatte, wenn wir wüssten, was er meinte. Natürlich wussten wir Kinder nicht, was er meinte. Doch seinem Ton nach zu urteilen, ahnten wir, dass wir von Wriedes Art und Weise nicht sonderlich begeistert sein würden. Während er vor uns auf- und abmarschierte, entdeckte er mich inmitten der Jungen und fixierte mich mit einem hasserfüllten Blick wie eine Schlange, die ihre Beute hypnotisiert. »Ich werde dafür sorgen, dass meine Schüler stolz darauf sind, deutsche Jungen in einem nationalsozialistischen Deutschland zu sein«, verkündete er, ohne mich aus den Augen zu lassen. Als ich seinen Blick kaum noch aushalten konnte und gerade die Augen niederschlagen wollte, ging er weiter. Zurück in der Klasse wurde ich das neue und daher beängstigende Gefühl nicht los, soeben einem persönlichen Feind begegnet zu sein. Es dauerte nicht lange und mein Verdacht bestätigte sich. Zum ersten Mal bekam ich Wriedes Abneigung deutlich zu spüren, als er für unseren erkrankten Sportlehrer einsprang. Er erklärte, er wolle diese Gelegenheit für eine Mutprobe nutzen, um die Feiglinge von den Jungen mit Courage zu trennen. Das allein machte mir noch nichts aus, da ich überzeugt war und auch schon öfter bewiesen hatte, dass ich mindestens so viel Mut besaß wie jeder andere in meiner Klasse. Wriede führte uns in die Turnhalle, wo wir aus verschiedenen Turngeräten, Barren, Seitpferde, Schwebebalken und so weiter, einen großen kreisförmigen Hinterlislauf aufbauen mussten. Die Hindernisse folgten in so großen Abständen aufeinander, dass man schon über ein gewisses Geschick verfügen musste, um von einem Gerät zum anderen zu springen. Eine Lücke war so groß, dass sie nur zu bewältigen war, indem man nach einem dicken Seil hechtete, das von der Decke hing und sich dann wie Tarzan zum nächsten Hindernis schwang. Als zusätzliche Schwierigkeit postierte Wriede dort einen Jungen, der das Seil mit einer langen Stange ständig in Bewegung hielt. Ich ging davon aus, dass ich den Hindernislauf ohne Probleme schaffen würde und wartete zuversichtlich, bis ich an die Reihe kam. Als es soweit war, hatten die meisten Jungen den Lauf schon erfolgreich gemeistert, nur einige waren gescheitert und auf Wriedes Anordnung in die Feigling-Ecke verbannt worden. Die ersten Hindernisse nahm ich mühelos. Doch als ich zu der großen Lücke kam, stand dort Wriede und hielt die lange Stange nun selbst in der Hand. Statt das Seil hin und her zu schwingen, hielt er es so, dass ich es unmöglich erreichen konnte. Ich wartete, dass er es wieder zu mir schwingen ließ, um danach zu springen, doch er rief nur, »Feigling, du hast keinen Mut!« Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er so unfair war und wartete noch einen Augenblick ab, doch er wurde noch wütender und rief, »Aus dem Weg! Mach Platz für jemanden, der Mut hat! Los, rüber zu den anderen Feiglingen!« Widerwillig gehorchte ich und trollte mich zu der kleinen Gruppe von Ausgeschiedenen. Ich fühlte mich wie geprügelt, obwohl mir eine Tracht Prügel weniger wehgetan hätte, als zu Unrecht als Feigling gebrannt mag zu werden. Bis zu diesem Augenblick hatte ich mich nach Wriedes Anerkennung verzehrt, obwohl er aus seiner Ablehnung mir gegenüber nie einen Hehl gemacht hatte. Zuweilen war ich sogar eifersüchtig gewesen, wenn ich sah, wie unglaublich nett und aufmerksam er andere Schüler behandelte, vor allem solche, die mit ihren blonden Haaren und blauen Augen dem Ideal der Nazis entsprachen. Doch nun wurde mein Bedürfnis, von diesem Mann gemocht zu werden, der mich ganz offensichtlich verachtete, von purem, ohnmächtigem Hass verdrängt. Ich erzählte meiner Mutter nichts von dem Vorfall, weil ich fürchtete, dass sie Wriede in ihrer Wut zur Rede stellen und alles nur noch schlimmer machen würde. Stattdessen beschloss ich, mich nicht mehr darum zu scheren, was Wriede sagte oder tat. Doch das war nicht so einfach, wie ich bald herausfinden sollte. Eines Tages verkündete Fräulein Beile, die zu diesem Zeitpunkt noch an der Schule unterrichtete, dass es höchste Zeit sei, unseren einmal im Jahr stattfindenden Elternabend vorzubereiten. Jede Klasse führte Sketche und kleine Theaterstücke auf, trug Gedichte und Lieder vor. Nachdem Fräulein Beile ein einfaches Stück auf platt ausgesucht hatte, in dem sich ein Junge über den ersten Schnee des Jahres freute, ließ sie uns alle vorsprechen, um die drei Rollen des Stückes zu verteilen. Schließlich bekam ich die Hauptrolle und hatte zwei Wochen Zeit, meinen Text zu lernen. Ich hatte nichts Eiligeres zu tun, als meiner Mutter die frohe Nachricht zu überbringen. Meine Mutter wiederum erzählte Tante Möller und einigen ihrer besten Freundinnen von meinem anstehenden Debüt als Bühnenstar. Einige von ihnen sagten, sie würden gerne zur Vorstellung kommen und ich sollte schon mal rechtzeitig Eintrittskarten besorgen, die 30 Pfennig kosteten. Um kein Risiko einzugehen, hatte Fräulein Beile für jede Rolle eine Zweitbesetzung vorgesehen. Wir probten so lange, bis wir das Stück in- und auswendig konnten. Am Tag vor dem großen Ereignis, als wir mitten in der Generalprobe steckten, betrat Herr Wriede den Klassenraum. Er signalisierte Fräulein Beile, sich nicht stören zu lassen und setzte sich auf einen leeren Platz in der ersten Reihe. Bis dahin hatte ich nicht das geringste Lampenfieber gehabt, doch als ich jetzt in Wriedes kalte, abweisende Augen blickte, packte mich nackte Panik. Erst allmählich gewann ich die Fassung wieder, sodass ich meinen Part doch noch vielerfrei sprechen konnte. Bevor Wriede den Klassenraum verließ, bat er Fräulein Beile hinaus auf den Flur. Als sie zurückkam, war sie sichtlich bestürzt, sagte aber nichts. Irgendwie wurde ich das ungute Gefühl nicht los, dass ihr verändertes Verhalten mit Wriedes Besuch und mit mir zusammenhing, wie recht ich doch hatte. Nach dem Unterricht bat sie mich zu bleiben. »Ich weiß gar nicht, wie ich es dir sagen soll«, brachte sie schließlich schweren Herzens hervor. »Aber Herr Wriede möchte, dass ich Gerd, meine blonde-blauäugige Zweitbesetzung, die Hauptrolle gebe. Er meint, Gerd wäre besser geeignet.« »Vorher will er denn wissen, dass Gerd besser geeignet ist. Er hat ihn doch gar nicht spielen gesehen«, gab ich zu bedenken. »Ich bin auch nicht seiner Meinung. Sonst hätte ich dir die Rolle gar nicht erst gegeben«, erwiderte Fräulein Beile. »Aber ich kann nichts machen. Herr Wriede ist der Schulleiter, und ich muss seine Anweisungen befolgen.« Als ich meiner Mutter erzählte, was geschehen war, wurde sie fuchsteufelswild. Aber sie redete mir trotzdem gut zu, ich sollte mir Wriedes Quälereien nicht zu Herzen nehmen und meine Abneigung gegen ihn nicht auf die ganze Schule übertragen. »Die Schule ist eine wunderbare Einrichtung, und die meisten Lehrerinnen und Lehrer sind anständige Menschen, wie Fräulein Beile«, versicherte sie mir. »Glaub mir, früher oder später wird Wriede seine gerechte Strafe bekommen.« Dann sagte sie Tante Möller und ihren anderen Freundinnen Bescheid, dass sie ihnen das Geld für die Eintrittskarten erstatten würde, da mir die Rolle weggenommen worden sei. Aber die anderen wollten nichts davon hören, erst recht nicht, als sie den Grund für meinen Rausschmiss erfuhren. Tante Möller nahm kein Blatt vor den Mund und meinte, wenn ihr kleiner Hans-Jürgen nicht in dem Stück mitspielen dürfe, sollten die doch die dreißig Pfennig behalten und sie sich in ihren Nazi-Hintern stecken. Bald darauf nahm Herr Wriede mich erneut aufs Korn. Er hielt mich im Flur an und zeigte vor den Augen einiger meiner Klassenkameraden auf mein Hemd. »Ich verbiete dir, das Hemd in der Schule zu tragen«, schnauzte er mich ohne weitere Erklärung an. Das kakifarbene Hemd, ein Geburtstagsgeschenk von Tante Möller, hatte Ähnlichkeit mit den Hemden der Hitlerjugend und der Schulleiter wähnte wohl, dass ich ein Kleidungsstück einer NS-Uniform trug. Als meine Mutter Wriede am nächsten Tag in seinem Büro aufsuchte, um ihn auf diesen Vorfall anzusprechen, ging er sogleich zum Angriff über. »Die Hayat-Uniform«, schrie er, »symbolisiert unsere stolze, junge, arische Generation. Wenn Sie Ihren Sohn die Uniform tragen lassen, verspotten Sie alles, wofür die Uniform steht. Ich muss Sie daher dringend ersuchen, dass er das Hemd nie wieder in der Schule trägt.« Als der Schulleiter seine Tirade beendet hatte, griff meine Mutter in ihrer Handtasche, holte das Hemd heraus und legte es wortlos auf seinen Schreibtisch. Unübersehbar handelte es sich nicht um einer J-Hemd, sondern lediglich um ein ganz herkömmliches karkifarbenes Hemd. Wriede erkannte seinen peinlichen Fehler. Doch statt sich zu entschuldigen, beharrte er darauf, dass ich das Hemd nicht mehr tragen sollte, um jede Verwechslung zu vermeiden. Da platzte meiner Mutter der Kragen. »Ich habe zu ihm gesagt«, erzählte sie mir später, »solange es unbefugten, nicht ausdrücklich per Gesetz verboten ist, karkifarbene Hemden zu tragen, würdest du das Hemd anziehen, so oft du willst, ob ihm das nun passt oder nicht.« Sie überließ mir die Entscheidung, ob ich das Hemd noch einmal zur Schule anziehen wollte. Da ich wusste, dass es Friede auf die Palme brachte, wenn er mich in dem Hemd sah, trug ich es oft. So oft, dass es binnen einiger Monate vom vielen Waschen verblasst und so verschlissen war, dass meine Mutter es schließlich weckt hat. So sehr Friede auch versuchte, mich zu zermürben, er erreichte nur das Gegenteil. Je mehr er mich piesackte, desto härter wurde ich ihm nehmen, bis er mir schließlich mit seinen Schikanen gar nichts mehr anhaben konnte. Glücklicherweise war Friede kein typischer Vertreter seiner Zunft. Die meisten Lehrer, mit denen ich während meiner achtjährigen Schulzeit in Hamburg zu tun hatte, behandelten mich wie jeden anderen Schüler auch. Und dann gab es noch welche, wie Fräulein Weile, die nachempfinden konnten, was ich durchmachte und die sich darum besondere Mühe gaben, mir das Leben ein wenig zu erleichtern. Herr Gosau Einer dieser Lehrer, die keinen Hehl daraus machten, dass sie mich mochten, war Herr Gosau, der Leiter unseres Schulchores. Ein gut aussehender, freundlicher kleiner Mann mit gepflegtem grauen Haar und einem grauen Schnurrbart. Sein einziges Zugeständnis an das Naziregime war, dass er wie vorgeschrieben vor und nach jeder Unterrichtsstunde den Hitlergruß absolvierte. Ohne Friede um Erlaubnis zu bitten, hatte er mich in den Chor aufgenommen, weil er fand, dass ich nicht nur eine gute Singstimme hatte, sondern auch sehr musikalisch war. Herr Gosau war nicht nur unser Musiklehrer, sondern unterrichtete uns auch in Religion. Er brachte das Thema Rassenzugehörigkeit zwar nie zur Sprache, aber ich spürte instinktiv, dass er auf meiner Seite war. Besonders deutlich wurde mir das nach einem Zwischenfall auf einem Schulausflug zu dem Jugendpark in Langenhorn, wo wir Schüler für unsere Eltern auf der Freilichtbühne ein Varieté aufführten. Nachdem unser Chor einige Lieder zum Besten gegeben hatte, nahm ich unter den Zuschauern neben meiner Mutter Platz. Friede sackte den Höhepunkt der Vorstellung an, eine heitere Gesangs- und Tanznummer, die niemand anders als Herr Friede höchstpersönlich mit Schülern der obersten Klasse einstudiert hatte. Die Nummer begann damit, dass ein Chor Aufstellung nahm und sich rhythmisch mit einem unverständlichen Gesang auf die Zuschauer zubewegte. Plötzlich teilte sich der Chor in der Mitte und ein Junge, der nur einen Bastrock über einer Badehose trug und von Kopf bis Fuß schwarz angemalt war, sprang hervor. Zum Takt von Buschtrommeln vollführte der Afrikaner einen wilden Tanz, der aus rhythmischen Sprüngen und Körperdrehungen bestand, während der Chor irgendein wirres Gemurmel von sich gab, das wohl afrikanisch sein sollte. Sobald der Negertanz anfing, richteten sich viele Blicke aus dem Auditorium auf mich und meine Mutter. Impulsiv wollte meine Mutter sofort mit mir aufstehen und gehen, überlegte es sich aber anders. Vielleicht, weil ihr klar wurde, dass wir dann noch mehr Aufmerksamkeit erregen würden. Also blieben wir bis zum Schluss der Vorführung sitzen, die, so kam es vor, ewig dauerte. Als sie schließlich doch aufhörte, erhielten die Schüler und verrie den tosenden Applaus. Noch immer unter dem Eindruck des erniedrigenden Spektakels saßen wir auf dem Heimweg schweigend in der S-Bahn, als plötzlich Herr Gosau meine Mutter ansprach. Nachdem er sich als mein Musiklehrer vorgestellt hatte, sagte er, ihr Sohn ist musikalisch sehr begabt. Über die klischeehafte rassistische Vorführung, die wir uns hatten ergehen lassen müssen, verlor er kein Wort. Herr Gosaus Urteil war balsam für die Seele meiner Mutter. Schön, das von einem Experten zu hören, erwiderte sie. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass Hans-Jürgen musikalisch ist. Im weiteren Verlauf des Gesprächs bot Herr Gosau an, mir in meiner Freizeit Geigenunterricht zu erteilen, wenn meine Mutter bereit wäre, mir eine Geige zu kaufen. Und ohne mich überhaupt zu fragen, sagte meine Mutter Herrn Gosau zu, dass ich in spätestens zwei Monaten eine Geige hätte und mit dem Unterricht anfangen könnte. Die Sache hatte nur einen Haken. Ich wollte gar nicht Geige lernen. Bei meinen Spielkameraden auf unserer Straße war eine Geige was für Muttersöhnchen, im Gegensatz zum Akkordeon, dem beliebten Schifferklavier. Akkordeonspielen war in unseren Augen was für richtige Männer. Schon bei dem Gedanken, jemand könnte mich auf der Straße mit einem Geigenkasten sehen, den wir verächtlich als Kindersarg bezeichneten, lief es mir kalt den Rücken runter. Aber meine Mutter hatte nun mal entschieden, dass ich Geigenstunden bekommen sollte, und wie ich sie kannte, half dagegen kein Betteln und kein Flehen. Die größte Hürde war das Geld, denn selbst gebrauchte Geigen waren nicht billig. In der Hamburg-New Yorker Gummiwarenfabrik, wo meine Mutter inzwischen arbeitete, verdiente sie gerade genug, um uns beide über Wasser zu halten. Sie faltete Kartons im Akkord, und nun musste sie ihr Arbeitstempo bis an die Grenze der Belastbarkeit erhöhen, um am Ende des Monats mehr Geld in der Lohntüte zu haben. Nicht von ungefähr war unter den Arbeitern der Spruch »Akkord ist Mord« verbreitet. Doch nachdem sie sich in der Fabrik abgeschuftet und im Haushalt an allen Ecken gespart hatte, überreichte sie mir schließlich stolz eine Geige, komplett mit Bogen und Kindersarg, die sie gegen Anzahlung in einem Trödelladen in unserem Viertel erworben hatte. Da ich ihre Gefühle nicht verletzen und auch ein großer aus großzügiges Angebot nicht ablehnen wollte, machte ich gute Miene zum bösen Spiel und fügte mich ins Unvermeidliche. Einmal die Woche nach der Schule bekam ich zusammen mit drei anderen Glückspilzen bei Herrn Gosau zwei Stunden intensiven Geigenunterricht. Ich liebte Musik zwar über alles und galt als einer der besten Sänger in Herrn Gosaus Chor, doch die quietschenden, schrägen Töne, die ich auf der Geige hervorbrachte, wenn ich mich mal zum Üben durchringen konnte, taten mir in den Ohrenweh. Fast ein Jahr lang ertrug ich die kratzenden Geräusche, die ich mit meinem ungelenkten Bogen einem widerspenstigen Instrument entlockte. Je länger ich spielte, desto mehr hasste ich meine Geige. Nach einer besonders nervtötenden Geigenstunde, in der ich mich wieder mal erfolglos abgemüht hatte, meine streikenden Finger nach Herrn Gosaus Willen zu biegen, nahm er mich schließlich beiseite und erklärte ohne einen Anflug von Verärgerung, dass er das Handtuch werfen würde. »Du bist musikalisch hochbegabt«, versicherte er mir, »und ich empfehle dir dringend, etwas aus deinem Talent zu machen, aber die Geige ist einfach nicht das richtige Instrument für dich.« »Amen«, er sprach mir aus der Seele. Aber ich fühlte mich trotzdem schlecht, weil ich den alten Herrn und vor allem meine Mutter enttäuscht hatte, die nun ihren heimlichen Wunsch aufgeben musste, eines Tages einen Geigenvirtuosen zum Sohn zu haben. Als ich ihr am Abend erzählte, dass es mit meinen Geigenstunden vorbei sei, war sie sichtlich traurig, fand sich aber damit ab, ohne mir Vorwürfe zu machen. »Bedank dich aber bei Herrn Gosau für seine Freundlichkeit«, sagte sie nur. Worte der Weisheit Meine Mutter war eine unverwüstliche Optimistin, was vor allem darin zutage trat, dass sie große Hoffnungen in mich setzte, obwohl meine Zukunft angesichts der von den Rassengesetzen der Nazis errichteten Barrieren alles andere als rosig aussah. Sie war felsenfest davon überzeugt, dass unendliche Möglichkeiten in mir steckten und dass ich eines Tages Nazis hin oder her etwas aus mir machen würde. Als sie von Tante Fatima hörte, dass in Liberia Ingenieure gebraucht wurden, beschloss sie, dass ich Ingenieur werde und eines Tages den Liberianern beim Bau der dringend benötigten Brücken und Straßen helfen sollte. Dabei spielte es keine Rolle, dass ich im Rechnen die schlechteste Note auf dem Zeugnis hatte. Sie überzeugte mich, dass ich das Zeug zum Ingenieur hätte, wenn ich mich nur ordentlich anstrengte. Ebenso ausgeprägt wie ihr Optimismus war ihre zwanghafte Offenheit, ohne Rücksicht auf Verluste. Mit anderen Worten, Diplomatie war nicht gerade ihre starke Seite. Nicht, dass die andere bewusst vor den Kopf stieß, aber wenn jemand sie um ihre Meinung bat, war sie viel zu ehrlich, um zu lügen, ja nicht einmal zu einer Notlüge fähig. Ehrlich währt am längsten, meinte sie nur, wenn jemand ihr ihre Freimütigkeit verübelte. Da sie eine starke Abneigung gegen alle Frömmigkeit hegte, eine Abneigung, die sie an mich weitergegeben hat, war sie der Überzeugung, dass es einen nicht zum besseren Menschen machte, wenn man regelmäßig in die Kirche ging und zu jeder Tages- und Nachtzeit betete. Ein guter Mensch war man ihrer Ansicht nach nur dann, wenn man seine Mitmenschen und auch Tiere fair behandelte. Erst mit weit über 50 wurde sie zur regelmäßigen Kirchgängerin, nachdem sie einen überzeugten Anhänger der serbisch-orthodoxen Kirche geheiratet hatte. Aber auch die Höhen und Tiefen ihrer früheren Jahre durchlebte sie nicht ohne moralische Stütze. Sie verfügte über einen schier unerschöpflichen Vorrat an Sprichwörtern und Maximen, an die sie sich peinlich genau hielt. Für jede Situation im Leben eines Menschen hatte sie einen passenden Spruch parat, wie man mit Geld umging, wie man Freunde behandelte, warum Pünktlichkeit sich auszahlte und so weiter. Dieses Erbe wollte sie unbedingt an mich weitergeben. Als ich in die Schule kam, wusste ich bereits, dass Lügen kurze Beine haben, erst recht, nachdem meine Mutter mich bei einer Lüge ertappt hatte. Um mir die Vorzüge eines aufrichtigen Lebens beizubringen, sagte sie immer, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Um mich Bescheidenheit und Höflichkeit zu lehren, hieß es, mit dem Hute in der Hand kommt man durch das ganze Land. Um mich zur Fairness gegenüber meinen Mitschülern zu verpflichten, warnte sie, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wenn ich ein Geldgeschenk nicht richtig würdigte, weil es kleiner ausgefallen war, als ich erwartet hatte, bekam ich zu hören, wer den Pfennig nicht ehrt, ist es Talers nicht wert. Obwohl diesen kleinen Happen deutscher Volksweisheit im Gegensatz zu den Zehn Geboten die göttliche Absegnung fehlte, haben sie für mich, selbst als Erwachsener, nichts von ihrer Gültigkeit verloren, sodass ich auch bei der Erziehung meiner beiden Söhne auf sie zurückgegriffen habe. Noch heute freue ich mich immer königlich, wenn sie eine Lebensregel ihrer Großmutter zitieren. Obwohl meine Mutter bei niemandem ein Blatt von dem Mund nahm, war sie allseits beliebt und auch sie war gern mit Menschen zusammen. Am Wochenende, wenn Freunde zu Besuch kamen, um einen gemütlichen Abend zu verbringen, platzte unsere kleine Mansardenwohnung manchmal aus allen Nähten. Es wurde geplaudert, gesungen, gelacht, gegessen und Kaffee getrunken. An kalten Winterabenden wurde es noch geselliger, wenn meine Mutter ihren Gästen ein Glas Glühwein kredenzte, und schon bald stimmten alle auf der Reeperbahn nachts um halb eins an. Meine Mutter sang für ihr Leben gern, von Opernarien über Filmmelodien und Operetten bis hin zu Volksliedern und Schlagern aus ihrer Jugend, und es war ihr ein großer Kummer, dass sie keine gute Singstämme hatte. Diese Erkenntnis hinderte sich jedoch nicht daran, bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu singen, sei es beim Strecken oder Häkeln oder beim Wäsche waschen. Sie war eine Seele von Mensch und half ihren Freunden in Not, wo sie nur konnte. Wenn eine Freundin Eheprobleme hatte oder vorübergehend Zuflucht bei ihr suchte, ließ sie sie in ihrem Bett schlafen und begnügte sich mit der Couch. Sie konnte einfach niemandem eine Bitte abschlagen. Andererseits war sie eine tapfere, dickköpfige und kampfbereite Frau, die keine Scheu hatte, sich mit irgendwem anzulegen, auch nicht mit hohen Tieren, wenn sie meinte, dass sie oder ich ungerecht behandelt wurden. Wurde sie jedoch von einem Menschen ihres Vertrauens irgendwie schwer enttäuscht, strich sie den Betreffenden für immer aus ihrem Leben, ohne ihm je wieder eine Chance zu geben. Alles andere wäre unter ihre Würde gewesen, denn sie vertrat die Meinung, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und dazu wollte sie nicht gehören. Ihr ganzes Leben lang legte sie eine Unverwüstlichkeit an den Tag, die ihresgleichen suchte. Wenn jemand über ihr bemerkenswertes Durchhaltevermögen staunte, über ihre Fähigkeit, sich nicht unterkriegen zu lassen, witzelte sie bloß, Unkraut vergeht nicht. Onkel Max Da meine Mutter mit ihrem dunklen, welligen Haar, den braunen Augen und immer rosigen Wangen eine überaus gut aussehende Frau war, konnte sie sich vor Männern kaum retten. Ich war daran gewöhnt, dass sie sie umschwirrten wie Motten das Licht, und es schmeichelte mir, wenn sie »deine hübsche Mutter« sagten. Hin und wieder hatte ein Mann das Glück, Sonntagnachmittags zu Kaffee und Kuchen eingeladen zu werden, aber wenn er nicht meine uneingeschränkte Zustimmung fand, erhielt er keine zweite Chance. Dann trat Max Walz in unser Leben, ein geschiedener Mann, der zehn Jahre älter als meine Mutter war und in der Küche des Krankenhauses arbeitete. Von dem Moment an, als sie Onkel Max zum ersten Mal mit zu uns nach Hause brachte und mich ihm vorstellte, ich war damals ungefähr fünf Jahre alt, schloss ich diesen freundlichen Riesen mit dem braunen, gewählten Haar und den kräftigen, feinnervigen Händen, die offenbar alles konnten, sogleich ins Herz. Onkel Max war ein Multitalent. Er spielte Bandoneon, Laute und Gitarre. Außerdem konnte er malen und Porträts zeichnen, wie ein richtiger Künstler, und das Tollste war, dass er ein Motorrad hatte, auf dem er mit mir und meiner Mutter an langen Wochenenden ins Grüne fuhr. Abends machte er Musik, las uns etwas vor oder brachte mir Zeichnen oder Modellflugzeuge bauen bei. Eines Tages verkündete Onkel Max, dass er mit Hilfe seines Bruders, eines Zimmermanns, ein zehn Meter langes Segelboot bauen wolle. Und so kam es, dass meine Mutter und ich, die wir es inzwischen ganz selbstverständlich fanden, dass es nichts gab, was Onkel Max nicht konnte, an vielen Wochenenden zuschauten, wie er seinen Traum Planke für Planke verwirklichte. Nach etwa einem Jahr Arbeit war es soweit. Wir halfen, das schlanke Boot, das er nach seinem Bruder auf den Namen Kuddel getauft hatte, zu Wasser zu lassen. Dann ging es auf Jungfernfahrt und wir sahen zu, wie Onkel Max sein Boot gekonnt die Alster rauf und runter steuerte. Von da an gingen wir praktisch jeden Sommertag segeln und amüsierten uns anschließend in geselliger Runde mit Segelfreunden im Alster Yachtclub, in dem Onkel Max Mitglied geworden war. Für mich waren Onkel Max und meine Mutter das ideale Paar und ich freute mich schon auf den Tag, an dem die beiden heiraten und Onkel Max mein Vater werden würde. Aber das sollte nicht sein. Nie im Leben wäre ich auf den Gedanken gekommen, dass ich der Grund war, warum es für Onkel Max absolut nicht in Frage kam, meine Mutter zu heiraten. Ich wusste zwar, dass Onkel Max, obwohl kein Mitglied der NSDAP, große Stücke auf Hitler hielt und sozusagen alles gut hieß, was die Nazis taten. Ich fand das auch ganz in Ordnung, denn schließlich war ich in meiner kindlichen Unwissenheit genauso unkritisch wie er. Meine Mutter, die Onkel Max' Begeisterung für Hitler kannte, vermied es stets mit ihm über Politik zu diskutieren, bis auf eine Ausnahme, als sie ihm nach einer der wie üblich manipulierten Wahlen erzählte, dass sie nicht für Hitler gestimmt hatte. Soll das heißen, dass du deine Stimme nicht dem Mann gegeben hast, der mehr für Deutschland getan hat als jeder andere, rief er ungläubig und mit einer aufgebrachten Stimme, wie ich sie noch nie bei ihm gehört hatte. Das Einzige, was dein Hitler je für mich getan hat, ist, dass ich entlassen worden bin, konterte meine Mutter genauso aufgebracht. Dieser kurze Wortwechsel war der Anfang vom Ende. Je größer Hitlers Schatten wurde, desto mehr zog Onkel Max sich aus unserem Leben zurück, bis er uns schließlich nicht mehr mit zum Segeln mitnahm und sich auch sonst nicht mehr mit uns in der Öffentlichkeit zeigte. Irgendwann reichte es meiner Mutter. Eines Abends, als ich schon im Bett lag, wurde ich von ihrer wütenden Stimme geweckt, die aus dem Wohnzimmer drang. »Ich weiß, was dein Problem ist«, schrie sie. »Du schämst dich, mit uns gesehen zu werden, wenn deine Nazi-Kumpanen in der Nähe sind. Na schön, du brauchst dich in Zukunft nicht mehr zu schämen. Ich will, dass du verschwindest und dich nie wieder hier blicken lässt.« Ich sah Onkel Max nie wieder. Der Verlust meines Helden, des Mannes, der mir eine Ahnung davon vermittelt hatte, wie es sein könnte, einen Vater zu haben, hinterließ nicht nur eine schmerzhafte Lücke in mir, sondern auch das Gefühl, verraten worden zu sein. Ich brauchte Jahre, um darüber hinweg zu kommen. Dass er uns verlassen hatte, war schon schlimm genug, aber noch schlimmer war der Grund dafür. So sehr meine Mutter auch versuchte, mich davon zu überzeugen, dass mich keine Schuld traf, tief in meinem Herzen wusste ich, dass der Mann, den ich wie einen Vater liebte und von dem ich geglaubt hatte, dass er mich wie einen Sohn liebte, dass dieser Mann uns verlassen hatte, weil er nicht mehr mit mir gesehen werden wollte. Schuld und Sühne Aufgrund der ehrenen und glasklaren Erziehungsvorstellungen meiner Mutter blieb mir gar nichts anderes übrig, als wenigstens halbwegs wohlerzogen heranzuwachsen. Da sie selbst in einer kinderreichen Vermögen, Familie von einer schwer arbeitenden und strengen Materialchen aufgezogen worden war, duldete sie keinerlei Ungezogenheiten und hatte nie Schwierigkeiten, klar und deutlich Nein zu sagen und doch dabei zu bleiben, wenn sie es für notwendig hielt. Manchmal waren ihre Methoden, mir Werte einzuimpfen und mir für alle Zeit einzuprägen, dass sich Unehrlichkeit nicht auszahlt, ebenso ausgefallen wie effektiv. Ich begriff schnell, dass die Mühen ihrer Justiz flink und unerbittlich malten. An einen Vorfall erinnere ich mich noch besonders lebhaft. Ich war ein Knirps von etwa fünf Jahren. Wir besuchten eine Krankenschwester, Kollegin meiner Mutter, deren Sohn Kurt etwa in meinem Alter war. Während unsere Mütter sich unterhielten, spielten wir in einer Ecke mit Kurzspielzeugsoldaten, bis es Zeit für uns war, nach Hause zu gehen. Wir waren schon etwa fünf Minuten unterwegs, als meine Mutter bemerkte, dass eine meiner Hosentaschen ausgebeult war. »Was hast du da in der Tasche?«, wollte sie wissen. »Nichts«, erwiderte ich nicht sehr überzeugend. »Lass mal sehen«, sagte sie und griff in meine Tasche. »Das nennst du nichts?«, fragte sie, während sie einen Spielzeugsoldaten hochhielt. »Wie kommt der in deine Tasche?« »Ich weiß nicht«, erwiderte ich kleinlaut. »Du bist ein Dieb, und ich werde dafür sorgen, dass du dahin kommst, wo Diebe hingehören, ins Gefängnis. Aber erst gehen wir zurück, und du entschuldigst dich bei Kurt.« Zutiefst beschämend, als Dieb und Lügner entlarvt worden zu sein, folgte ich meiner Mutter zurück zur Wohnung ihrer Freundin, gab Kurt den Soldaten zurück und entschuldigte mich verlegen. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Als wir wieder auf der Straße waren, marschierte meine Mutter mit mir schnurstracks auf die nächste Polizeiwache. »Herr Wachtmeister, was sollen wir mit diesem Jungen machen? Er hat seinem Freund einen Spielzeugsoldaten gestohlen.« Der Wachtmeister bedachte mich mit einem langen, drohenden Blick, bei dem es mir eiskalt den Rücken runterlief. »Ich würde vorschlagen, wir sperren ihn zu den anderen Gaunern,« sagte er schließlich. Inzwischen war ich so in Panik, dass ich laut losheulte, und den Polizisten und meine Mutter bat, mich zu verschonen. Dafür versprach ich, nie wieder zu stehlen. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag, werte Dame,« sagte der Wachtmeister. »Geben wir ihm noch eine Chance. Aber wenn Sie ihn wieder beim Stehlen erwischen, sagen Sie mir Bescheid, und ich lasse ihn postwendend verhaften.« Mit einem mir unverständlichen Augenzwinkern in Richtung meiner Mutter wandte er sich mir zu und erklärte, dass ich dieses Mal noch Glück gehabt hätte. Die Tortur, die sich meine Mutter für mich ausgedacht hatte, hat sich so tief in mein Gedächtnis eingebrannt, als wäre das alles erst gestern passiert. Ich weiß nicht, ob unsere Stippvisite auf der Wache dazu beigetragen hat, dass ich nie wieder mit dem Gedanken gespielt habe, etwas an mich zu nehmen, was mir nicht gehörte. Aber Tatsache ist, dass ich meiner Mutter keinen Anlass mehr gab, auf den Vorschlag des Wachtmeisters zurückzukommen. Zu sagen, dass meine Mutter mich über alles liebte, wäre glatt untertrieben. Sie erfüllte mir jeden angemessenen Wunsch, wenn es in ihrer Macht stand, häufig unter großen persönlichen Opfern. Doch ihre Großzügigkeit war nicht bedingungslos und meist mit einem Opfer meinerseits verbunden. Sie verlangte dafür absoluten Gehorsam, den sie auch meistens bekam, jede Menge Bitteschöns und Dankeschöns und keinerlei Klagen von Lehrern oder Nachbarn. Aber Kinder sind nun mal Kinder. Und so stellte ich hin und wieder eben auch mal Unfug an, was sie wie Tante Möller damit ahndete, dass sie mir irgendwelche Vergünstigungen entzog. Nur zweimal griff sie auf die für mich damals grausamste Strafe überhaupt zurück. Sie versohlte mit den Hintern. Das erste Mal ist mir noch besonders deutlich in Erinnerung. Ich war etwa acht Jahre alt. Ein kleiner Zirkus kam in unsere Nachbarschaft. Als wir Kinder bei den Aufbauarbeiten zuschauten, fragte einer der Clowns uns, ob wir nicht Lust hätten, mitzuhelfen. Zur Belohnung durften wir umsonst in die erste Vorstellung um acht Uhr abends. Natürlich erklärten sich einige Jungs, darunter auch ich, sofort bereit. Und so schleppten wir den ganzen Nachmittag Zuschauerbänke, hakten Sägespäne und brachten den Partieren Wasser. Kaum waren wir mit der Arbeit fertig, da strömten auch schon die Zuschauer herbei und die Vorstellung begann. Inzwischen war es dunkel geworden und mein schlechtes Gewissen meldete sich, weil meine Mutter nicht wußte, wo ich war. Doch schon bald war ich so fasziniert von den Zirkusnummern, die ich mir von meinem kostenlosen Manegenplatz aus ansehen durfte, dass ich alles andere vergaß. Nach der Vorstellung hieß es, wenn wir Jungs beim Haken der Manige helfen würden, dürften wir uns auch noch die Spätvorstellung ansehen. Da ich mir ohnehin schon den größten Ärger eingehandelt hatte, dachte ich, ich könnte genauso gut noch ein bisschen länger bleiben. Doch je später es wurde, desto weniger konnte ich die Vorstellung genießen. Als ich schließlich durch die verlassenen Straßen nach Hause ging und hörte, wie die Kirchenglocke Mitternacht schlug, erfasste mich blankes Entsetzen. Mit jedem Schritt, der mich näher nach Hause brachte, wurde meine Panik größer. Als ich auf Zehenspitzen die knarrende Treppe zu unserer Wohnung hochging, war ich in Schweiß gebadet. Noch nie war ich nach Einbruch der Dunkelheit draußen geblieben, ohne meiner Mutter vorher Bescheid zu sagen, wo ich war. Was würde sie sagen, wenn ich so spät nach Hause kam? Ich musste nicht lange warten, bis mir diese Frage beantwortet wurde. Ehe ich an die Tür klopfen konnte, wurde sie schon aufgerissen. Meine Mutter stand vor mir wie ein Racheengel und wollte wissen, wo ich gewesen war. Ich hatte gerade angesetzt, ihr von meiner Arbeit beim Zirkus zu erzählen, als sie mich wie ein Hündchen im Genick packte, in die Wohnung zerrte und, nachdem sie die Tür geschlossen hatte, mit einem Kleiderbügel auf meinen Allerwertesten eindrosch und das mit einer Ausdauer, die einem Schmied an seinem Ambos alle Ehre gemacht hätte. Während sie mir die Tracht Prügel verpasste, schilderte meine Mutter mir, wie sie stundenlang unvorstellbare Angst gehabt habe, weil sie nicht wusste, ob ich tot oder noch am Leben war. Bevor sie von mir abließ, musste ich ihr versprechen, so etwas nie wieder zu tun. Dieses Hörbuch wird auf der nächsten CD fortgesetzt. Schmalhans ist Küchenmeister Meine Mutter, die selbst erlebt hatte, wie ihre Mutter ganz allein neun Kinder großzog, empfand unsere wirtschaftliche Situation nie als besonders hart oder betrachtete uns nie als arme Leute. Indem sie mit ihrem geringen Einkommen besonnen Haus hielt und noch dazu ein gutes Auge für Schnäppchen hatte, konnte sie uns mit allen lebensnotwendigen Dingen versorgen. Wir waren anständig gekleidet, hatten nahrhaftes Essen und gönnten uns ab und zu den Luxus ins Kino zu gehen. Wie die meisten deutschen Frauen ihrer Generation hasste meine Mutter nichts mehr als Schulden zu machen, denn sie war überzeugt, dass das Sprichwort »Borgen macht Sorgen« seine Richtigkeit hatte. Folglich kaufte sie nie irgendetwas auf Kredit, sondern höchstens gegen Anzahlung. Alle größeren Anschaffungen für den Haushalt machte sie mit dieser Zahlungsmethode, so unter anderem eine fußbetriebene Singernähmaschine, ihr ganzer Stolz, die sich in einen hübschen Holztisch verwandeln ließ, wenn sie nicht gebraucht wurde. Es erfüllte meine Mutter mit größter Zufriedenheit, dass es nichts in unserer Wohnung gab, das noch nicht bezahlt war. Um meiner Mutter beim Wirtschaften zu helfen und unser knappes Budget ein wenig zu entlasten, machte ich ihr eines Tages den Vorschlag, dass sie das Geld sparen könne, das sie Tante Möller für meine Betreuung nach der Schule zahlte. Zunächst wollte sie nichts davon hören, doch schließlich konnte ich sie davon überzeugen, dass ich mit acht Jahren alt genug sei, um allein auf mich aufzupassen. Also reihte ich mich in die Riege der Tausenden von sogenannten Schlüsselkindern ein. Ich bekam meinen eigenen Wohnungsschlüssel, machte mir nach der Schule allein das Essen warm, das meine Mutter am Abend zuvor gekocht hatte, aß allein, machte allein meine Hausaufgaben und ging anschließend auf die Straße zum Spielen. Diese neue Vereinbarung machte mir nicht etwa Probleme, sondern ich genoss sie, verlieh sie mir doch ein neues Gefühl von Selbstständigkeit und Verantwortung. Meine Mutter lehrte mich durch ihr eigenes Beispiel, mich bei der Erfüllung meiner Wünsche in Geduld zu üben. Mein größter Wunsch damals war ein eigenes Fahrrad. Eines Tages überraschte sie mich mit der Neuigkeit, dass sie ein gebrauchtes, aber tadellos gepflegtes Fahrrad angezahlt habe, das ich einmal im Schaufenster eines Fahrradgeschäfts in der Stadt sehnsüchtig bestaunt hatte. Jedes Mal, wenn sie die wöchentlichen Zahlungen tätigte, durfte ich mitkommen und hatte Gelegenheit, das Fahrrad, das eines Tages mir gehören würde, anzusehen und anzufassen. Da ich bereits auf den Fahrrädern meiner Freunde fahren gelernt hatte, war ich mehr als bereit für den großen Tag. Mit jedem weiteren Besuch im Fahrradladen wurde meine Geduld mehr auf die Zerreißprobe gestellt, was meiner Vorfreude jedoch keinen Abbruch tat. Als meine Mutter schließlich den Restbetrag tilgte, nahm sie ihr eigenes Fahrrad mit, und wir feierten meine neue Errungenschaft mit einer gemeinsamen Fahrt nach Hause. Ich hatte mir die erste Fahrt auf meinem neuen Rad unzählige Male vorgestellt, aber als es endlich soweit war, wurden meine kühnsten Träume bei weitem in den Schatten gestellt. Noch wochenlang hatte ich das Gefühl, auf Wolken zu schweben, statt auf zwei Ballonreifen zu fahren, und erst nach und nach begriff ich so richtig, dass dieses fantastische Gefährt mit dem glänzenden Chromlenker, dem lackierten Rahmen und den funkelnden Speichen wirklich mir gehörte. Der Besitz eines Fahrrades eröffnete mir eine vollkommen neue Welt. Während mein Bewegungsradius zuvor in erster Linie auf meine unmittelbare Umgebung beschränkt gewesen war, abgesehen von gelegentlichen Fahrten mit der Straßenbahn in die Innenstadt, hatte ich plötzlich ein Verkehrsmittel, mit dem ich in jeden Teil der Stadt und über ihre Grenzen hinausfahren konnte. Und so machte ich mich jeden Tag nach Erledigung der Hausaufgaben mit einem oder mehreren befreundeten Fahrradbesitzern auf, die Stadt zu erkunden. Eines unserer liebsten Ziele war der Stadtpark mit seinem riesigen Wasserturm, in dem auch Hamburgs berühmtes Planetarium untergebracht ist. Dort gab es ein großes Schwimmbad und endlose Fahrradwege. Auf unseren Fahrten quer durch die ganze Stadt besuchten wir die gerade fertig gestellte Hanseatenhalle, Hamburgs gewaltiges überdachtes Sportstadion. Es war kurz zuvor mit einem Sieg durch technisches K.O. unseres viel bewunderten Schwergewichtsboxers Max Schmeling über den Amerikaner Steve Hammes eingeweiht worden. Wenn das Wetter es erlaubte, radelten meine Mutter und ich sonntags zu einem der malerischen Walddörfer in der Umgebung von Hamburg, suchten uns eine gemütliche Lichtung im Wald, wo wir ein Picknick machten und nach Herzenslust lasen. Eines Tages bekam ich zufällig mit, wie meine Mutter einer Freundin erzählte, dass sie seit einiger Zeit einmal im Monat gegen Geld Blut spendete und dass sie so ein paar von unseren Luxusanschaffungen hatte bezahlen können, auch mein Fahrrad. Zunächst war ich erschrocken, dass meine Mutter mein Fahrrad praktisch mit ihrem Blut bezahlt hatte, aber als ich sie darauf ansprach, beruhigte sie mich, dass ich mir deswegen keine Sorgen machen müßte, dass es eine sichere Angelegenheit sei und dass ihr Körper das fehlende Blut im Nu ersetzen würde. Dank der Blutspenden, so erfuhr ich weiter, habe sie auch einige Spargroschen beiseite gelegt, die wir sicherlich eines Tages gut gebrauchen könnten. Ich wollte mich zwar noch immer nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass sie regelmäßig ihr Blut abgab, doch sie ließ sich nicht davon abbringen. Damit ich selbst lernte, mit eigenem Geld umzugehen, eröffnete meine Mutter ein Sparkonto auf meinen Namen. Sie erklärte mir, was es mit den Zinsen auf sich hatte, dass ich das Geld auf einem Sparkonto vermehrte, wenn man es nicht anrührte. Fortan sparte ich so emsig wie ein Eichhörnchen Nüsse sammelt, jeden Pfennig, den ich mit Boten gingen, verdiente. Sobald ich ein paar Mark zusammen hatte, zahlte meine Mutter das Geld auf mein Sparkonto ein. Meine größte Freude war es, dass mein kleiner Schatz tatsächlich wuchs. Spieglein, Spieglein an der Wand Erst als ich ins Teenageralter kam, erkannte ich allmählich die Wahrheit über Hitler und seine Handlanger. Bis dahin gab ich mir die Schuld an den Problemen, mit denen ich zu kämpfen hatte. Vor allem haderte ich mit meinem Aussehen, besonders mit meinem afrikanisch-krausen Haar, das ich mittlerweile regelrecht hasste. Obwohl ich mir geschworen hatte, mich weder von Friede noch einem anderen Lehrer unterkriegen zu lassen, forderte der psychologische Krieg, der gegen mich geführt wurde, seinen Tribut. Meine Selbstachtung war an einem beängstigenden Tiefpunkt angelangt. Nachdem ein Mädchen beim Spielen zu mir gesagt hatte, ich sehe mit Mütze besser aus, eilte ich nach Hause und tat etwas, das ich geraume Zeit tunlichst vermieden hatte. Ich warf einen langen, prüfenden Blick in den Spiegel. Das, was ich da sah, gefiel mir gelinde gesagt überhaupt nicht. Der Junge, der mich aus dem Spiegel ansah, so befand ich mit brutaler Objektivität, war ausgesprochen hässlich. Seine Nase war viel kürzer und breiter als bei normalen Jungs, und seine Haut sah zwar glatter aus, war aber viel zu dunkel, um noch als sonnengebräunt durchzugehen. Am allerschlimmsten fand ich mein Haar, das einfach nicht zu bändigen war. Nach einigem Herumexperimentieren mit der Mütze kam ich zu dem Schluss, dass das Mädchen recht hatte. Wenn meine Haare bedeckt waren, wirkte ich längst nicht mehr so afrikanisch, was, wie ich meinte, mein Aussehen erheblich verbesserte. Da ich überzeugt war, dass ich mit glattem Haar nur noch halb so viele Probleme hätte, war ich ganz aus dem Häuschen, als ich in einem meiner Abenteuerbücher las, dass die Angehörigen eines afrikanischen Stammes ihr Haar glätteten, indem sie es in einen Sud tauchten, der aus einer zuckerähnlichen, in heißem Wasser aufgelösten Substanz bestand. Also lehrte ich eines Tages nach der Schule die Zuckerdose meiner Mutter in einen kleinen Topf mit Wasser. Dann brachte ich die Mischung unter ständigem Rühren auf dem Herd zum Kochen. Nachdem die sirupartige Masse etwas abgekühlt war, massierte ich sie mir wie Shampoo ins Haar und wartete dann ungeduldig auf die große Verwandlung. Währenddessen malte ich mir mein neues Leben mit glatten Haaren aus. Kurz zuvor hatte ich den Film Elefantenboy im Kino gesehen und nun stellte ich mir vor, dass ich in Zukunft etwa so aussehen würde wie Sabu, der attraktive junge Ender, der zum Liebling der deutschen Kinobesucher geworden war. Mein neues glattes Haar wollte ich auf jeden Fall länger tragen, aber nicht so lang wie Sabu. Während ich so mich hin träumte, fuhr ich mir immer wieder mit den Fingern durchs Haar, um zu prüfen, ob sich auf meinem Kopf schon was tat. Und ob sich was tat. Je kälter die Mischung wurde, desto klebriger und pappiger wurde mein Haar, bis es schließlich nur noch eine einzige undurchdringliche, eklige Masse war. Ich wartete noch eine Stunde ab, ob sich das Ergebnis verbesserte, bevor ich mich schließlich zu der Erkenntnis durchrang, dass das Ergebnis ein totaler Flop war. Zum Glück musste ich mir die Haare nur einige Male mit warmem Wasser ausspülen, um ihren ursprünglichen Krausenzustand wiederherzustellen. Zunächst beschloss ich meiner Mutter nichts von dem Zwischenfall zu erzählen. Doch als sie nach Hause kam und wissen wollte, wieso mein Haar nass und die Zuckerdose leer war, gestand ich alles. Sie war mir nicht böse wegen des Zuckers, sondern sagte nur, wie leid es ihr täte, dass ich mein Haar nicht mochte. Ob du es glaubst oder nicht, aber du hast schöne Haare, versuchte sie mich aufzumuntern. Du hast gut reden, erwiderte ich und zeigte auf ihr schimmerndes, welliges, dunkelbraunes Haar. Ich würde es dir gerne geben, wenn ich könnte, sagte sie, aber das geht nun mal nicht. Und deshalb musst du lernen, deine Haare zu lieben. Irgendwann wirst du einsehen, dass ich recht habe, wenn ich sage, dass du schöne Haare hast. Damals hätte meine Mutter sagen können, was sie wollte. Ich wäre mit meinen Haaren und mit meinem Aussehen nicht zufriedener gewesen. Wieso denn auch? Es schien eine Ewigkeit hier zu sein, dass eine unvoreingenommene Person eine schmeichelhafte Bemerkung über mein Aussehen gemacht hatte, wohingegen die letzte abfällige Bemerkung erst einen Tag alt war. Allerdings gab es zwei Aspekte meiner äußeren Erscheinung, die mir an mir nicht nur gefielen, sondern auf die ich sogar stolz war, obwohl es sich dabei vermutlich um rassische Merkmale handelte. Das erste war mein athletischer Körperbau. Ich war zwar nur mittelgroß, aber ich hatte einen wohlproportionierten Körper mit muskulösen Armen und Beinen. Das andere waren meine Zähne, für die ich viel Lob erntete, besonders bei der jährlichen zahnärztlichen Untersuchung in der Schule. Der Zahnarzt forderte jedes Mal die gesamte Klasse einschließlich des Lehrers auf, sich hintereinander aufzustellen und einen Blick in meinen Mund zu werfen, damit sie mal sehen konnten, wie absolut perfekte Zähne aussahen. Für mich war diese Prozession an meinem offenen Mund vorbei immer ein großer Triumph. Doch nichts wird ewig. Und eines Tages entdeckte der Zahnarzt zu meiner großen Enttäuschung zwei Löcher in einem Backenzahn, womit mein Anspruch darauf, absolut perfekte Zähne zu haben, ein jähes Ende fand. Auf der Suche nach Gläubigen Nicht lange nach seiner Machtergreifung machte Hitler deutlich, dass die Unverbesserlichen, die sich gegen die NS-Ideologie sperrten, einer alten, dem Untergang geweihten Ordnung angehörten. Doch welche politische Haltung die Elterngeneration auch vertrat, er wollte dafür sorgen, dass die deutschen Söhne und Töchter ihm ihre bedingungslose Hingabe und Treue entgegenbrachten. Deutschlands Jugend, so tönte er, werde ihm gehören. Um das zu erreichen, wurden die Schulen in ganz Deutschland angewiesen, ihre Schüler für die Hitlerjugend zu begeistern. Unterstützt wurden sie dabei durch Goebbels Propagandaministerium, das am laufenden Band Anschauungsmaterial produzierte, Karten, Dias, Filme und Reportagen, um Jugendliche auf die Seite des Nationalsozialismus zu ziehen. Die Kettner-Kampffschule mit dem Erznazi Wriede an der Spitze widmete sich energisch der Induktrinierung ihrer Schüler und der Rekrutierung von Nachwuchs für das Jungvolk, der HJ-Abteilung für 10- bis 14-Jährige, die sogenannten Pimpfe. Es verging kaum ein Tag, an dem wir nicht daran erinnert wurden, dass das Leben außerhalb der Bewegung für einen deutschen Jungen im Grunde nicht lebenswert sei. Wriede verfolgte sein Ziel wie üblich mit gnadenlosem Fanatismus und ließ sich immer wieder neue Strategien einfallen. Eines Tages gab er bekannt, dass die Klasse, die als erste geschlossen dem Jungvolk beitrete, mit einem schulfreien Tag belohnt wurde. Unser neuer Klassenlehrer, Herr Schürmann, entwickelte den Ehrgeiz, diese Lorbeeren für unsere Klasse und natürlich auch für sich zu ernten. Er wurde zu einem besessenen Werber und versuchte ununterbrochen, uns zum Beitritt ins Jungvolk zu bewegen. Kernstück seiner Rekrutierungsbemühungen war eine große Grafik, die er mit weißer Kreide auf die Tafel gemalt hatte. Ein Rechteck, das in ebenso viele Quadrate unterteilt war, wie es Jungen in unserer Klasse gab. Jeden Morgen erkundigte sich Herr Schürmann als erstes, wer der HJ beigetreten war und trug dann die entsprechenden Namen in die Grafik ein. Nach und nach gab es mehr Quadrate mit Namen als ohne. Ich verfolgte seine Bemühungen relativ desinteressiert, da einige meiner Klassenkameraden und Freunde klipp und klar geäußert hatten, dass sie die HJ langweilig fanden und ihr niemals beitreten würden, ganz gleich, wie sehr Wriede oder Schürmann sich auch ins Zeug legten. Mir war das nur lieb, da auch ich nicht vorhatte, ins Jungvolk zu gehen. Doch allmählich gab einer nach dem anderen Schürmanns unerbittlichem Drängen nach und trat in die Hitlerjugend ein. Eines Morgens nahm Herr Schürmann sich die letzten Zögerer zur Brust und wollte wissen, warum sie nicht genug Liebe für Führer und Vaterland empfanden. Einige erklärten, dass sie nichts gegen Führer und Vaterland hätten, dass sie aber die Aktivitäten des Jungvolks – Zelten, Marschieren, Fanfarenblasen und auf altertümlichen Trommel herumhauen – ziemlich langweilig fänden. Andere gaben an, dass ihre Eltern ihnen noch nicht erlaubt hätten beizutreten, woraufhin Herr Schürmann sagte, ihre Eltern sollten zu einem persönlichen Gespräch mit ihm in die Schule kommen. Als ich an die Reihe kam, öffnete ich den Mund, um etwas zu sagen, doch Herr Schürmann schnitt mir das Wort ab. Schon gut, du bist ja sowieso vom Jungvolk ausgeschlossen. Ich war wie vom Donner gerührt. Ausgeschlossen? Wieso? Ich hatte ihm sagen wollen, dass ich mich noch nicht endgültig entschieden hatte. Und jetzt erfuhr ich, dass ich, selbst wenn ich wollte, nicht beitreten durfte. Herr Schürmann bemerkte meine Verwirrung und sagte mir, ich solle in der Pause zu ihm kommen. Bis zum Pausenklingeln war ich in einer Art Schockzustand und außerstande, dem Unterricht zu folgen. Ich fühlte mich von meinen Freunden im Stich gelassen. Und die Vorstellung, irgendwann der Einzige in der Klasse zu sein, der nicht im Jungvolk war, jagte mir Angst ein. Mit meinen zehn Jahren konnte ich es nicht ertragen, wie ein Ausgestoßener behandelt zu werden. Schürmann forderte mich auf, neben seinem Pult Platz zu nehmen. Ich dachte, du wüsstest, dass du nicht ins Jungvolk darfst, weil du Nicht-Arier bist, fing er an. Du weißt doch, dass dein Vater Afrikaner ist und dass Afrikaner und andere nicht-europäische Menschen als Nicht-Arier gelten. Nicht-Ariern ist es untersagt, der Hitlerjugend beizutreten. Aber ich bin doch Deutscher, schluchzte ich unter Tränen. Meine Mutter sagt, dass ich Deutscher bin, so wie alle anderen. Du bist ein deutscher Junge, räumte Herr Schürmann mitfühlend ein. Aber leider nicht wie alle anderen. Es tut mir leid, mein Junge. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber das geht leider nicht. Die Gesetze sind nun mal so. Als meine Mutter abends nach Hause kam, erzählte ich nicht, was in der Schule passiert war. Stattdessen bat ich sie, mit mir zum nächsten HJ heimzugehen, das ganz in der Nähe lag, damit ich eintreten könnte. Meine Entscheidung kam für sie völlig überraschend. Aber als sie versuchte, mir die Sache auszureden und sogar andeutete, dass ich vielleicht nicht aufgenommen würde, überkam mich schiere Verzweiflung. Ich konnte unmöglich der Einzige in meiner Klasse sein, der nicht HJ-Mitglied wurde. Bitte, geh mit mir dahin, flehte ich, vielleicht machen Sie eine Ausnahme. Wieder besseres Wissen gab meine Mutter schließlich nach. Als wir das HJ-Heim erreichten, herrschte dort emsiges Treiben und paramilitärische Kommandos ertönten aus allen Ecken. Durch eine offene Tür sah ich eine Gruppe von Jungen in meinem Alter um einen langen Tisch sitzen. Anscheinend lauschten sie dem Vortrag eines Truppenführers. Sie hatten schicke Uniformen an, schwarze kurze Hose, schwarze Jacke über Kaki-Hemd und schwarzes Halsduch, und die meisten von ihnen trugen, wie ich neidvoll registrierte, den kleinen schwarzen Dolch mit dem rautenförmigen Hakenkreuz-Emblem der HJ. Seit ich ihn das erste Mal in einem Schaufenster gesehen hatte, wünschte ich mir insgeheim, auch so einen zu besetzen. Selbst die Wörter Blut und Ehre, die in die glänzende Klinge eingraviert waren, rührten mich irgendwie an, obwohl ich ihre Bedeutung gar nicht begriff. Ich wünschte mir diesen Dolch so sehr, dass ich schon fast meinte, ihn in der Hand zu spüren. Meine Mutter fragte einen Pimpf, wer hier die Leitung innehabe, worauf der Junge die Hacken zusammenschlug und auf eine Tür mit dem Schild »Heimführer« deutete. Auf unser Klopfen hin forderte eine durchdringende Männerstimme uns auf, einzutreten. »Heil Hitler, was kann ich für Sie tun?« fragte der gut aussehende Mann hinter dem Schreibtisch. Er trug die Uniform eines HJ-Führers und war etwa 20 Jahre alt. Meine Mutter erwiderte den Gruß und fragte dann »Sind wir hier richtig, um die Mitgliedschaft zu beantragen?« Der junge Mann sah sie unglaublich an. »Mitgliedschaft für wen?« »Für ihn?« wollte er wissen und starrte mich an, als wäre ich ein ekliger Wurm. »Ja, für meinen Sohn«, erwiderte meine Mutter ungerührt. Der Nazi fuhr zurück. »Ich muss Sie bitten, sofort zu gehen«, sagte er. »Fall Sie es noch nicht gemerkt haben, weise ich Sie jetzt darauf hin, dass es für Ihren Sohn hier keinen Platz gibt, weder in unserer Organisation noch in dem Deutschland, das wir gerade aufbauen. Heil Hitler!« Mit diesen Worten erhob er sich und hielt uns die Tür auf. Einen Moment glaubte ich, meine Mutter würde ihn ohrfeigen. Sie zitterte und seien mit einer Wut an, wie ich sie noch nie bei ihr erlebt hatte. Aber sie gewann ihre Fassung zurück, nahm in der Hand und sagte ruhig »Komm, wir gehen«. Auf dem Nachhauseweg sprachen wir kein Wort, und erst als wir in unserer Wohnung waren, drückte sie mich an sich und weinte. »Es tut mir so leid. Es tut mir so leid«, war alles, was sie hervorbrachte. Meine Mutter so zu sehen war mehr, als ich ertragen konnte. »Bitte, Mutti, hör auf zu weinen«, flehte ich. Es war ein seltener Augenblick, denn normalerweise bemühte sich jeder von uns, seinen Schmerz mit sich selbst auszumachen. Schließlich waren wir ja Deutsche. Zwei Tage später war der Moment gekommen, vor dem es mir die ganze Zeit gegraut hatte. Mit einer Verzückung grenzender Freude trug Herr Schürmann die letzten zwei Namen in die Grafik ein. Dann wischte er mit einem feuchten Schwamm das letzte leere Quadrat, jenes Quadrat, das mich symbolisierte vor der Tafel, und machte so meinen Status als Unperson überdeutlich. »Herzlichen Glückwunsch, Kinder«, verkündete Herr Schürmann. »Von heute an sind alle Jungen aus unserer Klasse Mitglieder in der HJ. Ich bin stolz auf euch, und ich finde, wir sollten dem Schulleiter die frohe Kunde bringen.« Daraufhin verließ er den Klassenraum und kehrte kurz darauf mit Friede zurück. Der Schulleiter lobte unsere Klasse, »weil ihr euer Leben Adolf Hitler und seiner Vision des Dritten Reiches gewidmet habt.« Dann gab er der Klasse für den folgenden Montag schulfrei, was mit einem ohrenbetäubenden Gejohle quittiert wurde. Das Einzige, was mir ein wenig Auftrieb gab, war der Gedanke, dass ich erst am Dienstag wieder zur Schule musste. Doch als ich nach Schulschluß mit einigen Klassenkameraden auf dem Weg nach draußen war, hörte ich eine mir bekannte Stimme rufen, »Du da! Komm mal her!«. Ich wandte mich um und sah den Schulleiter in der Tür zu seinem Büro stehen. »Komm mal rein, ich muss mit dir reden«, erklärte Friede. Ich hatte keine Ahnung, was der Schulleiter mit mir besprechen wollte, aber ich ahnte, dass es nichts war, was ich gerne hören würde. »Ich bin ein fairer Mensch«, begann Friede, »und ich hoffe, du bist auch fair.« Ich versicherte ihm, dass ich das sei. »Schön«, fuhr er fort, »dann bist du doch bestimmt mit mir einer Meinung, dass es ja unfair wäre, dir einen Tag freizugeben, wenn du nichts getan hast, um ihn dir zu verdienen. Deshalb habe ich bereits mit Herrn Duttke gesprochen, dass du am Montag an seinem Unterricht teilnehmen wirst. Das ist alles. Heil Hitler!« Damit war ich entlassen. Heil Hitler grüßte ich zurück und ging nach Hause. Um meiner Mutter die Aufregung zu ersparen, erzählte ich ihr nicht, was passiert war. Am Montag ging ich wie üblich zur Schule und setzte mich als Gast in Herrn Duttkes Klasse, wo ich den ganzen Tag seine beißenden rassistischen Bemerkungen über mich ergehen lassen musste. Die Morels Obwohl jetzt alle meiner Klassenkameraden in der HJ waren, gingen wir weiterhin ganz normal miteinander um. Wir spielten zusammen und besuchten uns gegenseitig zu Hause, als wäre nichts geschehen. Nur wenige von ihnen waren wirklich überzeugte Nazis. Manche waren lediglich in die Hitlerjugend gegangen, um endlich von Schürmann und Friede in Ruhe gelassen zu werden. Andere waren von ihren Vätern unter Druck gesetzt worden, die berufliche Nachteile befürchteten, wenn ihre Söhne nicht in der HJ waren. Die übrigen waren bloß auf den fahrenden Zug aufgesprungen, um dazuzugehören. Ein Wunsch, den ich nur allzu gut nachfühlen konnte. Was die Leute in unserer Nachbarschaft anbelangt, so vermute ich, dass die überwiegende Mehrheit von ihnen nicht aus ideologischen Gründen für die Nazis waren. Den meisten ging es besser, als sie es sich je hätten träumen lassen. Sie hatten eine feste Arbeit, kostenlose Gesundheitsversorgung und viele andere noch nie dagewesene Vorteile. Sie waren der Überzeugung, dass eine Partei, die ihr Wahlversprechen gehalten und die Arbeitslosigkeit, die Geißel der Arbeiterklasse beseitigt hatte, ihre Unterstützung verdiente. Die Vergünstigungen, die ihnen unter den Nazis zuteil wurden, machten sie jedoch blind und taub für das Leid zahlloser Mitbürger, die nicht in die NS-Ideologie passten. Manche Männer traten der Partei bei, weil sie gerne Uniform trugen und ihnen die Paraden und paramilitärischen Veranstaltungen gefielen. Plötzlich waren sie Respektspersonen, hatten vielerlei neue Betätigungsfelder und ihr ödes Proletarier-Dasein bekam unversehens einen aufregenden, ja heroischen Beigeschmack. Typisch für die Männer aus unserem Viertel, denen die NSDAP einen völlig neuen Lebensstil und eine neue Identität beschert hatte, war Wilhelm Morell, ein einfacher, glatzköpfiger Schlosser, der seine rechtfüllige Gattin und seine drei Söhne, meinen Freund Karl, Hans und Gerd, über alles liebte. Vor meinen Augen durchlief Herr Morell eine erstaunliche Metamorphose, die in gewisser Weise erklärt, warum der Durchschnittsdeutsche sich für die NSDAP so begeisterte. Innerhalb weniger Monate nach seinem Eintritt in die Partei verwandelte Herr Morell sich von Grund auf. Aus dem langweiligen, stillen und bescheidenen Malocher wurde ein schneidig uniformierter Kleinstwürdenträger, der entschlossen durch die Nachbarschaft stolzierte und dienstbeflissen seinen neuen Pflichten als Blockwart nachging. Morell betrachtete sich als die Augen und Ohren seiner Partei in unserem Viertel und versah eine Reihe von Aufgaben. Er sammelte parteifeindliche Äußerungen, verteilte das Mutterkreuz an Frauen, die vier oder mehr arische Kinder zur Welt gebracht hatten und kontrollierte bei den Fürsorgeempfängern, ob sie nicht über ihre Verhältnisse lebten. Außerdem nahm er an Versammlungen und Paraden teil und stand stundenlang auch bei schlechtem Wetter auf der Straße, um Geld für das Winterhilfswerk zu sammeln. Der Parteigenosse Morell akzeptierte vorbehaltlos die NS-Doktrin, dass die Juden die Wurzel allen Übels seien, obwohl er persönlich vermutlich nie ein negatives Erlebnis mit einem Juden gehabt hatte. Gleichzeitig war er absolut farbenblind und legte eine eigenartige Schizophrenie an den Tag, wenn es um mich ging. Als Karls engster Freund wurde ich fast wie ein Mitglied der Familie behandelt. Zum Kummer meiner Mutter war ich bei dem größten Nazi unseres Viertels sozusagen in der Höhle des Löwen praktisch wie zu Hause. Aber da sie Karl mochte und unserer Freundschaft nicht im Wege stehen wollte, sagte sie nichts und hoffte das Beste. Es war Morells Aufmerksamkeit nicht entgangen, dass wir an Feiertagen keine Hakenkreuzfahne aus dem Fenster hängten, wie es ein ungeschriebenes Gesetz verlangte. Als er meine Mutter nach dem Grund dafür fragte, erklärte sie, dass wir es uns einfach nicht leisten könnten, eine Fahne zu kaufen, was allerdings nur die halbe Wahrheit war. Gleich am nächsten Tag überreichte er uns stolz als Geschenk seiner Ortsgruppe eine nagelneue Fahne, komplett mit Fahnenstange, für die er sogar persönlich vor einem unserer Fenster die Halterung anbrachte. Da meine Mutter sich nun nicht mehr herausreden konnte, hängte sie, um Scherereien zu vermeiden, an Feiertagen wohl oder übel die Hakenkreuzfahne auf. Herr Duttke Es ist schwer zu sagen, wer von den zwei begottesten und fanatischsten meiner Lehrer der Schlimmere war. Herr Wriede oder Herr Duttke mit seiner Hornbrille. Letzterer trug stets stolz seine NS-Uniform zur Schau, wenn er seinen Volkskundeunterricht gab, den er meist nutzte, um seiner Feindseligkeit gegenüber Nicht-Ariern Luft zu machen. »Lass dein nigerhaftes Grinsen«, fauchte er mich einmal an, als ich mit der ganzen Klasse über irgendetwas lachen musste. »Niger haben im nationalsozialistischen Deutschland keinen Grund zu grinsen.« Um diese Haltung zu untermauern, holte er häufig Schüler nach vorn, die er für typisch arisch hielt. Sie mussten sich vor der Klasse aufstellen, und Duttke wies dann auf ihr blondes Haar, die blauen Augen, den edel geformten Schädel und andere wünschenswerte körperliche Merkmale hin. Als ein Schüler einmal Duttkes Behauptung, dass Menschen nicht-arischen Blutes intellektuell und körperlich minderwertig seien, mit dem Hinweis auf meine schulischen und sportlichen Fähigkeiten in Frage stellte, kanzelte Herr Duttke diesen Schüler ab, weil er es gewagt hatte, ihm zu widersprechen. Dann erklärte er der Klasse, dass ich nur die Ausnahme sei, die die Regel bestätige, und behauptete, dass ich sämtliche normalen Merkmale von meinem arischen Elternteil geerbt habe. Schließlich spekulierte er, dass das letzte Wort ja noch nicht gesprochen sei, und die Möglichkeit bestehe, dass mein minderwertiges Blut irgendwie doch noch die Oberhand gewinnen könnte. Es gibt viele Arten der rassischen Minderwertigkeit, argumentierte er. Ich würde mich nicht wundern, wenn euer Klassenkamerad eines Tages zum asozialen Subjekt wird, beispielsweise ein Krimineller oder ein Alkoholiker. Anschließend wies Duttke mich an, nach dem Ende der Stunde den Raum nicht zu verlassen. »Was ich dir zu sagen habe, dauert nicht lange«, knurrte er, nachdem alle anderen Schüler fort waren. Er musterte mich verächtlich durch seine dicke Hornbrille und warf mir vor, die Klasse gegen ihn aufbringen zu wollen und ihm gegenüber mit meinem dauernden, negerhaften Grinsen ein respektloses Verhalten an den Tag zu legen. »Eines kann ich dir sagen, junger Mann, dir wird das Lachen noch vergehen. Wenn wir mit den Juden fertig sind, sind du und deinesgleichen nämlich als nächstes dran. Heil Hitler!« Joe und Jesse, meine neuen Helden Im Frühjahr 1936 wurde bekannt, dass ein schwarzer Amerikaner gegen Max Schmeling antreten würde. Joe Louis, so erfuhren wir, war eine 22-jährige Kampfmaschine von den Baumwollfeldern in Alabama und aus den Autofabriken Detroits, dessen ununterbrochene Serie von K.O.-Siegen ihm den Spitznamen »Der braune Bombe« eingebracht und ihn zum Top-Anwärter auf den Weltmeistertitel gemacht hatte. Als wir Kinder von dem bevorstehenden Ereignis hörten, ruhten wieder einmal alle Augen auf mir. Getreu dem Motto »Alle Schwarzen sehen gleich aus« beteuerten viele von meinen Freunden »Du siehst genauso aus wie Joe Louis«. Ungeachtet der mindestens 70 Kilo Unterschied zwischen dem Boxer und mir, waren sich alle einig, dass ich dem braunen Bomber wie aus dem Gesicht geschnitten sei. Je mehr die deutsche Presse die phänomenale Schlagkraft des braunen Bombers herausstellte, desto höher stieg mein Ansehen unter meinen Freunden. Ich erzählte niemandem, dass ich wie jeder echte Hamburger Junge eigentlich ein begeisterter Schmeling-Fan war, und da ich von meinen Schulkameraden als der Doppelgänger des braunen Bombers gefeiert wurde, musste ich meinen Patriotismus hintanstellen und meinen schwarzen Bruder aus Amerika unterstützen. Leicht fiel mir das nicht, denn meine Treue zu Schmeling war so unerschütterlich, wie das bei einem Zehnjährigen überhaupt möglich ist. Dann geschah etwas, das mir die Entscheidung einfach machte. In einem Zeitungsinterview, das Schmeling vor dem Kampf gab, las ich ein angebliches Zitat meines Helden. Er versprach, den Niger-Boxer von einem braunen Bomber in einen grünen und blauen Bomber zu verwandeln. Diese rassistische Bemerkung traf mich bis ins Mark. Ich fühlte mich von dem Mann verraten, der mein Idol gewesen war, und beschloss, dass ich von nun an Joe Louis die Treue halten würde. Am 19. Juni 1936, dem Tag des Kampfes, sprachen die Männer und Jungen in meinem Viertel über nichts anderes mehr. Die meisten drückten zwar Schmeling die Daumen, doch viele bezweifelten ernsthaft, dass ihr Mann gegen die beängstigende Schlagkraft des Amerikaners eine Chance haben würde. Die Jungen, auch die Älteren, betrachteten mich als Autorität in Sachen Joe Louis, und ich malte ihn lebhaft aus, wie Joe kurzen Prozess mit Maxens Ambitionen auf den Titel machen würde. Ich hatte alles über Joe Louis, das nicht habhaft werden konnte, auswendig gelernt, und konnte alle interessanten Fakten über meinen Helden nur so herunterrasseln. Während mein Publikum ehrfürchtig lauschte, sonnte ich mich in meinem neuen Status als Respektsperson. Ich genoss das Gefühl, dass diese Menschen, die sich normalerweise Schwarzen überlegen fühlten, einem Schwarzen so viel Achtung entgegenbrachten, und dass ein Teil dieser Achtung auf mich abfärbte. Der Kampf sollte um 21 Uhr in New York stattfinden, also um 3 Uhr morgens unserer Zeit. Ich bat meine Mutter, den Wecker sicherheitshalber schon auf 2 Uhr zu stellen, damit ich auch ja nichts von der Radioübertragung des Kampfes verpassen würde. Punkt 2 Uhr wurde ich durch das schrille Klingeln geweckt, und nachdem ich mir eine nicht enden wollende Stunde lang angehört hatte, wie der Radiosprecher die angespannte Atmosphäre unter den 40.000 Zuschauern im Yankee-Stadium beschrieb, ertönte endlich der Gong zur ersten Runde. Drei Runden lang schien der braune Bumbe auf der Siegerstraße zu sein. Doch dann passierte in Runde 4 das Unerwartete, nein, das Unmögliche. Zwei knallharte Rechte meines Landsmannes schickten Joe Louis auf die Bretter. Er wurde bis 4 angezählt. Ich schrie aus vollem Halse, dass Joe wieder hochkommen sollte, doch der einzige Mensch, der mich hörte, war meine Mutter, die alarmiert in mein Zimmer gerannt kam. »Joe ist angeschlagen!« schrie ich. »Er verliert!« Meine Mutter verstand nicht, wie ungeheuer bedeutsam diese Mitteilung war und versuchte, mich zu beruhigen. »Das ist doch nur ein Boxkampf! Nimm sowas doch nicht so ernst!« Bis dahin hatte ich nicht im Traum daran gedacht, dass Joe Louis verlieren könnte. Jetzt bestand plötzlich die Möglichkeit, dass der Außenseiter Schmähling entgegen allen Erwartungen als Sieger aus dem Ring gehen könnte. Was sollte ich dann bloß meinen Freunden erzählen? Wie sollte ich ihnen je wieder unter die Augen treten? Derlei Gedanken quälten mich, während die Meldungen aus dem Yankee-Stadium immer schlechter wurden. Louis war offensichtlich schwer angeschlagen, stickte weitere Schläge ein und hielt sich nur noch mit purer Willenskraft aufrecht. In der zwölften Runde dann beendete Schmähling den Kampf mit einer wuchtigen Rechten auf Louis' Kinn, die ihn zu Boden streckte. Er blieb liegen und wurde ausgezählt. Der Mann, den ich für unbesiegbar gehalten hatte, der mir unter meinen Mitschülern Ansehen und Respekt verschafft hatte, war besiegt. Am Montag musste ich wohl oder übel in die Schule und mich meinen Mitschülern stellen. Als ich den Klassenraum betrat, wurde ich zur Begrüßung von einigen der Jungen verhöhnt, die mich noch wenige Tage zuvor ehrfürchtig bestaunt hatten, weil ich einem vermeintlich unschlagbaren Mann ähnlich sah. »Na, was war denn mit deinem braunen Bomber los?« fragte einer hämisch. »Der braune Bomber ist eine Flasche«, fiel ein anderer ein. »Du hast doch gesagt, Louis könnte kämpfen«, höhnte wieder ein anderer. »Wieso hat er sich dann von unserem Maxe zum Sandsack machen lassen? Ich kann dir sagen, wieso. Weil er ein Niger ist und ein Feigling.« Dabei sah er mich an, als sollte er mir zu verstehen geben, »Wenn dir nicht passt, was ich sage, tu was dagegen.« Ich stürzte mich auf ihn und bombardierte sein Gesicht mit einer Serie von Linken und Rechten, die Joe Louis alle Ehre gemacht hätten. Meine Klassenkameraden bildeten einen Kreis um uns und statt mich weiter zu verhöhnen, feuerten sie mich an. »Auf ihn, Joe Louis!« »Schlag ihn K.O., Joe!« »Wo bleibt dein linker Haken?« Mein Gegner war von meiner jenen Attacke völlig überrumpelt worden und nach hinten gefallen. Mit meinen Fäusten machte ich meiner ganzen Wut, Enttäuschung und Scham über die Niederlage meines großen Helden Luft. Aber bevor ich ernstlich Schaden anrichten konnte, wurde ich von hinten gepackt und hochgezogen. »Was geht hier vor?« fragte eine Männerstimme. Herr Duttke war, von allen unbemerkt, ins Klassenzimmer getreten. »Der hat gesagt, Joe Louis hat verloren, weil er ein Neger und ein Feigling ist,« rechtfertigte ich meinen Angriff. »Das ist noch lange kein Grund, einen anderen zu schlagen,« schnauzte Herr Duttke mich an. »Du kannst nicht einfach über jeden herfallen, der nicht wie du der Meinung ist, dass Hotten Totten die besseren Boxer sind, und jetzt entschuldige dich bei deinem Mitschüler.« Ich war fest entschlossen, das nicht zu tun, egal, was das für Folgen hätte. »Hast du gehört? Du sollst dich entschuldigen!« In diesem Augenblick kam unser Klassenlehrer, Herr Schürmann, herein, und Herr Duttke erzählte ihm empört, was geschehen war. Bevor er ging, empfahl Duttke diesen wilden Kerl, womit er mich meinte, gehörig zu bestrafen, und Schürmann versprach ihm, angemessen zu reagieren. Sobald Duttke fort war, hörte sich Herr Schürmann erst mal meine Version des Vorfalls an, die von meinen Mitschülern bestätigt wurde. Dann ermahnte er mich eindringlich, mein Temperament zu zügeln, aber er bestrafte mich nicht. Zugleich wies er meinen Gegner zurecht und verbot ihm jegliche rassistischen Bemerkungen, die direkt oder indirekt auf mich abzielten. Dann erzählte Herr Schürmann der ganzen Klasse, dass auch er sich die Übertragung des Boxkampfes angehört und dass Louis ehrenhaft verloren habe, weil er trotz der brutalen Schläge, die er einstecken musste, mindestens fünf Runden länger auf den Beinen geblieben sei, als jeder es für möglich gehalten hatte. Obwohl die Niederlage von Joe Louis eine bittere Enttäuschung für mich war, tröstete es mich, dass viele Leute ihn noch immer als den zähesten Boxer respektierten, der je im Ring gestanden hatte. Wenn mich danach jemand Joe Louis nannte, was immer noch recht häufig geschah, streckte ich die Brust raus und fühlte mich wie ein echter Champion. Der Kampf Louis gegen Schmeling war noch immer in aller Munde, als auch schon ein anderes Sportereignis in die Schlagzeilen rückte, die bevorstehende Eröffnung der Olympischen Spiele in Berlin. Bereits Wochen vorher berichtete die Presse, dass die Vereinigten Staaten mit einer Mannschaft antraten, in der eine beachtliche Anzahl von schwarzen Sportlern waren. Lehrer Duttke kam jedem möglichen Sieg eines schwarzen Olympioniken zuvor, indem er uns erzählte, dass es sich bei Schwarzen nicht um Sportler im wahren Sinne des Wortes handele, da sie geborene Läufer und Sprenger seien, wie Pferde und andere Tiere. Wenn ein deutscher Läufer gegen einen von diesen Halbzivilisierten aus Amerika verliert, so versicherte Duttke der Klasse, ist das ebenso wenig an der Stande, wie wenn er gegen ein Pferd verliert. Jeder weiß, dass ein Pferd dem Menschen körperlich überlegen und geistig unterlegen ist. Dasselbe gilt für die Hotten Totten aus Amerika. Wenige Tage vor der Eröffnungsfeier brachte Karl Morell mir sensationelle Neuigkeiten. Sein Vater wollte mit ihm, seinem älteren Bruder Hans und etlichen Jungs aus der Nachbarschaft, für eine Woche nach Berlin fahren. Und falls meine Mutter einverstanden war und die Zugfahrkarte und ein paar Mark Taschengeld aufbringen konnte, war ich herzlich eingeladen, mitzukommen. Ich musste sie zunächst mit einem zweistündigen Hungerstreik davon überzeugen, dass mein Leben keinen Sinn mehr hätte, wenn ich nicht nach Berlin fahren dürfte. Aber nachdem die Morells ihr versichert hatten, dass ich in guten Händen wäre und dass es für einen Jungen nichts Schöneres gäbe, als einmal die Hauptstadt zu sehen und bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, gab sie schließlich wieder willig nach. Wir waren circa zehn Jungen. Und bevor wir am Morgen unserer Abfahrt, schwer bepackt mit Tornister und Feldflaschen, in den D-Zug nach Berlin stiegen, instruierte Herr Morell uns erst einmal in knappem militärischem Ton, was wir auf unserer Reise tun durften und was nicht. Auch er trug einen Tornister. Und obwohl er auf seine NS-Uniform verzichtet hatte, ließen seine blankgewienerten braunen Reitstiefel und die Breaches keinen Zweifel an seiner Parteizugehörigkeit. Als wir spätabends in Berlin ankamen, waren wir heiser vom vielen Singen und todmüde. Nach einer kurzen Busfahrt durch den dichten Abendverkehr und nach einem raschen Blick auf das Brandenburger Tor erreichten wir die Jugendherberge am Stadtrand und wollten nur noch ins Bett. Herr Morell erinnerte uns noch daran, dass wir die gleiche Berliner Luft atmeten wie unser geliebter Führer. Und schon allein bei dem Gedanken bekam ich eine Gänsehaut, die ich noch bis zum Einschlafen spürte. Anders als bei Joe Louis und Max Schmeling war es für mich nun keine Frage mehr, ob ich zu den schwarzen Olympia-Kämpfern oder zu den Athleten meines Heimatlandes hielt. Von Anfang an war mir klar, dass die Siege der schwarzen Sportler meine Siege und ihre Niederlagen auch meine Niederlagen waren. Es gab viele erfolgreiche Sportler unter ihnen, aber keiner wurde mit so vielen Lobeshymnen überschüttet, wie mein neuer Held Jessel Owens. Er kam wie Joe Louis aus Alabama und war die größte Medaillen-Hoffnung der USA in der Leichtathletik. Seine Leistungen übertrafen dann jedoch die kühnsten Träume seiner frisch gebackenen deutschen Fans. Nach vier anstrengenden Tagen, an denen er 14 Mal in den Vorkämpfen antreten musste, gewann Owens die Goldmedaille im 100- und im 200-Meter-Lauf, führte seine 4x100-Meter-Staffel zum Sieg und stellte noch dazu einen olympischen Rekord im Weitsprung auf. Dass Herr Morell nur für einige wenige Veranstaltungen Karten bekam und wir von unseren Plätzen in den oberen Rängen des vollbesetzten Stadions nur wenig erkennen konnten, trübte unsere Begeisterung nicht im Geringsten. Noch Wochen nach unserer Rückkehr verging kaum ein Tag, an dem ich nicht von den grandiosen Taten der olympischen Helden schwärmte. Jessel Owens war so bekannt geworden, dass einige meiner Spielkameraden anfingen, mich Jesse zu nennen, so wie sie mich vor nicht allzu langer Zeit Joe genannt hatten. Und wieder faßte ich das als Kompliment auf, was es auch sein sollte. Viele Jahre später hatte ich im Rahmen meiner Arbeit für Ebony, der größten afroamerikanischen Zeitschrift, die Gelegenheit, meine beiden Helden kennenzulernen und ihnen persönlich zu danken. Sie waren zunächst ein wenig verwundert, doch sie nahmen meinen Dank gerne entgegen, als ich ihnen erzählte, dass ich als Zehnjähriger in Nazi-Deutschland durch sie beide ein wenig stolzer auf meine schwarze Hautfarbe sein konnte. In unserer Schule wurden Pläne laut, die für uns tiefgreifende Folgen haben sollten. Die Kettnerkampffschule, so erfuhren wir, sollte in eine Sonderschule für Lernbehinderte umgewandelt werden, also in eine Dofenschule, wie wir Kinder abfällig sagten. Sämtliche Schüler und Lehrer mussten auf andere Schulen im Bezirk verteilt werden. Ich wurde einer Schule auf der Schleidenstraße am Osterbeekanal zugewiesen, wodurch sich mein Schulweg mehr als verdoppelte. Zum Glück kamen rund 20 Jungen aus meiner Klasse darunter, einige meiner dicksten Freunde, auf dieselbe Schule. Am Morgen des letzten Tages an der Kettnerkampffschule wurden alle Schüler in den Zeichensaal geführt, der bei besonderen Anlässen auch als Aula diente. Der Höhepunkt war eine Abschiedsrede von Schulleiter Wriede. Wie üblich hatte er die Gelegenheit genutzt, seine über alles geliebte NS-Uniform anzuziehen und als er hinter dem Rednerpult eine ähnliche Pose einnahm wie Hitler auf dem lebensgroßen Porträt an der Wand, konnten sich einige Jungen ein Kicher nicht verkneifen. Sichtlich verärgert über die Störer ließ Wriede uns wissen, dass die unbeschwerten Zeiten für uns bald vorbei seien und dass wir in nicht allzu ferner Zukunft keine Jungen mehr sein würden, sondern Männer, die den jeweils für uns vorgesehenen Platz im wirtschaftlichen und politischen Leben Deutschlands einzunehmen hätten. Plötzlich schnappte seine Stimme über und nahm einen schrillen Falsettton an, was bei den Schülern grölendes Gelächter auslöste. Die ganze Zeit über war ich nervös auf meinem Stuhl hin und her gerutscht. Zwar entging auch mir nicht, wie lächerlich diese stocksteife Figur dort auf dem Podium wirkte, doch ich hatte inzwischen gelernt, mich zu beherrschen und nicht mitzulachen, wenn meine Mitschüler ihre Erheiterung hemmungslos Ausdruck verliehen. Mehr als einmal hatte Friede mich für die Sünden der ganzen Klasse bösen lassen. Er erzählte seinen jungen Zuhörern, dass ihnen eine beneidenswerte Zukunft bevorstehe und dass sie in einigen Jahren alt genug seien, in der besten Armee zu dienen, die die Welt je gesehen habe. Die deutsche Wehrmacht biete jungen Männern, die dem Ideal des Führers entsprechen, unbegrenzte Möglichkeiten, sagte er und fügte hinzu, ich weiß, dass ihr mich, solltet ihr einmal dazu auserkoren werden, für euren Führer und euer Vaterland zu kämpfen, darauf verlassen kann, dass ihr euer Bestes geben werdet. Dann fixierte er mich mit einem vernichtenden Blick und sagte, so mancher wird sich jedoch nicht die Ehre verdienen, die Uniform eines deutschen Soldaten zu tragen. Denen kann ich nur einen Rat geben, verschwindet aus Deutschland, solange ihr noch könnt, denn das zukünftige Deutschland wird ein Deutschland von Soldaten und nicht von Feiglingen und Drückebergern sein. Der Führer wird dafür sorgen, dass Deutschland nie wieder zu einer Zufluchtstätte für verräterisches, nicht-arisches Gesindel wie Juden, Neger und andere Außenseiter wird. Adolf Hitler lässt nicht zu, dass sie das edle deutsche Blut schänden und das deutsche Volk um den Lohn seiner schwererrungenen Siege betrügen. Bei dem Wort Neger versuchte ich vergeblich, mich hinter dem Rücken eines Klassenkameraden zu verstecken. Wie auf Kommando hatten alle in der Aula den Kopf nach mir umgedreht, um sich den Jungen genauer anzusehen, den der Schulleiter soeben als Feind des deutschen Volkes gebranntmarkt hatte. Mein Herz klopfte so laut, dass ich fürchtete, es wäre im ganzen Saal zu hören. Mir zitterten die Knie und ich war in Schweiß gebadet. Ich wünschte, der Boden würde sich öffnen und mich verschlucken, damit ich nicht länger den demütigen, den Blicken meiner Mitschüler ausgesetzt war. Doch der Boden verschluckte mich nicht und ich musste die Blicke aushalten. Wie schon so oft hatte Wriede mich in seinem Ärger über das Gelächter der Schüler zum Sündenbock gemacht. Unterdessen beschwor er weiter die Segnungen einer militärischen Laufbahn. Einige von euch werden irgendwann auf dem Felder der Ehre fallen und damit zu den ehrenvollsten Männern im deutschen Staate überhaupt zählen. Zu denen, die von der Vorsehung als würdig erachtet wurden, ihr Leben für unseren geliebten Führer und die Zukunft unseres geliebten Vaterlandes hinzugeben. Mit diesen Gefühlen im Herzen sage ich euch lebe wohl. Lang lebe unser Führer. Lang lebe Deutschland. Eine Woche später fand ich mich mit etwa 20 Klassenkameraden von der Kettnerkampffschule in der neuen Schule Schleidenstraße 11 ein, wo wir auf zwei Klassen verteilt wurden. Ich war nicht mehr das verschüchterte Kind, das sechs Jahre zuvor seinen ersten Schultag an der Kettnerkampffschule angetreten hatte, sondern war inzwischen zu einem selbstbewussten Jungen herangewachsen. Ich verspürte nichts mehr von der Panik, die mich damals erfasst hatte. Stattdessen war ich fast ein wenig großspurig geworden. Trotzdem war ich froh, dass meine Freunde Karl Morell und Fifi Peters mit mir zusammen in eine Klasse kamen. Unser neuer Klassenlehrer war Herr Henry Herbst, ein noch recht junger Mann mit schwarzem Haar, schwarzen, buschigen Augenbrauen, energischem Kinn und markanten Gesichtszügen. Da er dazu neigte, allen Dingen auf den Grund zu gehen und einem zur damaligen Zeit beliebten Groschenheft-Krimi-Helden verblüffend ähnlich sah, nannten seine Schüler ihn hinter seinem Rücken Tom Schark. Der Spitzname war jedoch nicht abfällig, sondern als Kompliment gemeint, denn Herr Herbst galt, wie der literarische Detektiv, als ungemein fairer, sachlicher Mensch, der sein Handwerk verstand. Als es am Ende der letzten Stunde klingelte, barte Herbst mich noch kurz zu bleiben. Ich machte mich schon auf einige Beleidigungen à la Wriede gefasst, sollte aber angenehm überrascht werden. Ich möchte nur etwas ein für allemal klarstellen, begann er. Deine Hautfarbe hat für mich absolut keine Bedeutung. In meiner Klasse wirst du behandelt wie alle anderen. Ich habe deine Zeugnisse gesehen und weiß, dass du ein guter Schüler bist. Wenn du weiterhin fleißig arbeitest und dich gut benimmst, müssten wir eigentlich gut miteinander auskommen. Ich versicherte ihm, dass ich mein Bestes geben würde und er schüttelte mir die Hand und ließ mich gehen. In den fast zwei Jahren, die er mein Lehrer war, hielt er sein Wort. Er kam nie wieder auf meine Hautfarbe zu sprechen und machte auch nicht die leiseste Andeutung, dass sie für ihn irgendeine Rolle spielte. Auch die Eingewöhnung in meine neue Klasse verlief reibungslos. Zwar erregte meine Erscheinung wie immer große Neugier, vor allem während der Pausen auf dem Schulhof, doch ich wurde niemals provoziert. In den ersten Wochen blieben wir Jungen von der Kettnerkamp-Schule überwiegend unter uns. Doch schon bald schlossen wir neue Freundschaften, sodass die Grenzen zwischen den Neulingen und den alten Hasen immer mehr verwischten. Kurz nach meinem Wechsel auf die neue Schule machte ich eine bedeutsame Entdeckung, genauer gesagt eine Wiederentdeckung. Mädchen. Seit ich zur Schule ging, waren Mädchen für mich fast unsichtbar gewesen. Sie waren einfach da, auf der anderen Seite des Schulhofes und weder ich noch meine Altersgenossen schenkten ihnen irgendwelche Beachtung. Mit einem Mal änderte sich das. Ohne dass es einen bestimmten Auslöser gegeben hätte, waren Mädchen von heute auf morgen für uns das Thema an sich. Zwar stellte das nach Geschlechtern getrennte Schulsystem noch immer eine unsichtbare Schranke zwischen Jungen und Mädchen da, doch wir aus der siebten Klasse waren uns plötzlich unserer weiblichen Pendants im Mädchenflügel der Schule nicht nur deutlich bewusst, sondern fühlten uns auch zu ihnen hingezogen. So wie die Mädchen kicherten und uns aufmunternde Blicke zuwarfen, konnte kein Zweifel daran bestehen, dass das Gefühl auf Gegenseitigkeit beruhte. Unser frisch erwachtes Interesse an Mädchen bekundeten wir auf ganz unterschiedliche Weise. Entweder verhielten wir uns laut und ausgelassen, gaben mit irgendwelchen Kunststücken an oder rauften miteinander. Bei unseren Kämpfen ging es jedoch nicht darum, die Zuneigung eines bestimmten Mädchens zu gewinnen, sondern sie waren nur ein Mittel, um auf uns aufmerksam zu machen. Eine etwas unauffälligere und weitaus wirkungsvollere Methode, unser Interesse am anderen Geschlecht zu signalisieren, war der Austausch von Briefchen, die von Boten wie mir heimlich überbracht wurden. Da solche Leute wie Wriede und Duttke mir unmissverständlich klargemacht hatten, dass jemand wie ich sich niemals mit einem deutschen Mädchen einlassen dürfte, begnügte ich mich damit, meine amorösen Bedürfnisse dadurch zu stillen, dass ich bei verschiedenen Pärchen als Vermittler und Vertrauter fungierte. Wie Cyrano de Bergerac gab ich einem Freund Ratschläge, wie er die Zuneigung eines Mädchens gewinnen konnte, ohne mir anmerken zu lassen, dass ich in die Betreffende genauso verknallt war wie er, wenn nicht noch mehr. Immerhin bot mir das einen Vorwand, meiner Angebeteten nahe zu sein, ohne das Risiko einzugehen, von ihr zurückgewiesen zu werden oder mir von Erwachsenen, vielleicht den Eltern des Mädchens, anhören zu müssen, dass ich nicht genehm war. Ein neues Hobby Für meine Altersgenossen gab es nichts Wichtigeres und Faszinierenderes als Fußball. Alle Jungen in meiner Klasse waren fußballvernarrt und wer selbst kein guter Fußballer war, machte das Defizit dadurch wett, dass er ein begeisterter Zuschauer und Fußballfan war. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund war ich weder das eine noch das andere. Ich war ein guter Leichtathlet, aber hinter einem Ball her zu jagen oder anderen dabei zuzusehen, interessierte mich einfach nicht. Und diese Gleichgültigkeit machte mich in einer Stadt, die geradezu für Fußball lebte, genauso zu einem Außenseiter wie meiner Hautfarbe. Dass es mich kalt ließ, ob der HSV gewann oder verlor, war gleichbleibend mit Hochverrat. Für mich war Fußball und alles, was dazu gehörte, einfach nur langweilig. Aus diesem Grunde betrachteten mich meine Klassenkameraden, wenn es um Fußball ging, berechtigterweise als Flasche und es war ihnen am liebsten, wenn ich nicht in ihrer Mannschaft spielte. Da ich aber Sport im Allgemeinen liebte, hatte ich das starke Bedürfnis, eine Sportart zu finden, die mich genauso begeisterte wie meine fußballspielenden Freunde und die mir die dringend benötigte Anerkennung verschöpfte. Eines Tages, ich war etwa zwölf Jahre alt, ging ich mit einigen Freunden von der Schule nach Hause, als uns ein junger, sportlich wirkender Mann ansprach, den man als gut aussehend hätte bezeichnen können, wenn er nicht eine viel zu breite, platte Nase gehabt hätte. Er stellte sich als Rudi vor und sagte, er sei Trainer in einem Amateur-Boxverein in Bramfeld. Dann wollte er wissen, ob wir uns für Boxen interessierten und ob wir nicht Lust hätten, mal beim Training seiner Nachwuchsmannschaft zuzusehen. Falls es uns gefiel, könnten wir dem Verein beitreten. Ich war sicher, dass der Trainer nicht mich meinte, da ich zu der Zeit bereits wusste, dass sämtliche Sportvereine in Deutschland dem NS-Ministerium für Sport unterstanden. Mein so verheerend gescheiterter Versuch, Hitlerjunge zu werden, hatte mir sämtliche Hoffnungen genommen, jemals von irgendeiner Organisation mit offenen Armen aufgenommen zu werden. Aber als ich schon weitergehen wollte, da ich ohnehin gleich zu hören bekommen würde, dass der Verein keine Nicht-Aria-Aufnahmen sprach der Trainer mich direkt an. Wenn du zu uns kommst, könnte ich einen sehr guten Boxer aus dir machen, sagte er. Ich wollte meinen Ohren nicht trauen, aber ich sagte trotzdem sofort zu. Kommt zum neuen Schützenhof, sagte Rudi. Wir trainieren jeden Dienstag und Freitagabend und jeden Sonntagvormittag. Wir fünf versprachen zu kommen, vorausgesetzt natürlich unsere Eltern würden es erlauben. Wie ich mir gedacht hatte, war meine Mutter nicht gerade begeistert, aber sie gab mir trotzdem ihren Segen. Sobald du einen Schlag abbekommst, der richtig wehtut, hörst du sowieso wieder auf, prophezeite sie. Meine Mutter kannte mich gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Die Trainingshalle, die sich in einem heruntergekommenen, umgebauten Schankraum des ehemaligen Schützenhofes befand, war 15 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Als wir dort eintrafen, waren etwa 30 Männer und Jungen, etliche davon in unserem Alter, mit den verschiedensten Aktivitäten beschäftigt. Neben wirbelnden Sprengseilen hörten wir das blitzschnelle Aufprallen der Lederhandschuhe zweier Männer beim Sparringskampf im Ring, während andere auf ein Arsenal von schweren Sandsäcken und Punchingbällen einschlugen, die von der Decke hängen. Rudi, ein ehemaliger Amateur-Leichtgewichtschampion, der von Beruf Elektriker war, entpuppte sich als gestrenger Lehrmeister. Doch er war ein gütiger und einfühlsamer Freund, der in uns die Liebe zum Boxen weckte und uns die Bedeutung von echter Fairness klar machte. Von ihm lernte ich, dass es nichts Niedrigeres gab, als den Schlag unter die Gürtellinie, in die Nieren oder auf einen am Boden liegenden Gegner. Vor jedem Sparringskampf mussten wir uns die Hände schütteln und uns hinterher kameradschaftlich umarmen. Ich mache aus dir einen deutschen Juniorenmeister, versprach Rudi. Mach du einfach nur so weiter wie bisher und überlass alles Übrige mir. Der Gedanke, dass ich vielleicht eines Tages in die Fußstapfen meines großen Helden Joe Louis treten könnte, der gerade seinen Bezwinger von vor zwei Jahren Max Schmeling besiegt hatte und neuer Weltmeister im Schwergewicht geworden war, spornte mich ungeheuer an. Als ich in der Schule und in meinem Viertel allmählich herumsprach, dass ich ein veritabler Faustkämpfer geworden war, verbreitete sich die Überzeugung, dass es klüger war, sich nicht mit mir anzulegen. Ein merkwürdiger Zufall wollte es, dass die Nazis, kurz nachdem ich dem Boxverein beigetreten war, Boxen zum festen Bestandteil des Sportlehrplans an allen Schulen machten, da sie überzeugt waren, dass Boxen den Charakter festige und das Selbstvertrauen stärke zwei Eigenschaften, die sie den jungen deutschen Männern einflüssen wollten. Als die ersten Boxstunden an meiner Schule erteilt wurden, von einem Lehrer, der zuvor einen Schnellkurs absolviert hatte, war ich bereits ein recht erfahrener Amateurboxer. Da man im Land der Blinden als einäugiger König ist, wurde ich sogleich als Boxstar bejubelt. Häufig bat mich der Lehrer, verschiedene Boxtechniken vorzuführen und hin und wieder veranstaltete er Schaukämpfe, in denen ich gegen eine ganze Reihe von Gegnern antreten musste. Da meine Sparringspartner alle unerfahren waren, hatte ich Gelegenheit, gefahrlos mein Können unter Beweis zu stellen. Doch nachdem ich einige Wochen in meinem neu gewonnenen Ruhm baden durfte, teilte mir der Lehrer mit, dass er die Schaukämpfe einstellen müsse, weil sie nicht zum Lehrplan gehörten. Das war sicher nicht der wahre Grund. Bestimmt hatten einige seiner Kollegen die Befürchtung, dass es eine falsche Botschaft vermitteln könnte, wenn mir als Nicht-Arier-Gelegenheit geboten wurde, in einem so beliebten Sport wie Boxen meine Überlegenheit zur Schau zu stellen. Doch inzwischen war mein Ruf als bester Boxer der Schule fest etabliert und daran sollte sich auch bis zum Ende meiner Schulzeit nichts mehr ändern. Im Boxverein musste ich mir dagegen meine Sporen sehr viel härter verdienen. Rudi ließ mich ständig in den Ring steigen und ich musste gegen Jungen antreten, die sowohl schwerer waren als ich, als auch eine größere Reichweite besaßen. Auf diese Weise lernte ich, mir meine Schnelligkeit und die guten Reflexe zunutze zu machen, denn ich konnte mich blitzartig ducken oder zur Seite ausweichen, bevor meine Gegner einen Schlag landeten. Manchmal aber ließ mich meine Reaktionsschnelligkeit im Stich und ich handelte mir eine blutige Nase, eine gesprungene Lippe, ein blaues Auge oder einen ausgerenkten Kiefer ein. Ganz allmählich entwickelte ich eine Gewandtheit, die es meinen Gegnern im Ring unmöglich machte, einen gezielten Schlag zu landen. Aber ich blieb dem Boxen nicht nur deshalb treu, weil ich fürchtete, als Drückeberger abgestempelt zu werden. Nein, ein weiterer Grund war der, dass die Atmosphäre im Bramfelder Boxverein seltsamerweise frei war von der Nazi-Ideologie, die alles andere zu durchdringen schien, eine apolitische Insel in einem Meer von Hitler-Fanatismus. Es waren einfache Leute aus der Arbeiterschicht, die einander wirklich mochten und akzeptierten, mich eingeschlossen. Wenn meine Rassenzugehörigkeit zur Sprache kam, was ganz selten der Fall war, dann nur, weil sie als ein beneidenswertes Plus betrachtet wurde. Die meisten aus meiner Mannschaft waren wie Rudi der Überzeugung, dass die afrikanischen Gene meines Vaters einen ausgesprochenen Vorteil im Ring bedeuteten. Obwohl ihre Ansicht natürlich einem Klischee entsprach, war ich nicht gekränkt, da ich das Gleiche dachte. Ich wusste zwar nicht, ob mein Vater sportlich war, aber ich war überzeugt, dass ich mein Boxtalent ihm zu verdanken hatte. Als ich 14 Jahre alt wurde, fand Rudi, dass ich so weit war, an der Landesmeisterschaft teilzunehmen. Es war daher ein großer Schock für ihn wie für mich, als meine Anmeldung beim Reichssportverband mit dem alten Schreckgespenst abgelehnt wurde, nicht Aria. Ich hätte das schon so oft gehört und wusste, dass jeder Widerspruch aussichtslos war, aber Rudi weigerte sich, die Ablehnung so einfach zu schlucken. Ohne Zögern setzte er einen Brief an die höchste Sportautorität im Lande auf, Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten. Wie er mir erzählte, kannte er jemanden mit guten Beziehungen, der schon dafür sorgen würde, dass der Reichssportführer den Brief persönlich las. In seinem Brief erläuterte Rudi, dass ich mich durch große Fairness ausgezeichnet hätte und ein herausragendes Boxtalent sei und dass ich, wenn mir Gelegenheit gegeben würde, an der Meisterschaft teilzunehmen, nicht nur den Titel deutscher Jugendmeister im Federgewicht gewinnen, sondern auch meinem Verein und dem Boxsport im Allgemeinen große Ehre einbringen würde. Am Schluss des Briefes appellierte er an den Sportsgeist und die Fairness des Reichssportführers. Ich weiß nicht, ob von Schammer und Osten Rudis Brief je zu Gesicht bekam, aber Rudi erhielt nie eine Antwort. Als sich der Anmeldeschluss für das Meisterschaftsturnier bedrohlich näherte, wurde ein anderer, ein Junge, den ich beim Training schon häufig durch den Ring gejagt hatte, statt meiner auserkoren. Einige Wochen später musste ich zu meinem Verdruss erleben, wie mein Stellvertreter im Verein als Held gefeiert wurde, als er mit seinem frisch errungenen Meistertitel zurückkehrte. Mir war zwar klar, dass es nicht seine Schuld war, dass ich vom Turnier ausgeschlossen worden war, aber ich hegte trotzdem einen tiefen Groll gegen ihn, weil er in meinen Augen etwas hatte, das rechtmäßig mir gehörte. Ich konnte es daher kaum erwarten, dem neuen Boxmeister im Ring gegenüber zu stehen, wenn auch nur beim Training, um ihm zu beweisen, dass er nur dem Namen nach Champion war. Als es soweit war, stürzte ich mich mit unbändiger Heftigkeit in den Kampf und traktierte ihn mit Schlägen, sodass er bald mit blutender Nase in die Seile tammelte. Selbst als Rudi mir zurief, ich sollte aufhören, ließ ich nicht ab, als gelte es, meinen Todfeind zu bezwingen. Schließlich musste Rudi in den Ring steigen und mich von meinem arg lädierten Gegner wegzerren. Ich bedauere, was ich über deine Fairness geschrieben habe, schrie Rudi in unverholener Empörung. Hör mir bloß auf mit Fairness, schrie ich zurück, zog meine Handschuhe aus und verließ die Trainingshalle mit dem festen Entschluss, nie wiederzukommen. Der Krieg kommt nach Hamburg Am 1. September 1939 wurde die Nachricht, dass Hitler den Angriff auf Polen befohlen hatte und deutsche Truppen in unser Nachbarland eingefallen waren, von mir und meinen Mitschülern mit offener Begeisterung aufgenommen. In unserem jugendlichen Patriotismus, der durch Berichte der perfiden Goebbelschen Propagandamaschinerie über Provokationen der Polen gegen dort ansässige Deutsche sorgfältig genährt worden war, fanden wir es höchste Zeit, dass Deutschland den Polen einmal zeigte, dass Deutsche sich nicht herumschubsen ließen. Wir bedauerten nur, dass wir mit 13 noch zu jung waren, um selbst dabei zu sein und dass der Krieg längst vergessen sein würde, wenn wir ins waffenfähige Alter kamen. Und so beneideten wir Herrn Henry Herbst, als der uns eines Tages verkündete, dass er zum Militärdienst eingezogen worden sei. Einige Wochen später besuchte er uns nach seiner Grundausbildung, um sich stolz mit Bürstenhaarschnitt und in Soldatenuniform zu präsentieren. Als er dann lustige Anekdoten über seine Eingewöhnung an das Leben beim Militär zum Besten gab, hätte sich niemand von uns vorstellen können, dass weder Herr Herbst noch die meisten aus unserer Klasse den Krieg überleben würden. Als Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg erklärten, fanden wir Kinder das naiverweise aufregend. Schon bald ersetzten wir unsere Sportidole durch Kriegshelden, wie beispielsweise den U-Boot-Kommandanten Günther Prien, der das britische Schlachtschiff Royal Oak mit über 800 Mann Besatzung in der Bucht von Scapa Flow versenkte oder die Jagdflieger Werner Mölders und Adolf Galland, deren Abschusszahlen von der Presse täglich wie Fußballergebnisse gemeldet wurden. Jede Radio-Sondermeldung über einen weiteren deutschen Sieg wurde von einer schmetternden Fanfare begleitet und endete mit dem von einem Militärkorps intonierten beliebten Marschlied, denn wir fahren gegen England, das den Eindruck erweckte, als wäre es ein Riesenspaß, im Kreuzzug gegen England zu kämpfen und zu sterben. Der deutsche Luftschutz startete ein gewaltiges Programm zum Bau von öffentlichen Luftschutzräumen. Schon bald war Hamburg förmlich übersät mit Betonbunkern. Weitere Maßnahmen, um die Bevölkerung auf etwas vorzubereiten, das laut Göring nie passieren würde, waren die Verteilung von Gasmasken und Feuerschutzübungen für Zivilisten, bei denen wir mit aufgesetzter Gasmaske durch ein großes mit Gas gefülltes Zelt gehen und ein kleines Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpfen mussten. Trotz dieser Luftschutzmaßnahmen teilten viele Leute Görings Optimismus hinsichtlich der deutschen Luftwaffe, die in der Lage sein sollte, uns vor Angriffen zu schützen. Ihr Vertrauen wurde jedoch bald enttäuscht. Am 18. Mai 1940 kamen bei einem britischen Luftangriff auf Hamburg 34 Menschen ums Leben. Zunächst jedoch wurde Hamburg nur relativ selten bombardiert, so selten, dass jedes Mal, wenn ein Gebäude getroffen wurde, zahllose Neugierige, darunter auch ich, zum Schauplatz eilten und die Zerstörungskraft einer Springbombe bestaunten. Während dieser Ruhe vor dem Sturm erfuhr ich, dass Tante Möller im Alter von 72 Jahren gestorben war. Ich war sehr traurig, denn Tante Möller war für mich wirklich die Großmutter gewesen, die ich nie gehabt hatte. Als die Luftangriffe zunahmen, wurden wir nachts immer öfter von heulenden Sirenen geweckt. Wie Esel bepackt mit Koffern, in denen wir unsere kostbarsten und unentbehrlichsten Habseligkeiten verstaut hatten, gingen meine Mutter und ich mit unseren Nachbarn zum nächsten Luftschutzraum, der sich ein Stück die Straße hinunter befand. Im Gegensatz zu den Hochbunkern handelte es sich bei unserem Luftschutzraum, der rund 100 Menschen Platz bot, um einen massiv verstärkten Keller unter der alten dreistöckigen Waffelfabrik, die schon längst nicht mehr in Betrieb war. In dem Keller standen Holzbänke und matratzenlose Etagenbetten an den Wänden. Er hatte drei Räume und war mit mehreren großen handgetriebenen Luftpumpen ausgestattet, mit denen verbrauchte Luft nach draußen und Frischluft hereingepumpt werden konnte. Dieses Hörbuch wird auf der nächsten CD fortgesetzt. Lehrzeit An dem Tag, als mir Herr Grimmelshauser, mein Lehrer in der vierten Klasse, mit einem Ausdruck des Bedauerns eröffnete, dass ich trotz meiner guten Zeugnisse nicht auf die Oberrealschule oder das Gymnasium durfte, weil ich nicht Aria war, bedeutete das im Grunde, dass mir der Zugang zu einer höheren Ausbildung verschlossen bleiben würde. In Hitler-Deutschland waren weiterführende Schulen nur solchen Schülern vorbehalten, die sich in der Volksschule besonders hervorgetan hatten und zudem in der Hitlerjugend waren. Wenn ein Schüler nicht zum Gymnasium oder nach Ende der Volksschule zum sogenannten Oberbau zugelassen wurde, hatte er praktisch keine Möglichkeit mehr, dieses Manko zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie auszugleichen. Diesen Schülern standen somit nur noch zwei Alternativen offen, eine dreijährige Lehre zu absolvieren oder sich den Rest ihres Lebens als schlecht bezahlte, ungelernte Arbeiter zu verdingen. Dass mir eine anspruchsvollere berufliche Zukunft verwehrt wurde, machte meiner Mutter zum damaligen Zeitpunkt mehr aus als mehr. Sie hatte sich immer vorgestellt, dass ich mal Ingenieur werden würde. Doch jetzt, da mir diese Laufbahn versperrt war, schlug sie vor, dass ich eine Lehre als Bauschlosser machen sollte, was ihrer Meinung nach einem Ingenieur am nächsten kam. Als Lehrling erhielt man damals kein Gehalt, nur ein symbolisches wöchentliches Taschengeld. Das bedeutete, dass meine Mutter mich nach den acht Jahren Volksschule noch weitere drei Jahre mit durchfüttern musste. An einem Montag im April 1940 trat ich in einem nagelneuen noch steifen Blaumann meine dreijährige Bauschlosserlehre bei der Lindner AG auf der Bramfelder Straße an. Auch für drei weitere Lehrlinge war es der erste Tag. Heinz Scheel, ein sanfter Bursche mit der Statur eines Gewichtshebers, Ingolf Dieter, der schlagsige, gutmütige Sohn eines ranghohen Polizeibeamten und Lisa Röhling, ein natürliches Mädchen von nebenan, das Buchhalterin werden wollte. Nachdem Meister Neumann uns Jungen in seinem Büro begrüßt hatte, nahm er uns mit in die Werkhalle, wo von großen Maschinen ein ohrenbetäubender Lärm auf uns einstürzte und aus allen Richtungen Blitzstrahlen von Schweißbrennern unsere Augen blendeten. Nicht in das Licht gucken, warnte Meister Neumann uns, das schade den Augen. Nicht weniger unangenehm war der dichte Rauch, der durch die Werkhalle waberte und das Atmen erschwerte. Meine erste Reaktion war tiefes Bedauern auf meiner Berufswahl. Was hatte ich mir da bloß angetan? Wieso musste ich mir ausgerechnet eine so gefährliche feindselige Umgebung aussuchen, wo ich bis ans Ende meines Arbeitslebens würde ausharren müssen? Wieso war ich nicht so schlau gewesen wie mein Freund Fifi Peters, der am selben Tag in einem makellosen Frack seine Kellnerlehre in dem eleganten Ratzweinkeller im Hamburger Rathaus antrat? Aber mir war klar, dass meine Reue zu spät kam, und ich beschloss, das Beste aus meiner Situation zu machen, statt in Selbstmitleid zu baden. Ich tröstete mich auch mit dem Gedanken, dass mein Freund Karl Morell sich für eine Lehre als Schmied entschieden hatte, was in meinen Augen noch unangenehmer war. Meister Neumann, ein großer Mann in Drahtkäfig, in dem eine lange Werkbank mit vier Schraubstücken stand. An der Wand über der Werkbank hing ein großes Plakat, auf dem ein blonder Siegfried-Typ mit aufgekrempelten Ärmeln und dicken Muskeln mit einem schweren Hammer in der rechten Hand abgebildet war. Arbeit Adelt, verkündete das Plakat in großen Lettern vor dem Hintergrund einer Hakenkreuzfahne. Als Lehrlinge im ersten Jahr waren wir die reinsten Laufburschen und man brachte uns bei, die vertraglich abgesegneten Sklavendienste, die wir einem Haufen ordinärer und häufig ausfallender Gesellen und einem Meister ohne Mitgefühl zu leisten hatten, als Teil einer natürlichen und unveränderlichen Weltordnung zu betrachten. Da wir diesen zumeist unflätigen und ungehobelten Arbeitern unterstellt waren, die ohne Ausnahme und ungeachtet ihres Alters eine kindische Vorliebe für obszönen Humor an den Tag legten, hatten wir Lehrlinge keine andere Wahl, als schnell erwachsen zu werden, wenn wir es in diesem ungesunden Klima aushalten wollten. Die Gesellen schienen es für ihre heiligste Pflicht zu halten, uns Anfängern bei jeder sich bietenden Gelegenheit und derer gab es viele, unmissverständlich klarzumachen, dass wir unfähige Schwachköpfe seien und eine Schande für unser Handwerk. Das einzig Verachtung entgegenbrachten und dass ich, mit Ausnahme eines einzigen üblen Zwischenfalls, wegen meiner Hautfarbe nur selten schlechter behandelt wurde als die anderen. Da wir Lehrlinge den Mund zu halten hatten, gestaltete sich die Kommunikation zwischen uns und den Gesellen als ziemlich einseitig und beschränkte sich im Großen und Ganzen auf die Arbeit. Doch indem ich den Mund geschlossen und Augen und Ohren offen hielt, bekam ich bald mit, was die Gesellen für eine politische Einstellung hatten. Obwohl sie sich hüteten, es offen auszusprechen, ließen ihre zynischen Bemerkungen nach jeder Rundfunkmeldung der Regierung keinen Zweifel daran, dass sie keine Anhänger Hitlers und des NS-Regimes waren. Die Royal Air Force flog immer häufiger Vergeltungsangriffe gegen deutsche Städte und mittlerweile waren ausgebombte Häuser in Hamburg war der Anblick von prominenten Nazis in zerbombten Städten und ich hörte viele Leute darüber murren, dass Hitler selbst sich nie vor Ort blicken ließ, wo doch schon allein seine Anwesenheit den Menschen, die alles verloren hatten, neuen Mut gegeben hätte. Erst nach dem Selbstmord Hitlers wurde bekannt, dass er, aus welchen Gründen auch immer, Hamburg, die zweitgrößte Stadt des Landes, während des Krieges Gegen Ende meines zweiten Lehrjahres war es für mich zur Normalität geworden, so hart und so lange zu arbeiten wie ein Erwachsener. Doch selbst unter diesen anstrengenden Bedingungen hatte mein Leben auch angenehme Seiten. Jeden Abend nach der Arbeit machte ich wie tausende andere junge Burschen eine erstaunliche Wandlung durch. Aus den ölverschmierten und schmutzstarrenden Arbeitern wurden penibel frisierte, manikürte und schick mit jeder Wandlung ließen wir die Welt der Maschinen des Drecks und der Plackerei hinter uns und betraten das Fantasiereich der Swingboys, einer nicht eingetragenen, nicht organisierten und führerlosen Gemeinschaft. Die Swingboy-Bewegung, wenn man sie so nennen wollte, rekrutierte sich zwar hauptsächlich aus der Arbeiterschaft, hatte aber praktisch in allen gesellschaftlichen Schichten ihre Anhänger. Ähnlich wie die Punker der 80er-Jahre empfanden die Swingboys zu rebellieren, in unserem Fall also gegen die Reglementierung durch die Nazis. Ebenso wie die Punker hatten wir weder eine politische Überzeugung noch ein Programm. Aber im Gegensatz zu den Grunge-Punkern waren wir übertrieben ordentlich und kleideten uns städtisch elegant. Unsere unerklärten Ziele waren es, unsere Establishment feindliche Haltung auszudrücken, jedoch ohne uns dadurch Ärger mit der Gestapo einzuhandeln, so oft wie möglich Jazz zu hören, unsere Lieblingsmusik, die von den Nazis als Negermusik verboten worden war und schließlich Eindruck bei den Mädchen zu machen. Swingboys scheuten keine Mühen, wenn es darum ging, das genaue Gegenteil der NS-Jugend zu verkörpern. Das bedeutete unter anderem, dass wir die Haare nicht militärisch kurz, wie in der HJ, sondern lang und mit Koteletten trugen. Ich hatte das Problem, dass mein Haar so unglaublich widerspenstig war. Erst mit Hilfe ungeheurer Mengen Pomade fügte es sich dem Vorgeschriebenen über dem Kragenstil der Swingboys. Die Koteletten stellten mich vor noch größere Probleme. Wie oft ich mich auch vor den Ohren rasierte, die Partie blieb so haarlos wie ein Kinderpopo. Dieser offensichtliche Makel wurde jedoch dadurch, dass mir bereits ein Schnurrbart wuchs, um den mich viele beneideten, wettgemacht. Er war zwar nicht gerade üppig, aber immerhin mit bloßem Auge zu erkennen. Unser großes Vorbild war Johannes Und wie er trugen wir zweireihige Jacketts, weitausgestellte Hosen, die fast unsere Schuhe verdeckten, gestärkte Hemdkragen, marineblaue taillierte Mäntel, Homburger und die ultimative Eleganz weiße Seidenschals. Nie kam es uns in den Sinn, dass wir pickelgesichtigen, flaumwangigen, pubertierenden Jungen nicht wie Hesters aussahen, sondern eher wie Hesters Karikaturen. Da Tanzmusiker ganz weit oben auf der Prestigeskala der Swingboys standen, hatte ich beschlossen, meinem Image und meinem Ego etwas Gutes zu tun, indem ich den zweiten Versuch unternahm, ein Musikinstrument zu lahmen. Eines Tages fiel mein Blick zufällig auf eine silberglänzende Trompete im Schaufenster eines Musikgeschäfts und es war Liebe auf den ersten Blick. Ich plünderte meine Ersparnisse und das Instrument wechselte den Besitzer. Bei meiner Suche nach einem Lehrer stieß ich auf das Vermehren Konservatorium, eine private Musikschule, die Trompetenunterricht zu einem Preis anbot, den ich mir leisten konnte. Ich machte mich mit Feuereifer an die Sache, doch obwohl ich mir redliche Mühe gab, schaffte ich es nicht, die richtige Mundstellung hinzukriegen, die nötig ist, um einem Blasinstrument Musik zu entlocken. Mein Lehrer, ein Mann mit dunkelbraunem Wallerhaar, buschigem Braun und einer kräftigen Kinnlade, beschloss nach gründlicher Inspektion meine Trompete, dass meine Lippen dafür verantwortlich seien. Ich denke, sie sind etwas zu voll zum Trompeteblasen, sagte er. Vielleicht solltest du ein anderes Blasinstrument nehmen, zum Beispiel die Klarinette. Da spielt die Lippengröße nicht so eine Rolle. Als ich ihn darauf hinwies, dass der bekannte Louis Armstrong auch nicht gerade dünnlippig sei, erwiderte er, dass die Geräusche, die Setschmo seinem Instrument entlockte, auch nicht gerade Musik seien. Damit fanden meine Trompetenstunde am Vermeeren Konservatorium ihr Ende, und ich beschloss, mich autodidaktisch weiterzubilden. Zum Leidwesen unserer Nachbarn übte ich ohne Unterlass. Zwar wurde trotz meiner Bemühungen aus mir nicht gerade ein Louis Armstrong, aber ich machte so große Fortschritte, dass einige meiner Freunde aus der Nachbarschaft meinten, ich würde mich schon richtig gut anhören. Zentrum der Swingboy-Szene in unserer Gegend war das Café König, ein großer Nachtclub, in dem eine flotte Kombo spielte, die sich aus Tenorsaxophon, Klavier, Schlagzeug und Bass zusammensetzte. Jugendlichen unter 18 Jahren war das Betreten von Nachtclubs strengstens verboten, doch meine Freunde und ich wollten keinesfalls noch weitere drei Jahre warten. Folglich war es jedes Mal aufregend und spannend, wenn wir ins Café König gingen, denn wir mussten irgendwie an Herrn Wilhelm König vorbeikommen, dem Besitzer des Ladens. König war ein angesehenes Mitglied der NSDAP und trug das Parteiabzeichen am Revier. Als ehemaliger Ringer fungierte der gedrungene, aber ungemein muskulöse König auch als Rausschmeißer und nachdem ich einmal mit angesehen hatte, wie er ganz allein rund ein Dutzend Störenfriede nach draußen beförderte, wusste ich, dass mit ihm nicht zu spaßen war. Doch obwohl er regelmäßig etliche Jungen und Mädchen abwies, nachdem er ihre Ausweise überprüft hatte, drückte er bei mir immer ein Auge zu. Außerdem hörte er stets weg, wenn die Band auf Drängen der Gäste hin ein paar verbotene Jazz-Titel spielte. Wer von den falschen Leuten dabei erwischt wurde, dass er Jazz spielte, konnte verhaftet und im Wiederholungsfall sogar im Osten an die Front geschickt werden. Das Leben als Swingboy war auch deshalb so spannend, weil es naturgemäß immer wieder zu Reibereien mit der Hitlerjugend kam. Es verging kaum eine Woche, ohne dass eine Hj-Streife, die aus zehn bis zwanzig uniformierten jungen Männern bestand, in einem unserer Stammlokale auftauchte. Sie riegelten meist unauffällig die Ausgänge ab und gingen dann systematisch von Tisch zu Tisch um die Haarlänge der männlichen Gäste zu kontrollieren. Die Swingboys mit der längsten Haarpracht wurden nach draußen beordert und dann unter Bewachung irgendwo hingebracht, wo einige Friseure ihnen den Haarschnitt ihres Lebens verpassten. Da es einen unausgesprochenen Zusammenhang zwischen langen Haaren und einer nazifeindlichen Haltung gab, trugen diejenigen, die zwangsgeschoren worden waren, ihre Kahlheit wie eine Tapferkeitsmedaille. Wir höchsten Preis bezahlt hatten. Die Hamburger Swingboy Bewegung war sicherlich harmlos und stellte für den NS-Staat eher ein Ärgernis als eine Bedrohung dar. Dennoch war die Gestapo von den vielen dandyhaften Jugendlichen alles andere als angetan. Bis zum Ende des Krieges wurden angeblich rund 400 Swingboys in der Stadt verhaftet, von denen ca. 70 ins Konzentrationslager kamen. Gretchen Trotz meiner vielversprechenden frühkindlichen Begegnungen mit dem anderen Geschlecht wurden meine Beziehungen zu Frauen immer spärlicher, je älter ich wurde. Als ich 14 war, hatte ich so gut wie keinen Kontakt mehr zu Mädchen aus der Nachbarschaft und musste mich stattdessen mit Tagträumen und heimlichen Fantasien begnügen. Angefangen hatte diese frustrierende Entwicklung mit einem vier Jahre zurückliegenden Ereignis. Damals teilte Herr Duttke der Klasse mit, dass es Nicht-Ariern wie eurem Klassenkameraden Hans-Jürgen nach den Nürnberger Rassengesetzen untersagt sei, Umgang mit deutschen Frauen zu pflegen oder sie zu heiraten. Zweck dieses Verbotes, so erklärte Herr Duttke mit kaum verhohlenem Vergnügen, sei die Unterbindung von Rassenschande, bei der edles arisches Blut mit minderwertigem nicht-arischen Blut vermischt werde. Eine solche Verwässerung könne letztlich den Untergang des deutschen eigentlich mehr darüber, mal wieder als Paradebeispiel des minderwertigen Nicht-Arias herhalten zu müssen und weniger über die Mitteilung, dass ich keine deutsche Frau heiraten dürfte. Ich war zehn Jahre alt und heiraten stand nun wirklich nicht ganz oben auf meinem Wunschzettel. Aber als ich in die Pubertät kam und Mädchen immer wichtiger für mich wurden, nahmen Duttkes Worte eine ganz neue, unangenehme Bedeutung an. Meine Angst, gegen das Gesetz zu verstoßen, war jedoch nur die eine Seite des Problems. Wenn es um das andere Geschlecht ging, hielt ich mich nämlich für ein hässliches Entlein. Selbst wenn es kein Gesetz gegen Rassenschande gäbe, welches Mädchen, das halbwegs bei Trost war, wollte sich wohl mit jemandem wie mir einlassen. Da ich fest davon überzeugt war, dass ich kein Mädchen je für mich interessieren könnte, außer vielleicht rein platonisch, ließ ich mir niemals anmerken, wenn mir einige fiel, ganz gleich, wie gern ich sie hatte. Auf diese Weise meinte ich, mir eine beschämende Zurückweisung zu ersparen, die meiner Ansicht nach so sicher war wie das Arm in der Kirche. Die Situation änderte sich erst, als ein großes, schlankes und ausgesprochen hochnäsiges Mädchen mit zarten Gesichtszügen in unserer Nachbarschaft in unserer Nachbarschaft auftauchte. Ihr Name war Gretchen Jan. Ich sah sie, als sie, ihr kleiner Bruder Ingmar und ihre Mutter in eine Wohnung ein paar Häuser weiter auf unserer Straße einzogen und von Stund an war es um mich geschehen. Dennoch hätte ich nie zu hoffen gewagt, sie jemals kennenzulernen. Die Jans, so erzählte man sich in der Nachbarschaft, hatten zuvor in einer besseren Wohngegend gelebt. Doch nachdem Frau Jans Ehe mit einem höheren Polizeibeamten gescheitert war, mussten sie sich an einen bescheideneren Lebensstil gewinnen, was Frau Jan jedoch nicht daran hinderte, ziemlich arrogant aufzutreten. Sie beschränkte den Kontakt zu ihren Nachbarn auf ein Minimum und hielt ihre Kinder offensichtlich erfolgreich dazu an, das Gleiche zu tun. Jedenfalls würdigten Gretchen und ihr Bruder die Kinder von der Stückenstraße keines Blickes und die zahlten es ihnen mit gleicher Münze heim. Die meisten meiner Freunde hielten Gretchen für überheblich. Außerdem fanden sie sie zu dünn und daher vollkommen unerotisch. Mir war das nur lieb, denn irgendwelche Konkurrenten hätten meine ohnehin schon hoffnungslose Situation nur noch hoffnungsloser gemacht. Für mich war Gretchen das eleganteste und vornehmste Wesen, das ich je gesehen hatte. Und im Vergleich zu ihr sahen die anderen Mädchen aus der Nachbarschaft aus wie plumpe Bauchentrampe. Doch wie immer behielt ich meine Gefühle für mich. Ich wäre wohl bis ans Ende meiner Tage Gretchens stiller Verehrer geblieben, wenn mir nicht eines Tages im Herbst ein glücklicher Zufall zur Hilfe gekommen wäre. Ich war auf dem Nachhauseweg, als ich Gretchen mit einem großen Einkaufsnetz voller Kartoffeln aus unserem Gemüseladen kommen sah. Offensichtlich hatte sie Mühe, die schwere Last zu tragen, doch noch ehe ich ihr meine Hilfe anbieten konnte, fragte sie mich auch schon, ob ich wohl so nett wäre, ihr zu helfen. Was für eine Frage! Ich nahm ihr das Netz ab und wurde mich vorstellen, aber sie unterbrach mich und sagte, ich weiß, wie du heißt, Hans-Jürgen. Woher weißt du das? Ich weiß eine Menge über dich, erwiderte sie. Und dann zählte sie auf, in welche Schule ich ging, dass mein Vater in Afrika lebte, dass meine Mutter und ich in der Stückenstraße 3 wohnten, dass ich Amateurboxer war und so weiter und so weiter. Sie wusste gut Bescheid. Zu ihrer Verblüffung und Erheiterung drehte ich dann den Spieß um und erzählte ihr, was ich alles über sie wusste, dass sie Gretchen hieß und ihr Bruder Ingmar, dass ihr Vater ein hohes Tier bei der Polizei war und dass sie vorher in Uhlenhorst gewohnt hatten, wo sie und ihr Bruder noch immer aufs Gymnasium gingen. Als wir kurz darauf vor ihrer Haustür standen, fragte sie, hilfst du mir noch die blöden Kartoffeln, die Treppe rauftragen? Wieder tat ich nichts lieber als das. Oben angekommen, wollte ich hastig den Rückzug antreten, doch sie bat mich noch zu warten. Ich möchte dich meiner Mutter vorstellen. Und bevor mir eine Ausrede eingefallen war, hatte Gretchen auch schon an die Tür geklopft und Frau Jan öffnete. Danke, dass du Gretchen geholfen hast, Hans-Jürgen, sagte sie freundlich, lächelnd, ohne abzuwarten, bis ihre Tochter mich vorgestellt hatte. Anscheinend hatte auch sie schon von mir gehört. Frau Jan, eine stattliche, bestimmt einmal sehr schöne Frau, war viel netter, als ich erwartet hatte. Gern geschehen, Frau Jan, antwortete ich. Nachdem sie wieder in der Wohnung verschwunden war und ich mich zum Gehen wandte, dankte Gretchen mir für meine Hilfsbereitschaft und dann, was mich völlig überrumpelte, fragte sie, ob ich abends schon etwas vorhätte. Als ich verneinte, schlug sie vor, ob wir uns nicht gegen sieben zu einem Spaziergang treffen könnten. Ohne zu überlegen, sagte ich ja und wir verabredeten uns vor der Kirche zwei Querstraßen weiter. Ich war fast eine halbe Stunde zu früh da und von Minute zu Minute wurde ich nervöser oder besser gesagt panischer. Worüber sollte ich mit ihr reden? Wieso hatte sie sich überhaupt mit mir verabredet? Was, wenn uns jemand sah und daran Anstoß nahm? Worauf ließen wir uns da bloß ein? Ich erkannte plötzlich, wie kompliziert mein Leben werden könnte und wie schlecht ich darauf vorbereitet war. In der Dämmerung sah ich Gretchens schlanke Gestalt näher kommen. Genau in dem Augenblick, als sie bei mir war, schlug die Glocke im Kirchturm sieben. Ein schöner Auftakt für das erste Rendezvous meines jungen Lebens. Bei ihrem Anblick war meine Panik wie weggewischt und schon bald plauderten wir ungezwungen über alles, was uns in den Sinn kam. Unsere Hobbys, unsere Vorlieben und Abneigungen, unsere Lehrer und die Leute aus der Nachbarschaft. Sie erzählte mir, dass sie die anderen Jungens nicht mochte, weil sie grob und ungerubelt seien. Ich dagegen sei anders und deshalb fände sie mich auch so nett. Mir war zwar nicht klar, inwieweit ich mich von den anderen unterschied, aber ich wollte ihr keinesfalls widersprechen. Von Anfang an waren wir uns beide darüber im Klaren, dass unser Interesse füreinander alles andere als platonisch war. Doch wir waren im wahrsten Sinne des Wortes noch unschuldig. Zwei junge Menschen, die sich zueinander hingezogen fühlten, ohne genau zu wissen, wieso, die einander vertrauten und brauchten. Als ich ihr von meinen Bedenken erzählte, was passieren würde, wenn wir in der Öffentlichkeit zusammen gesehen würden, sagte sie zu meiner Überraschung, auch sie habe schon darüber nachgedacht. Wir müssen einfach vorsichtig sein, meinte sie. Aber ich war noch skeptisch. Vor allem wollte ich sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Was ist denn mit deiner Mutter, erkundigte ich mich, was hält sie davon, wenn wir uns treffen? Sie hat nichts dagegen, sie mag dich. Sie hat dich beobachtet und sie hält dich für gut erzogen. Es ist ihr lieber, wenn ich mich mit dir treffe, als mit irgendeinem von den anderen Jungs. Sie gab zwar zu, dass ihr Vater das bestimmt ganz anders sehen würde, aber sie und ihre Mutter hatten jeden Kontakt zu ihm abgebrochen, weil er sie beide misshandelt hatte. Wie sie erzählte, hatte er sie gezwungen, dem BDM beizutreten und als SS-Mann sogar versucht, sie für das Projekt Lebensborn zu begeistern, ein Lieblingskind von Reichsführer SS Heinrich Himmler. Der Lebensborn hatte das Ziel, durch die selektive Paarung von SS-Männern mit Frauen guten Blutes einen überlegenen arischen Nachwuchs zu züchten. Während wir plaudernd durch die dunklen Straßen gingen, hatten wir gar nicht gemerkt, wie spät es geworden war und als wir irgendwann erneut an der Kirche vorbeikamen, schlug die Uhr bereits neun. Den ganzen Abend über hatten wir uns nicht ein einziges Mal berührt. Doch jetzt ergriff ich, durch die Dunkelheit ermutigt, ihre Hand, drückte sie sanft und hielt sie fest, bis wir vor ihrem Haus angekommen waren. Als wir uns verabschiedeten, trafen wir nicht gleich eine neue Verabredung, aber wir wussten beide, dass wir uns bald wiedersehen würden. Allmählich wurden unsere abendlichen Treffen immer häufiger und intensiver. Eine Zeit lang wusste ich nicht, wie ich meine nicht-platonischen Liebesgefühle für Gretchen ausdrücken sollte, bis sie eines Tages das Eis brach. Ich wollte mich gerade wie üblich vor ihrer Haustür verabschieden, als sie plötzlich ohne jede Vorwarnung die Arme um mich schlang und mich mitten auf den Mund küsste. Von diesem Moment an war unsere Beziehung völlig verändert. Nach nur wenigen weiteren Treffen und nach ausgiebigen Knutschübungen waren Gretchen und ich keine schüchternen und unbeholfenen Anfänger mehr, sondern das leidenschaftlichste heimliche Liebespaar seit Romeo und Julia. Gretchen brachte mir sogar den Zungenkuss bei, den sie, wie sie beteuerte, in einem Buch kennengelernt hatte. Doch trotz aller Leidenschaft hatte Gretchen eine unumstößliche Regel aufgestellt, die ich zu respektieren hatte. Alles unterhalb der Gürtellinie war tabu. Uns beiden fiel das Einhalten dieser Regel schwer, aber Gretchen war fest entschlossen, der Versuchung zu widerstehen und Jungfrau zu bleiben. Natürlich bekamen die Nachbarn irgendwann mit, dass zwischen Gretchen und mir etwas im Gange war. Aber bis auf einige Frotzeleien von meinen Freunden, die mich fragten, was ich denn mit diesem überheblichen Knochengerüst wolle und der Warnung eines Mädchens, Gretchen würde irgendwann ein kariertes Baby zur Welt bringen, gab es keine unangenehmen Reaktionen. Trotzdem hatten wir nie das Gefühl, außer Gefahr zu sein und wir verhielten uns weiterhin so unauffällig wie nur möglich. Wenn wir unsere unmittelbare Nachbarschaft verließen, zum Beispiel um ins Kino zu gehen, oder wenn wir mal einen Tagesausflug machten, nahm ich zur Tarnung immer einen Kumpel mit, weil ich mir überlegt hatte, dass drei junge Leute nicht so verdächtig wirkten wie ein Pärchen. Außerdem verhielt ich mich stets so, dass ein unbefangener Beobachter eigentlich annehmen musste, dass ich und nicht mein Freund in unserem Trio das fünfte Rad am Wagen war. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass ich mit Gretchen wirklich das ganz Große losgezogen hatte. Für mich war sie schon immer eine Augenweide gewesen, doch wenige Monate, nachdem wir ein Paar geworden waren, nahm sie allmählich rundere Formen an und erblühte zu einer kurvenreichen Schönheit. Plötzlich nahmen die anderen Jungen sie nicht nur zur Kenntnis, sondern sie umschwärmten sie regelrecht. Aber zu meinem Glück hielt das Fundament, das ich zuvor gelegt hatte. Für Gretchen waren und blieben meine Konkurrenten primitive Proleten und sie hatte nur Augen für mich. Ihre vorbehaltlose Zuneigung zu mir stärkte mein Selbstbewusstsein, das nach Jahren der Diskriminierung, Verhöhnung und Feindseligkeit auf einem historischen Tiefpunkt angelangt war. Leider sollte mein neu gefundenes Liebesglück schon bald einen schweren Rückschlag erleben. Ich hatte mich gerade nach einem unserer ausgedehnten abendlichen Spaziergänge von Gretchen verabschiedet und war auf dem Weg nach Hause, als ich plötzlich von dem grellen Lichtstrahl einer Taschenlampe geblendet wurde. Sicherheitsdienst, knurrte eine Männerstimme, und bei diesem Wort jagte mir ein kalter Schauer den Rücken hinab. Schließlich wusste ich nur allzu gut, dass der SD als die brutalste und am meisten gefürchtete Unterabteilung der SS galt. Was läufst du denn hier nachts bei Verdunkelung herum? wollte ein Mann im schwarzen Ledermantel und mit einem breitkrempigen Hut auf dem Kopf wissen, nachdem er mir einen Ausweis gezeigt hatte, den ich so schnell nicht lesen konnte. Ich bin bloß spazieren gegangen, antwortete ich lahm. Ich wohne hier auf der Straße, nur ein paar Häuser weiter. Der Mann glaubte mir offensichtlich nicht und befahl mir, zur nächsten Polizeiwache mitzukommen. Ich überlegte kurz, ob ich im Schutz der Dunkelheit fliehen sollte, aber wohin hätte ich schon laufen können. Und selbst wenn mir die Flucht glückte, über kurz oder lang würden sie mich ohnehin schnappen, wenn der Mann der Polizei erst einmal eine Beschreibung von mir gegeben hätte. Auf der Wache zeigte der Mann dem diensthabenden Beamten seinen Ausweis, packte mich dann am Arm und schob mich nach vorn. Den Burschen habe ich nicht weit von hier aufgegriffen, erklärte er. Ich hatte den Eindruck, dass er es auf wehrlose Frauen abgesehen hat oder vielleicht irgendwo was stehlen wollte. In diesem Augenblick kam ein älterer Polizeibeamter herein, den ich praktisch schon mein ganzes Leben lang kannte. Er mischte sich ein und gab an, dass er zwar meinen Namen nicht kenne, dass ich aber hier in der Gegend aufgewachsen sei. Was soll er denn angestellt haben, erkundigte er sich. Der Mann vom SD wiederholte seinen Verdacht, hörte sich aber schon weniger überzeugt an. Sie haben den Falschen erwischt, stellte der Polizist fest. Der Junge ist Lehrling bei der Lindner AG. Da muss er viel zu schwer schuften, um nachts noch irgendwelchen Unfug anzustellen. Ich weiß das, weil der Sohn von einem unserer Kollegen auch als Lehrling da arbeitet. Wenn das so ist, betrachte ich die Sache als erledigt, sagte der Mann vom SD. Aber heutzutage kann man ja gar nicht vorsichtig genug sein. Ohne sich bei mir zu entschuldigen, hob er den Arm zum Hitlergruß und ging. Dieser Zwischenfall brachte mir klar zum Bewusstsein, dass Gretchen und ich uns auf sehr dünnem Eis bewegten. Wenn der Mann vom SD uns beide zusammen erwischt hätte, wäre es uns eindeutig schlecht ergangen. Ich beschloss, dass unsere regelmäßigen Treffen ab sofort ein Ende haben mussten, so schwer es uns auch fallen würde. Als ich Gretchen am folgenden Tag erzählte, was ich erlebt hatte und ihr erklärte, dass wir uns nicht mehr so oft treffen könnten, gab sie mir recht, war aber nicht gewillt, unsere Beziehung zu beenden. Wir müssen einfach Geduld haben und abwarten, bis sich die Dinge ändern, munterte sie mich auf, aber sie klang nicht sehr überzeugt. Heimatfront Je länger der Krieg dauerte und je häufiger wir den Luftschutzraum aufsuchen mussten, desto größere Bedeutung gewann der feuchtkalte Keller der alten Waffelfabrik für unser Leben. Er wurde uns förmlich zu einem zweiten Zuhause, einer Art Begegnungsstätte, wo Nachbarn, die sich vorher nur vom Sehen her kannten, Freundschaft schlossen und wo man miteinander über die Probleme des Alltags, die Kinder, die Männer an der Front und die vielen kriegsbedingten Schwierigkeiten sprach. Während meine Mutter und die anderen Erwachsenen über die nächtlichen Besuche im Luftschutzkeller jammerten, fieberte ich ihnen entgegen, weil sie für Gretchen und mich eine der wenigen Gelegenheiten boten, eine Art Beziehung zu führen, denn wir trafen uns heimlich in einer der beiden stockfinsteren Gasschleusen. Ansonsten vertrieb ich mir die Zeit mit meinem neuen Freund Karl-Heinz Bülow, einem dunkelhaarigen Burschen in meinem Alter, der wenige Monate zuvor mit seinen Eltern in ein Haus auf unserer Straße gezogen war. Er war Lehrling bei der Reichspost. Binnen Kurzem hatte Karl-Heinz seinen Ruf als größter Weiberheld in ganz Barmbeek weg und ich, der ich sozusagen noch unschuldig war, bewunderte seinen unbekümmerten Wagemut, mit dem er den Frauen nachstieg und überhaupt das Leben in Angriff nahm. Wie viele Jugendliche damals hatte er zwar eine tiefe Abneigung gegen die Nazis, war aber ganz vernarrt in Militäruniformen, die, so seine Hypothese, für Frauen einfach unwiderstehlich seien. Die beste Möglichkeit, diese Hypothese auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, bot unser Luftschutzkeller an den Wochenenden. Dann waren nämlich zahlreiche Soldaten dort, die mit ihren Freundinnen durch den Fliegeralarm aus dem Tanzcafé Klaassen vertrieben worden waren. Meistens spielte die Kombo im Luftschutzkeller weiter, die Party wurde einfach fortgesetzt. Manche Pärchen tanzten, andere dagegen zogen sich in die dunklen Ecken zurück, wo sie völlig ungeniert herumknutschten, sehr zur Empörung der älteren Leute und unter den neidischen Blicken von Karl Heinz und mir. Meine Freunde gehen in den Krieg. Einer nach dem anderen verschwanden meine alten Spielkameraden aus der Nachbarschaft. Die meisten waren zum Heer eingezogen worden und einige hatten sich nicht etwa aus Liebe zu Hitler oder ihrem Vaterland freiwillig gemeldet. Karl Heinz war auf einem U-Boot im Atlantik stationiert. Er hatte bereits an etlichen Gefechten teilgenommen, wie auch meine anderen Freunde Egon Braun, die Brüder Hans und Karl Morell und Fifi Peters. Jake Spedersky, ein erklärter Kommunist, ging zum Heer, um dem eintönigen Leben als ungelernter Arbeiter zu entkommen und wurde zur gefeierten Panzerdivision Großdeutschland nach Russland geschickt. Nur Wolfgang Neumann, mein ehemaliger Leibwächter in der Schule, hatte sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Er brachte es zweimal in die Lokalzeitung. Einmal, nachdem er einen Orden wegen Tapferkeit vor dem Feind erhalten hatte und dann erneut, als sein Name als einer der ersten in den immer länger werdenden Gefallenen Listen auftauchte. Trotz der steigenden Anzahl getöteter deutscher Soldaten an den verschiedenen Kriegsschauplätzen konnte ich es kaum erwarten, selbst in den Krieg zu ziehen, wenn auch nur, um zu beweisen, dass ich so gut war wie alle anderen. Ich fürchtete aber, als Nicht-Arier mal wieder abgelehnt zu werden und wagte es deshalb nicht, mich freiwillig zu melden. Umso größer war meine Freude, als ich eines Tages meinen Musterungsbescheid für den sechsmonatigen Arbeitsdienst erhielt, den jeder 17-Jährige ableisten musste, bevor er in die Wehrmacht und damit in den Krieg durfte. Wenn man für mich keine Verwendung hätte, so schloß ich hoffnungsvoll, würde man mich wohl kaum zur Musterung bestellen. Gab es für mich eine bessere Möglichkeit, meine Vaterlandstreue zu beweisen und die rassischen Unterschiede zwischen mir und meinen engsten Freunden für immer aus der Welt zu schaffen, als die Uniform eines deutschen Soldaten zu tragen? Am Morgen der Musterung wurde ich mit mehreren hundert jungen Männern des 26er-Jahrgangs, darunter etliche langhaarige und adrette Swingboys, in die große Turnhalle einer Schule in der Innenstadt getrieben. Ringsum an den Wänden standen Tische und dahinter saßen Offiziere der Wehrmacht und des Arbeitsdienstes in ihren jeweiligen Uniformen, über denen einige einen weißen Arztkittel trugen. Die dröhnende Stimme eines Offiziers befahl uns, unsere Gespräche einzustellen, woraufhin schlagartig Ruhe eintrat. Nachdem die Stimme uns als einen jämmerlichen Haufen tituliert hatte, dem dringend Zucht und Ordnung beigebracht werden müsse, kam die Anweisung, dass wir uns nackt ausziehen und unsere Kleidung säuberlich auf den Boden legen sollten. Dann mussten wir in einer Reihe von Tisch zu Tisch gehen, wo wir von Kopf bis Fuß untersucht und die Ergebnisse in Formulare eingetragen wurden. Den Kommentaren, die ich an den einzelnen Untersuchungstischen mitbekam, konnte ich entnehmen, dass ich mich bester Gesundheit erfreute, ich aber einige Pfund Untergewicht hätte, was wohl auf die strenge Lebensmittelrationierung zurückzuführen war. Wirklich schade, dass wir dich nicht einziehen können, sagte ein mitfühlender Arbeitsdienstoffizier zu mir. Ein paar Monate bei uns mit guter Verpflegung und regelmäßiger Arbeit in der frischen Luft und du hättest wieder einiges mehr auf den Rippen. So gut es der Offizier auch meinte, er riß mich mit seinen Worten wieder jäh in die Nazirealität zurück und zerstörte meine Hoffnung, dieses verfluchte rassisches Stigma jäh loszuwerden. Wenn man mich nicht für gut genug hielt, dem Arbeitsdienst Löcher zu buddeln und Autobahnen zu bauen, dann hielt man mich auch bestimmt nicht für gut genug, für das Heer ein Gewehr abzufeuern. Mein Verdacht bestätigte sich, als mir ein Offizier am letzten Tisch meinen Jetzt, da alle meine Freunde zum Militärdienst eingezogen waren, wurde mein Leben an der Heimatfront sterbens langweilig, nur noch Arbeit und keinerlei Vergnügen. Auch in der Firma waren inzwischen alle jüngeren Männer entweder eingezogen worden oder sie hatten sich freiwillig gemeldet. Somit hatte ich praktisch keinen Kontakt mehr zu Männern meines Alters. Aber die Langeweile war eigentlich noch das kleinste Problem. Mittlerweile gab es kaum noch so daß ich jetzt erst recht auffiel, weil ich zivil trug, was mich umso befangener machte. Angesichts der ständigen Lobgesänge auf unsere Männer in Uniform, die ihr Leben für Führer, Volk und Vaterland aufs Spiel setzen, fühlte ich mich nicht nur unerträglich minderwertig, sondern auch völlig isoliert. Dieses Gefühl erreichte seinen Höhepunkt, als mich ein verwundeter Soldat der Waffen-SS, der an Krücken über die Straße ging, lauthals beschimpfte, ich hätte es nicht verdient, hier wohlbehalten herumzuspazieren, während tapfere deutsche Männer Leib und Leben in der Schlacht riskierten. Da wurde mir klar, daß ich als offensichtlich nicht-arischer Zivilist äußerst gefährdet war. Ich mußte an die Prophezeiung von Liradutke denken, daß ich die Nazis, sobald sie mit den Juden fertig seien, die Neger vorknöpfen würden, und plötzlich hatte ich das Gefühl, auf einer Zeitbombe zu setzen. Meine einzige Rettung, so glaubte ich, wäre es in der Wehrmacht zu kämpfen, denn niemand genoss in Deutschland höheres Ansehen als ein deutscher Soldat. Trotz der Gefahr, die Zahl der Gefallenen an der Front zu erhöhen, was Mitte 1942 schon höchst wahrscheinlich war, und trotz meiner Überzeugung, daß Hitler sich irrte und Deutschland in die Katastrophe steuerte, wollte ich unbedingt zum Militär. Das Risiko, verwundet oder getötet zu werden, war mir lieber, als der SS in die Hände zu fallen. Ja, ich war bereit, an Bord eines sinkenden Schiffes zu gehen, obwohl ich an Land zu diesem Zeitpunkt noch relativ sicher war. Die entscheidende Frage war nur, wie ich es schaffen konnte, zum Her zu kommen. Vielleicht gelang es mir ja, wenn ich mich freiwillig meldete. Ich war zwar bei der Musterung als untauglich eingestuft worden, setzte aber meine ganze Hoffnung darauf, daß die Wehrmacht wegen der schweren Verluste in allen Truppengattungen inzwischen auf jeden kampffähigen Mann Als ich Meister Neumann von meinem Vorhaben erzählte, gab er mir einen Tag frei, und ich fuhr mit dem Zug nach Rahlstedt zum Hamburger Wehrbezirkskommando. Dort wimmelte es nur so von Soldaten aller Waffengattungen und von getarnten Fahrzeugen mit dem vertrauten Kreuzemblem der deutschen Wehrmacht. Die meisten Soldaten, an denen ich vorbeikam, nahmen in ihrer Hektik keinerlei Notiz von mir, doch diejenigen, die mich bemerkten, schienen ihren Augen nicht trauen zu wollen, so verblüfft waren sie offenbar über den Anblick eines jungen und noch dazu schwarzen Mannes in Zivil. Plötzlich hielt ein offener Wagen mit quietschenden Bremsen neben mir. Sie da! Wer sind Sie und was machen Sie hier? fragte ein Oberstleutnant, der auf dem Rücksitz hinter seinem Fahrer saß mit nasaler Stimme, die eine Mischung aus Verachtung und Misstrauen verriet. Statt einer Antwort holte ich meinen Wehrpass hervor und reichte ihn ihm. Nachdem er das Dokument sorgfältig studiert hatte, blickte der Offizier mich an. Und was wollen Sie hier? Ich möchte mich freiwillig zum Hier melden, Herr Oberstleutnant, erwiderte ich, in der Hoffnung, dass er mir wohlgesinnter sein würde, weil ich seinen Rang erkannte. Aber nichts da. Was wollen Sie? fragte er so fassungslos, als hätte ich ihn um die Hand seiner Tochter gebeten. Freiwillig melden? Sind Sie wahnsinnig? Sie wissen doch, dass Nicht-Aria aus der Wehrmacht ausgeschlossen sind. Sogar in ihrem Wehrpass steht, dass sie untauglich sind. Das weiß ich, räumte ich ein. Aber ich hatte gehofft, dass hier würde eine Ausnahme machen, weil es doch dringend Männer braucht. Der Offizier wurde sichtlich wütend. Hören Sie, fauchte er, wobei sich seine stahlblauen Augen zu schmalen sein, um den Krieg zu gewinnen. Ich rate ihnen, schleunigst wieder an ihren Arbeitsplatz zu gehen und mit ihren Hirngespinsten nicht noch mehr kostbare Produktionszeit zu vergolden. Verstanden? Ohne auf eine Antwort zu warten, warf er mir meinen Wehrpass zu und wies seinen Fahrer an, weiterzufahren. Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Ich hatte zwar damit gerechnet, dass man mich nicht nehmen würde, aber auf derartige Beleidigungen war ich nicht gefasst gewesen. Ohne es überhaupt noch bei der Rekrutierungsstelle zu versuchen, ging ich niedergeschlagen zum Bahnhof und fuhr mit dem nächsten Zug zurück nach Hamburg. Während der Fahrt war ich noch immer wie gelähmt von der rüten Abfuhr, die mir erteilt worden war, und die Worte des Offiziers gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Deutschland ist nicht und wird auch in Zukunft nicht auf solche wie sie angewiesen sein, um den Krieg zu gewinnen. Ich musste daran denken, dass ich ganz ähnliche Worte zu hören bekommen hatte, als meine Mutter mich damals bei der Hitlerjugend anmelden wollte. Im zukünftigen Deutschland hatte der HJ-Führer auf mich deutend zu meiner Mutter gesagt, sei kein Platz für meinesgleichen. Die Erinnerung riss mich aus meiner Erstarrung und löste unbändige Wut in mir aus. Ich beschloss, dass ich die Nazis, wenn sie mich schon nicht haben wollten, und wenn ich sie nicht bekämpfen konnte, fortan aus tiefstem Herzen hassen würde. Und dieser Hass half mir, die Jahre bis zum Ende des Krieges zu überstehen. Verbotene Früchte Zu mit einem wichtigen, verheirateten Mann, oder sie wäre lesbisch, oder sie wäre sich zu fein, um mit einem Arbeiter ins Bett zu gehen. Obwohl mir die Gerüchte bekannt waren, änderten sie nichts daran, dass ich mich Hals über Kopf in Gerda verknallte. Ich konnte kaum bis zum nächsten Freitag warten, nicht wegen meines mickrigen Lehrlingslohns, sondern weil ich dann die Frau meiner Träume wieder sah. Sobald sie die Werkhalle betrat, nahm meine übersteigerten Sinne den süßen Duft ihres Parfons wahr, der sich mit den beißenden Industriegerüchen der Fabrik vermischte. Doch sobald der lang ersehnte Augenblick kam und das Objekt meiner Begierde endlich vor mir stand, war ich zu nichts anderem fähig, als mein Geld zu zählen und ein kaum vernehmliches Danke zu stammeln, wobei ich den Blick abwandte, um meine wahren Gefühle nicht zu verraten und mich nicht lächerlich zu machen. Wenn sie dann wieder gegangen war, hätte ich mich dafür ohrfeigen können, dass ich mich nicht ein wenig geschickter angestellt hatte, und schwor mir, es beim nächsten Mal besser zu machen. Trotzdem hätte ich mir nie eine Chance bei ihr ausgerechnet. Schon allein der Gedanke, dass eine attraktive, erfahrene Frau wie Gerda, die jeden Mann haben konnte, sich für einen halbstarken interessieren würde, der noch dazu als rassisch minderwertig galt, wäre schierer Größenwahn gewesen. Doch ehe ich mich's versah, bot sich mir eine ungeahnte Gelegenheit. Eines Nachmittags, kurz vor Feierabend, traf ich Gerda im Gemeinschaftsraum der Firma. Sie heftete gerade eine Mitteilung ans schwarze Brett. Bis auf sie, ihr Parfum und mich war niemand sonst im Raum. Nachdem ich einen unverständlichen Gruß genuschelt hatte, wollte ich an ihr vorbei und zurück in die Werkhalle gehen, doch sie sprach mich an. Sag mal, hast du Angst vor mir? Nein, wieso? Erwiderte ich völlig perplex. Warum verhältst du dich dann immer so, als hättest du Angst? Wie meinst du das? Entgegnete ich verlegen, obwohl ich genau wusste, was sie meinte. Was sie offenbar nicht wusste, war, dass mein unsicheres Verhalten in ihrer Gegenwart absolut nichts mit Angst zu tun hatte. Das Einzige, wovor ich Angst, nein Panik hatte, war, dass ich mich lächerlich machen könnte. Tja, wenn du keine Angst vor mir hast, warum kommst du dann nicht ein bisschen näher, neckte sie mich. Ich machte einige Schritte auf sie zu, um mir zu beweisen, dass sie sich täuschte, aber sie war immer noch nicht überzeugt. Noch näher. Ganz nah, spornte sie mich an. Ich machte noch einen Schritt, bis unsere Körper sich beinahe berührten. Vorsicht, du machst mich noch ganz schmutzig, sagte sie, auf meinen dreckigen Monteuranzug deutend. Dann neigte sie den Kopf und küßte mich mitten auf den Mund. Vielleicht hast du ja wirklich keine Angst, bemerkte sie. Wenn du Lust hast, können wir heute Abend zusammen ins Kino gehen, flüsterte sie. Im Am Zoll läuft Hallo Janine mit Marika Röck und Johannes Hesters. Obwohl ich ein großer Fan der beiden Tanz- und Gesangstars war, hätte ich mich wirklich mit jedem Film einverstanden erklärt. Wir verabredeten uns also Punkt 8 Uhr vor dem Kino. In dem Augenblick war ich völlig willenlos und hätte mich überall mit ihr getroffen. Plötzlich kam mir der Gedanke, dass sie sich vielleicht nicht darüber im Klaren war, was für Folgen einer Verabredung mit jemandem wie mir haben könnte, und ich hielt es für meine Pflicht, sie darauf hinzuweisen, selbst auf die Gefahr hin, dass sie einen Rückzieher machte. Du weißt doch sicher, dass es den Nazis nicht gefallen wird, wenn du mit mir ausgehst. Natürlich weiß ich das, aber die Nazis können mich mal, lautete ihre hochverräterische Antwort. So, jetzt muss ich aber wieder an die Arbeit. Bis heute Abend. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, wusch ich mich besonders gründlich und warf mich richtig in Schale. Sämtliche Bedenken, die mir in den Sinn kamen, wurden von meiner gespannten Vorfreude gleich wieder zerstreut. Mit nahezu fatalistischer Resignation folgte ich dem alten deutschen Sprichwort »Wer A sagt, muss auch B sagen«, so unlogisch es vielleicht auch war. Den ersten Schritt hatte ich ja gemacht, und den zweiten würde ich auf jeden Fall versuchen. Wenn alles nach Plan lief, war heute, der 31. Juli 1941, der große Tag, an dem ich zum ersten Mal erfahren würde, was richtige Liebe ist. Gerda wartete bereits vor dem Kino, als ich ankam. Als sie mich sah, kaufte sie ihre Karte. Anschließend kaufte ich meine und wir reiten uns in den Strom der anderen Kinobesucher ein. Für einen Uneingeweihten waren wir zwar Fremde, die wie hunderte anderer Fremde auch zufällig nebeneinander saßen. Dann ging das Licht aus und die Wochenschaufing an. Nachdem ich mich vergewissert hatte, daß der Mann links von mir auf das Leinwandgeschehen konzentriert war, schob ich meine rechte Hand ganz sachte zu Gerda hinüber, bis ich ihren Oberschenkel berührte. Da ich auf keinerlei Widerstand stieß, fing ich an, meine Hand auf und ab zu bewegen und dabei immer mehr Druck auszuüben. Zum Glück war das Geschützfeuer auf der Leinwand so ohrenbetäubend, daß nur ich Gerdas schweres Atmen und das gelegentliche Stöhnen hören konnte, das aus ihrem Mund drang. In der kurzen Pause zwischen der Wochenschau und dem Hauptfilm saß ich wieder wie zuvor völlig unbeteiligt mit verschränkten Armen da. Sobald das Licht aber erneut ausging, machte ich dort weiter, wo ich aufgehört hatte, mit beunruhigend vielsagendem Ergebnis. Ich spürte, daß Gerda erbebte und bemerkte, daß ich jetzt hörbar atmete. Als ich gerade fand, daß ich wohl besser aufhören sollte, damit niemand im Saal etwas mitbekam, beugte Gerda sich zu mir und flüsterte, »Ich warte draußen auf dich.« Dann stand sie auf und verließ das Kino. Natürlich folgte ich ihr. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war stockfinster. »Was halte das denn vorhin? Wolltest du mich in den Wahnsinn treiben?« fragte Gerda lächelnd. Dann schlug sie vor, einen Spaziergang auf dem Wiesendamm zu machen, einer zweispurigen Straße mit einem Fußweg in der Mitte, der mit seinen Bäumen und Sträuchern und den Holzbänken für Liebespärchen wie geschaffen war. Es war keine Menschenseele zu sehen und wir suchten uns eine strategisch günstige Bank, die von zwei Bäumen flankiert wurde. Von da an überließ ich mich nur noch Gerdas erfahrenen Händen. Als wir Schritte näher kommen hörten, befiel mich eine seltsame Mischung aus Ekstase und Furcht, während wir uns umschlungen hielten und uns der Atem stockte. Je näher die Schritte kamen, desto größer wurde meine Angst. Ich rechnete schon damit, dass jeden Moment der Strahl einer Taschenlampe aufblitzen und eine Männerstimme Sicherheitsdienst bellen würde. Doch die Schritte gingen vorbei. Sobald sie außer Höheweite waren, erwachten wir wieder zum Leben und erfreuten uns aneinander, so lange, bis wir beide die körperliche Lust und Befriedigung gefunden hatten, für die wir bereit gewesen waren, unser Leben aufs Spiel zu setzen. Anschließend lehnte Gerda es strikt ab, sich von mir nach Hause bringen zu lassen. »Wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren«, sagte sie. Ihre Worte rissen mich je in die Wirklichkeit zurück. Als ich nach Hause kam, merkte ich, dass Gerdas Parfum mich wie eine Wolke umhüllte und ich wusste, dass es der feinen Nase meiner Mutter nicht entgehen würde. Sie war jedoch so taktvoll, mich nicht daraufhin anzusprechen. Stattdessen erkundigte sie sich, wie mir der Film gefallen habe. Mein erster Impuls war, ihr etwas vorzulügen, doch ich brachte es nicht über mich. »Ich habe im Kino eine Bekannte getroffen und wir sind früher aus der Vorstellung gegangen, um einen Spaziergang zu machen«, sagte ich, möglichst wahrheitsgemäß. »Ist sie nett?«, fragte meine Mutter mit typisch mütterlicher Neugier. »Ja, sehr nett.« »Aber sei vorsichtig, Hans-Jürgen, du weißt, was ich meine«, ermahnte sie mich mit einem besorgten Blick, der auf meinem Gewissen lastete, wie eine ganze Tonne Zegelsteine. Der Anfang vom Ende Nach der katastrophalen Niederlage der 6. Deutschen Armee im Winter 1942-43 im Kessel von Stalingrad konnten selbst die optimistischsten Deutschen nicht mehr die Augen davor verschließen, dass der Krieg nicht so verlief, wie sie gehofft hatten. Ein Anzeichen dafür, dass die deutschen Truppen auf die eisigen Temperaturen in der Sowjetunion nicht vorbereitet waren, war schon ein Jahr vorher der Aufruf der Regierung an die deutschen Frauen gewesen. Nachdem der deutsche Vormarsch im Winter 1941-42 vor Moskau zusammengebrochen war, sollten sie ihre Pelz- und Wintersachen spenden, damit daraus warme Kleidungsstücke für die Frontsoldaten gemacht werden konnten, die sich regelrecht zu Tode froren. Mehr als einmal bekam ich mit, wie Frauen, die dem Aufruf offensichtlich nicht gefolgt waren und ihre Pelzmäntel noch trugen, von anderen Frauen bespuckt und als Verräterinnen und Huren beschimpft wurden. Um die Moral an der Front und zu Hause aufrechtzuerhalten, lief Goebbels Propagandamaschinerie auf Hochtouren und verwandelte die Niederlagen in Siege. Es wurden Propagandafilme gedreht, die die romantischen Abenteuer schneidiger Offiziere erzählten, wie beispielsweise »Die große Liebe«, ein Streifen, in dem Filmstar Sarah Leander die optimistische Botschaft verbreitete »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen«. Schon bald war der Schlager in aller Munde, Ausdruck der verzweifelten Hoffnung der Deutschen, dass ihr Unglück sich wie durch ein Wunder umkehren und der Krieg ein Ende nehmen würde. Goebbels Bemühen, den Siegeswillen zu stärken, war auch am Arbeitsplatz spürbar. Mehrmals bekamen wir in unserer Firma Besuch von Kraft durch Freude Unterhaltungskünstlern in der Regel zwei oder drei, die uns mit Späßen und Akkordeonstücken aufzuheitern versuchten. Obwohl wir uns über jede noch so kleine Ablenkung vom erbarmungslosen Druck der Rüstungsproduktion freuten, wussten wir genau, dass wir nur die Krümel von anderer Leute Tisch abbekamen. Wir alle hatten in der Wochenschau gesehen, dass in den großen Rüstungsbetrieben so renommierte Sinfonieorchester aufspielten wie die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Wilhelm Fortwängler. Ein weiteres Propagandamittel war der von Nazis kontrollierte Deutsche Rundfunk, dessen Wahrheitsverdrehungen und Lügen selbst die leichtgläubigsten Bürger mit zunehmender Skepsis betrachteten. Um nicht allein auf diese einseitigen Berichterstattungen angewiesen zu sein, hörte ich heimlich die deutschsprachigen Sendungen der BBC, was bei den Nazis als Hochverrat galt. Zur Vorsicht legte ich das Radio aufs Bett und zog mir eine Wolldecke über den Kopf, während meine Mutter an der Wohnungstür lauschte, um sich zu vergewissern, dass niemand die Treppe hochkam. Dank der BBC konnte ich mir ein recht genaues Bild von der katastrophalen Lage der deutschen Truppen machen und das lange, bevor diejenigen meiner Landsleute, die sich voll und ganz auf Goebbels, Rundfunk und Presse verließen, auch nur eine Ahnung davon hatten, dass Hitlers Kriegsmaschinerie eine verheerende Niederlage entgegensteuerte. Doch nicht nur die britischen Radiomeldungen ließen darauf schließen, dass es mit Hitlers Kriegsanstrengungen nicht zum Besten bestellt war. Vom ersten Tag meiner Lehre an hatte Meister Neumann, meine Kollegen und mich, immer wieder dazu angehalten, bei der Fertigung der Munitionsanhänger äußerste Sorgfalt walten zu lassen, damit dem hohen deutschen Standard Rechnung getragen würde. Damit nur einwandfreie Anhänger für den Einsatz an der Front die Fertigungshalle verließen, wurde jede Schweißnaht, jede Niete und jede Schraube von einer kleinen Armee militärischer Inspekteure kontrolliert. Bei der geringsten Abweichung von den Produktionsvorschriften wurde das Fahrzeug nicht übernommen und der für den Fehler verantwortliche Arbeiter bekam von Meister Neumann gehörig den Kopf gewaschen. Praktisch von heute auf morgen änderte sich das Verfahren. Mit der Begründung, dass es durch die vielen Einberufungen zu einem eklatanten Personalmangel in der Fabrik gekommen sei und dass wir deshalb mit der Produktion bedenklich in Verzug geraten seien, gab Meister Neumann die Anweisung, dass wir fortan in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Anhänger produzieren sollten. Und dann sagte er etwas, das wir aus dem Munde des wohlbesessensten Perfektionisten der Firma nie und nimmer erwartet hätten. Es macht nichts, wenn die Anhänger nicht perfekt sind. Einwandfreie Munitionsanhänger, die die Front nicht rechtzeitig erreichen, sind wertlos, wenn wir den Krieg gewinnen wollen. Zusammen mit den hohen Produktionsstandards verschwanden auch die Militärinspekteure, die, wie wir erfuhren, an die Front kommandiert worden waren, wo sie offensichtlich dringender gebraucht wurden. Bei alledem hatte ich kaum wahrgenommen, dass meine dreijährige Lehrzeit sich dem Ende zuneigte und ich die Gesellenprüfung ablegen musste, die aus einer zweitägigen, praktischen und mündlichen Prüfung bestand. Obwohl ich mich auf den Tag gefreut hatte, an dem ich in den Rang eines ausgebildeten Bauschlossers aufsteigen würde, war das Hochgefühl bereits verpufft, als ich erfuhr, dass ich die Prüfung bestanden hatte und meinen Gesellenbrief erhielt. Aufgrund der Beschränkungen, die während des Krieges in Kraft waren, durfte ich mir nämlich nicht, wie es in meinem Beruf eigentlich Tradition war, einen anderen Arbeitgeber suchen. Ich musste also an meiner alten Arbeitsstelle bleiben, wo ich von meinen ehemaligen Vorgesetzten niemals den mir gebührenden Respekt bekommen würde, ungeachtet meines offiziellen Status. Außerdem war ich es satt, wie am Fließband Munitionsanhänger herzustellen. Auch der Gedanke, dass ich jetzt einen vollen Gesellenlohn bekam, trug nur wenig dazu bei, meine Stimmung zu heben. Ich wünschte, es würde irgendetwas passieren, dass mich von der eintönigen Plackerei und meinem faden Leben befreite. Irgendeine Abwechslung, irgendetwas Aufregendes. Operation Gomorra Operation Gomorra war der Deckname für die zehn Tage dauernden erbarmungslosen Luftangriffe auf Hamburg durch schwere britische Lenkkäster und Halifax-Bomber im Sommer 1943. Für mich und meine Mutter begann die Hölle am 29. Juli 1943, einem drückend heißen Donnerstag, um etwa neun Uhr abends, als die Sirenen Voralarm gaben. Wieder einmal hatten feindliche Bomber den Ärmelkanal überquert und waren im Anflug auf Hamburg. Wie schon hunderte Male zuvor schnappten meine Mutter und ich je zwei Koffer mit unseren wichtigsten Habseligkeiten und eilten zum öffentlichen Luftschutzbunker auf unserer Straße. Für uns, wie für die übrige Bevölkerung der Stadt, war es Routine geworden, abends und nachts die Luftschutzräume aufzusuchen. Doch an diesem Tag war es anders. Da in den vorangegangenen zwei Nächten bereits riesige Teile der Stadt dem Erdboden gleichgemacht worden und tausende von Menschen im Bombenhagel umgekommen waren, hatte das Heulen der Sirenen einen neuen, unheilvolleren Klang angenommen. Einige von unseren Nachbarn waren aus Furcht vor weiteren Angriffen mit allem, was sie tragen konnten, aus der Stadt zu Freunden oder Verwandten geflohen, so auch Gretchen, ihre Mutter und ihr Bruder Ingmar. In der Nacht zuvor hatte Gretchen mir im Bunker erzählt, dass sie bereits gepackt hatten und sich bei Tagesanbruch auf den Weg nach Göttingen machen wollten, wo sie Verwandte hatten. Auch meine Mutter und ich hatten überlegt, ob wir die Stadt verlassen sollten, uns aber dagegen entschieden, da auf den Bahnhöfen von Hamburg wegen der Massenflucht das reinste Chaos herrschte. In einem überfüllten Zug von einem Tiefflieger beschossen zu werden, war genauso gut möglich, wie in einem Luftschutzbunker von einer Bombe getroffen zu werden. Wir beschlossen es, darauf ankommen zu lassen und in der Stadt zu bleiben. In den ersten beiden Stunden nach dem Alarm war alles täuschend ruhig. Wie immer war ich zur Gasschleuse am Haupteingang gegangen, wo etwa ein Dutzend Männer standen und rauchten und durch die offene Tür in den Sternenhimmel blickten, während sie über die Angriffe der vergangenen Tage sprachen. Zu meiner Freude entdeckte ich unter ihnen einen meiner ehemaligen Freunde aus der Nachbarschaft, Jack Spedersky, den ich schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte. Er war hoch dekoriert und trug die schmucke Uniform der berühmten Panzerdivision Großdeutschland. Jack erzählte, dass er auf Heimaturlaub von der Ostfront sei. Als ich anerkennend zu ihm sagte, er sei ja nun ein richtiger Held, schnaubte er abfällig, ich habe die Nase voll vom Krieg, aber ich habe gelernt, das Beste aus einer miesen Lage zu machen. Obwohl es als Hochverrat galt, wenn man nur einen leisen Zweifel am Sieg der Nazis äußerte, spekulierten die Männer, die am Eingang standen, offen darüber, wie lange Deutschland diese massive Zerstörung seiner Industriezentren noch aushalten könne. Ohne sich dadurch beirren zu lassen, dass auch ein Soldat dabei war, gab einer der Männer dem Hitler-Regime nur noch einen Monat, wenn überhaupt. Niemand widersprach ihm. Offenbar hielt der einfache Mann auf der Straße umso weniger mit seiner Meinung hinter dem Berg, je mehr er das Regime in Schwierigkeiten wähnte. Leider sollte das prophezeite baldige Ende der Nazis noch zwei Jahre auf sich warten lassen. Ich ging zurück in den Bunker, um meiner Mutter zu sagen, dass draußen alles ruhig sei und dass wir, zumindest in dieser Nacht, wahrscheinlich von einem Angriff verschont bleiben würden. Plötzlich, es war inzwischen kurz nach Mitternacht, brach die Hölle los. Es dröhnte wie von tausenden schwerer Bomber und unablässig hörten wir das schrille Crescendo von heulenden Bomben in der Luft, bevor sie mit urgewaltiger Wucht in den Boden einschlugen. Bei jeder Explosion zitterte der Bunker wie bei einem Erdbeben und die Leute, überwiegend Frauen, Kinder und älterer Männer, schrien in Panik. Als Minuten nach dem ersten Angriff das Licht ausging und der Drahtfunk ausfiel, wurden die Schreie noch lauter. Nach jeder Detonation folgte draußen ein Augenblick der Stille, doch nach und nach wurden die ruhigen Intervalle immer kürzer, bis es schließlich ohne Unterlass krachte. Etwa eine Stunde nach Beginn des Angriffs stieg die Temperatur in unserem Bunker rapide an. Wir vermuteten, dass die Fabrik über uns von Brandbomben getroffen worden war und in Flammen stand. Unser Verdacht bestätigte sich, als wenige Minuten später dichter Rauch durch Risse in der Decke quoll. Plötzlich machte der Luftschutzwart ein Schneider aus unserer Nachbarschaft auf sich aufmerksam, indem er sich mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchtete. Bislang hatten sich viele häufig hinter seinem Rücken über ihn lustig gemacht, wegen seines übertrieben diensteifrigen pseudomilitärischen Gebarens. Doch jetzt spöttelte niemand, während er uns unsere bedrohliche Lage erläuterte. Nachdem er mehrere batteriegespeiste Notlampen aufgestellt hatte, wies er alle kräftigen Männer an, die handbetriebenen Luftpumpen zu betätigen. Jack und ich fingen an zu pumpen, doch schon bald stellte sich heraus, dass alle unsere Mühe das Gegenteil bewirkte. Statt frischer Luft beförderten die pumpen dichten, beißenden Rauch in den Bunker. Jack sagte, es sei ja schon schlimm, mit Frostbeulen an den Händen gegen den Ivan kämpfen zu müssen, aber noch schlimmer sei es, hilflos, in so einem gottverdammten Loch in der Erde zu hocken und darauf zu warten, entweder bei lebendigem Leibe geröstet zu werden oder zu ersticken. Endlich hörten die Detonationen auf. Wir vernahmen nur noch ein lautes Zischen von draußen, das wir für das Geräusch von wasserspeienden Feuerwehrschläuchen hielten. Wie wir später erfuhren, wurde das Geräusch jedoch von dem Feuersturm verursacht, den die Brandbomben ausgelöst hatten und der die Straßen über uns in ein Inferno mit bis zu 800 Grad Hitze verwandelte. Langsam füllte sich der Bunker mit Rauch und die Leute fingen an zu husten und zu keuchen. Bei der dämmerigen Notbeleuchtung, die immer schwächer wurde, da die Batterien kaum noch Saft hatten, sahen wir, dass der Qualm immer dichter wurde. Uns standen jetzt zwei Alternativen offen. Entweder wir blieben im Bunker und erstickten oder wir gingen nach draußen und verbrannten bei lebendigem Leibe. Doch als plötzlich die Außenwände der Fabrik mit ungeheurem Getöse einstürzten und die Ausgänge blockierten, war uns jede Wahlmöglichkeit genommen. Dann fasste jemand die Decke an und stellte fest, dass sie glühend heiß war, sodass wir damit rechnen mussten, dass sie jeden Augenblick einsackte. Die Folge war, dass sich eine Welle von Resignation im Bunker breitmachte. Die Menschen, die sich an ihre Angehörigen klammerten, schienen die Hoffnung aufgegeben zu haben, dieser Hölle jemals Leben zu entrinnen. Bis auf das ununterbrochene trockene Husten wegen des Rauches war es im Bunker Mucksmäuschen still geworden. Sogar die Kinder hatten aufgehört zu weinen. Ich saß auf dem Zementboden neben meiner Mutter, die genau wie ich unter Atemschwierigkeiten und brennenden Augen litt. Wir wussten zwar, dass unsere Gasmasken nicht gegen Rauch schützten, doch in unserer Verzweiflung hatten wir sie trotzdem aufgesetzt, nur für den Fall, dass sie vielleicht doch etwas nützen könnten. Wir stellten allerdings bald fest, dass sie das Atmen höchstens noch schwieriger machten. Trotzdem wollten wir uns nicht eingestehen, dass sie untauglich waren und behielten sie hartnäckig auf. Obwohl mir unsere ausweglose Lage bewusst war, wollte ich einfach nicht ganz gleich, welchen Sinn mein Dasein auf dieser Erde auch immer gehabt haben mochte, in diesem gottverdammten Loch krepieren würde. Ich spürte weder Optimismus noch Pessimismus noch Angst, bloß Ungläubigkeit, dass es das gewesen sein sollte. Wie lange ich in diesem apathischen Zustand blieb, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch erinnern, dass plötzlich ein Mann an meiner Gasmaske riß und mich anschrie, ich solle sie abnehmen. Zuerst dachte ich, es wäre jemand, der auf meine Kosten seinen eigenen Hals retten wollte und hielt meine Maske mit aller Kraft fest. Erst als ich sah, dass er eine Uniform trug, ließ ich los. Blendendes Tageslicht fiel durch den Eingang des Bunkers und als ich wie geheißen die Gasmaske abnahm, strömte frische Luft in meine nach Sauerstoff lechzenden Lungen. Auch meine Mutter hatte ihre Gasmaske abgenommen und erwachte augenblicklich wieder zum Leben. Auf meiner Uhr war es neun Uhr morgens. Unser Martyrium hatte genau zwölf Stunden gedauert. Dieses Hörbuch wird auf der nächsten CD fortgesetzt. Ausgebombt Die Stückenstraße und ein ganz Barmbeck, unser geliebtes Viertel, war praktisch dem Erdboden gleichgemacht. Soweit das Auge reichte, nichts als totale Zerstörung. Hier und da waren mumienartige verkohlte Leichen zu sehen. Offenbar hatten diese Menschen sich zu spät entschlossen, ihre Wohnungen zu verlassen, um noch einen Schutzraum zu erreichen. Die meisten Häuser waren bis auf die Grundmauer niedergebrannt, andere standen noch in Flammen und wieder andere waren nur noch ausgebrannte Ruinen. Einer dieser noch rauchenden Trümmerhaufen war von Kindheit an mein Zuhause gewesen. Als wir mit den vier Koffern, in denen sich nun unsere ganze Habe befand, daran vorbeigingen, beobachtete ich meine Mutter aus den Augenwinkeln, um zu sehen, wie sie damit fertig wurde, all das verloren zu haben, für das sie jahrelang so hart gearbeitet hatte. Zu meiner Überraschung blieb sie ruhig und gefasst. Wichtig ist nur, dass wir leben und unverletzt sind, kicherte sie mir und sich selbst. Alles andere können wir irgendwann ersetzen. Erst nach Kriegsende erfuhren wir das ganze Ausmaß der Katastrophe, die Hamburg durch die Operation Gomorra erlitten hatte, und erst dann konnten wir richtig ermessen, was für ein ungeheures Glück uns beschieden war, zu den Überlebenden zu zählen. Über 41.000 Menschen waren in dem gewaltigen Feuersturm ums Leben gekommen. Die meisten waren entweder in den Luftschutzräumen in dem Inferno verbrannt, das in den Straßen tobte. Rund 900.000 Menschen verloren ihr Zuhause. Fast die Hälfte aller Gebäude der Stadt und circa 600 Fabriken wurden zerstört, darunter auch die vier größten Schiffswerften. Als der Rauch verflogen war, lagen 277 Schulen, 24 Krankenhäuser und 58 Kirchen in Schutt und Asche. Da Ausgebombte kostenlos mit dem Zug zu jedem Ziel in Deutschland gebracht wurden, beschlossen meine Mutter und ich nach Salza zu fahren, wo wir bei unseren Verwandten unterkommen konnten. Es gab aber ein Problem. Im Bahnhof standen inzwischen so viele hoffnungslos überfüllte Flüchtlingszüge, die auf die Abfahrt warteten, dass es unter Umständen Tage dauern würde, bis wir wegkamen. Nach vielen Stunden und etlichen vergeblichen Versuchen ergatterten wie schließlich einen Platz auf einem Militärlastwagen der Flüchtlinge aus der Stadt fuhr. Nach zweistündiger Fahrt erreichte unser Lastwagen Lüneburg, wo wir mit knapper Not noch einen Flüchtlingszug erwischten, der aus Hamburg kam und in Richtung Süden fuhr. Die Stimmung im Zug war angespannt. Irgendwo zwischen Lüneburg und Hannover hielt unser Zug auf freier Strecke quietschend an, und es wurde mehrmals Fliegeralarm gerufen. Meine Mutter und ich drängelten mit den anderen zur nächsten Tür. Nach einem tiefen Sprung auf die Erde rannten wir wie alle anderen vom Zug weg. Ich zerrte meine Mutter hinter mir hier in Richtung auf ein paar Büsche, die ich in der Ferne erspäht hatte. Doch bevor wir sie erreicht hatten, brüllte schon eine Minerstimme hinlegen. Gleichzeitig hörten wir das stotternde Geräusch eines Flugzeugmotors am Himmel. Wir warfen uns auf die Erde und als ich mich umblickte sah ich wie ein Jagdflieger herabstieß und in niedriger Höhe über die gesamte Länge des Zuges hinweg flog. Das Flugzeug flog so tief, dass ich die Markierungen auf den Tragflächen und der Heckflosse erkennen konnte. Drei konzentrische Kreise in Rot, Weiß und Blau, das Zeichen der Royal Air Fuss. Das Jagdflugzeug, das dem stotternden Geräusch nach zu urteilen Probleme mit dem Motor hatte, verschwand hoch am Himmel. Schließlich signalisierte das Pfeifen des Zuges, dass die Gefahr vorüber war. Wenige Minuten später waren wir schon wieder unterwegs und jetzt herrschte eine fast euphorische Stimmung der Erleichterung im Zug. Als wir im Hauptbahnhof von Hannover einfuhren, reichten uns Mitarbeiter des Roten Kreuzes Butterbrote, Milch und Äpfel durch die Waggonfenster. Irgendwann kam ein Mann in brauner Nazi-Uniform in Sicht und eine Frau schrie ihn aus dem Zug an Ihr Schweine habt uns das eingebrockt und ähnliche staatsgefährdende Anschuldigungen, bis jemand von ihrer Begleitung sie im wahrsten Sinne des Wortes kniebelte, indem er ihr ein Handtuch vor den Mont hielt. Nach einer Mitternacht, als wir endlich auf dem menschenleeren Bahnsteig standen. Der Zug verschwand in der Ferne. Zum ersten Mal seit dem Hamburger Inferno erlebten wir völlige Stille. Diese Erfahrung war so ungewohnt, dass uns die eigenen Stimmen fremd vorkamen. Bis zum heutigen Tag ist für mich keiner der Schicksalsschläge, die meine Mutter und ich während des Krieges erleben mussten, mit diesem Gefühl der Hoffnungslosigkeit vergleichbar, das mich befiel, als der Zug weiter fuhr und wir allein auf diesem menschenleeren, spärlich erleuchteten Bahnsteig standen, zitternd vor Kälte, schwach vor Erschöpfung und mit dem Gefühl, von Gott und der Welt verlassen zu sein. So müde wir auch waren, irgendwie schafften wir den 15-minütigen Fußweg zur Harzstraße 6, wo unsere Verwandten wohnten. Wir brauchten nichts zu erklären. Ein Blick auf uns genügte und Tante Grete wusste, Im nächsten Moment lagen meine Mutter und sie sich schluchzend in den Armen. Es war das erste Mal seit den schrecklichen Geschehnissen der letzten 24 Stunden, dass ich meine Mutter weinen sah. Zuletzt war ich sechs Jahre zuvor in den Sommerferien in Salzer gewesen und Onkel Karl und Tante Grete sahen noch genauso aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Wie viele Veteranen des Ersten Weltkrieges war Onkel Karl eingezogen worden, als der Nachschub an jungen Rekruten knapper wurde. Offiziell war er in Erfurt stationiert, aber in Wirklichkeit führte er ein fast normales Zivilistenleben daheim. Dieses seltene Privileg verdankte er seinem Beruf. Da Onkel Karl Schneidermeister war, ließ ihn der kommandierende General zu Hause fesche Uniformen für sich und seine höheren Offiziere schneidern. Gelegentlich wurde ich von ihm zwangsverpflichtet und mußte graue, mit Gold und Silberlitzen verzierte Uniformjacken anziehen, damit er letzte Hand anlegen konnte. Irgendwie empfand ich eine zynische Genugtuung, wenn ich mir vorstellte, was General Dingsbums und Oberst So und So wohl davon gehalten hätten, dass ihre Uniformen von jemandem anprobiert wurden, der noch nicht einmal für würdig befunden worden war, eine einfache Soldatenuniform zu tragen. Das Geheimnis des Kohnsteins Täglich fuhr ein Konvoi von offenen Militärlastwagen unter meinem Fenster in der Hartstraße 6 vorbei. Die Lastwagen trugen eine seltsame Fracht, kahlgeschorene, ausgemergelte Männer in längs gestreiften Sträflingsuniformen mit hohlen Wangen und riesigen ausdruckslosen Augen, die ihre Köpfe wie Totenschädel wirken ließen. Sie standen zusammen gepfercht wie Vieh, bewacht von bewaffneten SS-Männern, die auf den Heckklappen saßen. Diese Konvois von jeweils bis zu zwölf Lastwagen fuhren zum Kohnstein, einem nahegelegenen bewaldeten Berg, den Onkel Karl und ich früher oft bestiegen hatten. Für die Männer auf den Lastwagen war es offensichtlich eine Reise ohne Wiederkehr, denn wenn die Konvois zurückkehrten, waren sie stets leer. Der Kohnstein, so erzählte mir mein Onkel, war jetzt ein umzäuntes und streng bewachtes Sperrgebiet. Außerdem sah man von Salzer aus im Berghang ein riesiges gähnendes Loch, offensichtlich der Eingang zu einem gigantischen Tunnel. Als ich Onkel Karl fragte, was denn auf dem Kohnstein vor sich ginge, legte er den Finger auf die Lippen und flüsterte, das sei ein Staatsgeheimnis und ginge uns nichts an. Komm bloß nicht auf die Idee, überall im Dorf dumme Fragen zu stellen, ermahnte er mich, damit bringst du uns nur alle in Schwierigkeiten, am besten machst du es wie alle hier, vergiss, was du gesehen hast und tu so, als gäbe es den Kohnstein gar nicht. Aber das war leichter gesagt als getan. Erst nach Kriegsende erfuhren ich und die Welt das entsetzliche Geheimnis des Kohnsteins und seinen offiziellen Namen Konzentrationslager Dora Mittelbau Die Nazis verfolgten dort zwei wesentliche Ziele Die Produktion einer Wunderwaffe der Rakete V2 die Deutschland doch noch den Sieg bringen sollte und die Vernichtung von tausenden Männern die aus irgendwelchen Gründen als Feinde des Hitler Staates galten In den Gesichtern der Männer auf den LKW hatte ich tiefe Verzweiflung gesehen aber trotzdem hätte ich mir niemals die Qualen von Folter Hunger und Krankheit vorstellen können die auf diese Männer warteten sobald sie im Lager angekommen waren ich hatte keine Ahnung dass nur 15 Minuten Fußweg von meinem Wohnort entfernt zahllose Männer misshandelt wurden und sich zu Tode schuften mussten bevor viele von ihnen dann in Krematorien verbrannt wurden damals ließ mir meine Neugier keine Ruhe und so beschloss ich eines Sonntags Richtung Kohnstein zu spazieren um heraus zu finden wie weit ich noch auf den Spuren meiner Kinderzeit wandeln konnte kurz nachdem ich die letzten Häuser von Salza hinter mir gelassen hatte kam ich in einen hohen Stacheldrahtzaun etliche Schilder am Zaun verkündeten dass der Zutritt für unbefugte verboten sei von meinem Standort aus konnte ich deutlich den Eingang zum Tunnel erkennen aber sonst nichts außer zu kam sah ich keine Menschenseele da ich mir keinen Ärger mit dem SS-Mann und seinem Hund einhandeln wollte drehte ich um und ging zurück nach Salza wenige Tage später begrüßte mich meine Tante als ich abends von der Arbeit nach Hause kam mit einem Gesichtsausdruck der nichts Gutes verhieß wortlos reichte sie mir einen offiziell aussehenden Briefumschlag aus der Stadtverwaltung von Salza ich wurde aufgefordert mich in einer dringenden Angelegenheit sobald wie möglich dort zu melden also ging ich am nächsten Morgen zum Rathaus wo ich nach kurzem warten von einer Sekretärin zum Bürgermeister geführt wurde der große Mann in brauner Uniform der an seinem großen Schreibtisch vor einer monströsen Hakenkreuzfahne saß kam gleich zur Sache mir liegt ein Bericht vor dass man sie gesehen hat wie sie am Kohnstein herumspioniert haben was sagen sie dazu zuerst bekam ich vor Schrecken kein Wort über Leben das ausspionieren geheimer militärischer Einrichtungen galt als schweres Verbrechen schließlich antwortete ich ich habe weder am Kohnstein noch sonst wo herumspioniert was um alles in der Welt hatten sie denn dort zu suchen ich erwiderte dass ich früher mit meinem Onkel dort gewandert sei und mir einfach diese Landschaft meiner Kindheit noch einmal hatte ansehen wollen natürlich verschwieg ich ihm meine neugier wegen der Konvois und ihrer seltsamen Fracht sobald ich den Zaun und die Schilder gesehen habe versicherte ich bin ich umgekehrt dem Bürgermeister schien meine Erklärung zu genügen aber er ermahnte mich dringend diesem Gebiet in Zukunft fern zu bleiben ich kenne Schneidermeister Schwierigkeiten bringen haben sie mich verstanden ich versicherte ihm dass ich ihn hundertprozentig verstanden hätte dann verabschiedeten wir uns mit einem Heil Hitler und ich war entlassen Onkel Karl und Tante Grete wollten sich gar nicht mehr beruhigen als ich ihnen erklärte was ich beim Bürgermeister erlebt hatte ich musste ihnen versprechen von nun an vorsichtiger zu sein Wieder in Hamburg Obwohl Onkel Karl und Tante Grete alles taten damit wir uns bei ihnen wie zu Hause fühlten wurde unser Heimweh von Tag zu Tag stärker schließlich hielten wir es nicht mehr aus und beschlossen ihnen zu sagen dass wir zurück wollten da die Züge fast wieder normal fuhren brauchten wir nur sieben Stunden bis Hamburg Als Ausgebombte wurden wir in der ehemaligen Volksschule auf der Bruckner Straße an der ich täglich in unserer Unterkunft um die Insassen routinemäßig zu überprüfen sie ließen sich unsere Papiere zeigen und wiesen uns an und sofort bei unseren alten Arbeitsstellen zu melden oder falls das nicht möglich war uns vom Arbeitsamt für andere Arbeiten einteilen zu lassen wir sollten unseren Beitrag dazu leisten dass Deutschland den Krieg gewann die Gummifabrik in der meine Mutter gearbeitet hatte war fast völlig zerbombt worden und beschäftigte nur noch eine Handvoll Mitarbeiter aber wir beschlossen es trotzdem dort zu versuchen und wir hatten Glück für mich als Bauschlosser hatte der Personalchef Arbeit in der noch intakten Zweigstelle der Firma in Harburg Hamburgs Nachbarstadt südlich der Elbe meine Mutter bekam dort Arbeit in der Kantine wichtig war dass wir zusammen waren wir standen morgens um fünf Uhr auf und gingen etwa zehn Minuten zu Fuß durch die Ruinenlandschaft zur Straßenbahnhaltestelle den Heide wo schon Kollegen aus der Gummifabrik warteten da meine Mutter nicht wie ich einen zehnstündigen Arbeitstag hatte fuhr sie früher wieder nach Hamburg zurück und bereitete dann in der Gemeinschaftsküche im Schulkeller unser karges Abendessen zu im täglichen Überlebenskampf der Kriegsjahre hatten meine Mutter und ich die rassisch bedingten Probleme fast vergessen die uns früher geplagt hatten dann jedoch geschah etwas das uns je zurück in die Realität riss meine Mutter und ich fuhren wie jeden Morgen mit der Straßenbahn zur Arbeit da die Bahn fast immer gerammelt voll war hatten wir uns angewöhnt abwechselnd zu setzen wenn einer von uns das Glück hatte einen Platz zu ergattern an diesem Morgen war ich gerade mit sitzen an der Reihe und döste vor mich hin während meine Mutter vor mir stand ein hoch dekorierter einbeiniger Soldat der in Krücken ging packte mich plötzlich du ausländisches Dreckschwein und lass die deutsche Frau sitzen brüllte er lauthals und zeigte auf meine Mutter wir haben nicht an der Front gekämpft damit solches pack wie du es sich hier gut gehen lässt offensichtlich schätzte der gute Mann die derzeit herrschende Situation völlig falsch ein und hatte keine Ahnung dass viele der deutschen Arbeiter alles was mit dem Krieg zu tun hatte einschließlich seiner Helden mit wachsender Abscheu betrachteten halt doch die Schnauze und kümmere dich um deinen eigenen Kram schaltete sich einer meiner Kollegen ein als der fassungslose Soldat meinen Kollegen zu einer Schlägerei provozieren wollte erntete er die schonungslos ehrliche Antwort du kämpfst bestimmt mit keinem mehr vielleicht hast du es noch nicht gemerkt Kamerad aber deine kämpferische Zeit ist endgültig vorbei hör auf meinen Freund hier zu belästigen sonst schmeiß ich dich aus der Bahn Dem Soldaten schien es jetzt klar zu werden dass er aufs falsche Pferd gesetzt hatte und unter den feindseligen Blicken der anderen Fahrgäste ließ er von mir ab zutiefst gedemütigt humpelte er dem Ausgang zu und stieg an der nächsten Haltestelle wortlos aus als die Bahn weiterfuhr sah ich ihn niedergeschlagen auf seinen Krückenlehnen was mir die Schadenfreude über seine wenngleich verdiente Abfuhr vergelte meine Mutter und ich waren gerührt über die Solidarität die mein Kollege gezeigt hatte als wir ihm dafür dankten winkte er ab und sagte höchste Zeit dass diese sogenannten Kriegshelden endlich kapieren dass ihre bei ist und ihre Orden keinem Pfifferling mehr wert sind er sagte das so laut dass alle es hören konnten und mir wurde klar wie sehr sich die Zeiten geändert hatten aber ein anderer Zwischenfall nur wenige Tage später machte mir nur allzu deutlich dass der nationalsozialistische Terror noch immer nicht unterschätzt werden durfte ich war dabei in der Fabrik beschädigte Metallfenster Rahmen zu schweißen vom Erdgeschoss aus hatte ich einen freien Blick auf die Straße die zu den Elbbrücken führte es war ein bitterkalter Tag plötzlich fiel mir eine seltsame Prozession von Frauen auf die sich von bewaffneten SS-Männern flankiert langsam in meine Richtung bewegte als sie näher kamen konnte ich erkennen dass es sich überwiegend um junge Frauen handelte und dass alle den gelben Davidstern trugen die Wachen behielten sie und gelegentliche Passanten genau im Auge während die Frauen mit schweren Besen und Schaufeln die Straße reinigten trotz der schneidenden Kälte hatten die meisten nur einen dünnen Mantel an und manche trugen weder Handschuhe noch Mütze aber sie verrichteten ihre Arbeit schweigend und mit völlig ausdruckslosen Gesichtern wie lebende Tote im Rahmen der Mobilisierungs Anstrengungen zum totalen Krieg wurde die 60 Stunden Woche eingeführt sämtliche Feiertage wurden abgeschafft und alle Schulen geschlossen Eine weitere Maßnahme war die Bildung des Volkssturms zu dem alle Männer eingezogen wurden die zuvor als zu alt zu gebrechlich oder wie ich aus anderen Gründen als für den Militärdienst ungeeignet eingestuft worden waren Ausnahmslos jeder zwischen 16 und 65 musste sich zum Volkssturm melden Daher trottete ich zu einer nahegelegenen Armeekaserne um dem Befehl Folge zu leisten Diesmal jagte mich leider niemand mit der Begründung davon Nicht-Arier hätten die Ehre nicht verdient für Deutschland sterben zu dürfen Ein Unteroffizier drückte mir ein ramponiertes altes Gewehr in die Hand und befahl mir mich zu dem jämmerlichen Haufen von alten Männern in Zivil zu gesellen die gerade ähnliche Gewehre wie meines schulterten Die diensttuenden Offiziere und Unteroffiziere waren ausnahmslos hoch dekorierte erfahrene Kriegsveteranen Einige trugen Augenklappen oder hatten einen Arm in der Schlinge Der ranghöchste Offizier ein junger Major und Ritterkreuz Träger salutierte mit links weil sein rechter Arm fehlte Nachdem er uns im Volkssturm begrüßt hatte erzählte er uns dass wir um den Endsieg zu erringen die Pflicht und die Ehre hätten notfalls unser Leben für das Vaterland zu opfern das durch Verrat an der Heimatfront und im Ausland in größte Not geraten sei Dann erklärte er diese erste Zusammenkunft diene hauptsächlich der Orientierung und wir würden am folgenden Sonntag vereidigt werden Dann wurden wir runter eine Stunde lang gedrillt und anschließend sind kleine Gruppen aufgeteilt Man zeigte uns wie man eine Panzerfaust bediente mit der man angeblich jeden Sherman oder Stalin Panzer zerstören konnte Ein Ausbilder erklärte uns dass wir bloß im Hinterhalt lauern müssten bis ein Panzer vorbeikäme den Auslöser betätigen und Puff sei es um Panzer und Besatzung geschehen Nach einer weiteren Durchhalterrede des Majors durften wir gehen wurden aber angewiesen am folgenden Sonntag um die gleiche Zeit wieder zu kommen Ich fand jedoch dass ich schon alles Wissenswerte über die Panzerfaust gelernt hatte und beschloss dem Volkssturm den Rücken zu kehren Da keiner meinen Namen notiert oder meine Anwesenheit irgendwie festgehalten hatte ging ich davon aus dass mich wohl kaum jemand vermissen würde Irgendwelche Bedenken dass ich wegen Fahnenflucht vor ein Militärgericht gestellt werden könnte zerstreute ich wie üblich mit jugendlicher Unbefangenheit Es wird schon nichts passieren redete ich mir ein und glücklicherweise behielt ich mit dieser Einschätzung recht Im Herbst des Jahres 1944 befürchteten immer mehr Bewohner von Harburg dem das Schicksal Hamburgs bislang erspart geblieben war dass ihr Glück nicht mehr lange wehren würde die meisten deutschen Industriestädte lagen bereits in Trömmern und auch ich hatte von Tag zu Tag größerer Zweifel dass Harburg verschont bleiben würde Der große Angriff kam an einem strahlenden Nachmittag Ich war gerade damit beschäftigt ein undichtes Dampfrohr auszutauschen als der Fliegeralarm losging Alle Arbeiter liefen in den unterirdischen Luftschutzbunker der Fabrik wo wir uns wie immer froh über die kleinste Verschnaufpause während unseres anstrengenden 10-Stunden-Tages entspannten und miteinander plauderten Plötzlich meldete eine Stimme über den Drahtfunk dass ein großes US-Bombergeschwader im Anflug auf Harburg und Wilhelmsburg sei Schlagartig erstarben alle Gespräche und angespannte Stille machte sich im Bunker breit Ich dachte dass meine Mutter glücklicherweise in Hamburg und damit in Sicherheit sein müsste da das Schon war das Heulen der ersten fallenden Bomben zu hören Kurz darauf setzte eine Serie von ohrenbetäubenden Detonationen ein gefolgt von gewaltigen erdbebenartigen Erschütterungen Mir der ich erst vor etwas mehr als einem Jahr die schweren Luftangriffe auf Hamburg überlebt hatte war das Szenario nur allzu vertraut Irgendwie fühlte ich mich seltsam entrückt und ruhig fast so als wäre ich sicher mit heiler Haut davon heftig erzittern dass es uns im Bunker vor den Sitzen riß Die Stromversorgung fiel aus und wir saßen in völliger Finsternis Als die Bombardierung schließlich aufhörte gelang es jemandem im Schein einer Taschenlampe eine Ausgangstür zu öffnen und wir arg mitgenommen aber unversehrt kletterten die Treppe hoch die in den Fabrikhof führte Das Gebäude in dem die Schlosser Werkstatt untergebracht war bestand nur noch aus einem riesigen rauchenden Schuttberg Die Geschäftsleitung teilte uns mit wir könnten nach Hause gehen und sollten uns am nächsten Tag wieder zur Arbeit melden Der Luftangriff hatte großflächige Verwüstungen angerichtet Eine unheimliche Stille hatte sich über Harburg gesenkt Ich war noch ganz taub von den Bombenexplosionen und der dichte Rauch der die ganze Gegend einhüllte machte mir das Atmen schwer während ich überschwelende Trümmer stolperte und an brennenden Häusern entwurzelten Bäumen und verbogenen Straßenbahnschienen vorbeiging Mit größter Vorsicht wich ich den zahlreichen Stromkabeln aus die von den Bomben aus der Erde gerissen worden waren und sich nun wie wütende Schlangen auf der Straße wandten bereit jeden zu töten der mit ihnen in Berührung kam Ich versuchte möglichst nicht auf die verkohlten und verstümmelten Leichen zu achten die überall herum lagen Plötzlich zerriss ein Schrei die Stille und holte mich je aus meinen Gedanken über die Vergänglichkeit des Lebens Da ist einer von denen schrie eine Frau aus vollem Hals und zeigte auf mich Einer von diesen Mördern bringt das Amischwein um Er soll spüren wie es ist bei lebendigem Leib zu verbrennen Binnen Minuten war ich von einem wütenden zeternden und wild gestikulierenden Mob umringt Ich war zuerst so perplex über den Menschenauflauf dass ich absolut nicht verstand was der Grund für die Aufregung war Aber als ich dann an mir herunter blickte und die Schweißerbrille um meinen Hals meinen ölverschmierten blauen Mantel und meine braunen Hände sah begriffig sie hielten mich für einen schwarzen US-Piloten der aus seiner abgeschossenen Maschine abgesprungen war Die Frau die den ganzen Tumult ausgelöst hatte verlangte die Sache endlich zu erledigen und mich in eines der brennenden Häuser zu werfen Ich spürte dass die aufgebrachte Menge kurz davor stand mich zu lündchen Die hassverzerrten Gesichter ließen keinen Zweifel daran dass ich für diese Leute ein willkommener Sündenbock war an dem sie ihre lang aufgestaute ohnmächtige Wut auf die Peiniger Ohne Befehl einer Führungspersönlichkeit wollte keiner handeln Aber ich wusste nicht wie lange dieses Zöger noch dauern würde Zum ersten Mal an diesem Tag hatte ich wirklich Angst um mein Leben Plötzlich teilte sich die Menschenmauer die sich immer dichter um mich geschlossen hatte und ein strammer Polizeileutnant trat vor Ruhe alle zurück auf die andere Straßenseite rief er die rechte Hand auf dem Halfter seiner großen Dienstpistole die Leute geruchten sofort ich atmete erst einmal erleichtert auf obwohl ich mich fragte auf wessen Seite sich der Polizist letzten Ende schlagen würde nachdem er meine blaue Kennkarte einen Ausweis den man stets bei sich tragen musste genau studiert hatte lockerte sich das bis dahin streng dienstliche auftreten des Beamten und er sah mich fast väterlich gütig an so was ist los mit ihnen wollte er wissen als ich ihm erzählte was mit der Fabrik passiert war und dass man alle Arbeiter nach Hause geschickt hatte war er rasch davon überzeugt dass mein Hamburger Dialekt trotz meiner braunen Haut unverkennbar echt war was für ein Haufen hysterischer Idioten sagte er mit einem verächtlichen Nicken in Richtung der Leute auf der anderen Straßenseite dann wollen wir mal sehen ob wir sie sicher nach Hause kriegen sagte er und hielt gleich darauf einen bereits überfüllten Bus an der in Richtung Hamburg fuhr haben sie Fahrgeld fragte er als ich ihm sagte dass mein Fahrgeld in meinem Spind in der zerstörten Fabrik war griff er in seine Tasche und gab mir das nötige Kleingeld bringen sie den jungen Mann hier sicher nach Hamburg ich mache sie persönlich dafür verantwortlich sagte der Polizist zu dem Bus Fahrer kein Raum in der Herberge als ich mich am Morgen nach dem Bomben angriff wie geheißen zur Arbeit zurück meldete wurde uns mitgeteilt dass die Firma wegen Bomben schnaden geschlossen sei ich wurde zu einer kleinen Autoreparatur Werkstatt in Harburg geschickt wo aufgrund der immer schlimmer werdenden Benzinknappheit LKW und PKW auf Holzgas umgestellt wurden dazu wurden die Vergaser ausgebaut und hinten an den Fahrzeugen große Holzbrenner angebaut die aussahen wie Kanonenöfen und per Gasleitungen mit dem Motor verbunden waren die Fahrzeuge wurden dann getankt indem man einfach ein paar Holzscheite in den Brenner warf die Werkstatt leitete ein kleiner schrumpeliger Mann der nur selten sein winziges vollgestopftes Büro verließ die Belegschaft bestand aus Angefangene und zwei deutsche Automechaniker Lehrlinge die es irgendwie geschafft hatten nicht zur Wehrmacht eingezogen zu werden die Italiener die das Ende des Krieges ahnten und sich schon auf ihre baldige Heimkehr freuten sangen von morgens bis abends O sole mio und alle bekannten Arien von Verdi und Puccini taten aber kaum einen Anschlag ich hatte auf Anhieb ein gutes Verhältnis zu ihnen einer von ihnen sogar noch dunkler war als meine sollte mich auf Anordnung des Chefs einarbeiten An meinem zweiten Arbeitstag kurz vor der Mittagspause hörten wir hoch oben am Himmel ein Flugzeug Da uns inzwischen jede Flugaktivität aufmerken ließ blickten wir alle nach oben Statt eines Flugzeugs sahen wir aber nur eine Art Konfetti Wolke Je mehr die Wolke herabsank desto größer wurde das Konfetti bis wir erkannten dass es tausende von Flugblättern waren die träge auf uns zusegelten anscheinend war ein feindliches Flugzeug in den Luftraum von Harburg eingedrungen und zwar so hoch dass es keinen Fliegealarm ausgelöst hatte natürlich wussten wir dass es strengstens verboten war feindliche Propaganda zu lesen und zu verbreiten doch einige der Italiener und ich vergaßen alle Vorsicht rannten nach draußen und hoben ein paar Flugblätter von der das einzige was ich auf den ersten Blick erkennen konnte war die Überschrift in großen Buchstaben der Krieg ist verloren ich konnte es gar nicht erwarten den Rest der guten Nachricht zu lesen doch kaum hatte ich das Flugblatt in die Tasche gesteckt da befahl uns eine donnernde Männerstimme die Flugblätter nicht anzurühren ich drehte mich um und sah einen wild gestikulierenden NS Funktionär in seiner braunen Uniform auf uns zu laufen Panik erfasste mich als mir plötzlich bewusst wurde was ich soeben getan hatte falls der Nazi mich mit dem Flugblatt in der Tasche erwischte war es um mich geschehen ich eilte zurück in die Werkstatt und schloss mich auf der Toilette ein ohne das Flugblatt zu lesen zerriss ich es in kleine Stücke und spülte sie im Chlor hinunter kaum war der letzte Schnipsel im gurgelnden Strudel verschwunden da hörte ich auch schon die aufgeregte Stimme des Nazis der in der Werkstatt herumtobte laut schreiend teilte er unserem Boss mit er habe gesehen wie mindestens zwei Macaroni Fresser verbotene Flugblätter aufgehoben hätten und er bestehe darauf eine Durchsuchung vorzunehmen in dem daraufhin einsetzenden durcheinander schlich ich mich aus dem Waschraum und mischte mich unbemerkt unter meine Kollegen auf Anordnung des vortreten und unsere Taschen leeren Ich fürchtete schon dass Nino der auch ein Flugblatt aufgehoben hatte vielleicht nicht mehr dazu gekommen war es rechtzeitig loszuwerden Als der Mann ihn aufforderte seine Taschen zu leeren erwiderte Nino ungerührt Ich nix verstehen Die Standard Floskel von Kriegsgefangenen wenn sie nicht kooperieren wollten Ich sorge schon dafür dass du verstehst schrie der Nazi Nino wütend an Aber Nino stellte sich weiter dumm was den NS Funktionär vollends aus der Fassung brachte Jetzt schaltete sich unser Boss ein und sagte zu Nino dass es ernste Folgen haben könne wenn er nicht kooperierte Schließlich fügte Nino sich und mit einem immer unverschämteren Grinsen stülpte er sämtliche Taschen nach außen Als Nino fragte ob er auch noch die Hose runterlassen sollte entgegnete der Nazi er solle den Mund halten und ihm aus den Augen gehen Ich stieß einen stummen Seufzer der Erleichterung aus Nino hatte ein Flugblatt aufgehoben daran bestand kein Zweifel aber ich konnte mir nicht erklären wie er den Nazi getäuscht hatte Als die Reihe schließlich an mich kam fixierte der Mann mich mit durchdringendem Blick und sagte er sei sich ganz Italiener Ich bin Deutscher erwiderte ich in meinem besten Deutsch und ich habe nie ein Flugblatt auch nur angerührt Mit diesen Worten stülpte ich alle meine Taschen um Am späten Nachmittag als der NS-Funktionär längst gegangen war begegnete ich Nino im Waschraum Du lesen Deutsch fragte er mich Natürlich antwortete ich Dann du lesen für Nino Er gab mir einen Zettel die nicht sogleich als eines der Flugblätter erkannte die uns gut und gern den Kopf hätten kosten können Wo hattest du den denn versteckt wollte ich wissen Nino deutete auf seinen Schritt Und was hättest du getan wenn der Nazi wirklich gewollt hätte dass du die Hose runter lässt Hat er aber nicht lautete Ninos lachende Antwort Das Flugblatt besagte im Wesentlichen dass der Sieg der Alliierten unmittelbar bevorstehe Die Deutschen sollten einsehen dass jeder weitere Widerstand sinnlos sei und ihr Leiden nur verlängern werde Sie könnten sicher sein dass sie von den Besatzungsmächten nichts zu befürchten hätten Ich weiß nicht ob Nino alles verstand aber er war sichtlich erfreut über das was ich ihm vorlas Mussolini kaputt strahlte er bald Goebbels und Hitler auch kaputt und bald geht Nino zurück nach Sicilia Zum Schluss unseres konspirativen Treffens zerriss sich das Flugblatt und ließ den Schnipseln eine Seebestattung im Klo zuteil werden Einige Tage später unterbrach kurz nach der Mittagspause das allzu bekannte Heulen der Sirene unserer Arbeit Der Boss sagte einem der Lehrlinge er solle den Firmenlastwagen nehmen und zusehen dass er aus Harburg raus käme Er selbst wollte mit seinem PKW fahren Wir Arbeiter hatten die Wahl hinten auf dem Lastwagen mitzufahren oder unser Glück in einem öffentlichen Bunker in der Nähe zu versuchen In Erinnerung an den letzten Luftangriff auf Harburg entschieden wir Höhlen der Bomber in der Luft hörten Sekunden später schlugen überall um uns herum Bomben ein Sobald der LKW zum Stehen kam sprangen wir von der Ladefläche und warfen uns auf die Beben der Erde Erst nach dem Ende der ersten Angriffswelle traute ich mich den Kopf zu heben und mich umzublicken Ich sah mehrere Leute über die Straßen hasten und rief Wo ist der nächste öffentliche Luftschutzkeller Die Leute sahen nur kurz zu uns herüber und setzten ohne zu antworten ihren Weg fort Wir liefen ihnen nach und kamen einige Querstraßen weiter zu einem Luftschutzkeller Als wir ihn erreichten hörten wir auch schon dass sich ein zweites Angriffs geschwader näherte Froh es noch gerade rechtzeitig bis zum Bunker geschafft zu haben Ausländer teilte er den drei Italienern und mir mit während er die beiden deutschen Lehrlinge hinein ließ Ich war mir sicher dass die Vorschrift auf die er sich berief auf seinem eigenen Mist gewachsen war aber niemand setzte sich für uns ein Im Gegenteil Hinter dem Luftschutzwart sah ich die finsteren Gesichter von anderen Deutschen die keinen Zweifel daran ließen dass sie uns den Zutritt notfalls mit Gewalt verwehren würden Mit einem grausam endgültig klingenden dumpfen Schlag schloss sich die schwere Stahltür vor unserer Nase und wie auf dieses Zeichen hinsetzten die Bomben wieder ein Unter den Umständen taten wir das naheliegende Wir legten uns flach auf den Bauch und pressten uns an die Bunker Wand Während wir auf dem Boden lagen der von den Bomben Einschlägen erbebte und Bombensplitter ringsherum heulten und zischten sah ich wie Nino seinen Rosenkranz betete Auch der zweite Angriff dauerte nur wenige Minuten Doch als er vorbei war hatten wir alle das Gefühl um Jahre gealtert zu sein Nachdem wir uns wieder etwas erholt hatten gingen wir zurück zum Lastwagen der zu unserer Erleichterung unversehrt geblieben war Nach einigen Umwegen da viele Straßen durch die großflächigen Zerstörungen unpassierbar geworden waren erreichten wir schließlich die Firma wo uns erneut eine Überraschung erwartete Ein Großteil der Werkstatt stand nicht mehr Diesmal war der Spind mit meinen Sachen jedoch verschont geblieben Nachdem ich mich von Nino und seinen Landsleuten verabschiedet hatte sagte ich Harburg endgültig lebewohl und fuhr mit dem nächsten Zug nach Hamburg zurück Max Röpke Am folgenden Tag ging ich zum Arbeitsamt in Hamburg und ließ mir eine neue Stelle zuweisen Nachdem der Beamte meine Akte und Zeugnisse studiert hatte bat er mich einen Moment zu warten Ich glaube ich habe da genau das Richtige für Sie sagte er und verließ den Raum Als er wieder kam war er in Begleitung eines großen massigen Mannes mit rotem Gesicht und einer noch röteren Schnaps Nase Er trug einen teuren Kamel Hammantel wie ihn sich kein normaler Bürger seit Anfang des Krieges mehr leisten konnte Ich bin Max Röpke stellte der Mann sich vor und streckte mir eine riesige Pranke entgegen Ich habe eine Spedition in hohe Luft und ich könnte einen Schlosser gebrauchen der so ziemlich heiß kann Ich erklärte dass ich zwar nicht Schlosser verlangt würde Röpke sah in meiner Akte nach wo ich bisher gearbeitet hatte nickte dann dem Beamten zu und sagte Ich denke er ist was ich brauche Dann wandte er sich an mich und sagte So damit wäre wohl alles klar Du fängst sofort an Röpke unterschrieb einige Papiere schüttelte dem Beamten die Hand und flüsterte etwas das ich anhörte wie Um alles weitere kümmere ich mich dann Damit war er offiziell mein Herr und Meister und selbst wenn ich gewollt hätte ich hätte nicht einfach wieder kündigen können Irgendwie beschlich mich das unbestimmte Gefühl dass ich soeben Gegenstand eines dubiosen Handels geworden war ein Eindruck der sich verstärkte als Röpke mir auf der Straße sagte ich solle in seinen Wagen steigen einen schicken gelben BMW Sportwagen mir wurde zunehmend bewusst dass mein neuer Boss ein sehr einflussreicher Mann sein musste schon allein die Tatsache dass er an Benzin für seinen Privatwagen kam wo doch Treibstoff ausschließlich für Militärfahrzeuge reserviert war verrät mir dass dieser Mann enorme Beziehungen hatte wenige Minuten später kamen wir zu seiner Firma ein zweistöckiges Backsteingebäude das auf einem großen umzäunten Hof stand und in dem eine kleine Werkstatt eine Garage und mehrere Lagerräume untergebracht waren bis auf einen jungen blonden Mann im Overall der die olivgrüne Mütze der polnischen Armee auf dem Kopf trug war sonst niemand da das ist Stanislaus Dobrowalski mein Hofverwalter sagte Röpke er wird dir zur Hand gehen wenn du Hilfe brauchst er zeigt dir wo alles ist und erklärt dir alle Einzelheiten zur Zeit haben wir nicht viel Arbeit aber keine Sorge wir werden schon genug für dich zu tun kriegen dann stieg Röpke wieder in seinen Sportwagen und brauste davon Stanislaus versicherte mir dass mein neuer Job ein Kinderspiel sei wie er es ausdrückte kein Problema und dass er mir zeigen würde wie alles lief in den Wochen darauf bekam ich Röpke kaum zu Gesicht und hatte praktisch nichts anderes zu tun als mein polnisch aufzupolieren eines Tages erklärte mir Stanislaus aus keinem ersichtlichen Grund tatsächlich wie alles lief und das zweifellos sehr viel ausführlicher als Röpke lieb war in bilderreichem gebrochenem deutsch das er wie er sagte in seiner bereits fünfjährigen Kriegsgefangenschaft gelernt hatte erzählte er mir dass Röpke ein Schieber ersten Ranges mit besten Beziehungen zu hohen Nazi funktioniert sei und lukrative Schmuggelgeschäfte mit dem besetzten Holland mache Röpke so Stanislaus essen trinken und ziehen sich besser an als Hitler seine RKW brachten Waren von denen die meisten von uns vergessen hatten dass sie überhaupt existierten zum Beweis griff Stanislaus in seine Jackentasche und holte eine Tafel Schokolade hervor erbrach sie mit der Verpackung in zwei Hälften und reichte mir eine als ich die Schokolade roch begriff ich was Stanislaus meinte ich hatte beinahe vergessen wie Schokolade roch und schmeckte wo hast du die her komm ich zeige dir ich folgte ihm nach oben wo er mit dem Hinweis ich solle aufpassen dass Röpke uns nicht erwische eine Tür öffnete ein Blick in den Lagerraum genügte dass mir die Augen übergingen Stanislaus hatte recht da türmte sich vieles was ich und die meisten Deutschen aus dem Bewusstsein verdrängt hatten weil es schon so lange nicht mehr zu bekommen war und die Stapel reichten fast bis zur Decke Berge von Schokolade Ölsardinen Corned Beef Schinken Kaffee Kakao Zigaretten Pfeifentabak erstklassige Seife Handcremes Parfums Lippenstifte und Nylonstrümpfe einfach alles bevor ich meine Fassung wiedergewonnen hatte sagte Stanislaus dass es zur Abwechslung ein großes Problem er gab er gestand mir daß er sich manchmal mit Hilfe eines primitiven selbstgemachten Dietrichs heimlich Zutritt in den Raum verschaffte und sich hier eine kleine bisschen bediente als er an diesem Morgen für uns die Tafel Schokolade geklaut hatte und anschließend wieder abschließen wollte sei ihm der Dietrich im Schloss abgebrochen wenn Röpke entdecken würde daß die Tür unverschlossen sei säße er ganz schön in die Scheiße um das zu verhindern so bat Stanislaus mich sollte ich als Schlosser den Schaden beheben deshalb also hatte Stanislaus mich ins Vertrauen gezogen mein erster Impuls war nein zu sagen und ihn mit seinem Problem allein zu lassen dann fiel mir ein daß Stanislaus wenn er zur Rede gestellt würde behaupten könnte nicht er sondern ich wäre in den Lagerraum eingebrochen da Röpke mich noch nicht gut kannte wem würde er wohl glauben Stanislaus oder mir da jede Sekunde zählte sagte ich er solle einen neuen Dietrich anfertigen während ich versuchte das abgebrochene Stück aus dem Schloss zu holen nachdem unser Schlachtplan feststand machten wir uns mit der Präzision eines eingespielten Teams an die Arbeit nach wenigen Minuten hatte ich das Schloss ausgebaut das abgebrochene Dietrich Stück entfernt und das Schloss wieder eingebaut als ich fertig war verpasste Stanislaus in der Garage gerade seinem Dietrich den letzten Schliff da hörten wir Röpkes Wagen in den Hof fahren um keinen Verdacht zu erregen machten wir uns eifrig daran den Garagenboden zu fegen als Röpke auch schon hereinkam alles in Ordnung fragte er ja Pan kein Problem erwiderte Stanislaus und ich nickte während mir das Herz bis zum Halse schlug und dann bekam ich fast eine Herz Attacke denn Röpke schritt zielsicher auf die Treppe zu was soll ich mit der kaputten Ladeklappe machen die einer von den Fahrern gestern hier gelassen hat fragte ich in dem verzweifelten Versuch ihn aufzuhalten der Trick funktionierte Röpke drehte sich um und folgte mir nach draußen in den Hof um sich den Schaden anzusehen meinst du du kriegst das wieder hin fragte er klar den mach ich wieder wie neu schön dann zeig mal was du kannst mit einem Blick auf seine Uhr stieg Röpke wieder in den BMW winkte mir zu und fuhr davon die Erleichterungsseufzer von Stanislaus und mir fielen eher wie Jubelschreie aus die man in der halben Nachbarschaft hören konnte sobald Röpke außer Sicht war eilten wir die Treppe hinauf und probierten den Dietrich aus Nach einigen kleinen Korrekturen drehte er sich im Schloss wie geschmiert Nun da das schlimmste verhütet war überlegten wir in aller Ruhe wie wir mit den Kostbarkeiten im Lagerraum verfahren sollten Zwar gehörte uns die illegale Schmuggelware nicht aber Röpke eben auch nicht und deshalb fanden wir dass wir der Gerechtigkeit dann und wann mal unter die Arme greifen sollten Als ich an diesem Abend mit meinen Schätzen nach Hause kam und die leuchtenden Augen meiner Mutter sah fühlte ich mich wie Robin Hood sich gefühlt haben muss wenn er den Armen gab was er den Reichen geraubt hatte Die Giordanos Eines Abends ich kam aus dem Kino stieg ich am Bahnhof Friedrichsberg aus dem Zug und machte mich auf den Weg zu der Schule die mittlerweile seit einigen Monaten unser Zuhause war es war schon spät und ich ging eilig durch den großen Park am Elbeek Kanal der dunkel und menschenleer war plötzlich hörte ich Schritte hinter mir und dachte an einen Überfall ich warf einen Blick über die Schulter und sah im dämmerigen Mondlicht die Silhouette eines Mannes sofort verlangsamte ich meinen Schritt damit der Fremde aufholte als er neben mir war erkannte ich einen jungen Mann etwa in meinem Alter von untersetzter Statur und mit dicker Hornbrille den ich früher oft in der Swingboy Szene im Café König gesehen hatte auch er erkannte mich wieder ich kenne dich sagte er du warst doch immer im Café König ich bin Egon Giordano ja ich erinnere mich auch an dich erwiderte ich und wir gaben uns die Hand Zigarette eine anzündete gingen wir weiter und plauderten über die gute alte Zeit in unserem Lieblings Etablissement das 1943 von den Bomben dem Erdboden gleich gemacht worden war es dauert nicht mehr lange dann sind diese gottverdammten Nazi Schweine am Ende sagte Egon ich war verblüfft über den Hass in seiner Stimme erwiderte aber nichts als Egon meine Zurückhaltung bemerkte lachte er du brauchst ist dass ich Jude bin ich fuhr zusammen ich hatte zwar größtes Mitgefühl für die Juden doch aufgrund meiner eigenen prekären Lage konnte ich mir nicht leisten bei einem vermeintlich heimlichen Treffen mit einem Juden erwischt zu werden nein ich hatte keine Ahnung dass du Jude bist wieso sollte ich das wissen ich dachte jeder im Kaffee König hätte es gewusst und wieso trägst du dann keinen Stern fragte ich argwöhnisch naja ich bin Halbjude nur Volljuden müssen den Davidstern tragen erklärte Egon meine Mutter ist Volljudin und mein Vater ist ein in Deutschland geborener Italiener auch die Tatsache dass er Halbjude war würde uns nicht helfen wenn uns eine Gestapo Patrouille anhielte keiner würde uns glauben dass wir uns rein zufällig getroffen hatten ich sah schon die Zeitungsschlagzeilen vor mir Jude und Neger bei konspirativem nächtlichem Treffen in Park ertappt Todesstrafe offenbar ohne mein Unbehagen zu bemerken sprach Egon weiter er erzählte er wisse aus zuverlässige Quelle dass allen Nicht-Ariern die Vernichtung drohe die Nazis wissen schon eine Weile dass der Krieg verloren ist dass sie am Ende sind aber sie sind fest entschlossen möglichst viele von uns mit ins Grab zu nehmen dann erzählte Egon dass überall dort wo das deutsche Militär noch an der Macht sei spezielle Gestapo Kommandos mit allen Mitteln versuchten Nicht-Ariern aufzuspüren die ihnen bislang durch die Finger geschlüpft seien er sagte seine Eltern seine beiden Brüder und er hätten schon die ganze Zeit versucht möglichst nie irgendwie aufzufallen doch falls die Sache noch brenzliger werde würden Wir haben vertrauenswürdige deutsche Freunde die uns verstecken und versorgen werden bis alles vorüber ist sei bloß nicht so naiv und bilde dir ein dir wird nichts passieren weil die Gestapo dich bisher in Ruhe gelassen hat überleg doch mal wieso sollten die Nazis die doch genau wissen dass die Zeit der Abrechnung für sie gekommen ist dich und mich in Frieden lassen während sie entweder ins Gefängnis wandern oder in den Galben kommen ich war wie vor den Kopf geschlagen was Egon da sagte hatte durchaus Hand und Fuß ohne jeglichen Kontakt zu anderen Nicht-Aryern hatte ich trotz allem ein falsches Sicherheitsgefühl entwickelt Egon brachte mir zu Bewusstsein dass wir alle im selben Boot saßen und dass dieses Boot jeden Augenblick sinken konnte obwohl ich deutlich sah in welcher Gefahr ich mich befand fühlte ich mich plötzlich gut ja fast euphorisch zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich jetzt einen wahren Bruder gefunden jemanden der aus eigener Erfahrung um die Schrecken des Lebens unter einem Regime wusste das uns als Untermenschen betrachtete jemanden dessen Existenz genauso gefährdet war wie meine wir erreichten das Ende des Parks und betraten nun eine Trümmerlandschaft endlose Zeilen ausgebrannter Mietshäuser deren Gerippe sich als gespenstische schwarze Skelette gegen den Himmel abhoben wir gingen zwischen den Schuttbergen hindurch die Straße entlang deren Mitte säuberlich freigeräumt worden war als wir in die von Essen Straße einbogen und vor der Schule standen im weiten Umkreis das einzige Gebäude das aus unerklärlichen Gründen von den Bomben verschont geblieben war wollte ich mich schon von Egon verabschieden als er sagte komm doch noch mit zu uns wir wohnen nicht weit von hier in einem Keller den wir hergerichtet haben meine Familie würde sich freundig kennen zu lernen irgendwie brachte ich es nicht übers Herz meinem neu gewonnenen Verbündeten den Wunsch abzuschlagen wir gingen etwa zehn Minuten durch die zerbombten Straßen Züge vorbei am Barmbeker Bahnhof bis wir zu einer Seitenstraße der Futsbüttler Straße kam über eine schmale von Trümmern befreite Schneise gelangten wir schließlich zu einer Ruine die sich auf den ersten Blick in keiner Weise von den übrigen unterschied wir blieben eine Weile stehen und Egon lauschte wohl um sicher zu gehen dass uns niemand gefolgt war bevor er vorsichtig an ein Keller Fenster klopfte anscheinend hatten sie ein bestimmtes gleich darauf öffnete sich die Tür neben dem Fenster und Egon führte mich in einen stockdunklen muffigen Raum der voller Menschen zu sein schien obwohl ich niemanden erkennen konnte nachdem die Tür geschlossen worden war flammte ein Streichholz auf und eine Petroleum Lampe wurde angezündet in dem dämmerigen Licht sah ich plötzlich mehrere Männer und eine Frau die mich anstarrten das ist Micky stellte Egon mich mit dem Spitznamen vor den ich mir in meiner Swingboy Zeit selbst gegeben hatte bestimmt habt ihr ihn früher mal in Barmbeck gesehen dann deutete er auf einen gut aussehenden Mann im mittleren Alter mit graumelliertem welligem Haar und auf eine blässliche Frau mit dunklen Ringen um die Augen das sind meine Eltern sagte Alphons und Lili Giordano sein Vater war Pianist und Akkordeonspieler seine Mutter Klavierlehrerin die beiden jungen Männer der eine 17 der andere 22 Jahre alt waren Egons Brüder Rocco und Ralf Ralf den ich auch als Stammgast im Café König wieder erkannte erzählte mir dass ich ihm zum ersten Mal bereits als Kind aufgefallen sei als unsere Straßen Krieg führten Bei einem über doch statt aufeinander loszugehen wandten wir uns unerklärlicherweise beide ab und jeder ging seines Weges Nachdem wir einander vorgestellt worden waren fielen die Giordanos förmlich über mich her umarmten mich und schüttelten mir die Hand als wäre ich ein seit langem verschollener Bruder offensichtlich hatten sie schon längere Zeit keinen Besuch mehr gehabt sie löcherten mich mit Fragen vor allem wollten sie wissen wie wie meine Mutter zurecht käme und was ich vom Verlauf des Krieges hielt dann forderten sie mich auf mit in einen kleinen Raum im hinteren Teil des Kellers zu kommen um die neuesten Nachrichten zu hören ich wusste sofort was für Nachrichten sie meinten als ich sah wie Ralf sich eine dicke Wolldecke über den Kopf legte und an den Knöpfen eines Volksempfängers herumdrehte nach einigen Sekunden Pfeifen und Rauschen ertönte die vertraute Stimme des deutschen Nachrichtensprechers der BBC zu unserer großen Freude hörten wir dass die Sowjet Truppen etwa 2000 Insassen des Konzentrationslagers in Auschwitz befreit hatten und angeblich nur noch wenige Kilometer vor Berlin standen die Giordanos nahmen die Neuigkeiten mit gemischten Gefühlen auf je näher das Ende rückt sagte Herr Giordano desto gefährlicher werden die Nazis und desto brenzliger wird es für uns er erklärte dass die Familie ihren Kontakt zur Außenwelt auf ein Minimum beschränkt habe um keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen ich rate dir unterzutauchen bevor es zu spät ist sagte auch er zu mir und fügte hinzu dass meine Mutter und ich jederzeit willkommen sein wenn wir uns bei ihnen verstecken wollten ich dankte ihm und versprach mir das zu überlegen endlich frei die Nachricht von Hitlers Tod am 30 April 1945 erreichte Hamburg erst am nächsten Tag doch wie er sich für einen Mann geziemte der das deutsche Volk belogen verraten hintergangen und schließlich in eine verheerende Katastrophe gestürzt hatte war auch die offizielle Meldung der Umstände seines Todes eine groteske Lüge der Führer Adolf Hitler so die knappe Verlautbarung aus dem Führerhauptquartier in Berlin habe auf seinem Posten in der Rechtskanzlei bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus gekämpft bevor er für Deutschland gefallen sei kein Wort darüber dass sich der Mann für den so viele Deutsche ihr Leben gelassen hatten durch Selbstmord seine Verantwortung entzogen hatte Vor Hitlers Selbstmord und unter Missachtung eines ausdrücklichen Befehls Hitlers Hamburg bis zum letzten Mann zu verteidigen beschloss NS-Gauleiter und Reichsstadthalter Karl Kaufmann die Stadt widerstandslos an den Feind zu übergeben Eine lange Reihe von olivenfarbenen Panzern Panzerkampfwagen und LKW rollte die Straßen entlang die auf beiden Seiten von Tommys flankiert wurde Sie waren bis an die Zähne bewaffnet und trugen ihre typischen flachen Stahlhelme mit Tarnnetzen Die lange Fahrzeugschlange kam an der über drei Meter hohen Barrikade vor der Schule zum Stellstand Eine Panzersperre wie sie die Nazis in den letzten Monaten in der ganzen Stadt hastig errechtet hatten Die Briten beäugten argwöhnisch die Schule das einzige intakte Gebäude in einer Ruinenlandschaft Dann kletterte ein Trupp von ca. zehn Mann über die Barrikade und näherte sich dem Eingang ihrer automatischen Waffen im Anschlag Kurz darauf hörten wir laute englische Befehle aus dem Korridor Ich meinte zu verstehen alle nach draußen Sieh doch mal nach was die wollen schlug einer in meinem Zimmer ängstlich vor Die tun dir schon nichts Außerdem sprichst du Englisch Sag ihnen einfach dass die Schule sich ergibt Sag ihnen dass wir deine Freunde sind und dass keiner von uns bei den Nazis war Ich bereute zutiefst jemals in maßloser Übertreibung behauptet zu haben dass ich Englisch sprach Ich konnte höchstens ein paar Brocken was weiß Gott nicht ausreichte um mit den Besatzern über unsere Kapitulation zu verhandeln Doch da ich nun einmal zum Sprecher der Gruppe ernannt worden war konnte ich die zweifelhafte Ehre nicht ausschlagen ohne das Gesicht zu verlieren Ich zog mich rasch an und ging hinaus auf den Korridor Beim Anblick der schwer bewaffneten Soldaten mit ihren finsteren Gesichtern verließ mich der Mut und ich wünschte ich hätte die Rolle des Unterhändlers abgelehnt aber dafür war es jetzt zu spät Do you speak English? fragte mich der Truppführer A little antwortete ich kleinart That's good entgegnete der Truppführer ein großer Mann mit einem buschigen roten Walross Schnauzbart und ebenso buschigen roten Augenbrauen Barsch Ich bin Captain so und so sagte er Was ist Ihre Nationalität? Ich erklärte so gut ich konnte dass ich halb liberianischer halb deutscher Abstammung sei in dieser Reihenfolge Wie viele Leute wohnen in diesem Gebäude und was sind das für Leute? fragte der Captain und bot mir eine Zigarette aus einer unbekannten weiß-blauen Packung mit der Aufschrift Senior Service an Bis dahin hatte ich jedem Gruppenzwang unter Gleichaltrigen widerstanden und keine Zigarette angerührt aber jetzt hielt ich es für ratsam auf diese erste freundliche Geste seitens meiner Befreier nicht ablehnend zu reagieren Ich nahm also die Zigarette und zündete sie an als symbolischer Ausdruck meiner Solidarität Dann erklärte ich dem Offizier mit meinen wenigen Brocken Englisch dass die Schule als Notquartier für ausgebombte deutsche Zivilisten diente von denen etwa 80% Frauen und die restlichen 20% überwiegend ältere Männer seien Sie sollen sich sofort auf dem Schulhof versammeln damit ich mit ihnen reden kann und da mein Deutsch noch viel schlechter ist als ihr Englisch möchte ich dass sie für mich übersetzen Ich versicherte dem Käpt'n dass ich mein Bestes tun würde Stolz auf meinen neuen halboffiziellen Status als Dolmetscher im den anderen was passiert war Anschließend ging ich von Raum zu Raum um den Befehl des Käpt'n weiterzugeben Überall bestürmten mich die Menschen mit Fragen und baten mich als Vermittler zu rangieren Ich musste lachen als selbst die Mitbewohner die mich stets unfreundlich behandelt hatten jetzt beschworen wie gut wir uns doch immer verstanden hätten Einige Frauen hatten sich aus lauter Angst vor Vergewaltigungen auf der Toilette eingeschlossen und je mehr ich sie zu beruhigen versuchte desto panischer wurden sie Schließlich versammelte sich ein jämmerlicher Haufen auf dem Schulhof Einige Frauen schlurzten während die Männer sich bemühten so unerschrocken wie unter den Umständen möglich dreinzublicken Sagen Sie ihnen Sie sollen eine so große Lücke in die Barrikade reißen dass unsere Fahrzeuge passieren können ich möchte dass alle gesunden Männer hier bleiben die Frauen können wieder reingehen ich verstand zwar nicht jedes Wort aber immerhin so viel dass ich wusste was der Käpt'n wollte als ich übersetzt hatte waren die Insassen der Schule spürbar erleichtert einige Männer des Käpt'n hatten bei einer nahegelegenen Baufirma eine Ladung Hacken und Schaufeln konfisziert und verteilten die Werkzeuge nun an die Deutschen Dann ließ der Käpt'n ihnen wieder über mich sagen sie hätten bis vier Uhr nachmittags Zeit mit der Arbeit fertig zu werden trotz dieser gesetzten Frist und obwohl sich die Männer ungeheuer ins Zeug legten war es bereits dunkel als die Bresche in der Barrikade groß genug war für das breiteste Fahrzeug im Konvoi Nachdem der letzte Lastwagen durchgefahren war bat der Käpt'n mich den Leuten zu sagen sie könnten wieder ins Gebäude gehen und ließ mich mehrere Packungen Zigaretten verteilen Dann dankte er mir gab mir zwei versiegelte Blechdosen mit insgesamt 100 Zigaretten stieg in seinen Jeep und verschwand in der Nacht damals wußte ich es noch nicht aber das war das erste Mal dass ich mit Deutschlands neuer Währung bezahlt wurde es war nach Mitternacht als ich schließlich ins Bett ging während ich wach auf meinem Bett lag und über den vergangenen Tag nach dachte kam ich zu dem Schluss dass ich an einem Wendepunkt meines Lebens angelangt war ich spürte dass das Schicksal sich zur Abwechslung mal zu meinen Gunsten wandte und fragte mich warum es so lange gedauert hatte zum ersten Mal seit Jahren war ich von der lähmenden Angst befreit die ich aus stolz bisher niemandem eingestanden hatte nicht an mal mir selbst die mich aber Tag und Nacht unbarmherzig verfragt hatte es war keine Angst wie andere sie auch hatten beispielsweise die Angst davor bei einem Bombenangriff ums Leben zu kommen oder in einem Vernichtungslager der Nazis umgebracht zu werden nein es war die Angst davor erniedrigt verspottet meiner Würde beraubt zu werden das Gefühl vermittelt zu bekommen minderwertiger zu sein als die Menschen in deren Mitte ich lebte plötzlich fiel die Angst vor mir ab wie eine schwere Last die ich ohne es Ausgangssperre machte ich mich auf den Weg in die Stadt um zu sehen was ich dort alles verändert hatte deutsche Zivilisten wohl weil sie noch nicht recht wussten was von den Siegern zu erwarten war ließen sich kaum blicken dafür aber wimmelte es überall von britischen Militärlastern und Jeeps über Nacht waren an größeren Kreuzungen Schilder angebracht worden auf denen Pfeile gemalt waren und die Wörter Uptown und Downtown standen damit britische Fahrer sich in der Stadt zurecht fanden mir fiel auf dass die Soldaten in den britischen Fahrzeugen nicht zurückgrüßten wenn Deutsche ihnen zuwinkten sie starrten bloß grimmig geradeaus oder blickten sogar betont in die andere Richtung ich wusste dass viele Hamburger von Hitlers Krieg die Nase voll gehabt hatten und die Briten als ihre Besatzer und nicht als ihre Besieger betrachteten umso mehr wunderte ich mich über diese offensichtliche Barschheit seitens der Briten erst Monate später fand ich eine offizielle Erklärung für dieses Verhalten als ich auf Plakaten mit den neuen Besatzungsvorschriften für die Hamburger Bevölkerung eine Sonderbotschaft des britischen Feldmarschalls Viscount Bernard Montgomery las Er beschrieb seine Landsleute als Er erklärte dass er es eingedenk des erbitterten Kampfes der gerade erst zu Ende gegangen sei für noch zu früh hielt das Vergangene ruhen zu lassen Zudem stellte er fest dass der Erste Weltkrieg nicht auf deutschem Boden sondern in Frankreich und Belgien ausgefochten worden sei und dass die deutschen Machthaber nachdem die geschlagene deutsche Armee scheinbar intakt zurückgekehrt sei die Lüge verbreitet hätten die deutsche Armee sei nie besiegt worden damit sich die Geschichte nicht ein weiteres mal wiederhole und um einen dritten Weltkrieg zu verhindern so der Feldmarschall müsse den deutschen eine Lektion erteilt und ihnen verständlich gemacht werden dass eine nation die Regierung habe die sie verdiene bis die deutschen das nicht begriffen hätten sei es für eine Versöhnung noch zu früh Unser Ziel ist es so schloss er das Übel des nationalsozialistischen Systems auszurotten es ist noch zu früh um mit Sicherheit zu sagen dass dieses Ziel erreicht worden ist so gut durchdacht die Nicht Fraternisierungspolitik des Mannes der Wüstenfuchs Rommel geschlagen hatte auch sein mochte sie hatte einen kapitalen Fehler sie ließ nämlich ein nicht zu unterdrückendes menschliches Bedürfnis außer Acht den Geschlechtstrieb Noch bevor eine Woche um war jedenfalls ganz sicher bevor Montgomery schließlich seine Meinung änderte sah ich mit eigenen Augen wie Tommys und deutsche Frauleins seinen Erlass tatkräftig der Lächerlichkeit preisgaben da war kein Hauseingang zu klein keine Parkbank zu hart kein Jeep zu eng um der Natur nicht ihren Lauf zu lassen Montgomery mochte ja ein genialer Feldmarschall sein aber von der Macht der Liebe hatte er offenbar nicht die geringste Ahnung in einem Kriegsverbrecher Prozess im Hamburger Curio Haus an der Rottenbaum Chaussee wurden 14 SS Männer und Frauen zum Tode durch den Strang verurteilt weil sie nachweislich im Konzentrationslager Neuengamme in Hamburg Bergedorf in dem mindestens 50.000 Insassen gestorben waren unsägliche Grausamkeiten begangen hatten aber den meisten Nazi Größen gab man sozusagen nur einen Klaps auf die Finger und ließ sie dann laufen Der Hamburger Nazi Bürgermeister Karl Vincent Krogmann zum Beispiel der zum Führerkorps der NSDAP gehört hatte wurde lediglich zu 10.000 Mark Geldstrafe verurteilt Sein Chef Gauleiter und Reichstadthalter Karl Kaufmann kam noch glimpflicher davon Er 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 Anhänger und Vertraute, wurde wegen seiner Angina pectoris für prozessunfähig erklärt. Meine Überzeugung, dass es mir jetzt nach dem Untergang der Nazis und dem Ende des Krieges einfach besser ergehen musste, war unerschütterlich. Ich beschloss, Englisch zu lernen. Ein britischer Soldat, mit dem ich ins Gespräch gekommen war, schenkte mir eine zerlesene Taschenbuchausgabe von Somerset Mormes auf Messers Schneide und prophezeite mir, wenn ich erst angefangen hätte zu lesen, könnte ich es nicht mehr aus der Hand legen. Als ich mich jedoch an die erste Seite machte, wurde mir erschreckend klar, wie jämmerlich unzureichend mein englischer Wortschatz war. Doch ich ließ mich nicht entmutigen. Mühselig schlug ich jedes einzelne Wort nach, das ich nicht verstand, und arbeitete mich Zeile für Zeile, Seite für Seite vor. Zuerst kam ich frustrierend langsam voran und langweilte mich dabei fast zu Tode. Immer wieder passierte es mir, dass ich die Bedeutung eines Wortes vergessen hatte, das ich erst kurz zuvor nachgeschlagen hatte. Doch ganz allmählich wurde ich von der Romanhandlung gepackt, und es blieben mir immer mehr Wörter im Gedächtnis haften. Als ich das Buch halb durch hatte, nach etwa einem Monat angestrengter Lektüre, konnte ich schon manche Seiten ganz ohne Hilfe des Wörterbuches lesen. Zusätzlich zu meiner Lektüre nutzte ich jede Gelegenheit, mit britischen Soldaten ins Gespräch zu kommen, sodass ich nach einiger Zeit recht flüssig Englisch sprach und mich für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet fühlte. Dieses Hörbuch wird auf der nächsten CD fortgesetzt. Home Sweet Home Einige der Leute in unserer Unterkunft beneideten mich um die Zigaretten und Lebensmitteln, die ich über meinen rasch wachsenden Bekanntenkreis unter den britischen Soldaten gelegentlich schnorren konnte. Prompt hetzten ein paar von ihnen hinter meinem Rücken, ich würde mit dem Feind paktieren. Als meine Mutter mir davon erzählte, sagte ich ihr, ich finde es an der Zeit, dass wir uns nach allen anderen Bleibe umsehen. Sie stimmte mir zu und überraschte mich dann damit, dass sie mich offiziell zum Oberhaupt unserer kleinen Familie erklärte. Unter der britischen Besatzung finde ich mir nicht mehr zurecht, sagte sie, also triffst du ab jetzt die Entscheidungen für uns beide. Ich war tief gerührt und stolz und nahm mir fest vor, unser kleines Boot nach bestem Wissen und Gewissen zu lenken. Die Frage war jetzt, wohin konnten wir gehen? Wir machten Gebrauch von einem gemeinhin anerkannten ungeschriebenen Gesetz und zogen einfach in den Keller eines ausgebombten Wohnhauses. Unser neues Apartment hatte etliche unschätzbare Vorzüge. Ein funktionsfähiges WC, fließendes kaltes Wasser, elektrisches Licht in Form einer nackten Glühbirne, die von der Decke baumelte und eine Eingangstür, die wir mit einem Vorhängeschloss sichern konnten. Außerdem hatten wir sympathische Nachbarn, ein Ehepaar mittleren Alters, das nach den großen Bombenangriffen gleich nebenan eingezogen war. Nachdem wir unsere spärlichen Habseligkeiten verstaut hatten, gingen meine Mutter und ich Möbel besorgen. Das heißt, wir durchstöberten die verlassenen Keller auf den Trümmergrundstücken und nahmen alles mit, was uns nützlich erschien. Binnen kurzem hatten wir unser neues Zuhause möbliert. Zwei Holzbetten, vier Stühle, ein kleiner Küchentisch mit dreieinhalb Beinen, eine Kommode, eine Emailleschüssel, fast ohne Emaille und ein großer, arg ramponierter, aber ungemein praktischer Wasserkrug. Als wir umgeben von unseren Schätzen die erste Mahlzeit in unserem neuen Zuhause einnahmen, waren wir restlos glücklich. Die Tatsache, dass das Essen, das meine Mutter auf einem Kocher zubereitet hatte, nur aus gekochtem Kohl bestand, tat unserer Freude keinen Abbruch. Hunger, der neue Feind Während des Krieges hatten die Nazis es in erster Linie geschafft, die Bevölkerung mit Nahrung zu versorgen, indem sie die von ihnen besetzten Länder ausbeuteten und den Löwenanteil von deren Lebensmittelproduktion nach Deutschland brachten. Damit war es nach der Niederlage vorbei. Die Folge war, dass in Hamburg und anderen deutschen Städten eine katastrophale Lebensmittelknappheit herrschte. Zum ersten Mal in meinem Leben lernte ich die wahre Bedeutung des Wortes Hunger kennen. Es kam vor, dass wir beim Aufwachen feststellten, dass unsere Gesichter fast bis zur Unkenntlichkeit verquollen waren, eine Erscheinung, die meine Mutter als Hungerödem diagnostizierte. Während jener Hungermonate nach Kriegsende stand ich eines Tages an einer Kreuzung in der Innenstadt und wartete, dass die Ampel auf Grün sprang. Ich zitterte in meinem dünnen, abgetragenen Mantel und überlegte, wie ich meinen wütend knurrenden Magen zum Schweigen bringen könnte. »Was ist los mit dir, Mann?« unterbrach eine tiefe Stimme meine düsteren Gedanken. Verblüfft blickte ich auf und sah einen Soldaten aus einem schweren Laster der US-Armee steigen, der neben mir angehalten hatte. Der Soldat war ein Schwarzer, der erste Bruder, den ich in meinen zwanzig Lebensjahren zu Gesicht bekam. »Was in aller Welt machst du denn hier unter all diesen Krauts?« fragte der GI. Eifrig bemüht, meine frischen Englischkenntnisse anzuwenden, erklärte ich ihm, so gut ich konnte, dass diese Krauts meine Landsleute seien und Hamburg meine Heimatstadt. »Wo bist du während des Krieges gewesen?« wollte der Soldat wissen. »Hier in Hamburg.« Der Soldat betrachtete die Ruinen um uns herum und dann meine abgetragenen Sachen. »Und wie geht's jetzt?« erkundigte er sich. »Nicht viel besser,« vermute ich. »Das konnte ich nur bestätigen.« Er sagte, ich sollte einen Moment warten und stieg wieder in den LKW. Als er zurückkam, hatte er seinen Stahlhelm mit Schokoladenriegeln, Konservendosen und Zigaretten gefüllt. »Ich nehme an, dass du das gut gebrauchen kannst«, sagte er, und dabei hatte ich ihm gar nicht erzählt, dass mir vor Hunger ganz schwindelig war. Unfähig, meine Dankbarkeit den Worten auszudrücken, stopfte ich mir die Schätze in die Taschen. Am liebsten wäre ich auf die Knie gefallen, um meinem schwarzen Samariter zu danken, doch bevor ich noch ein Wort herausgebracht hatte, war er schon wieder in seinen Lastwagen gestiegen und winkend davon gefahren. Damals wußte ich nicht, wie sehr die kurze Begegnung mit jenem namenlosen Wohltäter mein zukünftiges Leben verändern sollte. Aber während dieser paar Minuten überfiel mich erstmals die Sehnsucht, Deutschland zu verlassen und mein Volk in den Vereinigten Staaten kennenzulernen. Allerdings war mein leerer Magen daran sicher nicht ganz unbeteiligt. Ebenso heikel wie die Lebensmittelknappheit war der Mangel an Kohle und anderen Brennstoffen. Um die ihnen zugeteilte Kohleration aufzustocken, stürmten verzweifelte Männer, Frauen und Kinder stillstehende Kohlezüge oder sie schwärmten über Frachtplätze, wo Kohle gelagert oder verladen wurde, um ihre Säcke, Eimer und Körbe zu füllen. Dabei kam es oft zu Zwischenfällen mit der Polizei, die einen aussichtslosen Kampf gegen das Hamstern von Brennmaterial führte. Nachdem meine Mutter und ich einmal fast in eine Massenschlägerei zwischen Hamsterern und Polizei geraten wären, bei der es auf beiden Seiten Schwerverletzte gab, beschlossen wir, uns nicht an den Diebstählen zu beteiligten. Schließlich, so meinten wir, konnten wir uns im Notfall mit Decken wärmen, was immerhin besser war, als für das bisschen zusätzliche Wärme mit einem Arm oder einem Bein zu bezahlen. Die zwangsläufige Folge der schlimmen Not war die rasche Ausbreitung eines schamlos offenen Schwarzmarktes, auf dem man praktisch alles bekam, von Lebensmitteln über Zigaretten bis hin zu Kleidung, und zwar im Austausch gegen Schmuck, Fotoapparate, Ferngläser, Musikinstrumente und andere Wirtsachen, die einige Menschen durch den Krieg hindurch gerettet hatten. Schon wenige Tage nach dem Einmarsch der britischen Truppen sah man überall in der Stadt, wie diese neue, ungemein vitale Wirtschaftskraft an Straßenecken, in Parks und auf Plätzen erblühte. Amerikanische und englische Zigaretten wurden die neue Währung auf dem Schwarzmarkt, und ihr astronomischer Wechselkurs betrug 1 zu 5, eine Zigarette für 5 Mark. Der Schwarzmarkt war zwar höchst illegal, aber nur wenige Schwarzmarkthändler waren tatsächlich Kriminelle im wahren Sinne des Wortes. Bei der Mehrheit der Menschen, die auf dem Schwarzmarkt verbotene Geschäfte machten, handelte es sich um ganz normale Männer und Frauen, die beschlossen hatten, sich von ihren geliebten Eheringen oder Fotoapparaten zu trennen, um ihr tristes Dasein mit ein paar Zigaretten, einem Festmahl aus Cornet Beef aus der Dose, mit ein paar Tassen Kaffee oder einigen Tafeln Schokolade ein wenig erträglicher zu machen. Eine neue Karriere, mein erster Auftritt Eines Tages, ich war immer noch auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, begegnete ich zufällig Herrn Giordano, der mir erzählte, dass er als Pianist für den British Army Welfare Service arbeitete. Als ich beiläufig erwähnte, dass ich Klarinette spielte, sagte er, die Briten suchen ständig Musiker für die Truppenunterhaltung, vielleicht wäre das ja was für dich. Auf meinen kleinen lauten Einwand, dass ich nicht gut genug wäre, um professionell zu spielen, meinte er, ich solle es trotzdem unbedingt versuchen, denn so schlecht wie einige von den Stümpern, die die Briten engagierten, könne ich gar nicht sein. Ich war mir da nicht so sicher, aber ein Gedenk meiner leeren Taschen und meines knorrenden Magens hatte ich schließlich nichts zu verlieren. Am nächsten Tag entstaubte ich also meine alte Lakritzstange, die ich seit Monaten nicht mehr angerührt hatte, und machte mich auf den Weg zum Hamburger Staatstheater, wo ich mich unter die bunte Schar von Musikern mischte, die unter dem Theatervordach standen und hofften, ein Engagement für den Nachmittag zu bekommen. Ich entdeckte Herrn Giordano, der mich in den üblichen Ablauf einweite. Jeden Mittag stellen die Briten hier ein paar Bands aus je zwölf Mann zusammen. Wenn sie einen Klarinetisten brauchen, meldest du dich, vielleicht hast du ja Glück. Nach dem Auftritt kriegst du Tee und Butterbrote. Bis jetzt bin ich erst zweimal genommen worden, weil es jede Menge Klavierspieler gibt. Nach etwa einer Stunde kam ein mit einer Plane abgedeckter Armeelastwagen angefahren, und ein Offizier rief die Instrumente auf, die benötigt wurden. Sobald er ein Dutzend Musiker zusammen hatte, wurden sie auf den Wagen geladen und ohne Probe zu einer der vielen britischen Garnisonen in und um Hamburg gekarrt, um für die Soldaten aufzuspielen. Zu meiner eigenen Überraschung zählte ich zu der zweiten Wagenladung, die engagiert wurde. Als der Wagen losfuhr und ich Herrn Giordano noch immer zwischen den wartenden Musikern stehen sah, hatte ich fast ein schlechtes Gewissen. Aber zugleich drückten mich schon andere Sorgen. Wie sollte ich es bloß anstellen, dass die anderen Musiker mich für einen Profi hielten? Je näher wir unserem Ziel kamen, eine Garnison in der Nähe des Flughafens mit einigen hundert Tommys, desto mehr bereute ich es, dass ich mich zu diesem Abenteuer hatte überreden lassen. Aber nun gab es kein Zurück mehr. Im Lager angekommen, wurden wir in eine große Wellblechbaracke geführt. Auf dem hölzernen Podium stand ein Klavier und wir nahmen daneben Platz. Ein Offizier erklärte, dass das Konzert Punkt drei Uhr beginnen sollte, was uns noch exakt eine halbe Stunde Zeit ließ, um alles vorzubereiten und unsere Instrumente zu stimmen, von Proben ganz zu schweigen. Dann verteilte der Offizier mehrere Notenblätter mit beliebten britischen und amerikanischen Schlagern und wies uns an, einen Bandlieder zu wählen. Wir entschieden uns einstimmig für das älteste Mitglied der Gruppe, einen untersetzten, weißhaarigen, bebrillten Saxophonisten und Klarinetisten mit gebieterischem Auftreten, den alle respektvoll mit Kapellmeister Fuller anredeten. Wie ich erfuhr, hatte Herr Fuller früher ein eigenes Orchester geleitet. Kurz darauf strömten die Soldaten in die Baracke und nach einer kurzen Ansprache des Offiziers legte unsere Band mit Glenn Midders »In the Mood« los, eine Melodie, die das besetzte Deutschland bald im Sturm erobern sollte. Es lag nicht an mir, aber die Band klang besser, als man unter den Umständen hätte erwarten können. Leider war ich mit Abstand das schwächste Glied in unserer musikalischen Kette. Dass ich in der ersten Reihe sitzen musste, zwischen Kapellmeister Fuller und einem schwungvollen jungen Tenorsaxophonisten, der ein brillantes Solo hinlegte, steigerte mein Selbstvertrauen nicht gerade. Als meine Klarinette dann auch noch in der Mitte von »At last« ein lautes Quieken von sich gab, musste ich mich beherrschen, um nicht einfach aufzustehen und von der Bühne zu gehen. Doch anstatt mich zu tadeln oder lächerlich zu machen, zwinkerte Herr Fuller mir aufmunternd zu. »Ist nicht schlimm«, sagte er zwischen zwei Stücken zu mir. »Das wird schon werden.« Selbst Adi Wulff, der etwas großspurige Tenorsaxophonist, machte mir Mut, und dank ihrer moralischen Unterstützung überstand ich meinen ersten Auftritt. Hinterher wurden wir Musiker zu einem langen Tisch geführt, auf dem Butterbrote und große Kannen mit süßem Tee mit Milch für uns bereitstanden. Wir durften uns nach Herzenslust bedienen, und so ausgehungert wie wir waren, ließen wir uns das nicht zweimal sagen. Dass wir als Gage kein Geld bekamen, war mir völlig egal, zumal ich sogar noch eine Tüte voller Butterbrote mit nach Hause nehmen durfte. Am nächsten Tag ging ich wieder zum Theater, in der Hoffnung, erneut engagiert zu werden. Dort teilte man uns mit, dass wir in derselben Formation wie am Vortag bleiben sollten und dass das von jetzt an auch so beibehalten würde. Das bedeutete praktisch, dass ich von nun an einen festen Job hatte und nicht mehr Tag für Tag darauf hoffen musste, dass mir das Glück hold war. Obwohl die Bezahlung, welche die Engländer uns anboten, lächerlich gering war, freute ich mich wie ein Kind. Ich bekam etwas zu essen, und ich hatte früher als erwartet einen entscheidenden Durchbruch erzielt, den Abschied von der körperlichen Schwerarbeit als Schlosser. Diesmal, so fand ich, war das Glück wirklich auf meiner Seite gewesen. Eines Abends, auf dem Rückweg zum Theater nach einem Konzert, machte Herr Fuller mir ein überraschendes Angebot. »Du könntest ein richtig guter Musiker werden«, sagte er, »aber du weißt selbst, dass du noch viel lernen musst. Wenn du willst, gebe ich dir Klarinetten- und Saxophonunterricht.« Er erbut sich sogar, mir dafür ein Altsaxophon zur Verfügung zu stellen. Als ich ihn fragte, wie viel der Unterricht denn kosten solle, erwiderte er gar nichts, »wenn du mir versprichst, so viel zu üben, wie du nur kannst.« Mir war zwar nicht ganz klar, welchen Vorteil er davon hatte, aber ich freute mich so sehr über diese Chance, dass ich das Angebot auf der Stelle und ohne weitere Fragen annahm. Unter der strengen Anleitung meines neuen Mentors übte ich in den folgenden Monaten Klarinette und Saxophon mit einer Begeisterung, die an Besessenheit grenzte. Außer nachmittags, wenn wir vor britischen Soldaten spielten, übte ich ununterbrochen in unserer Kellerwohnung. Mein Repertoire wurde größer. Zweimal pro Woche ging ich in Maestro Fullers bescheidene Wohnung, wo er mir zwei Stunden lang Unterricht gab. Hinterher servierte uns Frau Fuller eine freundliche alte Dame köstlichen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Eines Tages wollte ich gerade gehen, als Herr Fuller mich sichtlich nervös bat, noch einen Moment zu bleiben. »Ich möchte etwas mit dir besprechen«, erklärte er. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten kam er schließlich zur Sache. Stockend und nach Worten suchend erklärte er mir, dass er kurz vor dem Krieg, um den Titel des Kapellmeisters zu erlangen, in die NSDAP eingetreten sei. Nach Kriegsausbruch war er dann zur Luftwaffe eingezogen worden, hatte den Rang eines Oberleutnants bekleidet und eine Konzertkapelle der Luftwaffe dirigiert. Er beteuerte, dass seine Pflichten als Parteimitglied und als Luftwaffenoffizier stets nur musikalischer Art und völlig unpolitisch gewesen sein. Da die Alliierten ein umfangreiches Entnazifizierungsprogramm begonnen hatten, wollte er mich nun um einen großen Gefallen bitten. Ob ich wohl einen Brief unterzeichnen würde, in dem ich bestätigte, dass er ein alter Freund der Familie sei, der seinen Einfluss geltend gemacht habe, um mir, der ich unter den Nürnberger Rassengesetzen verfolgt worden war, zu helfen? Zuerst sträubte ich mich. Aber als ich den niedergeschlagenen alten Herrn vor mir sah, der in der kurzen Zeit, die ich ihn kannte, wie ein Vater zu mir gewesen war, kam ich ins Nachdenken. Das Entnazifizierungsprogramm der Militärregierung war bereits zu einem großen Witz verkommen, nachdem ehemals hochrangige Nazis mit einer bloßen Rüge freigesprochen worden waren. Und Herr Fuller, so redete ich mir ein, war schließlich nur ein kleiner Fisch gewesen, kein Krimineller, der unmenschliche Verbrechen begangen hatte. Als ich mir dann noch ins Gedächtnis rief, wie viel er bereits für mich getan hatte, während meine alliierten Befreier keinen Finger für mich rührten, willigte ich schließlich zögernd ein, die Wahrheit ein bisschen abzuändern und den Brief zu unterschreiben. Obwohl ich ein wenig traurig einsehen musste, dass Herrn Fullers Großzügigkeit mir gegenüber nicht reiner Altruismus gewesen war, hatte ich dennoch das Gefühl, dass er mich wirklich mochte, so wie ich ihn, und dass sein Interesse an meiner Person echt war. Auch für meine Mutter gab es Positives zu vermelden. Einige alte Freunde hatten ihr gesagt, dass Personen, die während der Nazizeit aus politischen Gründen entlassen worden waren, ihre Wiedereinstellung beantragen konnten. Wenige Tage, nachdem sie ihren Antrag im Krankenhaus eingereicht hatte, erhielt sie Bescheid, dass sie ihren alten Arbeitsplatz wiederhaben könne. Nach 13 Jahren kehrte sie also in ihre geliebte HNO-Abteilung zurück und wurde dort mit offenen Armen begrüßt. Es geht aufwärts Eines Tages kam ein Brief vom Wohnungsamt der britischen Militärregierung, bei dem ich als Opfer der Nürnberger Rassengesetze wiederholt eine Wohnung für meine Mutter und mich beantragt hatte. Der Brief setzte uns davon in Kenntnis, dass für uns am Hittfelder Stieg in Uthmarschen, einem der besseren Stadtteile an der Elbe, zwei Räume einer Wohnung requiriert worden seien und dass wir diesen Brief dem Wohnungseigentümer vorzulegen hätten. Meine Mutter und ich begaben uns also mit unserem Berechtigungsschreiben zu der angegebenen Adresse, einem schmucklosen dreistöckigen Doppelhaus, dessen eine Hälfte von einer Bombe praktisch wegrasiert worden war, und wurden von unseren neuen Vermietern, Herrn und Frau Flemming, und von ihren beiden erwachsenen Söhnen begrüßt, von denen der Älteste bis vor kurzem Leutnant in der deutschen Marine gewesen war. Sie schienen nicht gerade begeistert darüber, Untermieter aufnehmen zu müssen, bemühten sich aber, wenn auch erfolglos, uns ihren Widerwillen nicht allzu deutlich spüren zu lassen. Die Räume waren winzig klein und lagen auf zwei Etagen, aber sie waren oberirdisch, und es tropfte nicht von der Decke. Für meine Mutter und mich, die wir uns daran gewöhnt hatten, wie Maulwürfe in übel riechenden, feuchtkalten Kellern zu hausen, bedeuteten diese Zimmer die Rückkehr in die Zivilisation. Schon allein die Möglichkeit, barfuß über einen sauberen Holzboden zu gehen, statt über rauen, immer feuchten und immer kalten Estrich erschien uns als himmlischer Luxus. Wie die meisten Vororte war Oatmarschen von den alliierten Bomben weitestgehend verschont geblieben. Wir konnten also wieder Straßen entlang gehen, deren Bürgersteige und Häuser noch unversehrt waren, und mußten uns nicht mehr schmale Trampelpfade über Trümmerberge suchen. Außerdem war ich froh, das Stigma loszuwerden, in einem rattenverseuchten Kellerloch unter den Ruinen eines zerbombten Hauses zu wohnen. Eines Tages begegnete ich zufällig meinem alten Kollegen Adi Wolf, dem Tenorsaxxophenisten, und er lud mich ein, doch mitzukommen und gemeinsam mit ihm einen Mann namens Rolf Wellau vorzuspielen, der gerade eine 24-köpfige Tanzkapelle zusammenstellte. Adi wußte, dass Wellau ausschließlich junge Leute suchte und dass die Truppe in nur einem Monat für ein Engagement im Alcazar vorspielen sollte. Das Alcazar war das größte Ballhaus der Stadt, und die Vorstellung, dort zu spielen, war so verführerisch, dass ich mein Saxophon holte und zum Vorspielen mitkam, das in Wellaus Junggesellenwohnung stattfand. Wellau, ein schlachsiger Bursche Ende 20, mit modisch langem, braunem Haar und dem längsten doppelreihigen Jackett, das ich seit ewigen Zeiten gesehen hatte, warf nur einen Blick auf mich und beschloss, dass er mich in seiner Band haben wollte. Es war offensichtlich, dass er mich mehr zu dekorativen Zwecken brauchte, als wegen meiner musikalischen Qualitäten, die er ja noch gar nicht kannte. Auch Adi wurde angeheuert. Der Haken bei der Sache war, dass unser Engagement davon abhing, ob die Band einen Monat später das Vorspielen im Alcazar bestehen würde. Um dieses Ziel zu erreichen, waren wir alle bereit, praktisch von morgens bis abends zu proben. Am Tag des Vorspielens waren wir alle vollzählig eine Stunde vorher da. Einen ganzen Monat lang hatten wir fast ununterbrochen geprobt, und wir waren sicher, dass es diesseits der Elbe keine heißere Tanzkapelle gab als uns. Deshalb waren wir schier überrumpelt, als ein kleiner, dünner Mann mit einer Zigarre im Mund und einem weit nach hinten geschobenen Hut auf dem Kopf uns erklärte, er sei der Boss des Alcazar, und wir sollten ihm jetzt »Stars and Stripes Forever« von John Philip Sousa vorspielen. »Ich weiß, dass ihr alle Noten lesen und die neuesten Ami-Schlager spielen könnt«, knurrte er. »Das interessiert mich einen Scheißdreck. Ich will wissen, wie gut ihr improvisieren könnt, und damit meine ich keine Jazz-Improvisationen. Bei einem Varieté-Programm müsst ihr nämlich flexibel sein, um mit unerwarteten Problemen fertig zu werden. Es kann vorkommen, dass ein Künstler nicht erscheint, und ihr eine Ersatznummer begleiten müsst, die ihr nicht kennt. Dann sind Improvisationskünstler gefragt.« Wir sahen uns verdattert an. Keiner von uns hatte die blasseste Ahnung, wer John Philip Sousa war, oder hatte je etwas von »Stars and Stripes Forever« gehört. Entnervt über so viel jugendliche Ignoranz nahm der Boss des Alcazar seine Zigarre aus dem Mund und fing an, die ersten Takte eines Marsches zu pfeifen, der mir irgendwie bekannt vorkam. Langsam nahmen wir unsere Instrumente zur Hand und fielen vorsichtig mit ein, zuerst leise, dann immer lauter. Als wir zum Schluss ein schmetterndes Finale hinlegten, das durch den ganzen Saal schallte, klatschte der Mann begeistert und wir waren engagiert. »Ihr habt was drauf«, lobte er uns. »Ihr könnt improvisieren.« In der Tanzkapelle des Alcazar für 610 Mark im Monat Saxophon zu spielen, überstieg meine kühnsten Träume. Ich wurde für etwas bezahlt und dazu noch außerordentlich gut, das ich sogar gern umsonst gemacht hätte. Dank meiner exponierten Position als Saxophonspieler in einem der größten Etablissements von Hamburg traf ich viele alte Bekannter aus der Kriegs- und Vorkriegszeit wieder, die zufällig im Publikum saßen und mich wiedererkannten. Während einer Samstagnachmittagsvorstellung, wir hatten gerade Pause und ich war auf dem Weg zur Bar, rief eine Frauenstimme meinen Namen. Ich wandte mich um und sah eine große, schöne Rothaarige vor mir stehen, in der ich erst auf den zweiten Blick Gretchen wiedererkannte. Wir hatten uns fast drei Jahre nicht gesehen, und ihr Gesicht war in dieser Zeit noch schöner geworden, als ich es in Erinnerung hatte, aber ich entdeckte auch eine gewisse Härte um Mund und Augen, die ich nie zuvor bei ihr wahrgenommen hatte. »Was machst du denn hier?« fragte ich nicht gerade intelligent. »Ich bin mit meiner Mutter hier. Sie sitzt da drüben. Komm und sag ihr guten Tag.« Frau Jan schien ehrlich erfreut, mich zu sehen. »Meine Güte, du bist ja richtig erwachsen geworden,« rief sie, als sie mich sah. »Keine Spur mehr von dem jungen Burschen, den ich in Erinnerung hatte?« Frau Jan schlug vor, »dass Gretchen und ich uns doch nach der Show noch ein wenig zusammensetzen und über die gute alte Zeit in der Stückenstraße plaudern könnten. Sie würde schon mal mit der Straßenbahn nach Hause fahren.« Gretchen und ich waren sofort einverstanden. Nach der Vorstellung und einer hastigen Verabschiedung von Frau Jan gingen wir zusammen an die Bar und erzählten uns, wie es uns seit unserer Trennung so ergangen war. Das Wiedersehen wühlte all die alten, lange verdrängten Gefühle in mir auf, die ich einst für das Mädchen empfunden hatte, das meine erste große Liebe gewesen war. »Weißt du was? Ich bin auch im Showgeschäft,« überraschte Gretchen mich. Dann erzählte sie mir, dass sie als Assistentin für einen Magier arbeitete, der sie in einer Nummer zersägte, um ihren vermeintlich halbierten Torso dann wieder zusammenzufügen. Ich fragte nicht nach, was für eine Art von Beziehung sie zu dem Magier hatte, aber es wurde sehr deutlich, dass er mehr war als bloß ihr Chef. Als die Bar schloss, bot ich an, sie nach Hause zu begleiten. Sie wohnte ganz in der Nähe, und als wir vor dem Mietshaus angelangt waren, in dem Gretchen ein kleines Zimmer im zweiten Stock bewohnte, lud sie mich noch ein, mit hinaufzukommen. Die ganze Nacht über versuchten wir beide, den alten Zauber wieder zum Leben zu erwecken, den wir empfunden hatten, als wir uns damals knapp 14-jährig zum ersten Mal küßten. Doch vergeblich. Irgendwie gelang es uns nicht, mehr füreinander zu empfinden als reine Lust. Als wir uns schließlich erschöpft in den Armen lagen und es für mich allmählich Zeit wurde zu gehen, gestanden wir uns wehmütig ein, dass jener alte Zauber für immer verflogen war, weil unsere Unschuld ebenso wie unsere Jugend unwiederbringlich verloren war. Beim Abschied erzählte Gretchen mir, dass sie in Kürze mit ihrem Magierchef auf Tournee gehen würde und dass sie nicht wisse, wann sie wieder nach Hamburg käme. Instinktiv wußten wir beide, dass wir uns nie wiedersehen würden und dass die große Liebesgeschichte von Hans-Jürgen und Gretchen nun wirklich zu Ende war. Smitty und Jenki Werner Eines Abends wurden meine Musikerkollegen und ich Zeugen eines seltsamen Schauspiels. Wir wollten gerade anfangen, als ein Kellner einen riesigen Schwarzen, der Louis Armstrong unheimlich ähnlich sah, zu einem reservierten Tisch unmittelbar vor uns geleitete. Der Schwarze trug eine Kaki-Hose und eine Armeejacke, deren Taschen prall gefüllt waren. Nachdem er mir zugewunken und mich brüderlich angelichelt hatte, griff er in eine der Taschen und holte ein so üppig belegtes Brot hervor, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Ohne auf die begehrlichen Blicke zu achten, die auf ihm ruten, schlug er seine großen schneeweißen Zähne in die Köstlichkeit und verputzte sie binnen Sekunden. Anschließend zauberte er ein ähnlich voluminöses belegtes Brot aus der anderen Tasche, das zum Leidwesen der hungrigen Deutschen um ihn herum das Schicksal des Ersten teilte. Dann spuckten seine anscheinend unerschöpflichen Taschen eine halbe Stange Kammel aus, der er eine Packung entnahm, um daraus wiederum eine Zigarette zu fischen, die er genüsslich anzündete. Meine Kollegen hielten es nicht länger aus. Wetten, dass er dir eine Packung schenkt, wenn du ihn fragst, schlug einer vor. Der Gedanke war mir selbst schon gekommen, und so ging ich während der Pause zum Tisch des Fremden. »Ich bin Mickey«, stellte ich mich mit meinem Spitznamen vor. »Bist du ein amerikanischer GI?« »Nein«, erwiderte er. »Ich bin bei der Handelsmarine. Smitty ist mein Name. Wieso spielst du in einer Band mit Crowds?« Ich erklärte ihm, dass ich eine deutsche Mutter hätte und in Deutschland aufgewachsen sei. »Ich stamme aus Mobile, Alabama«, informierte er mich. »Bin auf der Appleton Victory, direkt aus New York gekommen. Wir liegen noch ein paar Tage hier im Hafen.« Mit diesen Worten zündete er sich wieder eine Zigarette an und fragte, ob ich rauche. Darauf hatte ich nur gewartet. »Klar«, sagte ich möglichst lässig. Er reichte mir ein fast volles Päckchen und sagte, ich könne es behalten. »Im Krieg war es bestimmt ganz schön hart hier«, mutmaßte er. »Das ist es noch immer«, klärte ich ihn auf. »Vor allem kriegt man kaum was zu essen und so gut wie keine Zigaretten. Mit Zigaretten kann man sich alles kaufen und ich meine wirklich alles«, betonte ich vielsagend. Smitty sah mich skeptisch an. Dann wiederholte er mit einem verschmitzten Zwinkern »Alles?« Als ich das bejahte, reichte er mir noch eine Packung und bat mich um einen Gefallen. »Kennst du die große Blonde aus dem Ballett?« »Ich kenne alle Mädchen im Ballett«, prallte ich. »Sie heißt Gerda.« Aber mir gefiel die Wendung nicht, die das Gespräch zu nehmen schien. Deshalb fragte ich argwöhnisch »Was soll ich denn machen?« »Frag sie mal, ob sie vielleicht zu uns an den Tisch kommt und sich mit mir fotografieren lässt.« »Kein Problem«, versicherte ich ihm erleichtert und ein wenig beschämt, weil ich voreilige Schlüsse gezogen hatte. Dann ging ich zu Gerda an die Bar. Smitty freute sich wie ein Kind, als Gerda nicht nur bereit war, sich mit ihm ablichten zu lassen, sondern das sogar Wange an Wange und beide Arme um ihn geschlungen. In wenigen Minuten hatte die Fotografin des Alcazar die rührende Szene für die Nachwelt festgehalten und bestimmt auch für Smittis neidische Kumpel daheim in Alabama. Für unsere Mühe bekamen Gerda und ich jeweils ein Erinnerungsfoto und eine Packen Kämmel, womit meine Ausbeute ungefähr einer Wochengage entsprach. Bevor ich wieder in die Arbeit musste, dankte Smitty mir herzlich und blut mich ein, ihn am nächsten Morgen an Bord seines Schiffes zu besuchen, wo er mich versorgen wolle. »Nimm die WSA-Barkasse und lass dich zur Appleton Victory bringen«, sagte er, »und dann frag einfach nach Smitty.« Am nächsten Morgen fragte ich mich im Hafen zu dem Kay in der Nähe der Landungsbrücken durch. Ungefähr ein Dutzend Männer wartete auf die Barkasse, »echte Amis«, wie ich nach einem Blick auf ihre neu aussehende amerikanische Kleidung bewundernd vermutete. Sie benahmen sich auch genau wie Amis in den amerikanischen Filmen, die ich vor dem Krieg gesehen hatte. Einige rauchten, einige kauten Kaugummi und manche taten beides gleichzeitig. Bis auf einen Mann, der einen Marinemantel und eine mit Goldlitzen besetzte Offiziersmütze trug, waren alle auf verschiedenste Weise in zivil gekleidet. Anzüge mit breiten Schultern, weitkrempige Hüte und bunte Krawatten, Freizeitkleidung und Kaki-Hosen. Peinlich berührt musterte ich meine plumpen Sportschuhe mit den selbstgemachten Krebssäulen und die triste, schäbige Hose, die ich anhatte. Diese Hose war inzwischen so abgetragen, dass in den Knien schon meine Haut durchschimmerte. Aber anscheinend schien niemand auf mich oder meine Kleidung zu achten, so dachte ich zumindest. Als ich mich nämlich gerade ein wenig entspannte, kam ein schicker junger Mann mit einem, wie ich fand, typisch amerikanischen Gesicht auf mich zu. Er trug ein Kaki-Hemd und eine Hose, weiße Strümpfe und ein paar senkellose Sportschuhe. Sein blondes Haar war vorne vorsichtig in einen Pompadour gekämmt und hinten, nach amerikanischer Mode, in einen Entenschwanz. Er sagte »Hi« und bot meine Kämel an. »Du bist kein Seemann, was?« »Stimmt. Ich besuche bloß einen Freund auf der Appleton Victory.« »Da will ich auch hin. Ich habe auch Bekannte auf der Appleton Victory«, vertraute der junge Mann mir an. Wie sich herausstellte, hieß er ganz unamerikanisch Werner und wohnte mit seiner Mutter und einem jüngeren Bruder auf St. Pauli. Sein Vater war Zahlenmeister bei der United States Line und er hatte ihn seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen. Werner stammte zwar gebürtig aus Berlin, hatte aber vor dem Krieg mit seiner Familie zwei Jahre in Rutherford, New Jersey und in New York erlebt. Außerdem erzählte er mir, dass er seine Freunde wegen seines amerikanischen Stammbaums nur »Yankee« Werner nannten. In den letzten Monaten hatte er viele amerikanische Schiffe besucht und jeder Besuch hatte ihm etwas eingebracht. Da er so offen war, rückte auch ich mit der Wahrheit heraus. Werner riet mir, auf dem Schiff nichts von meiner liberianischen Herkunft zu erzählen, sondern stattdessen zu behaupten, mein Vater sei Amerikaner. Ich nahm Werners Rat an, was, wie ich damals natürlich nicht einmal ahnte, mein Leben auf ganz entscheidende Weise verändern sollte. Werner wusste, dass die Appleton Victory das erste Schiff war, an dem die Backkasse halten würde. »Da ist sie schon«, sagte er und zeigte auf einen schwarzen Frachter in der Ferne. Je näher wir dem Schiff kam, desto größer wurde es, bis es schließlich wie ein riesiger Felsen über unserer Nussschale aufragte. Ich sah, dass die gewaltige Schiffsschraube zum Teil aus dem Wasser ragte, was, wie Werner mir erklärte, darauf schließen ließ, dass das Schiff schon fast entladen war. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir an Bord gelangen sollten. Und als mir schließlich die beängstigende Wahrheit dämmerte, verfluchte ich Smitty innerlich. Man musste nämlich eine endlos lange Strickleiter mit Holzstreben hinaufklettern, die im Wind hin und her schwankte. Außerdem schaukelte die Backkasse so heftig, dass es schwierig war, die Leiter überhaupt zu fassen zu kriegen. Außer Werner und mir wollten noch drei Seeleute auf die Appleton Victory. Werner, der meine Beklemmung bemerkte, versuchte mich zu beruhigen. »Gut festhalten und nicht nach unten gucken«, riet er mir. Ich fasste mir ein Herz, sprang hoch, bekam die Leiter zu packen und kletterte und kletterte und kletterte, ohne nach oben oder unten zu sehen. Nach einer halben Ewigkeit kam ich schließlich oben an, schwang mich über die Reling und auf Deck. Werner und die drei anderen kamen kurz darauf nach. »Dann mach's mal gut und bis bald«, sagte Werner, bevor er durch eine Tür verschwand. »Was wollen Sie?«, fragte mich ein Mann in schmutziger Kaki-Hose und mit einer ebensolchen Mütze mit Goldblitze. »Ich möchte zu Smitty«, erwiderte ich. »Smitty«, brüllte mein Gegenüber. »Du hast Besuch!« Sekunden später tauchte Smitty in der Tür auf, durch die Werner verschwunden war. Er war ganz in weiß gekleidet und trug eine dreckige Schürze. »Da bist du ja«, begrüßte Smitty mich mit einem breiten Lächeln und streckte mir seine große Pranke entgegen. »Du kommst gerade rechtzeitig zum Essenfassen.« Dann ging er mit mir in die Kombüse. »Tief, das ist Micky, ein Freund von mir«, sprach er einen hühnenhaften Schwarzen an, neben dem selbst der massige Smitty nur durchschnittlich groß wirkte. Auch der Hühne war ganz in weiß gekleidet, trug aber noch dazu eine hohe Kochmütze. »Das ist der Chefkoch, mein Boss«, erklärte Smitty. »Hi, Micky«, begrüßte mich der verschwitzte Hühne und wischte sich Gesicht und Hände mit einem Handtuch ab. »Wie wär's, wenn du dem Jungen hier ne ordentliche Portion zurechtmachst, Chief? Der hat nämlich schon seit Jahren nichts Anständiges mehr im Bauch gehabt«, sagte Smitty. »Wird prompt erledigt«, antwortete der Koch. Smitty führte mich in die Mannschaftsmesse, und Minuten später setzte er mir einen Teller vor, auf dem das Essen sich nur so türmte. Kartoffelpüree, ein Schweinekotelett, etliche Frikadellen, zwei Spiegeleier, Gemüse und das ganze Schwamm in Bratensauce. Als ich Smitty sagte, dass ich davon auch meiner Mutter etwas mitbringen müsse, versicherte er, dass er mir ein Fresspaket für zu Hause mitgeben würde. Damit war die letzte Hemmschwelle beseitigt, und ich fing an, zu futtern wie noch nie in meinem Leben. Die anderen Besatzungsmitglieder, die sich an meinen Tisch gesetzt hatten, staunten nicht schlecht, wie rasch ich mit Messer und Gabel die Berge von Essen auf meinem Teller abtrug. Währenddessen unterhielt Smitty sie mit der Geschichte meines Lebens. Ein Bruder, der die Bombenangriffe auf Hamburg überlebt hatte. Als der Teller leer war, kam Smitty mit einer Dessertschüssel, in der drei Tennisballgroße Eiscremekugeln fast in Erdbeersauce ertranken. Dazu gab es ein großes Stück Obsttorte und einige Scheiben Ananas. Zum Erstaunen meiner Zuschauer verputzte ich auch den Nachtisch bis auf den letzten Krümel. Anschließend half ich Smitty die Messer aufräumen und ging dann mit ihm in seine Kajüte, die er sich mit Slim teilte, einem großen, dünnen Burschen mit Spitzbart. Jetzt war ich an der Reihe mit Fragen. Seit ich als Kind Onkel Toms Hütte gelesen hatte, wusste ich um die schlechte Behandlung der Schwarzen in Amerika. Als ich nun fragte, wie Schwarze in Amerika behandelt würden, antworteten beide wie aus einem Munde beschissen. Dann erklärten sie, dass die Städte im Norden, beispielsweise New York, Chicago oder Detroit, einigermaßen in Ordnung seien, dass es aber im Süden, egal wo, immer noch beschissen sei. Und wie kommt ihr mit den Weißen hier auf dem Schiff klar, wollte ich wissen. Gar nicht, erwiderte Smitty. Wir machen unsere Arbeit und kümmern uns um uns und die machen ihre Arbeit und kümmern sich um sich. Anders ausgedrückt, wir haben nichts mit Ihnen zu tun und die nichts mit uns. Schließlich machten Smitty und ich uns bereit, an Land zu gehen. Ich hatte meinen freien Tag und wollte Smitty St. Pauli zeigen. Aber vorher machte Smitty mir noch ein großes Fresspaket für meine Mutter und mich zurecht. Außerdem packte er eine Tüte voller Kleidungsstücke für mich, eine ganz neue Kaki-Hose, weiße Unterwäsche, einige paar weiße Socken, zwei knallbunte Krawatten und eine Stange Chesterfield. Ich wusste gar nicht, wie ich ihm danken sollte. Allein die Zigaretten waren auf dem Schwarzmarkt rund tausend Mark wert, mehr als ich im Monat verdiente, und die Lebensmittel waren sowieso unbezahlbar. Als ich Smitty sagte, dass ich mich für seine Großzügigkeit niemals würde erkenntlich zeigen können, sagte er bloß, vergiss es. Das habe ich allerdings nie getan. In den folgenden Wochen durchlief ich eine erstaunliche Veränderung. Nachdem Werner mich davon überzeugt hatte, dass auf amerikanischen Schiffen viel Geld, d.h. Zigaretten, zu holen war, und dass meine exotische Erscheinung mich für lukrative Geschäfte, d.h. Schwarzmarktgeschäfte, mit schwarzen Seeleuten geradezu prädestinierte, setzte ich alles daran, so auszusetzen. So zu klingen, so zu wirken und so zu denken wie ein Amerikaner. Bald hatte ich mir eine komplette Garderobe Made in USA zusammengehamstert. Zusätzlich verabschiedete ich mich von meiner langhaarigen Swingboy-Frisur, die ich mit gewaltigen Menge Pomade liebevoll gefliegt hatte, und trug von nun an einen Haarschnitt, der an den Seiten und dem Nacken kürzer war. Unter Werners Anleitung gewöhnte ich mir an, wie ein Amerikaner zu essen, also ohne Messer und mit der Gabel in der rechten Hand. Außerdem half Werner mir, meinen rasch wachsenden englischen Wortschatz zu amerikanisieren und typisch britische Ausdrücke durch amerikanische zu ersetzen. Äußerst lehrreich waren auch amerikanische Filme, die häufig im Uranjahr liefen, einem Kino in der Innenstadt, in das eigentlich nur alliierte Soldaten durften. Um in Übung zu bleiben und damit unsere Tarnung nicht aufflog, unterhielten Werner und ich uns nur auf Englisch. Für Amerikaner gehalten zu werden, hatte nämlich viele Vorteile. So konnte man beispielsweise kostenlos in den bequemen, weil relativ leeren, für die Alliierten reservierten Stadtbahnwagen fahren. Außerdem wurden wir von Deutschen respektvoller behandelt. Da die deutsche Polizei für alliiertes Personal nicht zuständig war, schikanierten sie uns nie so wie ihre eigenen Landsleute. Unsere Verstellung hatte aber auch einen Nachteil. Wir konnten noch so hungrig sein. Wir mussten darauf verzichten, unsere knurrenden Mägen an deutschen Garküchen auf der Straße zu füllen. Schließlich war bekannt, dass alliierte Soldaten sich jeden Tag die Bäuche vollschlagen konnten, und kein Mensch hätte uns geglaubt, dass wir Amerikaner waren, wenn man uns gesehen hätte, wie wir eine Portion gekochten Kohl verschlangen. Werner geht nach Amerika Im Frühjahr 1947 überraschte mich Yankee Werner mit einer umwerfenden Neuigkeit. Nachdem er sich jahrelang vergeblich bei der US-Regierung um Rückführung in die Vereinigten Staaten bemüht hatte, war sein Antrag endlich von Washington bewilligt worden. Die Deutschen werden sich nicht länger mit Ami Werner herumschlagen müssen, sagte er grinsend, während er mir das Schreiben des US-Außenministeriums zeigte, in dem stand, dass die von ihm eingerechten Dokumente seinen Anspruch auf die amerikanische Staatsbürgerschaft eindeutig bewiesen und dass die Kosten für seine Reise von Bremerhaven nach New York von der US-Regierung getragen würden. Falls die erforderlichen Vorkehrungen reibungslos von Staaten gingen, so hieß es in dem Brief, könne er sich bereits innerhalb der nächsten drei Monate auf den Weg in die Staaten machen. In Kürze würde er vom amerikanischen Generalkonsulat in Hamburg verständigt, wann er seinen amerikanischen Pass abholen könne. Die für Werner gute Nachricht löste in mir eine Flut von gemischten Gefühlen aus. Ich freute mich zwar für ihn, dass er so kurz vor der Erfüllung seines, nein, unseres Traumes stand, aber mir graute auch vor dem Abschied von ihm. Schließlich waren wir inzwischen fast unzertrennlich geworden. Obwohl wir uns gerade mal anderthalb Jahre kannten, hatte ich das Gefühl, wir wären schon seit ewigen Zeiten befreundet. Ich hatte mir immer ausgemalt, dass wir uns eines Tages irgendwie gemeinsam auf die Reise in die Vereinigten Staaten machen würden. Mittlerweile spielte ich die Rolle des in Deutschland hängen gebliebenen Schwarzamerikaners so lange und mit so viel Überzeugung, dass ich fast schon selbst glaubte, einen Anspruch auf Repatriierung in die Staaten zu haben. Werners Nachricht holte mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn mir wurde wieder bewusst, dass ich nur Komödie spielte, dass ich nicht bloß anderen, sondern auch mir selbst etwas vormachte und dass ich meinem Ziel, in die Vereinigten Staaten zu gelangen, keinen Deut näher gekommen war, als an dem Tag, an dem ich Werner kennengelernt und er mir den Floh ins Ohr gesetzt hatte, mein Glück in Amerika zu suchen. Nachdem sich mein Traum von einer Zukunft in Amerika mit Werners Abreise vorerst in Luft aufgelöst hatte, verfasste ich einige Briefe an meinen Vater. Noch gab es keinen Postverkehr zwischen Deutschland und Liberia. Ich bat also das internationale Rote Kreuz, die United Nations Relief and Rehabilitation Administration und einige Konsulate in Hamburg, darunter auch das der Vereinigten Staaten, meine Briefe weiterzuleiten. Ich schrieb auch an meine Cousine Martha, die Tochter meiner Tante Clara in Barrington, Illinois, und an meine Cousine Ilse, die Tochter von Onkel Paul in Chicago. Beiden erzählte ich von den schweren Zeiten, die meine Mutter und ich durchmachten und bat sie um Hilfe, da wir gerne nach Amerika auswandern würden. Es überraschte mich nicht, dass ich nichts von meinem Vater hörte, doch einige Wochen später bekam ich sowohl von Martha als auch von Ilse Post. Martha schrieb, dass sie und ihre Mutter gleich nach Erhalt meines Briefes zu einem Rechtsanwalt gegangen seien, um sich nach einer Möglichkeit für uns zu erkundigen, in die Stadt zu kommen. Leider bestand nach Aussage des Anwalts das größte Hindernis für unsere Einwanderung darin, dass es offiziell noch keinen Friedensvertrag mit Deutschland gab, sodass sich Deutschland und die Alliierten theoretisch noch immer im Kriegszustand befanden. Das wiederum bedeutete, dass die USA kein Einwanderungskontingent für Deutsche hatte, ohne dass, so der Anwalt, Deutsche nicht in die Staaten einwandern konnten. Doch Martha schloss ihren Brief mit den optimistischen Worten, dass ihre Mutter alles in ihrer Macht stehende tun werde, damit wir kommen könnten und unseretwegen bereits einen Termin bei ihrem Kongressabgeordneten vereinbart hätte. Ilses Brief las ich ganz anders. Im Gegensatz zu dem Plauderton, den sie in ihren früheren Briefen an mich angeschlagen hatte, schrieb sie lediglich einige höfliche Floskeln und dass sie sich freue, wieder mal von mir zu hören. Unter ihren Brief hatte Onkel Paul ein paar Zeilen geschrieben, in denen er mir drängend davon abriet, nach Chicago zu kommen. Als Begründung führte er an, dass er mir eine Täuschung ersparen wolle, da ich wohl, wie die meisten Deutschen, die falsche Vorstellung hege, Amerika sei das Land, wo Milch und Honig flössen. In Wahrheit aber müssten die Amerikaner schwer schuften und außerdem herrsche immer noch Mangel an vielen Dingen, wie beispielsweise an bestimmten Lebensmitteln. Deshalb hätten wir besser daran, da zu bleiben, wo wir seien und durchzuhalten, bis wieder bessere Zeiten kämen. Als meine Mutter die Zeilen ihres Bruders las, den sie stets über alles geliebt hatte, war sie ungeheuer wütend und enttäuscht. Noch wütender wurde sie allerdings, als sie einen Brief von ihrer Schwester Clara erhielt, aus dem der eigentliche Grund hervorging, warum Onkel Paul nicht wollte, dass wir nach Chicago kamen. Er befürchtet, seine Schwester und ihr schwarzer Sohn könnten für ihn in seinem ausschließlich weißen Bekanntenkreis peinlich werden, schrieb Tante Clara und führte aus, dass Paul nach dem Tod seiner ersten deutschen Frau, der Mutter seiner Kinder, eine Frau aus den Südstaaten geheiratet habe und sich offenbar von ihrem Rassismus beeinflussen ließ. Auf nach Afrika Ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt, je wieder etwas von meinem Vater zu hören, als eines Tages ein dicker Luftpostbrief eintraf. Er unterschied sich von den meisten Briefen, die meine Mutter und ich bekamen, durch sein großes Format und die leuchtenden Farben seiner exotischen Briefmarken, auf denen jeweils die Worte »Republic of Liberia« prangten. Der mit Schreibmaschine auf Englisch geschriebene Brief begann schlicht und ergreifend mit »Lieber Hans-Jürgen«. Nachdem er mir für meinen Brief vom 8. Januar 1948 gedankt hatte, erklärte mein Vater, wie erleichtert er sei, dass meine Mutter und ich den Krieg überstanden hätten, da er schon seit geraumer Zeit befürchtet habe, wir wären beide ums Leben gekommen. Gleich nach Erhalt meines Briefes, so schrieb er, habe er für mich einen liberianischen Pass beantragt, damit ich nach Liberia kommen könne. Um die Sache zu beschleunigen, bat er mich, ihm so bald wie möglich einige Passfotos von mir zu schicken. Er schlug vor, dass erst ich nach Liberia kommen solle und dass er, falls es mir dort gefiele, meine Mutter nachholen würde. Dann kam die schlechte Nachricht, die wir schon lange erwartet und befürchtet hatten. Leider muss ich dir mitteilen, dass dein Großvater Momolu 1938 gestorben ist. Ich musste daran denken, wie mein Großvater mir, als ich noch ein ganz kleiner Junge war, versprochen hatte, dass er mir eines Tages in Liberia die Krone zeigen würde, die er als König der Feier getragen hatte. Die Erkenntnis, dass er für immer fort war, erfüllte mich mit Trauer. Dann lasse ich weiter. Aufgrund der herrschenden politischen Verhältnisse in unserem Land, schrieb mein Vater, waren mir von 1930 bis 1943 die Hände gebunden. Doch nun, unter Präsident William W. S. Tubman, der mir wohlgesinnt ist, sieht alles etwas freundlicher aus. Mein Vater beteuerte, dass er kein reicher Mann sei, aber ein gutes Auskommen habe und einen Import-Export-Handel mit Dänemark betreibe, außerdem eine Dampfschiff-Agentur und etliche Transportunternehmen mit einigen Diesellastern und Bussen und einem großen Schiff mit Dieselmotor, das Passagiere entlang der Küste befördere. Er hoffe, so fügte er hinzu, dass ich mich mit Dieselmotoren auskenne, da die Leute hier nur sehr wenig davon verstehen. Zu meiner Arbeit als Musiker, meinte er, versuch um Himmels Willen nicht hier als Musiker dein Geld zu verdienen, das wäre reine Zeitverschwendung, aber du kannst ja zum Zeitvertreib weiter Musik machen. Ohne meinen großen Traum vom Leben in den USA aufzugeben, stellte ich mich rasch auf die neue Situation ein und entschied mich vorläufig für Afrika. Bei meiner Mutter stieß der Plan meines Vaters, mich nach Liberia kommen zu lassen, auf uneingeschränkte Zustimmung. Da sie es für zwingend notwendig hielt, dass ich Deutschland verließ, um das Beste aus meinem Leben zu machen, hatte sie mich stets ermuntert, meinen Traum von einer Zukunft im Ausland weiter zu verfolgen, auch wenn wir dadurch eine Weile getrennt sein würden. Und dann kam der Abschied. Plötzlich erschien mir der Gedanke, meine Mutter ganz allein zurückzulassen, unerträglich. Doch sie versicherte mir, dass sie allein klarkommen werde und dass meine Reise für uns beide am Ende von Vorteil wäre. Ein Traum wird wahr. 1948, also drei Jahre nach dem Krieg, fuhr ich nach Liberia. Mein Vater und ich blieben uns fremd. Er starb später durch einen Verkehrsunfall. 1950 konnte ich mit einem auf ein Jahr befristeten Studentenvisum in die USA einreisen. Knapp neun Monate nach meiner Ankunft, als der Koreakrieg schon voll im Gange war, erhielt ich, offensichtlich aufgrund eines verwaltungstechnischen Fehlers, meine Einberufung zum Militär und diente zwei Jahre lang als Fallschirmspringer in der 82. Luftlandedivision. Häufig hatte ich Gelegenheit, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Armee, die hässliche Seite Amerikas kennenzulernen, den Rassismus Marke USA zu erleben und ihn mit dem der Nazis zu vergleichen. So war ich 1966 bei einem Zwischenfall zugegen, der deutlich demonstrierte, dass der Rassismus nicht auf den tiefen amerikanischen Süden beschränkt war, wie oft behauptet wurde. Ich hatte mich einem von Martin Luther King angeführten Protestmarsch durch die rein weiße Wohngegend um den Gage Park in Chicago angeschlossen. Während wir kniend mit Martin Luther King beteten, hagelte es Steine auf uns und wir wurden unflätig beschimpft. Die aufgebrachte Menge von Weißen konnte durch das dünne Polizeiaufgebot, das zu unserem Schutz abgestellt worden war, nur mühsam in Schach gehalten werden. Ein besonderes Förderungsgesetz für Armeeangehörige ermöglichte es mir dann, vieles nachzuholen und das Studium zu absolvieren, das mir in Nazi-Deutschland verwehrt geblieben war. Während der Studienzeit gelang es mir, die Liebe einer jungen Sozialarbeiterin aus St. Louis zu gewinnen. Unsere Ehe wurde zwar nach 14 Jahren wieder geschieden, doch sie bescherte uns zwei wunderbare Söhne, denen ich ein Großteil des Ansporns verdanke, auf den ich meine bescheidenen Erfolge im Leben zurückführe. Mit einem Abschluss in Zeitungswissenschaft von der University of Illinois in der Tasche arbeitete ich eine Zeit lang in mehreren kleineren Redaktionen, bis ich schließlich Redakteur der Zeitschrift Ebony wurde, der größten afroamerikanischen Zeitschrift der USA mit zwei Millionen Auflage. Förmlich über Nacht wurde ich zum aktiven Teilnehmer und Beobachter im Kampf der Schwarzen um Gleichberechtigung, der in den 50er, 60er und 70er Jahren im Norden wie im Süden der USA, in Afrika und in der Karibik ausgetragen wurde. Während meiner fast 40-jährigen Tätigkeit bei Ebony, in deren Verlauf ich es zum Chefredakteur brachte und einen Sitz im Editorial Board des Blattes einnahm, konnte ich einige historische Ereignisse unserer Zeit aus nächster Nähe verfolgen. Kurz, ich hatte meinen amerikanischen Traum verwirklicht. Wieder in Deutschland Es war das Jahr 1966. 18 Jahre waren vergangen, seit ich das kriegszerstörte Deutschland verlassen hatte, um zunächst in Afrika, dann in den Vereinigten Staaten mein Glück zu suchen. Wir flogen in 10.000 Metern Höhe irgendwo zwischen Chicago und Frankfurter Main mit einer Lufthansa Boeing 707 in Richtung Deutschland. Geht es Ihnen nicht gut? Die besorgte Stimme der Stewardess riß mich aus meinem Schlummer. Ich hatte davon geträumt, wie ich vor über zwei Jahrzehnten fast von einem deutschen Mob gelüncht worden wäre, weil man mich irrtümlich für einen abgeschossenen US-Piloten gehalten hatte. Doch, doch, danke, versicherte ich der jungen Frau, während ich mir die Schweißperlen vom Gesicht wischte. In wenigen Minuten würde ich wieder in Deutschland sein, dem Land, in dem ich geboren war und das ich ohne jedes Bedauern verlassen hatte. Noch immer gelten mir die spöttischen Rufe der Kinder in den Ohren, wenn sie mir »Neger, Neger, Schornsteinfeger« nachriefen. Die fast zwei Jahrzehnte, die ich fern meiner Heimat verbracht hatte, waren sowohl für mich persönlich als auch für den Rest der Welt äußerst ereignisreich gewesen. Mit einem dumpfen Quietschen setzten die Räder der Boeing 707 auf der Landebahn auf. Der lang ersehnte Augenblick war da. Ich war wieder in meiner Heimat. Ich wollte für Ebony, dem neuen Deutschland, in seinem Umgang mit anderen Rassen kritisch auf den Zahn fühlen. Während all der Jahre im Exil hatte ich mich oft gefragt, ob die Deutschen seit der Nazi-Zeit ihre Einstellung in diesem Punkt verändert hatten und ob Farbige entgegen meiner persönlichen Erfahrung inzwischen fair behandelt wurden. Was würde ich feststellen? Auch hatte ich das Bild des ausgebrannten Hamburg in Erinnerung. Ich hatte das Ausmaß der Zerstörung mit eigenen Augen gesehen, und es war mir unvorstellbar, dass Hamburg jemals wieder aufgebaut werden könnte. Ich hatte mit einem notdürftig wiederhergestellten Gomorra gerechnet, doch stattdessen fand ich eine atemberaubend schöne Metropole vor, mit hellen, neonbeleuchteten Boulevards, über die sich Stoßstange an Stoßstange endlose Reihen glänzender Autos schoben. Die Straßen waren von Geschäften gesäumt, die in ihren Schaufenstern hochwertige Waren anboten, und es wimmelte nur so von gut gekleideten Menschen, die sich in einem regelrechten Kaufrausch zu befinden schienen. Auf dem schicken Jungfernstieg, Hamburgs Antwort auf den New Yorker Fifth Avenue, standen die Leute vor einem Kinoschlange, an dessen Fassade in großen Lettern »Was gibt's Neues?« Pussy prangte, ein weiterer Beweis für den allgegenwärtigen Einfluss der USA. Ich konnte daraus nur den Schluss ziehen, dass Deutschlands viel gepriesenes Wirtschaftswunder, das Amerika mit seinem Dollarzauber in Gang gesetzt und deutscher Fleiß in Gang gehalten hatte, nicht übertrieben war. Aber es gab auch ganz andere Bilder, die sich mir darboten. Als ich mein früheres Viertel im Norden der Stadt besuchte, stand ich fassungslos vor einem brachliegenden Grundstück, auf dem das Haus meiner Kindheit gestanden hatte, bevor es in jener denkwürdigen Sommernacht, dreiundzwanzig Jahre zuvor, bei einem Luftangriff dem Erdboden gleichgemacht worden war. Offenbar war das Wirtschaftswunder noch nicht ganz bis hierher vorgedrungen. Ich blieb noch einige Zeit an der Stelle stehen, wo der Luftschutzbunker einst stand, in dem ich den verheerenden Angriff überlebt hatte, der mein Viertel in ein Inferno verwandelte. Ich musste an die vorkohlten Leichen der Unglücklichen denken, die es nicht mehr rechtzeitig in den Bunker geschafft hatten. Jetzt war dort ein nagelneues Wohngebiet entstanden, mit Rasenflächen, auf denen Kinder die gleichen Spiele spielten wie ich als kleiner Junge. Auf meiner Reise durch die größten Städte Westdeutschlands wurde mir eine unbestreitbare Tatsache klar. Das ehemalige Dritte Reich, einst Bastion teutonischen Chauvinismus und Kultstädte einer wahnhaften Rassereinheit, war keine weiße Nation mehr. Auf allen Straßen der Bundesrepublik begegnete man Menschen dunkler Hautfarbe, Amerikaner, Afrikaner, Westinder und schwarze Kinder von GIs, also ein krasser Gegensatz zu der am Ende des Zweiten Weltkriegs herrschenden Situation, als allein schon der Anblick eines schwarzen Menschen ein außergewöhnliches Ereignis darstellte. Die neue Generation von Deutschen, so viel mehr auf, hatte sich offenbar voll und ganz dem American Way of Life verschrieben. Vor allem junge Leute schienen eine Vorliebe für Kleidung im amerikanischen Stil, beispielsweise Jeans, für amerikanische Tänze und Musik, vor allem Soul und Jazz zu haben. In den Schaufenstern der Schallplattengeschäfte in der ganzen Bundesrepublik prangten die Konterfeis von schwarzen Jazz- und Popmusikern, die in Westdeutschland fast alle genauso bekannt und berühmt waren wie in den USA. »Klasse, wie die auf den Sound abfahren! Man könnte meinen, man wäre in Haarlem«, sagte ein schwarzer Soldat in Zivil zu mir, als wir durch die Tür einer überfüllten Münchner Diskothek spähten. Eine Weile sah ich zu, wie diese jungen Leute, hingerissen und begeistert, zu einem Stück von Count Basie tanzten. Ich musste wieder an die steifen, im Stechschritt marschierenden Braunhemden meiner Kindheit denken und an die höhnischen Bemerkungen, die ich wegen meiner braunen Haut erdulden musste, und plötzlich erfüllte mich angesichts dieser neuen Generation von Deutschen wieder Hoffnung für das Land, in dem ich geboren wurde. Nachgedanken Seit ich die voranstehenden Beobachtungen im Jahre 1966 machte, haben sich die Zeiten leider wieder verändert. Der alarmierende Anstieg neonazistischer Aktivitäten in Deutschland hat meinen damaligen Optimismus zunichte gemacht. Natürlich wäre es übertrieben, von einem Rückfall in den Rassismus der Hitlerzeit zu sprechen, doch die traurige Tatsache bleibt, dass der Narzismus in Deutschland noch lange nicht der Vergangenheit angehört, wie ich bei meinem ersten Besuch gehofft hatte. Eine Begegnung mit ca. 100 in Deutschland geborenen jungen Schwarzen aus einem breiten Spektrum sozialer Schichten und mit einem entsprechend unterschiedlichen Ausbildungsniveau hat mich noch kürzlich davon überzeugt, dass viel zu tun bleibt. Sowohl auf Seiten der Regierung als auch im Privatbereich, bis deutsche, afrikanische Abstammung und andere rassische Minderheiten absolut gleichwertig in die deutsche Gesellschaft integriert sind. Ich hoffe, dass meine Geschichte die Lehre vermittelt, die ich selbst aus der kurzen, aber bedeutsamen historischen Phase gezogen habe, zu deren unmittelbaren Zeugen mich das Schicksal ausersehen hat. Wenn das entsetzliche Geschehen in Deutschland möglich war, dann ist es überall möglich. Rassismus, so meine Erfahrung, ist wie ein schlummerndes Virus in einem ansonsten anständigen Menschen, das durch politische Agitation und Demagogie virulent wird. Ich werde häufig von Menschen gefragt, die meine Lebensgeschichte kennen, was aus der bunt gemischten Gruppe von Verwandten, Freunden und Kameraden geworden ist, die irgendwann einmal eine Rolle in meinem Leben gespielt haben. Aufgrund der gewaltigen Zerstörungen in Deutschland und aufgrund der schweren Verluste bei der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg werde ich nie erfahren, welches Schicksal viele von ihnen ereilt hat. Während meiner gesamten Odyssee durch drei Kontinente blieb ich stets mit meinem alten Freund Yenki Werner in Verbindung. Seit meiner Ankunft in den USA im Mai 1950 bis heute haben wir unsere Freundschaft durch Telefonate, Urlaubskarten und gelegentliche Besuche am Leben erhalten. Werner, Vater einer erwachsenen Tochter, arbeitete jahrelang für eine größere Fluggesellschaft. Der prominenteste Überlebende meiner Jugendfreunde ist Ralf Giordano, der mit mir das Schicksal als Nicht-Aria teilte. Nach Überwindung seines politischen Irrtums als Mitglied der KPD Mitte der 50er Jahre hatte er sich erst als weitgereister Fernsehdokumentarist, dann als Publizist und Schriftsteller einen Namen gemacht. Seinem 1982 erschienenen Bestseller, dem autobiografischen Roman Dibertinis, in dem auch ich als ein Dunkelhäutiger mit dem Namen Miki Massakorn verewigt bin, folgten zahlreiche andere Bücher mit Giordanos Lebensthemen Nationalsozialismus, Stalinismus und Kampf für die Menschenrechte. Unsere erste Wiederbegegnung nach mehr als 20 Jahren war warm und herzlich, gerade als hätten wir uns erst gestern voneinander verabschiedet. In den seither vergangenen mehr als drei Jahrzehnten hat sich die alte Beziehung in langen Gesprächen und großer Übereinstimmung immer mehr vertieft. Auch mein früherer Freund und Klassenkamerad Karl Morell lebt noch. Zu meiner großen Überraschung stöberte ich ihn in dem Viertel auf, wo wir beide aufgewachsen sind und wo er als Rentner allein in einer Wohnung lebt. Er erzählte mir, dass er damals lange in sowjetischer Kriegsgefangenschaft gewesen sei und sich später von seiner Familie entfremdet habe. Erschüttert war ich, als ich vom Tod meiner ersten großen Liebe Gretchen Jahn erfuhr. Eine Cousine, erzählt es mir. Danach hatten Gretchen ihre Mutter und ihr Bruder eigentlich vorgehabt, zusammen in die USA auszuwandern. Gretchen hatte aber in Deutschland bleiben müssen, da sie an Tuberkulose erkrankt war und deshalb kein Visum erhalten hatte. Auf sich allein gestellt, hatte sie sich als Bardame in einem Hamburger Nachtclub durchgeschlagen und war wenige Jahre nach unserer letzten Begegnung verarmt und vereinsamt in St. Pauli gestorben. Von Vriede, dem Schulleiter der Ketnerkampfschule, und von Lehrer Duttke, die mir das Leben so schwer gemacht hatten, habe ich nie wieder gehört. Aufgrund ihres Alters dürften sie inzwischen wohl nicht mehr leben. Meine Es ist ein wunderbarer Trost für mich, dass meine Mutter, die mir 1952 in die USA gefolgt war, noch eine glückliche Ehe erleben durfte, bevor sie 1986 im Alter von 83 Jahren starb. Bei Mileta Nikodejevic, einem hart arbeitenden Serben, der von den Alliierten aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager befreit worden war und dann in die USA auswanderte, fand sie die Liebe und Partnerschaft, die sie wirklich verdient hatte. Die beiden lebten zufrieden in ihrem idillischen, gastfreundlichen und, wie meine Mutter nicht müde wurde zu betonen, abbezahlten Haus in einem Vorort von Chicago. Mit diesem Haus, das einen kleinen Gemüsegarten hatte, erfüllte sich für meine Mutter einen Traum, den wir beide schon in Deutschland gehegt hatten, als er für uns absolut unerreichbar war. Für alles, was sie für mich getan hat, hätte ich mich nicht besser revanchieren können als dadurch, dass ich etwas aus mir gemacht habe und ihr zwei Enkel, Steve Gordon und Hans Jürgen schenkte, die ebenfalls etwas aus sich gemacht haben. Nachdem Steve sein Medizinstudium in Harvard abgeschlossen und Hans an der University of Michigan Law School sein Jurastudium begonnen hatte, machte meiner Mutter nichts mehr Spaß, als von meinem Enkel, dem Arzt und meinem anderen Enkel, dem zukünftigen Anwalt, zu prallen. Wie sie immer zu sagen pflegte, Ende gut, alles gut. Sie hörten die Lübbe-Audioproduktion Neger, Neger, Schornsteinfeger, die Biografie von Hans-Jürgen Massakoy, gelesen von Christoph Lindert.